ganz Illinois, der als Arzt Tag und Nacht für die Menschen da ist. Jeder weiß, dass sein Wort Gold wert ist. Wenn er sagt, dass er aus seiner Überzeugung heraus nicht im Krieg kämpfen kann, sollte das jedem vernünftigen Mann als Beweis genügen.« Richter Allen runzelte die Stirn, unsicher darüber, ob dieser politisch einflussreiche Anwalt ihn eben unvernünftig genannt hatte oder nicht, und er beschloss, um sicherzugehen, nur Murray böse anzufunkeln. »Wir fahren fort mit der Einbürgerung«, sagte er, und so wurde Rob J. ohne weitere Verzögerung ein amerikanischer Staatsbürger. Auf dem Rückweg nach Hordens Crossing überfielen ihn ein paar schmerzliche Erinnerungen an sein schottisches Heimatland, dem er eben abgeschworen hatte, aber dennoch war es ein gutes Gefühl für ihn, jetzt Amerikaner zu sein. Und das trotz der Probleme, die das Land im Augenblick erschütterten. Erst vor kurzem hatte der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten in letzter Instanz entschieden, dass Dred Scott ein Sklave sei, da der Kongress nicht das Recht habe, die Sklaverei in den Einzelstaaten zu verbieten. Anfangs hatten die Südstaatler gejubelt, doch inzwischen tobten sie schon wieder, da die Führer der Republikanischen Partei angekündigt hatten, sie würden die Gerichtsentscheidung nicht als verbindlich hinnehmen. Und auch Rob J. wollte das nicht, obwohl seine Frau und sein Sohn inzwischen zu heißblütigen Südstaatensympathisanten geworden waren. Er hatte schon Dutzende von entflohenen Sklaven durch seine geheime Nische nach Kanada geschleust und war dabei des Öfteren in sehr gefährliche Situationen geraten. Eines Tages beispielsweise erzählte ihm Alex, er habe in der Nacht zuvor George Clyburn nur etwa eine Meile von ihrer Farm entfernt auf der Straße gesehen. »Sitzt der morgens um drei auf einem Wagen voller Heu? Was soll man denn davon halten?« »Na, ich glaub, du musst dich ziemlich anstrengen, wenn du früher aufstehen willst als ein fleißiger Quäker.« »Aber was hattest du denn morgens um drei draußen verloren?« sagte Rob J., und Alex bemühte sich so eilig von seinen nächtlichen Saufereien und Schürzenjägereien mit Mel Howard abzulenken, dass George Clyburns eigenartige Arbeitsmoral nicht weiter erörtert wurde. Mitten in einer anderen Nacht schloss Rob J. eben die Schuppentür, als Orden ihm in die Quere kam. »Konnt nicht schlafen. Mein Rachenputzer ist mir ausgegangen und da ist mir eingefallen, dass ich das da im Stall versteckt hab.« Er hielt eine Keramikflasche in die Höhe und bot seinem Arbeitgeber an. Obwohl Rob J. nur selten Lust auf einen Drink hatte und wusste, dass Alkohol die Gabe beeinträchtigte, wollte er etwas mit Orden teilen. Er zog deshalb den Korken heraus, trank einen Schluck und hustete. Orden grinste. Rob hätte seinen Knecht gern etwas von dem Schuppen weggelockt. In dem Versteck hinter der Tür saß ein Schwarzer mit einem leichten, asthmatischen Keuchen. Rob befürchtete, dass das Keuchen von Zeit zu Zeit lauter werden könnte und war sich nicht sicher, ob das Geräusch nicht bis zu der Stelle drang, wo er sich mit Orden unterhielt. Aber Orden hatte sich inzwischen hingekauert und führte vor wie ein Meister-Whiskey-Trank, den Finger durch den Henkel, die Flasche auf den Unterarm gestützt und den Unterarm gerade so weit gehoben, dass die richtige Menge der scharfen Flüssigkeit in den Mund floss. »Haben Sie in letzter Zeit Schlafschwierigkeiten?« Orden zuckte mit den Achseln. »Die meisten Nächte bin ich gleich weg, weil ich müde von der Arbeit bin, und wenn nicht, hilft mir ein kleiner Schluck beim Einschlafen.« Seit dem Tod, von der singend einhergeht, sah Orden von Jahr zu Jahr verbrauchter aus. »Ich sollte einen zweiten Mann einstellen, der Ihnen bei der Arbeit hilft«, sagte Rob wohl schon zum zwanzigsten Mal. »Ein guter Weißer, der für andere arbeitet, ist schwer zu finden. Und mit nem Nigger wird ich nicht arbeiten«, erwiderte Orden, und jetzt fragte sich Rob, wie weit Geräusche wohl in die andere Richtung drangen, nämlich in den Schuppen hinein. »Außerdem arbeitet ja jetzt Alex mit, und der macht sich wirklich gut.« »Ist das wahr?« Etwas schwankend stand Orden auf. Offensichtlich hatte er schon eine ganze Menge von dem Rachenputzer gehabt, bevor er ihm ausgegangen war. »Verdammt, Doc«, sagte er mit Nachdruck, »seien Sie doch nicht immer so ungerecht mit Ihren Jungs.« Und damit schwankte er, die Flasche fest umklammernd, zu seiner Hütte. Eines Tages, gegen Ende jenes Sommers, verschlug es einen Chinesen mittleren Alters, dessen Namen niemand kannte, nach Holdens Crossing. Da ihm im Saloon die Bedienung verweigert wurde, gab er einer Prostituierten namens Penny Davis Geld, damit sie ihm eine Flasche Whisky besorgte und ihn mit in ihre Hütte nahm, wo er am Morgen darauf in ihrem Bett starb. Sheriff Graham sagte, er wolle in seiner Stadt keine Hure, die ihren Schlitz an ein Schlitzauge verkaufe und dann an weiße Männer weiter verhökere, und er sorgte persönlich dafür, dass Penny Davis Holdens Crossing verließ. Die Leiche des Chinesen ließ er auf einen Karren werfen und zum Leichenbeschauer bringen. Als Rob J. an diesem Nachmittag zu seinem Schuppen ging, wartete dort Shaman auf ihn. »Habten noch nie einen Orientalen gesehen.« »Der da ist aber tot.« »Das weißt du doch, Shaman, oder?« »Ja, Pa.« Rob J. nickte und öffnete die Schuppentür. Die Leiche war mit einem Tuch bedeckt, das Rob nun wegzog und zusammengefaltet auf den alten Holzstuhl legte. Sein Sohn war blass, aber gefasst und betrachtete aufmerksam die Gestalt auf dem Tisch. Der Chinese war ein kleiner Mann, schlank, aber muskulös. Jemand hatte ihm die Augen geschlossen. Seine Hautfarbe lag zwischen der Blässe der Weißen und der rötlichen Bräune der Indianer. Seine holzigen, gelben Zehennägel hatten schon lange keine Schere mehr gesehen. Rob J. wurde unruhig, als er versuchte, sie mit den Augen seines Sohnes zu sehen. »Ich muss mich jetzt an die Arbeit machen, Shaman.« »Kann ich zusehen?« »Willst du das wirklich?« »Ja, Pa.« Rob nahm sein Skalpell und öffnete die Brust. Oliver Wendell Holmes hatte eine sehr extravagante Art gehabt, den Tod zu präsentieren, doch Rob J. bevorzugte einen sachlicheren, einfacheren Stil. Er warnte seinen Sohn, dass die Eingeweide eines Menschen schlimmer stänken als jedes Wild, das der Junge je ausgenommen hatte, und riet ihm durch den Mund zu atmen. Dann wies er ihn darauf hin, dass das tote Gewebe vor ihnen kein Mensch mehr sei. Was es auch war, das diesen Menschen lebendig gemacht hat. Manche nennen es Seele. Es hat seinen Körper verlassen. Shams Gesicht schien bleich, aber seine Augen waren hellwach. »Ist das der Teil, der in den Himmel geht?« »Ich weiß nicht, wohin er geht«, sagte Rob sanft. Er wog die Organe und ließ Shaman das jeweilige Gewicht notieren, eine einfache Beschäftigung, die ihm aber wirklich die Arbeit erleichterte. »William Ferguson, mein Lehrer, hat immer gesagt, dass die Seele den Körper hinter sich lässt, wie man aus einem Haus auszieht, und dass wir den Körper deshalb aus Respekt vor dem Menschen, der in ihm wohnte, vorsichtig und mit Würde behandeln müssen.« »Das hier ist das Herz, und daran ist er gestorben.« Rob nahm das Organ heraus und legte es Shaman in die Hände, damit er den dunklen, wulsttoten Gewebes, der sich aus der Muskelwand herauswölbte, genau betrachten konnte. »Was ist mit ihm passiert, Pa?« »Das weiß ich nicht, Shaman.« Er legte die Organe wieder in die Körperhülle und nähte diese zu, und als sie dann gemeinsam die Instrumente wuschen, kehrte die Farbe wieder in Shams Gesicht zurück. Rob J. war beeindruckt, wie gut sich der Junge gehalten hatte. »Ich habe nachgedacht,« sagte er. »Möchtest du ab und zu mit mir hier arbeiten?« »Sehr gerne, Pa,« rief Shaman mit strahlendem Gesicht. »Mir ist nämlich eingefallen, dass du vielleicht ein Diplom in den Naturwissenschaften machen könntest. Du könntest dir dann deinen Lebensunterhalt als Lehrkraft verdienen, vielleicht sogar an einer Universität. Würde dir das gefallen, mein Sohn?« Shaman sah ihn ernüchtert an, und sein Gesicht verdüsterte sich wieder, als er über die Frage nachdachte. Dann hob er die Schultern. »Vielleicht,« sagte er. Leere In diesem Januar packte Rob J. zusätzliche Decken in das Versteck, denn die Flüchtlinge aus dem tiefen Süden litten sehr unter der Kälte. Es gab zwar weniger Schnee als gewöhnlich, aber immer noch genug, um die Äcker mit einer weißen Schicht zu bedecken und sie wie winterliche Prärie aussehen zu lassen. Manchmal, wenn er mitten in der Nacht von einem Hausbesuch heimritt, stellte er sich vor, er brauche nur den Kopf zu heben, um eine lange Reihe roter Männer zu sehen, die auf guten Pferden hinter ihren Schamanen und Häuptlingen über die unberührte Ebene ritten, oder riesige, buckelige Tiere, die sich in der Dunkelheit auf ihn zubewegten. Reif auf dem zotteligen braunen Pelz und das Mondlicht auf den geschwungenen Hörnern mit den gefährlichen Spitzen. Aber er sah nie etwas, denn er glaubte noch weniger an Geister als an Gott. Der Frühling brachte nur wenig Schmelzwasser und die Flüsse und Bäche blieben in ihrem Bett. Vielleicht war das der Grund dafür, dass er diesmal weniger Fieberkranke zu behandeln hatte, aber aus einem anderen Grund gab es unter den Erkrankten mehr Todesfälle als gewöhnlich. Eine der Patientinnen, die er verlor, war Mathilda Cowan, deren Mann Simeon auf einer Parzelle guten, wenn auch etwas trockenen Bodens im nördlichen Teil der Gemarkung Mais anbaute. Wenn eine junge Frau starb und drei Kinder hinterließ, erwartete man allgemein, dass sich der sehr schnell wiederverheiratete, doch als Cowan Dorothy Burnham um ihre Hand bat, waren viele überrascht. Sie nahm an, ohne zu zögern. Eines Morgens erzählte Rob J. beim Frühstück Sarah lachend, dass im Schulausschuss helle Aufregung herrsche. Wir haben geglaubt, wir könnten uns darauf verlassen, dass Dorothy ewig jung verbleibt. Cowan ist schlau. Sie wird ihm eine gute Frau sein. Sie hat großes Glück, erwiderte Sarah trocken. Ist ja um einiges älter als er. Ach, Simeon Cowan ist nur drei oder vier Jahre jünger als Dorothy, sagte Rob J. und bestrich sich sein Brötchen. Ein so großer Unterschied ist das auch wieder nicht. Und er grinste erstaunt, als er sah, dass sein Sohn Shaman zustimmend nickte und sich eifrig an dem Tratsch über die Lehrerin beteiligte. An Miss Burnhams letztem Tag in der Schule trödelte Sherman, bis alle anderen Schüler das Gebäude verlassen hatten und ging dann zu ihr, um sich zu verabschieden. Wir werden uns ja sicher in der Stadt öfter sehen. Ich bin froh, dass Sie nicht woanders hin geheiratet haben. Ich bin auch froh, in Holdens Crossing bleiben zu können, Robert. Wollt Ihnen nur danken, sagte er verlegen. Er wusste, was diese warmherzige, einfache Frau für sein Leben bedeutet hatte. Ich habe es doch gern getan, mein Lieber. Seinen Eltern hatte sie mitgeteilt, dass sie nicht mehr an seiner Aussprache arbeiten könne, da sie sich jetzt um eine Farm und drei Kinder kümmern müsse. Ich bin aber sicher, dass ihr beide, du und Rachel, auch ohne mich ganz wunderbar zurechtkommen werdet. Außerdem bist du so weit, dass du bald keine Stimmübungen mehr brauchst. Glauben Sie denn, dass meine Stimme schon so klingt, wie die anderer Leute? Nun ja, sie nahm die Frage sehr ernst. Wenn du müde bist, hörst du dich immer noch kehrig an. Du weißt inzwischen sehr genau, wie die Worte klingen sollten, und deshalb verschleifst du die Silben nicht so, wie es viele andere tun. Einen kleinen Unterschied gibt es also schon noch. Als sie sah, dass sie ihn das bekümmerte, nahm sie seine Hand und drückte sie. Aber es ist ein sehr charmanter Unterschied, sagte sie und freute sich, als sein Gesicht sich wieder aufhellte. Er hatte ihr von seinem eigenen Geld in Rock Island ein kleines Geschenk gekauft, Taschentücher mit einem Rand aus hellblauer Spitze. Ich habe auch etwas für dich, sagte sie und schenkte ihm einen Band mit Shakespeare's Sonetten. Wenn du sie liest, musst du an mich denken, befahl sie ihm. Außer natürlich bei den Romantischen, fügte sie schnippisch hinzu, und dann lachte sie mit ihm in dem Bewusstsein, als Mrs. Cohen Dinge zu tun und sagen zu können, von denen die arme Schullehrerin nicht einmal zu träumen gewagt hatte. Bei dem Regenschiffsverkehr im Frühling kam es auf dem Mississippi immer wieder zu Unfällen durch Ertränken. Ein junger Matrose fiel von einem Schleppkahn und wurde davongetrieben. Die starke Strömung riss ihn in die Tiefe und gab ihn erst im Gerichtsbezirk von Holdens Crossing wieder frei. Die Kahnbesatzung wusste nichts über ihn, außer dass er Billy geheißen hatte, und Sheriff Graham überließ ihn Rob J. So erlebte Shaman seine zweite Autopsie. Er schrieb das Gewicht der Organe in das Notizbuch seines Vaters und erfuhr, was mit der Lunge passiert, wenn jemand ertrinkt. Doch diesmal fiel ihm das Zusehen schwerer. Der Chinese war ein Exote gewesen und viel älter als er selbst, dieser hier aber war ein junger Mann, nur wenige Jahre älter als sein Bruder Beger, und der Tod dieses Matrosen erinnerte ihn an seine eigene Sterblichkeit. Trotzdem gelang es ihm, diesen Gedanken so weit zu verdrängen, dass er aufmerksam beobachten und lernen konnte. Nach der Autopsie begann Rob J. von Billys rechtem Handgelenk ausgehend zu sezieren. »Die meisten Chirurgen haben eine Heidenangst vor der Hand«, vertraute er Shaman an. »Das kommt daher, dass sie sich nie genug Zeit genommen haben, sie genau zu studieren. Wenn du ein Lehrer für Anatomie oder Physiologie werden willst, musst du die Hand kennen.« Shaman verstand, warum viele sich fürchteten, eine Hand zu operieren, denn sie besteht nur aus Muskeln, Sehnen und Gelenken, und er war erstaunt und erschrocken, als sein Vater, nachdem er mit der rechten Hand fertig war, ihn aufforderte, die linke zu sezieren. Rob J. lächelte ihn an, er schien ganz genau zu wissen, wie sein Sohn sich fühlte. »Denk dir nichts. Egal, was du tust, ihm tut es nicht mehr weh.« Also verbrachte Shaman fast den ganzen Tag damit, zu schneiden und zu tasten, sich die Namen all der winzigen Knochen einzuprägen und zu lernen, wie die Handgelenke eines Lebenden funktionieren. Einige Wochen später brachte der Sheriff die Leiche einer alten Frau, die im Armenhaus des Bezirks gestorben war. Shaman freute sich schon darauf, seine Studien weiterführen zu können, doch sein Vater versperrte ihm den Weg in den Schuppen. »Shaman, hast du schon einmal eine Frau ohne ihre Kleider gesehen?« »Maqua habe ich einmal gesehen. Sie hat mich ins Schwitzhaus mitgenommen und mir Lieder vorgesungen, damit ich mein Gehör zurückbekomme.« Der Vater sah ihn verwundert an, fühlte sich dann aber verpflichtet, ihm seine Vorbehalte zu erklären. »Ich wollte nicht, dass die erste Frau, die du nackt siehst, alt, hässlich und tot ist.« Shaman nickte und spürte, wie ihm die Hitze ins Gesicht stieg. »Es ist nicht das erste Mal Paar, und Maqua war nicht alt und hässlich.« »Nein, das war sie nicht«, sagte sein Vater und klopfte ihm auf die Schulter. Dann gingen sie gemeinsam in den Schuppen und schlossen die Tür hinter sich. Im Juli bot der Schulausschuss Rachel Geiger die Stelle als Lehrerin an. Es war nicht ungewöhnlich, dass eine ehemalige Schülerin Gelegenheit erhielt, in ihrer Schule zu unterrichten, wenn die Stelle frei wurde, und Dorothy Burnham hatte das Mädchen in ihrem Kündigungsschreiben begeistert empfohlen. Carol Wilkinson wies darauf hin, dass sie Rachel außerdem für ein Anfängergehalt einstellen könnten und sich nicht um ihre Unterbringung zu kümmern brauchten, da sie bei ihren Eltern wohnte. Das Angebot brachte Verwirrung und Unentschlossenheit in den Haushalt der Geigers und führte zu einer ernsten, mit gedämpfter Stimme geführten Unterhaltung zwischen Lillian und Jay. »Wir haben es bereits zu lange hinausgeschoben«, sagte Jay. »Aber ein Jahr als Lehrerin wäre ein großer Vorteil für sie. Sie könnte dann in ganz andere Kreise einheiraten. Eine Lehrerin ist etwas so typisch Amerikanisches.« Jason seufzte. Er liebte seine drei Söhne Davy, Herm und Cubby, gute, liebenswerte Jungen. Alle drei spielten Klavier wie ihre Mutter, allerdings mit unterschiedlichem Talent, und Dave und Herm hätten gern Blasinstrumente erlernt, wenn sie nur einen Lehrer dafür gefunden hätten. Rachel war seine einzige Tochter und sein erstgeborenes Kind, dem er das Geigenspiel beigebracht hatte. Er wusste, der Tag würde kommen, an dem sie das Elternhaus verlassen musste, und ihm von ihr nichts anderes blieb als seltene Briefe und noch seltenere Besuche aus einer weit entfernten Stadt. Kein Wunder, dass er beschloss, selbstsüchtig zu sein und sie noch eine Weile länger im Schoß der Familie zu behalten. »Also gut«, sagte er zu Lilian, »dann lassen wir sie Lehrerin werden.« Einige Zeit war vergangen, seit das Hochwasser Magwas' Schwitzhaus weggespült hatte. Übrig geblieben waren nur zwei Steinwände, knapp zwei Meter lang, nicht einmal einen Meter hoch und sechs Handbreit voneinander entfernt. Im August begann Schermann, eine Kuppel aus dürren Ästen über den Mauern zu errichten. Zwischen die Äste flocht er grüne Weidenzweige, doch er stellte sich ungeschickt an und die Arbeit ging ihm nur langsam von der Hand. Als sein Vater sah, was er vorhatte, fragte er, ob er helfen könne, und gemeinsam schafften sie es, in ihrer Freizeit innerhalb von zwei Wochen ein neues Schwitzhaus zu errichten, das in etwa jenem glich, das Magwa mit Mond und der singend einhergeht, in wenigen Stunden gebaut hatte. Aus weiteren Ästen und Weidenzweigen flochten sie einen Rost, den sie auf die Mauern legten. Rob J. besaß ein ramponiertes Büffelfell und eine Hirschdecke. Als sie die Tierhäute über das Flechtwerk der Kuppel spannten, blieb ein großes Stück offen. Vielleicht eine Wolldecke, schlug Schermann vor. Besser zwei. Eine doppelte Lage, sonst entweicht so viel Dampf. Am ersten kalten Tag im September probierten sie das Schwitzbad aus. Magwas Hitzesteine waren noch genau dort, wo sie sie liegen gelassen hatte, und sie errichteten ein großes Holzfeuer und ließen die Steine darin sehr heiß werden. Nur in eine Decke gehüllt, betrat Schermann das Schwitzhaus, warf die Decke vor die Tür und legte sich zitternd auf den weiten Rost. Mithilfe von Astgabeln schleppte Rob J. die heißen Steine zum Schwitzhaus, legte sie unter den Rost, begoss sie mit kaltem Wasser und verschloss dann die Kuppel. Schermann lag im aufsteigenden Dampf, und während er spürte, wie die Hitze aufblühte, erinnerte er sich an die Angst, die er beim ersten Mal verspürt hatte, als er vor der Hitze und dem nebeligen Dunkel in Magwas Arme geflüchtet war. Er erinnerte sich an die fremdartigen Zeichen auf ihren Brüsten und wie sich die Narben an seiner Wange angefühlt hatten. Rachel war dünner und größer als Magwa, hatte aber schwerere Brüste. Der Gedanke an Rachel rief eine Erektion hervor und fürchtete, dass sein Vater zurückkehren und ihn so sehen könne. Er zwang sich, wieder an Magwa zu denken, an die stille Zuneigung, die sie ihm entgegengebracht hatte, so tröstend und besänftigend wie die ersten warmen Schwaden des Dampfes. Es war eigenartig, in dem Schwitzhaus an der Stelle zu liegen, wo sie oft gewesen war. Die Erinnerung an sie wurde mit jedem Jahr verschwommener, und er fragte sich, warum sie hatte sterben müssen, warum es schlechte Menschen auf der Welt gab. Fast ohne es zu merken, begann er eins der alten Lieder zu singen, die sie ihm beigebracht hatte. Wohin du auch gehst, ich gehe mit dir, mein Sohn. Einige Zeit später brachte sein Vater frische, heiße Steine und übergoss sie mit Wasser, und bald füllte wieder dichtester Dampf jeden Winkel der Hütte. Schämen blieb, bis er es nicht mehr aussieht und nach atemringend und schweißnass da lag, dann stand er auf, lief in die Kälte hinaus und sprang in das eisige Wasser des Flusses. Im ersten Augenblick glaubte er, er sei soeben einen sehr sauberen Tod gestorben, doch als er dann die ersten Schwimmbewegungen machte, spürte er das Blut durch seinen Körper pulsieren. Kreischend wie ein Saug kletterte er ans Ufer und stürmte in den Stall, wo er sich kräftig abrubbelte und warme Kleidung überzog. Offensichtlich hatte er sich sein Vergnügen zu deutlich anmerken lassen, denn als er wieder aus dem Stall kam, wartete sein Vater bereits vor dem Schwitzhaus, und jetzt war Schämen an der Reihe, die Steine zu erhitzen, zur Hütte zu schleppen und mit Wasser zu übergießen. Als die beiden schließlich glühend und lachend ins Haus zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass sie über dem Schwitzen das Abendessen vergessen hatten. Sarah hatte, verärgert wie sie war, die Teller der beiden auf dem Tisch stehen gelassen, und das Essen war inzwischen kalt. Zwar bekamen Schämen und sein Vater keine Suppe mehr, und sie mussten das geronnene Fett von ihrem Hammelfleisch kratzen, doch sie waren sich einig, dass es das wert gewesen war. Marquard hatte wirklich gewusst, wie man anständig badet. Bei Schulbeginn hatte Rachel keine Schwierigkeiten, sich in ihrer neuen Rolle als Lehrerin zurechtzufinden. Der Tagesablauf war ihr vertraut. Neue Lektionen, Klassenarbeiten, gemeinsames Singen, Hausaufgaben. In Mathematik war Schämen besser als sie, und sie bat ihn deshalb, den Rechenunterricht zu übernehmen. Er erhielt zwar keine Bezahlung, doch sie lobte ihn sehr vor den Eltern und dem Schulausschuss, und ihm machte es Spaß, gemeinsam mit ihr die Stunden vorzubereiten. Keiner von beiden erwähnte Miss Bernhams Meinung, dass Schämens Stimmschulung vermutlich gar nicht länger notwendig sei. Da Rachel nun Lehrerin war, übten sie im Schulgebäude, nachdem die anderen Kinder nach Hause gegangen waren, und sie gingen nur noch zu den Geigers, wenn sie Liliens Klavier brauchten. Schämen saß gerne neben Rachel auf der Klavierbank, aber es gefiel ihm noch besser, wenn sie alleine im Schulhaus waren. Die Schüler hatten sich immer darüber lustig gemacht, dass Miss Bernhams offensichtlich nie austreten musste, und jetzt legte Rachel die gleiche Disziplin an den Tag. Doch sobald die Kinder draußen waren, stürzte sie zum Häuschen. Um sich die Wartezeit zu verkürzen, dachte Schämen häufig darüber nach, was sie wohl unter ihren Röcken trug. Bigger hatte ihm erzählt, wenn er es mit Patty Drucker treibe, müsse er ihr immer aus der alten löchrigen Unterwäsche ihres Vaters helfen. Doch Schämen wusste, dass die meisten Frauen Fischbeinkrinolinen trugen oder Rosshaargarnituren, die zwar kratzten, aber schön wärmten. Rachel mochte die Kälte überhaupt nicht. Kaum war sie ins Klassenzimmer zurückgekehrt und hatte ihren Mantel auf den Haken gehängt, lief sie schon zum Ofen, um sich zuerst von vorne und dann von hinten aufzuwärmen. Schon nach einem knappen Monat musste Rachel mit ihren Eltern nach Peoria fahren, und Schämen sprang für den halben Oktober als Aushilfslehrer ein, wofür er auch bezahlt wurde. Die Schüler kannten ihn ja bereits als Lehrer aus dem Rechenunterricht. Sie wussten, dass er ihre Lippen sehen musste, um sie zu verstehen, und gleich am ersten Morgen sagte Randy Williams, der jüngste Sohn des Schmieds, mit dem Rücken zum Lehrer etwas Freches. Schämen nickte ungerührt, als die Kinder lachten und fragte Randy, ob er ihn ein wenig an den Fußknöcheln in die Höhe halten soll. Schämen war größer als die meisten Männer, die sie kannten, und den Kindern verging das Grinsen, als Randy eingeschüchtert erwiderte, nein, das wolle er nicht. Danach war das Unterrichten für Schämen kein Problem mehr. An ihrem ersten Schultag nach der Rückkehr war Rachel bedrückter Stimmung. Nachdem die Kinder gegangen waren, kam sie zitternd und weinend vom Häuschen zurück. Schämen ging zu ihr und legte die Arme um sie. Sie wehrte sich nicht, stand einfach nur da zwischen ihm und dem Ofen, die Augen geschlossen. »Ich hasse Peoria«, sagte sie leise. »Es ist schrecklich. So viele Leute um einen herum. Meine Mutter und mein Vater, sie haben mich vorgeführt.« Für Schämen war es durchaus einsichtig, dass die Eltern stolz auf Rachel waren. Außerdem brauchte sie jetzt ein ganzes Jahr lang nicht mehr nach Peoria zu fahren. Er sagte nichts. Er träumte nicht einmal davon, sie zu küssen. Es reichte ihm, einfach nur da zu stehen und ihr sanftes Fleisch zu spüren, und er war überzeugt, dass nichts, was ein Mann und eine Frau miteinander tun, schöner sein konnte als das. Nur einen kurzen Augenblick lang löste sie sich von ihm und seien aus tränenfeuchten Augen ernst an. »Mein treuer Freund.« »Ja«, erwiderte er. Zwei Ereignisse öffneten Rob J. die Augen. An einem kalten Novembermorgen hielt Schämen seinen Vater auf dem Weg zum Stall an. »Ich habe gestern Miss Burnham besucht. Ich meine Mrs. Cowan. Ich soll dir und Mutter schöne Grüße ausrichten.« Rob J. lächelte. »Wirklich? Das ist aber nett. Hat sie sich schon an das Leben auf der Farm gewöhnt?« »Ja. Die kleinen Mädchen scheinen sie zu mögen. Es gibt natürlich eine Menge Arbeit, und sie sind ja nur zu zweit.« Er warf seinem Vater einen schüchternen Blick zu. »Paar? Gibt es eigentlich viele Ehen wie die Ihre? Ich meine, wo die Frau älter ist als der Mann?« »Weißt du, Schämen, normalerweise ist es ja andersherum, aber nicht immer. Ich glaube, es gibt einige solche Ehen.« Er wartete darauf, dass das Gespräch sich in eine bestimmte Richtung entwickle, doch sein Sohn nickte nur und machte sich auf den Weg zur Schule. Daraufhin ging Rob J. in den Stall und sattelte sein Pferd. Einige Tage später arbeiteten er und der Junge im Haus. Sarah hatte in einigen Häusern in Rock Island bestimmte Bodenbeläge gesehen und dann Rob J. so lange in den Ohren gelegen, bis er versprach, dass auch sie solche bekommen werde. Für diese Beläge musste Leinwand mit Harz getränkt und anschließend mit fünf Schichten Farbe überzogen werden. Das Ergebnis war leicht zu reinigen, wasserdicht und dekorativ. Sarah hatte Alden und Alex das Harz und die ersten vier Farbschichten auftragen lassen, für den letzten Schliff aber ihren Garten herangezogen. Rob J. hatte die Farbe für alle fünf Schichten aus Buttermilch, gekauftem Öl und fein gemahlenen braunen Eierschalen selbst hergestellt. Entstanden war auf diese Weise ein Farbton, der an jungen Weizen erinnerte. Rob und Shaman hatten die letzte Schicht gemeinsam aufgetragen und mühten sich an diesem sonnigen Sonntagvormittag damit ab, einen dünnen schwarzen Randstreifen um jede Bodenfläche zu ziehen, eine Fleißarbeit, die sie beendet haben wollten, bevor Sarah aus der Kirche zurückkam. Shaman war geduldig. Rob J. wusste, dass in der Küche Rachel auf ihn wartete, doch er sah, dass der Junge auch im letzten der drei Zimmer nicht versuchte, die Arbeit schnell hinter sich zu bringen. Pa? fragte Shaman. Braucht man eigentlich viel Geld zum Heiraten? Hm. Schon einiges. Rob wischte seinen schmalen Pinsel an einem Lappen ab. Naja, das ist natürlich unterschiedlich. Manche Paare wohnen bei der Familie der Frau, andere bei der des Mannes, bis sie es schaffen, einen eigenen Hausstand zu gründen. Er hatte zur Arbeitserleichterung aus dünnem Holz eine Schablone geschnitten, die Shaman am Rand entlang führte, während er die schwarze Farbe auftrug. Ein letztes Verrücken der Schablone, ein letzter Pinselstrich, und sie waren fertig. Sie reinigten die Pinsel und stellten sie an ihren Platz im Stahl. Auf dem Weg zum Haus nickte Shaman plötzlich. Ich kann mir schon vorstellen, warum das unterschiedlich ist. Was soll unterschiedlich sein? fragte Rob Jay geistesabwesend, denn in Gedanken war er bereits bei dem Problem, wie er am besten die Gewebeflüssigkeit in Harold Hayes dick angeschwollenem Knie trainieren konnte. Das Geld, das man zum Heiraten braucht. Es hängt davon ab, wie viel man mit seiner Arbeit verdient, wie schnell ein Kind kommt, von solchen Sachen. Genau, erwiderte Rob Jay verwirrt, weil er das Gefühl hatte, den wichtigsten Teil ihrer Unterhaltung nicht mitbekommen zu haben. Aber ein paar Minuten später sah er Shaman und Rachel Geiger am Stall vorbei zur Straße gehen. Shaman's Augen ruhten auf Rachels Gesicht, damit er erkennen konnte, was sie sagte, doch Rob Jay sah sofort, was der Ausdruck im Gesicht seines Sohnes darüber hinaus bedeutete. Plötzlich wurde ihm einiges klar, und er brummte. Noch bevor er sich um Harold Hayes Knie kümmerte, ritt er zur Farm der Geigers. Sein Freund stand im Geräteschuppen und schärfte Sensen. Jay lächelte Rob zur Begrüßung zu, ohne die Arbeit zu unterbrechen. Rob Jay! Jason! Auf der Werkbank lag ein zweiter Wetzstein. Rob Jay nahm ihn und begann, die zweite Sense zu schärfen. »Ich habe ein Problem, das ich mit dir besprechen muss«, sagte er. Erwachsen werden Der letzte zählebige Schnee des Winters überzog die Weiden noch wie eine dünne Glasur, als Rob Jay mit der Planung der Frühjahrsarbeiten auf der Schaffarm begann, und zu Shams Überraschung und Freude bezog sein Vater ihn in diesem Jahr zum ersten Mal voll mit ein. Bis dahin hatte der Jüngere nur gelegentlich auf der Farm mitgeholfen und sich ansonsten ganz dem Lernen und seiner Sprechtherapie widmen können. »Dieses Jahr brauchen wir deine Hilfe dringend«, sagte Rob Jay zu ihm. »Aldon und Alex wollen es zwar nicht zugeben, aber nicht einmal drei Männer schaffen die Arbeit, die der singend einhergeht, ganz alleine erledigt hat.« »Außerdem«, sagte er, »werde die Herde jedes Jahr größer und sie müssen immer neue Weiden einzäunen.« »Ich habe mit Dorothy Cohen und mit Rachel gesprochen. Beide haben den Eindruck, dass du alles gelernt hast, was du in unserer Schule lernen kannst. Außerdem meinen sie, dass du keine Sprechübungen mehr brauchst.« »Und«, er grinste Shaman an, »ich muss sagen, ich bin ganz ihrer Meinung. Für mich klingt deine Aussprache ganz in Ordnung.« Rob Jay fügte aber sofort hinzu, dass Shams Mitarbeit kein Dauerzustand werden solle. »Ich weiß, dass du kein Farmer werden willst. Aber wenn du uns jetzt hilfst, können wir uns später überlegen, was du als nächstes tun sollst.« Orden und Alex übernahmen das Schlachten der Lämmer. Shams Aufgabe war es, Zaunhecken zu säen, sobald die Erde aufgegraben werden konnte. Die üblichen Weidezäune hatten bei Schafen wenig Sinn, da die Tiere ohne Schwierigkeiten zwischen den Pfosten hindurch schlüpften und außerdem konnten Raubtiere leicht eindringen. Um eine neue Weide einzugrenzen, pflügte Shaman am Rand entlang einen schmalen Streifen und säte Osage-Dorn an. Er musste vorsichtig säen, denn der Samen kostete zehn Dollar pro Kilo. Die Pflanzen wuchsen kräftig und buschig und hatten lange spitze Dornen, die die Schafe drinnen und die Kojoten und Wölfe draußen hielten. Der Osage-Dorn brauchte drei Jahre, um eine dichte Hecke zu bilden, aber Robjay hatte von Anfang an solche Dornenhecken gepflanzt, und als Shaman mit der Aussaat fertig war, nahm er eine Leiter und machte sich daran, die alten zurechtzustürzen. Das Zuschneiden dauerte einige Tage, und danach musste er Steine von den Weiden auflesen, Feuerholz hacken, Zaunpfosten zurechtschneiden und dort, wo die Weiden an den Wald grenzten, Baumstümpfe ausgraben. Seine Hände und Arme waren von den Dornen zerkratzt, seine Handflächen wurden schwielig, seine Muskeln schmerzten zuerst und wurden dann hart. Sein Körper veränderte sich, seine Stimme wurde tiefer. Nachts hatte er sexuelle Träume. Manchmal konnte er sich nicht an den Traum erinnern oder wusste nicht mehr, welche Frau darin vorgekommen war, doch einige Male hatte er nach dem Aufwachen deutlich Rachels Bild vor sich. Zumindest einmal, das wusste er, war Marqua die Frau gewesen, was ihn verwirrte und ängstigte. Er versuchte vergeblich, die verräterischen Spuren von seinem Laken zu entfernen, bevor es in die Wäsche kam. Jahrelang hatte er Rachel jeden Tag gesehen. Jetzt sah er sie kaum noch. An einem Sonntagnachmittag ging er zu ihr hinüber, doch ihre Mutter öffnete ihm. »Rachel ist im Augenblick beschäftigt und kann dich nicht sehen. Ich soll dir viele Grüße ausrichten, Rob J.,« sagte sie nicht unfreundlich. Manchmal, wenn die Familien sich an einem Samstagabend zu Musik und Gesprächen trafen, gelang es ihm, sich neben Rachel zu setzen und mit ihr über die Schule zu reden. Er vermisste das Unterrichten und die Schüler fragte nach ihnen und half ihr, Stunden vorzubereiten. Aber sie wirkte eigentümlich befangen. Die Wärme und die helle Fröhlichkeit, die er an ihr immer so gemocht hatte, schienen fast erstickt, wie ein Feuer mit zu viel Holz. Wenn er einen Spaziergang vorschlug, war es, als würden die Erwachsenen im Zimmer auf Rachels Antwort lauern und sich erst entspannen, wenn sie ablehnte und sagte, sie habe im Augenblick keine Lust auf einen Spaziergang, aber vielen Dank, Schämen. Ihre Mutter und ihr Vater hatten Rachel die Situation erklärt, hatten ihr mit viel Verständnis von der Vernarrtheit eines Jungen erzählt, ihr aber auch klargemacht, dass es ihre Aufgabe sei, diese Vernarrtheit auf keinen Fall zu ermutigen. Es fiel ihr sehr schwer. Schämen war ihr Freund, er fehlte ihr. Sie machte sich Sorgen um seine Zukunft, doch auch in ihrem Leben tat sich ein Abgrund auf, und es erforderte einen Großteil ihrer Angst und Sorge, dessen düstere Tiefen zu erkunden. Sie hätte eigentlich erkennen müssen, dass Schämens Vernarrtheit die Veränderung ihres Lebens beschleunigte, doch ihre Abneigung gegen das, was ihr bevorstand, war so stark, dass sie Johann C. Regensberg, als er für ein Wochenende zu Besuch kam, lediglich als Freund ihres Vaters betrachtete. Er war ein freundlicher, mittelgroßer und leicht übergewichtiger Mann, Ende dreißig, der seinen Gastgeber respektvoll mit Mr. Geiger anredete, ihn aber bat, ihn Joe zu nennen. Seine lebendigen, leicht schielenden Augen schauten durch eine Nickelbrille nachdenklich in die Welt. Sein nicht unangenehmes Gesicht war eingerahmt von einem kurzen Bart und einem schütteren, stark zurückweichenden Schopf brauner Haare. Wenn Lillian ihn später bekannten, beschrieb, pflegte sie immer zu sagen, er habe eine hohe Stirn. Joe Regensberg kam an einem Freitag auf die Farm, gerade rechtzeitig zum Schabbatmal. Den Abend und den folgenden Tag verbrachte er in entspannter Atmosphäre im Kreis der Geigerfamilie. Am Samstagmorgen las er mit Jason in der Heiligen Schrift und studierte das Buch Leviticus. Nach einem kalten Mittagessen besichtigte er den Stall und die Apotheke und spazierte dann, dick eingehüllt gegen die Kälte eines trüben Tages, mit der Familie zu den Feldern, die auf die Aussaat warteten. Die Geigers beendeten den Schabbat mit einem Cholent, einer Mahlzeit aus Bohnen, Fleisch, Perlgraupen und Dörpflaumen, die bereits seit dem Freitagnachmittag auf heißen Kohlen schmorte, denn den Juden war es verboten, während des Schabbats ein Feuer anzuzünden. Danach gab es Musik, wobei Jason den ersten Teil einer Violinsonate von Beethoven spielte und dann das Instrument an seine Tochter weitergab. Rachel machte es Spaß, das Stück zu beenden, während der Fremde ihr mit offensichtlichem Vergnügen zusah. Am Ende des Abends ging Joe Regensberg zu seiner großen, gewirkten Reisetasche und packte Geschenke aus. Einen Satz Backformen für Lilian aus der Blechwarenfabrik, die er in Chicago besaß, eine Flasche guten alten Brandys für Jay und für Rachel ein Buch. Die Pickwicker. Rachel fiel auf, dass ihre Brüder keine Geschenke erhielten. Auf einen Schlag wurde ihr die Bedeutung dieses Besuchs bewusst. Verwirrung und Angst überfielen sie. Mit Lippen, die sich steif und taub anfühlten, dankte sie Regensberg und sagte, sie schätze die Werke von Mr. Dickens, habe bis jetzt aber nur Nicholas Nickelby gelesen. Die Pickwicker ist eins meiner Lieblingsbücher, sagte er. Wir müssen uns darüber unterhalten, wenn sie es gelesen haben. Man konnte Joe Regensberg nicht ernsthaft als attraktiv bezeichnen, aber er hatte ein intelligentes Gesicht. Nur ein außergewöhnlicher Mann, dachte sie hoffnungsvoll, schenkt einer Frau in einer solchen Situation ein Buch. Ich dachte mir, es ist ein passendes Geschenk für eine Lehrerin, sagte er, als könne er ihre Gedanken lesen. Sein Anzug saß besser als die Anzüge aller Männer, die sie kannte. Wahrscheinlich hatte er einen besseren Schneider. Wenn er lächelte, bekam er lustige kleine Fältchen um die Augen. Jason hatte an Benjamin Schönberg, den Schatchan in Peoria geschrieben und zur Sicherheit auch noch an einen Heiratsvermittler namens Solomon Rosen in Chicago, wo es eine immer größer werdende jüdische Gemeinde gab. Schönberg hatte in einem blumigen Brief geantwortet, er habe eine Reihe junger Männer bei der Hand, die wunderbare Gatten abgeben würden und die er den Geigers bei ihrem nächsten Besuch in Peoria vorstellen werde. Solomon Rosen dagegen hatte gehandelt. Einer seiner besten Heiratsanwärter war Johann C. Regensberg. Als dieser erwähnte, er müsse ins westliche Illinois reisen, um Geschäfte zu besuchen, die seine Blechwaren führten, darunter auch einige in Rock Island und Davenport, hatte Solomon Rosen für ihn den Besuch bei den Geigers arrangiert. Einige Wochen nach dem Besuch traf ein Brief von Mr. Rosen ein. Rachel habe auf Johann Regensberg einen sehr vorteilhaften Eindruck gemacht. Mr. Rosen teilte ihnen mit, dass die Familie Regensberg »Jichus« habe, die wahre Vornehmheit, die von einer langen Ahnenreihe herausragender Gemeindemitglieder herrühre. Mr. Regensberg-Vorfahren ließen sich bis ins 14. Jahrhundert zurückverfolgen und unter ihnen seien viele Lehrer und Schriftgelehrte. Doch dann verdüsterte sich Jays Gesicht, als er weiter vorlas, denn was nun folgte, fasste er als Beleidigung auf. Johanns Eltern, Leon und Golda Regensberg, waren tot. Ihre Aufgabe in dieser Angelegenheit hatte Mrs. Harriet Ferber übernommen, die Schwester des verstorbenen Leon. Und diese Mrs. Ferber forderte aufgrund der Familientradition ein Attest oder einen anderen Beweis für die Jungfräulichkeit der zukünftigen Braut. »Wir sind doch nicht in Europa und Sie kaufen keine Kuh«, sagte Jason gekränkt. Seine kühlformulierte Ablehnung erwiderte Mr. Rosen unverzüglich mit einem Brief, in dem er die Forderung zurückzog und stattdessen anfragte, ob die Geigers nicht Johanns Tante einladen könnten. So kam einige Wochen später Mrs. Ferber nach Holdens Crossing, eine kleine, sich sehr gerade haltende Frau mit schneeweißen, straff nach hinten gekämmten und zu einem Knoten zusammengeschlungenen Haaren. Auch sie kam mit ihrem Korb voller kandierter Früchte, Brandy getränkter Kuchen und einem Dutzend Flaschen koscheren Weins gerade rechtzeitig zum Schabbat. Sie genoss Lillians Kochkünste und die musikalischen Darbietungen der Familie, vor allem aber beobachtete sie Rachel. Sie unterhielt sich intensiv mit ihr und wie es aussah, hatte sie das Mädchen von Anfang an in ihr Herz geschlossen. Sie war bei weitem nicht so streng, wie die Geigers befürchtet hatten. Spät am Abend, während Rachel die Küche aufräumte, setzte Mrs. Ferber sich mit Lillian und Jade zusammen und sie erzählten einander von ihren Familien. Lillians Vorfahren waren spanische Juden, die vor der Inquisition zuerst nach Holland und dann nach England geflohen waren. In Amerika hatte ihre Familie politische Tradition. Väterlicherseits war sie mit Francis Salvador verwandt, der von seinen christlichen Nachbarn in den Provinzkongress von South Carolina gewählt worden war und im Dienst der Patrioten, wenige Wochen nach der Unabhängigkeitserklärung, als erster Jude für die Vereinigten Staaten starb, überfallen und skalpiert von Tories und Indianern. Mütterlicherseits war sie eine Mendez und eine Cousine von Judah Benjamin, dem Senator von Louisiana. Jasons Familie, in Deutschland alteingesessener Arzneimittelhersteller, war 1819 nach Charleston gekommen, auf der Flucht vor dem Pöbel, der damals mit dem Schlachtruf Hepp, 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 Jagd auf Juden machte, einem Schrei, der zurückreicht bis zu den Kreuzzügen und aus den Anfangsbuchstaben von Hierosolima est perdita, Jerusalem ist verloren, gebildet wurde. Die Regensbergs hatten Deutschland ein Jahrzehnt vor den Hepp-Unruhen verlassen, berichtete Mrs. Furber. Die Familie hatte im Rheinland Weinberge besessen. Sie war zwar nicht sehr reich, erfreute sich aber doch eines gewissen Wohlstands und Joe Regensbergs Blechwarenfabrik florierte. Er gehörte zum Zweig der Kohanim, das Blut von hohen Priestern in Salomons Tempel, floss in seinen Adern. Falls es zu einer Heirat kommen sollte, so gab sie Lilian und Jay leise zu verstehen, würden deren Enkel von zwei Oberrabbis des alten Jerusalem abstammen. So saßen die drei beisammen, betrachteten einander mit Wohlgefallen und tranken guten englischen Tee, der ebenfalls aus Mrs. Furbers üppigem Korb stammte. »Die Schwester meiner Mutter hieß auch Harriet«, sagte Lilian. »Wir haben sie nur Hetty genannt. Sie habe man nie anders genannt als Harriet«, erwiderte Mrs. Furber, zwinkerte dabei aber so humorvoll mit den Augen, dass die Geigers ihre Einladung nach Chicago sehr gerne annahmen. Einige Wochen später, es war ein Mittwoch, bestiegen alle sechs Mitglieder der Familie in Rock Island einen Zug, der sie in fünf Stunden direkt und ohne Umsteigen nach Chicago bringen sollte. Chicago war groß, wuchernd, schmutzig, überfüllt, schäbig, laut und, für Rachel, sehr aufregend. Ihre Familie bezog Zimmer im vierten Stock von Palmas Illinois House Hotel. Am Donnerstag und Freitag lernten sie bei zwei Diners in Harriots Wohnung an der South Wabish Avenue andere Verwandte kennen, und am Samstagmorgen besuchten sie den Gottesdienst in der Familiensynagoge der Regensbergs, der Kehilat Anche Marib Kongregation, wo man Jason die Ehre erwies, ihnen zur Tora zu rufen und einen Segensspruch anstimmen zu lassen. Am Abend besuchten sie ein Theater, in dem eine Tourneebühne Der Freischütz von Karl Maria von Weber aufführte. Rachel hatte noch nie eine Oper gesehen, und die gefühlvollen romantischen Arien verzückten sie. In der Pause nach dem ersten Akt führte Joe Regensberg sie nach draußen und fragte sie, ob sie seine Frau werden wolle, und sie nahm an. Das Ganze ging ohne große Seelenqual vonstatten, denn den eigentlichen Antrag und die Zusage hatten die Älteren bereits vollzogen. Anschließend holte er einen Ring aus der Tasche, der seiner Mutter gehört hatte. Der Diamant, der erste, den Rachel je gesehen hatte, war bescheiden, aber wundervoll gefasst. Der Ring war ein bisschen groß, und sie ballte die Faust, damit er nicht vom Finger glitt und verloren ging. Als sie auf ihre Plätze zurückkehrten, begann eben der zweite Akt. Rachel, die neben ihrer Mutter saß, nahm im Dunkeln deren Hand, legte sie auf den Ring und lachte lautlos, als Lillian überrascht den Mund auffriss. Und während sie sich von der herrlichen Musik wieder in den deutschen Wald versetzen ließ, dämmerte ihr, dass das Ereignis, das sie so gefürchtet hatte, für sie ein Tor zur Freiheit und eine angenehme Art, Macht auszuüben sein konnte. Es war ein heißer Vormittag im Mai, als Rachel zur Schaffarm kam, und Shaman war verschwitzt und staubig, denn er hatte schon einige Stunden lang die Sense geschwungen und anschließend begonnen, das Gras zusammenzurechen. Rachel trug ein vertrautes, altes, graues Kleid, in dessen Achseln sich bereits dunkle Schweißflecken zeigten, ein leichtes graues Häubchen, das er noch nicht kannte, und weiße Baumwollhandschuhe. Als sie ihn bat, sie nach Hause zu begleiten, ließ er bereitwillig den Rechen fallen. Eine Weile sprachen sie über die Schule, doch schon bald begann sie von sich zu erzählen, von dem, was sich in ihrem Leben ändern würde. Sie lächelte ihn an, zog ihren linken Handschuh aus, zeigte ihm den Ring, und er begriff sofort, dass sie verlobt war. Dann ziehst du also von hier weg! Sie nahm seine Hand. Noch Jahre später schämte er sich dafür, dass er in diesem Augenblick sonst nichts zu ihr gesagt hatte, ihr nicht alles Gute für ihr Leben gewünscht und ihr gestanden hatte, wie viel sie ihm bedeute, ihr nicht gedankt und lebewohl gesagt hatte. Als er sich vor der geigerschen Hofeinfahrt von ihr abwandte und sich auf den Heimweg machte, schmerzte seine Hand. So fest hatte sie sie gehalten. Einen Tag, nachdem die Geigers nach Chicago gefahren waren, wo in einer Synagoge unter einem Baldachin die Hochzeit stattfinden sollte, kam Rob J. nach Hause und wurde von Alex abgefangen, der sagte, er werde sich um das Pferd kümmern. Schau mal nach! Mit Shaman stimmt was nicht! Kurz darauf stand Rob J. vor Shammons Tür und heuchte auf das heisere, gutturale Schluchzen. Als er in Shammons Alter gewesen war, hatte er auch so geweint, weil seine Hündin böse und bissig geworden war und seine Mutter sie einem Häusler gegeben hatte, der alleine in den Hügeln lebte. Aber er wusste, dass sein Sohn um einen Menschen trauerte, nicht um ein Tier. Er ging hinein und setzte sich aufs Bett. Ich glaube, ich muss dir einiges erklären. Weißt du, es gibt nur mehr wenige Juden und die meisten von ihnen sind umgeben von einer Menge Andersgläubiger. Deshalb glauben sie nur, überleben zu können, wenn sie wieder Juden heiraten. Shaman schien zuzuhören. Und da kommst du nicht in Frage. Du hast nie auch nur die geringste Chance gehabt. Er strich seinem Sohn die feuchten Haare aus der Stirn und ließ die Hand auf Shammons Kopf ruhen. Schau, sie ist eine Frau, sagte er, und du bist nur ein Junge. Im Sommer bot der Schulausschuss, der die Chance witterte, einen wegen seiner Jugend billigen, aber doch guten Lehrer zu bekommen, Shaman die Stelle in der Schule an. Aber Shaman lehnte ab. Was willst du denn dann tun? fragte sein Vater. Ich weiß es nicht. In Galesburg gibt es eine höhere Schule, das Knox College, sagte Rob J. Man sagt ein sehr gutes Institut. Möchtest du weiter auf die Schule gehen und mal in eine andere Umgebung kommen? Sein Sohn nickte. Ich glaube schon, sagte er. Und so verließ Shaman zwei Tage nach seinem 15. Geburtstag sein Zuhause. Gewinner und Verlierer Im September des Jahres 1858 wurde Reverend Joseph Hills Perkins zum Pfarrer der größten Baptistenkirche in Springfield berufen. Zu seiner wohlhabenden neuen Gemeinde gehörten der Gouverneur und einige Abgeordnete, und Mr. Perkins war noch mehr verblüfft über sein Glück als die Mitglieder seiner Kirche in Holdens Crossing, die in seinem Aufstieg eine Bestätigung ihrer früheren Entscheidung sahen. Eine Zeit lang war Sarah mit der Organisation von Abschiedsessen und Abschiedsfeiern beschäftigt, und nachdem die Familie Perkins ausgezogen war, begann die Suche nach einem neuen Geistlichen. Als Kandidaten meldeten sich eine ganze Reihe von Gastpredigern, die es zu versorgen galt, und wieder gab es Streitereien und Diskussionen über die Vorzüge der einzelnen Bewerber. Eine Zeit lang wurde ein Mann aus dem nordlichen Illinois favorisiert, ein leidenschaftlicher Prediger gegen die Sünde, doch zur Erleichterung all derer, denen sein Stil nicht gefiel – zu ihnen gehörte auch Sarah – fiel die Wahl nicht auf ihn, weil er sechs Kinder hatte und seine Frau ein Siebtes erwartete, das Pfarrhaus aber nur klein war. Man einigte sich schließlich auf Mr. Sidney Blackmer, einen rotwangigen Mann mit gewölbter Brust, der erst kurz zuvor in den Westen gekommen war. Mr. Blackmer machte, als Carol Wilkinson ihn vorstellte, einen freundlichen Eindruck auf Rob J., doch der Anblick seiner Frau deprimierte den Arzt. Julia Blackmer war dünn und nervös. Ihre blasse Gesichtsfarbe und der heftige Husten deuteten auf eine fortgeschrittene Lungenkrankheit hin. Während Rob sie willkommen hieß, spürte er den Blick ihres Gatten auf sich, als setze der seine ganze Hoffnung darauf, dass Dr. Cole ein sicheres Heilmittel wisse. Holden's Crossing, Illinois, 12. Oktober 1858 Mein lieber Schämen, mit großer Freude habe ich in deinem Brief gelesen, dass du dich in Galesburg inzwischen eingelebt hast, dich guter Gesundheit erfreust und dich mit Begeisterung deinem Studium widmest. Uns allen hier geht es gut. Orden und Alex sind mit dem Schweineschlachten fertig, und wir schwelgen in frischem Speck, Rippchen, Schulter, Schinken, gekocht, geräuchert und gepökelt, Sülze, Presskopf und Schmalz. Wie man hört, soll der neue Geistliche, was seine Predigten angeht, ein recht interessanter Kerl sein. Mut hat er, das muss man ihm lassen, denn seine erste Predigt handelte von moralischen Fragen, die die Sklaverei aufwirft, und während ihm die meisten Anwesenden zustimmten, haben doch einige, darunter deine Mutter, nach der Kirche lautstark ihr Missfallen ausgedrückt. Mit großem Interesse habe ich erfahren, dass Abraham Lincoln aus Springfield und Senator Douglas im Knox College debattiert haben, und ich hoffe, dass du an der Diskussion teilnehmen konntest. Bei dieser Senatswahl werde auch ich zum ersten Mal als Bürger der Vereinigten Staaten wählen dürfen, und ich weiß eigentlich nicht, welcher Kandidat der Schlechtere ist. Douglas wettert zwar gegen die ignorante Engstirnigkeit der Nichtswisser-Partei, schmiert aber den Sklavenbesitzern Honig ums Maul. Lincoln verteufelt die Sklaverei, akzeptiert aber die Unterstützung der Nichtswisser. Ja, er umwirbt sie richtig. Über beide ärgere ich mich sehr. Dieser Politiker. Deine Fächerwahl klingt interessant. Vergiss aber nicht, dass neben der Botanik, der Astronomie und der Physiologie auch die Poesie Geheimnisse birgt. Vielleicht macht das Beigefügte es für dich etwas einfacher, Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Ich freue mich schon, dich in den Ferien wiederzusehen. Dein dich liebender Vater. Schemmen fehlte ihm. Seine Beziehung zu Alex war eher von Vorsicht als von Herzlichkeit bestimmt. Sarah hatte nur noch die Kirche im Kopf. Er genoss zwar das gelegentliche abendliche Musizieren mit den Geigers, doch wenn sie zu spielen aufhörten, standen die politischen Meinungsverschiedenheiten zwischen ihnen. So kam es immer häufiger vor, dass er am späten Nachmittag im Anschluss an seine Hausbesuche das Pferd zum Konvent der Franziskanerinnen lenkte. Mit jedem Jahr wurde ihm deutlicher bewusst, dass Mutter Miriam eher mutig war als grimmig, eher gastfreundlich als abweisend. Ich habe etwas für sie, sagte sie eines Nachmittags und gab ihm einen Stapel brauner Papiere, bedeckt mit einer kleinen, verkrampften Handschrift in wässriger, schwarzer Tinte. Er las sie, während er auf dem Ledertron saß und seinen Kaffee trank, und erkannte sofort, dass es eine Beschreibung des inneren Aufbaus des Supreme Order of the Star-Spangled Banner war, die nur von einem Mitglied stammen konnte. Die Beschreibung begann mit einem Überblick über die nationale Struktur dieser politischen Geheimgesellschaft. Ihre Basis bestand aus Distrikträten, die selbstständig Funktionäre ernennen, Statuten erlassen und neue Mitglieder aufnehmen konnten. Über ihnen standen die County Councils. Sie überwachten die politischen Aktivitäten der Distrikträte und wählten die Lokalpolitiker aus, die vom Geheimbund unterstützt werden sollten. Alle Vereinigungen in einem Staat wurden von einem Grand Council kontrolliert, das aus je drei Delegierten der einzelnen Distrikträte bestand und von einer Art Großmeister und anderen gewählten Funktionären geleitet wurde. An der Spitze der gesamten Organisation stand ein nationaler Rat, der alle politischen Entscheidungen von übergreifender Bedeutung traf, so auch die Auswahl der Kandidaten des Supreme Order für das Amt des Präsidenten und des Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten. Der Nationaler Rat entschied auch über die Bestrafung von pflichtvergessenen Mitgliedern und legte die umfangreichen Rituale der Vereinigung fest. Es gab zwei Arten der Mitgliedschaft. Um den ersten Grad zu erlangen, musste der Kandidat ein erwachsener Mann sein, der in den Vereinigten Staaten als Kind protestantischer Eltern geboren und nicht mit einer Katholikin verheiratet war. Jedem Bewerber wurde eine einfache Frage gestellt. Sind Sie bereit, bei Wahlen zu allen Ehren, Vertrauens- oder bezahlten Ämtern, die das Volk zu vergeben hat, ihren Einfluss und ihre Stimme ohne Ansehen der Parteizugehörigkeit nur für im Lande geborene amerikanische Staatsbürger zu verwenden, sowie für den Ausschluss aller Fremden, insbesondere Katholiken aus diesen Ämtern einzutreten? Ein Mann, der das gelobte, musste jede andere Parteizugehörigkeit aufgeben, sich dem politischen Willen des Supreme Order unterwerfen und auf eine Änderung des Einbürgerungsgesetzes hinarbeiten. Er wurde dafür in Geheimnisse eingeweiht, die in dem Bericht ausführlich beschrieben wurden, bestimmte Erkennungszeichen, eine besondere Form des Händedrucks, Codewörter und Warnsignale. Um den zweiten Grad der Mitgliedschaft zu erreichen, musste der Betreffende ein bewährtes, langjähriges Mitglied sein. Nur Kandidaten des zweiten Grades konnten Ämter innerhalb des Order bekleiden, durften an dessen geheimen Aktivitäten teilnehmen und erhielten entsprechende Unterstützung für ihre Bewerbung bei kommunalen oder nationalen Wahlen. Als Amtsträger hatten sie Anweisung, alle Ausländer, Fremden und Katholiken, die unter ihnen arbeiteten, zu entlassen und keinesfalls Ämter, die sie zu vergeben haben, mit solchen zu besetzen. Rob J. starrte Miriam Ferocia an. »Wie viele sind es denn?« Sie zuckte mit den Achseln. »Wir glauben nicht, dass der Geheimbund sehr viele Mitglieder hat, vielleicht tausend, aber sie sind das Rückgrat der American Party. Ich habe ihnen diese Seiten gegeben, weil sie ein Gegner dieser Leute sind, die unserer Kirche schaden wollen, und weil sie das Wesen derjenigen kennen sollten, die uns Böses wollen und für deren Seelen wir beten.« Sie sah ihn ernst an. »Aber Sie müssen mir versprechen, mit diesem Material keinesfalls ein vermutliches Mitglied der Supreme Order in Illinois zu konfrontieren, denn das könnte den Mann, der das geschrieben hat, in größte Gefahr bringen.« Rob J. nickte. Er faltete die Seiten zusammen und reichte sie ihr zurück, doch sie schüttelte den Kopf. »Das ist für Sie«, sagte sie. »Das und meine Gebete.« »Sie dürfen nicht für mich beten.« Es war ihm unangenehm, über Glaubensdinge mit ihr zu reden. »Sie können mich nicht davon abhalten. Sie haben Gebete verdient, und ich habe mich schon oft für Sie beim Herrn eingesetzt.« »So wie Sie für unsere Feinde beten,« erwiderte er mürrisch. Zu Hause las er den Bericht noch einmal, und er betrachtete dann lange die zitterige Handschrift. Das hatte ein Mensch geschrieben, vielleicht ein Priester, der ein Doppelleben führte, der vorgab, etwas zu sein, was er gar nicht war, und der dabei seine Sicherheit, vielleicht sogar sein Leben aufs Spiel setzte. Rob J. hätte sich gerne mit diesem Mann unterhalten. Nick Holden hatte dank seines Rufs als Indianerkämpfer zwei Wiederwahlen problemlos gewonnen, doch bei seiner Kandidatur zur vierten Amtszeit musste er gegen John Curland, den Anwalt aus Rock Island, antreten. Curland stand nicht nur bei den Demokraten in hohem Ansehen, und es gab Hinweise, dass Holden bei der Nichtswisserpartei allmählich an Rückhalt verlor. Einige Leute prophezeiten, dass der Kongressabgeordnete sein Amt verlieren werde, und Rob J. wartete darauf, dass Nick eine spektakuläre Aktion vom Zaun brach, um Wählerstimmen zu gewinnen. Er war deshalb nicht sonderlich überrascht, als er eines Nachmittags nach Hause kam und erfuhr, dass Holden und Sheriff Graham wieder einmal einen freiwilligen Trupp zusammenstellten. »Der Sheriff sagt, dass Frank Mosby, der Gesetzlose, sich irgendwo im Norden versteckt,« berichtete Orden. »Nick hat die Leute so aufgehetzt, dass sie Mosby eher aufhängen als verhaften, wenn sie mich fragen. Und Graham verteilt die Blechsterne mit beiden Händen. Alex ist offen davon. Ganz aus dem Häuschen war er, hat sich die Flinte geschnappt und ist auf Vicky in die Stadt geritten.« Er verzog Entschuldigung heischend das Gesicht. »Hab noch versucht, es ihm auszureden, aber...« Er hob die Schultern. Trude bekam keine Gelegenheit zum Ausruhen, denn Rob J. warf ihr gleich den Sattel wieder über und ritt selbst zur Stadt. Auf der Hauptstraße standen Männer in kleinen Gruppen beisammen. Lautes Gelächter drang von der Veranda der Gemischtwarenhandlung zu Rob J. herüber, denn Nick und der Sheriff schwangen große zu reden. Doch er achtete nicht auf sie. Alex stand bei Mel Howard und zwei anderen Jugendlichen. Sie trugen alle vier Schusswaffen und ihre Augen funkelten wichtig-tuerisch. Doch als Alex Rob J. sah, machte er ein langes Gesicht. »Ich möchte mit dir reden, Alex,« sagte Rob J. und führte ihn von den anderen weg. »Ich will, dass du nach Hause kommst,« fuhr er fort, sobald sie außer Hörweite waren. »Nein, Pa!« Alex war achtzehn Jahre alt und je zornig. Wenn er sich in die Enge getrieben fühlte, konnte es gut sein, dass er seine Sachen packte und für immer von zu Hause wegging. »Ich will nicht, dass du gehst. Es gibt gute Gründe.« »Mit deinen guten Gründen liegst du mir in den Ohren, seit ich denken kann,« erwiderte Alex aufgebracht. »Ich habe mal einmal direkt gefragt, ob Frank Mosby mein Onkel ist, und sie hat Nein gesagt.« »Du bist ein Narr deiner Mutter, so etwas anzutun.« »Es ändert sich nichts, auch wenn du diesen Mosby höchstpersönlich erschießt. Weißt du das denn nicht? Einige Leute werden trotzdem reden, auch wenn das, was sie reden, keine Bedeutung hat. Ich könnte dir befehlen, nach Hause zu kommen, weil das Gewehr und das arme, blinde Pferd mir gehören. Aber der eigentliche Grund, weshalb du nicht mitgehen darfst, ist, du bist mein Sohn, und ich lasse nicht zu, dass der etwas tut, was er sein ganzes Leben lang bereut.« Alex warf Mel und den anderen, die neugierig herübersahen, einen verzweifelten Blick zu. »Sag ihnen, ich hätte gesagt, dass daheim zu viel Arbeit auf dich wartet. Und dann hol Vicky und komm nach Hause.« Rob drehte sich um, stieg auf Bess und ritt die Main Street entlang. Vor der Kirche machten einige Männer Radau und er merkte, dass sie bereits getrunken hatten. Eine halbe Meile ritt er, ohne sich umzudrehen, doch als er es tat, sah er ein Pferd, das den zögerlichen, unsicheren Schritt seiner blinden Stute hatte, und darauf eine Gestalt, von übergebeugt wie ein Mann, der gegen starken Wind anreitet, die kleine Flinte gen Himmel gerichtet, wie er es seinen Söhnen beigebracht hatte. Während der nächsten Wochen ging Alex Rob aus dem Weg, nicht so sehr, weil er wütend auf seinen Vater war, sondern weil er seine Autorität nicht spüren wollte. Der freiwilligen Trupp war zwei Tage unterwegs. Sie fanden ihr Opfer in einer verfallenen Sodenhütte und trafen umständliche Vorkehrungen, bevor sie sich über es hermachten, doch der Mann schlief und leistete keinen Widerstand. Er war auch nicht Frank Morsby, sondern ein Mann namens Burren Harrison, der in Genesio, einen Ladenbesitzer überfallen und ihm 14 Dollar geraubt hatte. Ihn führten Nicodan und seine Gesetzeshüter triumphierend und betrunken der Gerechtigkeit zu. Später stellte sich heraus, dass Frank Morsby schon zwei Jahre zuvor in Iowa ertrunken war, als er versucht hatte, bei Hochwasser einen Fluss zu durchreiten. Im November wählte Rob J. John Kurland für den Kongress und Stephen A. Douglas für den Senat. Am Abend darauf wartete er mit anderen Männern vor Haskins Laden auf die Wahlergebnisse. Dabei fiel sein Blick auf zwei Taschenmesser in der Auslage, jedes mit einer großen Klinge, zwei kleineren und einer kleineren Schere, alles aus gehärtetem Stahl. Die Griffschalen waren aus poliertem Schildpatt und die Kappen aus glänzendem Silber. Messer für Männer, die sich ihr Leben entschlossen zurechtschnitzten. Rob kaufte sie als Weihnachtsgeschenke für seine Söhne. Kurz nach Einbruch der Dunkelheit kam Harold Ames mit den Wahlergebnissen aus Rock Island. Es war ein Tag der Amtsinhaber gewesen. Nick Holden, der Indianerkämpfer und Verteidiger von Recht und Ordnung, hatte John Kurland knapp geschlagen und auch Senator Douglas würde wieder in Washington einziehen. Das wird Abraham Lincoln lehren, den Leuten das Sklavenhalten zu verbieten, kluckste Julian Howard und schüttelte triumphierend die Faust. Das wird das Letzte sein, was wir von diesem Hurensohn gehört haben. Der Kollegiat Da Holdens Crossing nicht an der Eisenbahn lag, hatte Schemmens Vater ihn im Buckboard, seinen Koffer auf der Ladefläche, die 32 Meilen bis Galesburg gefahren. Die Stadt und das College waren ein Vierteljahrhundert zuvor ursprünglich im Staate New York, von Presbyterianern und Kongregationalisten geplant worden, die dann aber nach Illinois gingen und sich hier niederließen. Ihre Häuser errichteten sie entlang von Straßen, die in einem exakten Schachbrettmuster um einen zentralen Platz herum angelegt waren. Als Schemmen im College eintraf, meinte Charles Hammond, der Dekan, da er jünger sei als die meisten der Kollegiaten, solle er nicht im Studentenheim wohnen. Der Dekan und seine Frau nahmen selbst stets einige Studierende in ihrem weißen Holzhaus an der Cherry Street auf und dort, in einem Zimmer im rückwärtigen Teil des ersten Stocks, fand auch Schemmen Unterkunft. Direkt vor seinem Zimmer führte er eine Treppe hinunter zur Tür in den Hinterhof, wo sich das Aborthäuschen und eine Pumpe befanden. Im Zimmer rechts von ihm wohnten zwei blasse, kongregationalistische Theologiestudenten, die es vorzogen, unter sich zu bleiben. In den beiden Zimmern gegenüber wohnten der kleine, aber sehr würdevolle College-Bibliothekar und ein älterer Student namens Paul Brook, der ein sommersprossiges, fröhliches Gesicht besaß und Augen, die immer leicht erstaunt blickten. Brook war Lateinstudent. Gleich am ersten Morgen bemerkte Schemmen, dass er mit einem Cicero-Band unter dem Arm zum Frühstück kam. Schemmen hatte von seinem Vater ein recht anständiges Latein gelernt. »Lucundi acti labores«, sagte er nun. »Nachgetaner Arbeit ist gut ruhen«. Brook's Gesicht läutete auf wie eine Lampe. »Ita vivam ut schio«, wenn doch Leben und Wissen übereinstimmten. Brook wurde zum einzigen Menschen im Haus, mit dem Schemmen sich regelmäßig unterhielt, mit Ausnahme des Dekans und dessen dürrer, weißhaariger Frau, die pflichtbewusst versuchte, täglich ein paar freundliche Worte zu mormeln. »Ave«, begrüßte Brook in jeden Tag. »Quomodo te habes hodie juvenis«. »Wie geht es dir heute Morgen, mein Jüngling?« »Tambene quam fieri possit talibus in rebus, Cäsar«. »Den Umständen entsprechend gut, o Cäsar«, erwiderte Schemmen dann immer. Diese beiden Sätze wurden ihr allmorgentliches Begrüßungsritual. Beim Frühstück stahl Brook Brötchen und gähnte ausdauernd, nur Schemmen wusste warum. Brook hatte in der Stadt ein Mädchen und blieb nachts oft sehr lang aus. Zwei Tage nach Schemmens Einzug überredete ihn der Lateiner, ihm die Tür aufzuschließen, nachdem alle anderen zu Bett gegangen seien, damit er sich ins Haus schleichen könne. Es war ein Gefallen, den Brook von da an sehr häufig in Anspruch nahm. Der Unterricht begann jeden Tag um acht. Schemmen belegte Physiologie, englischen Aufsatz und englische Literatur sowie Astronomie. Brook staunte eher fürchtig, als der Neue auch eine Prüfung in Latein ablegte. Gezwungen, eine zusätzliche Sprache zu studieren, wählte Schemmen Hebräisch statt Griechisch, aus Gründen, über die er lieber nicht nachdachte. An seinem ersten Sonntag in Gelsberg nahmen der Dekan und seine Frau ihn mit in die Kirche der Presbyterianer, doch von da an sagte er den Hermens, er sei Kongregationalist und den Theologiestudenten, er sei Presbyterianer. Auf diese Weise hatte er jeden Sonntagvormittag Zeit, die Stadt zu erkunden. Gelsberg verfügte bereits seit sechs Jahren über einen Eisenbahnanschluss und die Schienen brachten Wohlstand und eine bunte Menschenmischung in die Stadt. Außerdem hatten erst kurz zuvor Schweden eine Genossenschaftskolonie in der Nähe aufgelöst und ein Großteil von ihnen war nach Gelsberg gezogen. Schemmen gefielen die schwedischen Mädchen und Frauen mit ihren strohblonden Haaren und der makellos hellen Haut sehr. Wenn er Vorkehrungen traf, um Mrs. Hammonds Laken nachts nicht zu beflecken, waren die weiblichen Wesen seiner Fantasie Schwedinnen. Einmal erschrak er auf der Southstreet beim Anblick einer dunkelhaarigen Frau, denn er war sicher, dass er sie kannte, und einen Augenblick lang konnte er kaum atmen. Aber dann stellte sich heraus, dass diese Frau eine Fremde war. Sie schenkte ihm ein Lächeln, als sie seinen Blick bemerkte, doch er senkte den Kopf und eilte davon. Sie war mindestens zwanzig, und er wollte sich nicht mit älteren Frauen einlassen. Er sehnte sich nach Hause und nach Liebe, doch diese Sehnsucht legte sich und störte ihn bald nicht weiter. Wegen seiner Jugend und seiner Taubheit fand er keine Freunde, was sich freilich in guten Noten auswirkte, da er die meiste Zeit studierte. Seine Lieblingsfächer waren Astronomie und Physiologie, obwohl letztere ihn enttäuschte, da der Unterricht fast nur in der Aufzählung von Körperteilen bestand. An die Beschreibung der Körperfunktionen wagte sich Mr. Rowell, der Lehrer, nur einmal bei einer Vorlesung über die Verdauung und die Bedeutung der Regelmäßigkeit. Aber im Physiologiehörsaal war ein zusammengedrahtetes Skelett an einer Schraube in seiner Schädeldecke aufgehängt, und Shannon brachte Stunden alleine mit ihm zu und prägte sich den Namen, die Form und die Funktion jedes alten, ausgebleichten Knochens ein. Gelsberg war eine hübsche Stadt. Die Straßen säumten Ulmen, Ahorn- und Walnussbäume, die die ersten Siedler gepflanzt hatten. Die Bewohner waren auf drei Dinge besonders stolz. In ihrer Stadt hatte Harvey Henry May einen selbstschärfenden Stahlpflug erfunden. Ein Gelsberger namens Olmsted-Ferris hatte gutes Popcorn entwickelt, das er sogar in England vor Queen Victoria aufplatzen lassen durfte, und Senator Douglas sowie sein Gegner Lincoln debattierten am 7. Oktober 1858 im College. Schämen ging an diesem Abend in die Aula, um die Debatte zu verfolgen, doch die Halle war bereits so voll, dass nur noch Plätze frei waren, von denen aus er die Lippen der Kandidaten nicht hätte sehen können. So verließ er die Aula und stieg zum Dachboden hoch, wo sein Astronomielehrer, Professor Gardner, ein kleines Observatorium unterhielt. Hier sollte jeder Student einige Stunden pro Monat den Himmel beobachten, und an diesem Abend hatte Schämen den ganzen Stolz des Professors ein Alvin Clark 5 Zoll Fernrohr für sich alleine. Er stellte das Teleskop ein, und die Sterne sprangen ihn förmlich an, zweihundertmal größer als noch einen Augenblick zuvor. Es war eine kalte Nacht, und der Himmel so klar, dass man die Ringe des Saturns erkennen konnte. Schämen betrachtete den Orion- und den Andromedannebel und begann dann, das Fernrohr auf seinem Stativ zu bewegen und den Himmel abzusuchen. Den Himmelfegen, pflegte Professor Gardner das zu nennen, und zu erzählen, eine Frau namens Maria Mitchell habe beim Himmelfegen einen Kometen entdeckt und sich damit unsterblichen Ruhm erworben. Schämen entdeckte keinen Kometen. Er beobachtete die Sterne, bis sie in ihrer funkelnden Größe vor seinen Augen zu tanzen begannen. Was hatte sie wohl geformt da oben? Da draußen? Und die Sterne dahinter? Und dahinter? Er spürte, dass jeder Stern und jeder Planet Teil eines komplizierten Systems ist, wie ein Knochen in einem Skelett oder ein Tropfen Blut in einem Körper. Die ganze Natur schien so organisiert zu sein, so durchdacht, geordnet und doch höchst kompliziert. Was hatte sie so werden lassen? Mr. Gardner hatte Schämen gesagt, um Astronom zu werden, brauche er nur gute Augen und mathematisches Talent. Ein paar Tage lang war er versucht gewesen, die Astronomie zu seiner Lebensaufgabe zu machen, dann aber hatte er sich anders entschieden. Der Anblick der Sterne war faszinierend, doch man konnte nichts anderes tun, als sie beobachten. Wenn so ein Himmelskörper aus der Bahn geriet, gab es keine Hoffnung, das zu korrigieren. Als Schämen zu Weihnachten heimfuhr, kam ihm Holden's Crossing irgendwie anders vor als früher, einsamer als sein Zimmer im Haus des Dekans, und am Ende der Ferien kehrte er gerne wieder ins College zurück. Er freute sich sehr über das Messer, das sein Vater ihm geschenkt hatte, und kaufte sich einen kleinen Schleifstein und ein Fläschchen Öl, um die Klingen zu schärfen, bis sie mühelos ein Haar durchtrennten. Im zweiten Semester belegte er Chemie statt Astronomie. Der englische Aufsatz machte ihm Schwierigkeiten. »Sie haben bereits mehr als einmal geschrieben«, kritzelte sein Englischlehrer schlecht gelaunt in Schermans Heft, »dass Beethoven viele seiner Werke als Tauber komponiert hat.« Professor Gardner lud ihn ein, das Fernrohr zu benutzen, so oft er wolle, doch eines Abends vor einer Chemieprüfung suchte er den Himmel ab, anstatt Berzelius' Atomgewichte-Tabelle auswendig zu lernen und bekam eine schlechte Note. Daraufhin vernachlässigte er die Himmelsbeobachtung, wurde dafür aber sehr gut in Chemie. In den Osterferien, die er wieder in Holden's Crossing verbrachte, luden die Geigers die Coles zum Essen ein, und Jasons Interesse an Chemie machte für Schemmen diese unangenehme Begegnung etwas erträglicher. Denn Jay erkundigte sich eingehend nach diesem Fach. »Was willst du denn eigentlich mal werden, Schemmen?« fragte Jay. »Ich weiß es noch nicht. Ich habe mir gedacht, vielleicht irgendetwas Naturwissenschaftliches.« »Wenn du dich für Pharmazie interessierst, würde ich dich sehr gerne als Lehrling nehmen.« Schemmen sah an der Miene seiner Eltern, dass sie das Angebot freute. Er dankte Jay deshalb unbeholfen und sagte, er werde es sich überlegen, aber er wusste bereits, dass er kein Apotheker werden wollte. Danach sah er eine Zeit lang nur auf seinen Teller und verpasste dadurch einen Teil der Unterhaltung, doch als er aufblickte, bemerkte er, dass Lillians Gesicht von Kummer überschattet war. Sie erzählte seiner Mutter, dass Rachels Kind in fünf Monaten hätte zur Welt kommen sollen, und danach unterhielten sie sich eine Weile über das Leid der Frauen, die ein Kind verlieren. In den Sommerferien arbeitete er auf der Farm und las Philosophiebücher, die er sich von George Clyburn auslieh. Im neuen Schuljahr erlaubte der Dekan, ihm hebräisch abzulegen, und er belegte Kurse über Shakespeare's Dramen, fortgeschrittene Mathematik, Botanik und Zoologie. Nur einer der beiden Theologiestudenten war ans College zurückgekehrt, doch Brooke ebenfalls, mit dem er sich weiterhin nach Römerart unterhielt, um im Lateinischen in Übung zu bleiben. Professor Gardner, sein Lieblingslehrer, unterrichtete auch Zoologie, doch war er ein besserer Astronom als Biologe. Sie sezierten nur Frösche, Mäuse und kleine Fische und zeichneten eine Unmenge schematischer Darstellungen. Schemmen besaß nicht das künstlerische Talent seines Vaters, aber dank seiner in Magwas Nähe verbrachten Kindheit hatte er einen Vorsprung in Botanik, und er schrieb seine erste Arbeit über die Anatomie der Blumen. In diesem Jahr schlug die Auseinandersetzung über die Sklaverei in College hohe Wellen. Zusammen mit anderen Studenten und Fakultätsangehörigen trat Schemmen in die Society for the Abolition of Slavery ein, die Gesellschaft zur Abschaffung der Sklaverei. Aber es gab auch viele am College und in der Stadt, die mit den Südstaaten sympathisierten, und manchmal entwickelte sich die Diskussion zu einem hässlichen Streit. Meistens ließ man Schemmen in Ruhe. Die Studenten und die Leute aus der Stadt hatten sich an ihn gewöhnt, doch für die Unwissenden und die Abergläubischen war er zu einem Geheimnis, ja zu einer Legende geworden. Sie wussten nichts über Taubheit und verstanden nicht, dass Taube ihre Behinderung mit anderen Sinnen kompensieren können. Dass er stocktaub war, hatten sie sehr schnell herausgefunden, aber einige glaubten, dass er geheime Kräfte besitze, da er, wenn er alleine studierte und jemand leise hinter ihm ins Zimmer trat, immer dessen Anwesenheit spürte. Sie sagten, er habe Augen im Hinterkopf, denn sie begriffen nicht, dass er die Schwingungen der Schritte und den Luftzug einer geöffneten Tür spüren und das Erzittern der Blätter in seiner Hand sehen konnte. Er war froh, dass sie nichts von seiner Fähigkeit wussten, die Töne eines Klaviers zu unterscheiden. Er wusste, dass sie ihn manchmal den eigenartigen Taubenjungen nannten. An einem warmen Montagnachmittag, Anfang Mai, spazierte er durch die Stadt und besah sich die Blumen, die in den Vorgärten sprossen, als an der Kreuzung South Street und Cedar Street ein vierspändiges Lastfuhrwerk zu schnell um die Kurve burg. Das Donnern der Hufe und das klägliche Jaulen blieben ihm zwar erspart, doch er sah, wie ein kleines pelziges Ding gerade noch den Vorderrädern ausweichen konnte, dann aber vom rechten Hinterrad erfasst wurde. Der Hund wurde beinahe eine ganze Umdrehung mitgeschleift, bevor er wieder freikam. Das Lastfuhrwerk raterte davon, der Hund jedoch blieb zappelnd im Straßenstaub liegen. Schämmen lief zu dem Tier. Es war eine unscheinbare gelbliche Hündin mit Stummelbeinen und einem Schwanz mit einer weißen Spitze. Schämmen meinte, Spuren eines Terriers in ihr zu erkennen. Sie lag zuckend auf dem Rücken, ein dünnes rotes Rinnsal lief ihr aus dem Mund. Ein Paar kamen dazu und betrachtete sich das Tier. Abscheulich, sagte der Mann, diese verrückten Kutscher. Es hätte leicht auch einen von uns treffen können. Als Schämmen sich zu dem Hund hinunterbückte, warnte er ihn. Ich würde das nicht tun. Er hat sicher Schmerzen und wird sie beißen. Wissen Sie, wem er gehört? fragte Schämmen. Nein, antwortete die Frau. Ist doch nur ein Straßenköter, sagte der Mann und ging mit seiner Frau weiter. Schämmen kniete sich hin und streichelte den Hund vorsichtig und der leckte ihm die Hand. Armes Tier, sagte Schämmen. Er untersuchte alle vier Beine und konnte keinen Bruch feststellen, wusste aber, dass die Blutung ein schlechtes Zeichen war. Trotzdem zog er nach einem Augenblick des Zögerns seine Jacke aus und wickelte den Hund darin ein. Er nahm das Tier in den Arm wie ein Kleinkind oder ein Wäschebündel und trug es zum Haus des Dekans. Da niemand zu den Fenstern heraussah, konnte er es unbemerkt in den Hinterhof bringen. Auch auf der Treppe begegnete ihm niemand. In seinem Zimmer setzte er den Hund auf dem Boden ab und räumte Unterwäsche und Socken aus der untersten Schublade der Kommode. Aus dem Schrank im Gang holte er einige Putzlappen, polsterte damit die Schublade aus und legte den Hund hinein. Als er seine Jacke untersuchte, sah er, dass nur sehr wenig Blut an ihr war, und das auch nur an der Innenseite. Die Hündin lag hechelnd in der Schublade und sah ihn an. Als es Zeit zum Abendessen war, verließ Schämmen das Zimmer. Im Gang sah Brooke verwundert zu, als er seine Tür abschloss, denn das war höchst ungewöhnlich, wenn man das Haus nicht verließ. »Quitt, wies?« fragte Brooke. »Kondo parvam katulam in meo kubicolo.« Brooke riss, er stand die Augen auf. »Du hast«, er traute seinen Dateinkenntnissen nicht mehr, »ein kleines Weibchen in deinem Zimmer versteckt?« »Sick, esst!« »Mann«, rief Brooke ongläubig und klopfte Schämmen auf die Schulter. Zum Abendessen gab es, da Montag war, Reste vom Sonntagsbraten. Schämmen steckte ein paar kleine Scheiben von seinem Teller in die Tasche, wobei Brooke ihm interessiert zusah. Als Mrs. Hammond in die Küche ging, um sich um die Nachspeise zu kümmern, nahm Schämmen eine halbe Tasse Milch und verließ, unbemerkt vom Dekan, der mit dem Bibliothekar in ein Gespräch über das Bücherbudget vertieft war, den Tisch. Die Hündin hatte nicht das geringste Interesse an dem Fleisch, und auch die Milch mochte sie nicht. Schämmen benetzte den Finger mit Milch und legte ihn ihr auf die Zunge, wie er es bei mutterlosen Lämmern machte, und brachte das Tier so dazu, ein wenig Nahrung aufzunehmen. Die nächsten Stunden verbrachte er über seinen Büchern. Am späten Abend streichelte und hätschelte er den matten Hund. Die Schnauze war heiß und trocken. Schlaf jetzt, mein kleines Mädchen, sagte er und blies die Lampe aus. Es war ein eigenartiges Gefühl, ein lebendes Wesen im Zimmer zu haben, aber es gefiel ihm. Am nächsten Morgen ging er sofort zu dem Hund und befüllte die Schnauze. Sie war kalt, und auch der Körper war kalt und steif. Aus, sagte Schämmen traurig. Jetzt musste er sich überlegen, wie er die Hündin los wurde. Doch zuerst wusch er sich, zog sich an und ging zum Frühstück hinunter, nicht ohne zuvor wieder sein Zimmer zu verschließen. Brook erwartete ihn in der Diele. Ich habe gedacht, du hast gestern nur Spaß gemacht, sagte er böse, aber ich habe sie die ganze Nacht weinen und wimmern gehört. Tut mir leid, erwiderte Schämmen. Es kommt nicht wieder vor. Nach dem Frühstück ging er auf sein Zimmer, setzte sich aufs Bett und betrachtete den Hund. Auf dem Rand der Schublade saß eine Fliege, und er versuchte, sie zu erschlagen, verfehlte sie aber immer wieder. Er musste warten, bis alle das Haus verlassen hatten, um dann den Hund aus dem Haus zu schaffen. Im Keller war sicher eine Schaufel. Doch das würde bedeuten, dass er die erste Unterrichtsstunde verpasste. Nach einer Weile dämmerte ihm, dass sich hier die Gelegenheit zu einer Obduktion bot. Der Gedanke faszinierte ihn, doch er sah auch die Probleme, vor allem das Blut. Von seiner Mithilfe bei den Autopsien seines Vaters wusste er, das Blut sich nach dem Ableben etwas verdickt, doch Flecken würde es trotzdem geben. Er wartete, bis das Haus fast leer war, und ging dann hinunter in die rückwärtige Diele, wo an einem Nagel an der Wand die metallene Badewanne hing. Er trug sie in sein Zimmer und stellte sie vor das Fenster, wo er das beste Licht hatte. Er legte die Hündin auf dem Rücken in die Wanne, und mit ihren vier hochgereckten Pfoten sah sie aus, als warte, sie darauf, am Bauch gekrault zu werden. Die Krallen waren lang wie die Zähennägel eines ungepflegten Menschen, und eine war abgebrochen. Das Tier hatte an den Hinterläufen je vier Krallen und an den Vorderläufen zusätzlich eine kleinere Fünfte, die beinahe aussah wie ein hochgewanderter Daumen. Schemmeln war neugierig, wie die Gelenke im Vergleich zu menschlichen Gelenken aussahen. Er nahm das Taschenmesser zur Hand, das sein Vater ihm geschenkt hatte, und klappte die kleinste Klinge auf. Der Hund hatte feine, lange Haare und dickere Kurze darunter, doch das Fell auf dem Bauch behinderte ihn nicht, als er den Stahl in das Fleisch senkte. Schemmeln ging nicht zum Unterricht und machte auch keine Mittagspause. Den ganzen Tag sezierte, notierte und skizzierte er. Am späten Nachmittag war er mit den inneren Organen und einigen Gelenken fertig. Er wollte auch noch das Rückgrat ansehen und es zeichnen, doch für den Augenblick legte er den Hund in die Kommodenschublade zurück und schloss sie. Dann goss er Wasser in sein Waschbecken, schrubbte sich lange und gründlich mit viel Kernseife die Hände und leerte das Becken in die Wanne. Bevor er zum Abendessen hinunterging, zog er sich vollständig um. Trotzdem war die Suppe noch kaum im Teller, als Dekan Hammond schon seine fleischige Nase rümpfte. Hier stinkt was, sagte der Dekan. Kohl? Nein, sagte seine Frau. Schemmeln war froh, gleich nach dem Essen wieder in sein Zimmer zu kommen. Dort saß er schwitzend auf dem Bett und hoffte, dass niemand auf den Gedanken käme, ein Bad zu nehmen. Das tat auch niemand. Viel zu nervös, um müde zu sein, wartete Schemmeln sehr lange, bis er sicher sein konnte, dass alle anderen zu Bett gegangen waren. Dann nahm er die Wanne und trug sie die Treppe hinunter in den Hinterhof, wo er die blutige Brühe auf den Rasen schüttete. Die Pumpe schien außergewöhnlich laut zu sein, als er den Schwengel betätigte, und er musste immer damit rechnen, dass jemand herauskam, um aufs Aborthäuschen zu gehen. Doch er hatte Glück. Er schrubbte die Wanne mehrmals mit Seife, spülte sie gründlich aus und hängte sie dann wieder an ihren Haken. Am nächsten Morgen musste er einsehen, dass er das Rückgrat nicht mehr würde sezieren können, denn das Zimmer war wärmer geworden und der Geruch intensiver. Er ließ die Schublade geschlossen und stapelte Kissen und Bettzeug davor, weil er hoffte, so den Geruch etwas einzudämmen. Doch als er das Frühstückszimmer betrat, sah er nur mürrische Gesichter. »Vermutlich eine tote Maus irgendwo zwischen den Wänden«, bemerkte der Bibliothekar. »Oder vielleicht eine Ratte?« »Nein«, sagte Mrs. Hammond, »wir haben gefunden, woher der Gestank kommt. Anscheinend kommt er aus der Umgebung der Pumpe«, der Dekan seufzte. »Ich hoffe nur, wir müssen keinen neuen Brunnen graben.« Brooke sah aus, als habe er die ganze Nacht nicht geschlafen. Er war nervös und vermied Chamonds Blick. Wie betäubt alte Schamond in seine Chemiestunde, um die Zeit zu überbrücken, bis alle das Haus verlassen hatten. Danach ging er nicht in die Shakespeare-Vorlesung, sondern lief sofort heim, um die Sache hinter sich zu bringen. Doch als er die Hintertreppe hinaufstieg, sah er Brooke, Mrs. Hammond und einen der beiden Polizisten der Stadt vor seiner Tür stehen. Die Frau des Dekans hatte den Schlüssel in der Hand. Sie alle sahen Schamond an. »Ist da was Totes drin?«, fragte der Polizist. Schamond brachte kein Wort heraus. »Mir hat er erzählt, dass er da drin eine Frau versteckt hat«, sagte Brooke. Jetzt fand Schamond seine Stimme wieder. »Nein«, sagte er, aber der Polizist hatte Mrs. Hammond bereits den Schlüssel abgenommen und sperrte auf. Im Zimmer sah Brooke sofort unter dem Bett nach, doch der Polizist hatte längst das Kissen und das Bettzeug entdeckt. Er machte die Schublade frei und zog sie auf. »Ein Hund«, sagte er. »Ganz zerschnitten.« »Keine Frau?«, fragte Brooke und sah Schamond an. »Du hast doch gesagt, Weibchen.« »Du hast Weibchen gesagt. Ich habe Katulam gesagt«, erwiderte Schamond. »Junger Hund von weiblichem Geschlecht.« »Ich nehme nicht an, Sir«, sagte der Polizist, »dass Sie hier noch etwas anderes Todes versteckt haben.« »Bei Ihrer Ehre?« »Nein«, antwortete Schamond. Mrs. Hammond sah ihn an, sagte aber kein Wort. Sie lief hinaus und die Treppe hinunter, und Augenblicke später hörte man die Haustür knallen. Der Polizist seufzte. »Sie wird sicher direkt ins Büro Ihres Gatten laufen. Und dorthin sollten wir uns vermutlich auch begeben.« Schamond nickte und folgte ihm aus dem Zimmer, vorbei an Brooke, der sich ein Taschentuch vor Mund und Nase hielt und ihn bedauernd anblickte. »Wale«, sagte Schamond. »Leb wohl.« Das Zimmer wurde ihm gekündigt. Da es nur noch drei Wochen bis zum Semesterende waren, gestattete ihm Professor Gardner auf einem Feldbett in seinem Werkzeugschuppen zu schlafen. Aus Dankbarkeit grub Schamond ihm den Garten um und pflanzte ein Beet Kartoffeln an. Eine Schlange, die unter einigen Blumentöpfen hauste, erschreckte ihn, doch dann sah er, dass es nur eine kleine Milchschlange war, und sie kamen gut miteinander aus. Er erhielt ausgezeichnete Noten, aber auch einen versiegelten Brief, den er seinem Vater geben sollte. Zu Hause saß er dann im Arbeitszimmer und wartete, bis sein Vater das Schreiben gelesen hatte. Schamond wusste ziemlich genau, was in dem Brief stand. Dekan Hammond hatte ihm gesagt, die beiden Jahre auf dem College würden ihm natürlich für seine weitere Ausbildung angerechnet. Er sei aber für ein Jahr suspendiert, um die für eine akademische Gemeinschaft nötige Reife zu erlangen. Wenn er zurückkehre, müsse er sich eine andere Unterkunft suchen. Sein Vater legte den Brief beiseite und sah ihn an. »Hast du aus diesem Abenteuer etwas gelernt?« »Ja, Pa«, antwortete Schamond, »ein Hund ist innerlich einem Menschen überraschend ähnlich. Das Herz ist natürlich viel kleiner, nur etwa halb so groß, aber es hat fast genauso ausgesehen wie die menschlichen Herzen, die du mir bei deinen Obduktionen gezeigt hast. Es hatte die gleiche Mahagoni-Farbe, nicht ganz Mahagoni. Naja, rötlich. Ja, rötlich. Lunge und Gedärme sind ebenfalls sehr ähnlich. Nicht aber die Milz. Sie ist nicht rund und kompakt, sondern wie eine große Zunge, dreißig Zentimeter lang, fünf Zentimeter breit, zweieinhalb Zentimeter dick. Die Aorta war geplatzt. Daran ist die Hündin gestorben. Sie ist innerlich verblutet. In der Bauchhöhle habe ich jede Menge ausgetretenes Blut entdeckt. Sein Vater sah ihn an. »Ich habe mir Notizen gemacht, falls es dich interessiert, sie zu lesen.« »Das interessiert mich sehr«, sagte sein Vater nachdenklich. Der Bewerber Nachts lag Schämmen in dem Bett mit der Seilmatratze, die neu geknüpft werden musste, und starrte Wände an, die ihm so vertraut waren, dass er am unterschiedlichen Spiel der Sonne auf ihnen erkennen konnte, welche Jahreszeit es war. Sein Vater hatte vorgeschlagen, er solle die Zeit seiner Suspendierung zu Hause verbringen. Da du ja jetzt schon einiges über Physiologie weißt, kannst du mir bei den Autopsien besonders gut helfen. Ein zweites Paar sicherer Hände könnte ich bei meinen Hausbesuchen auch gebrauchen. Und dazwischen, sagte Rob J., kannst du auf der Farm helfen. Bald war es beinahe wieder so, als wäre er nie weg gewesen. Doch zum ersten Mal in seinem Leben war die Stille, die ihn umgab, eine Stille der bohrenden Einsamkeit. In diesem Jahr lernte er anhand der Leichen von Selbstmördern, Streunern und Armen und nicht aus Büchern die Kunst des Sezierens. In den Häusern der Kranken und Verletzten bereitete er die Instrumente und Verbände vor und er beobachtete, wie sein Vater jede neue Situation meisterte. Er wusste, dass auch sein Vater ihn beobachtete, und er gab sich deshalb Mühe, immer aufmerksam zu sein und die Namen der Instrumente, Schienen und Kompressen zu lernen, damit er sie zur Hand hatte, noch bevor Rob J. nach ihnen fragte. Eines Vormittags, bei einer Pinkelpause im Flusswäldchen, sagte er seinem Vater, dass er nach seiner Suspendierung nicht ans Knox College zurückkehren, sondern Medizin studieren wolle. Den Teufel wirst du, sagte Rob J. Schemen spürte die Enttäuschung in sich aufsteigen, da er am Gesicht seines Vaters sah, dass der seine Meinung noch immer nicht geändert hatte. Verstehst du denn nicht, Junge? Ich versuche doch nur, dich vor Kränkungen zu bewahren. Man sieht, dass du wirkliches Talent für die Naturwissenschaften hast. Mach das College fertig und ich zahle dir die beste akademische Ausbildung, die es gibt, egal wo du hin willst. Du kannst unterrichten, in die Forschung gehen. Ich glaube fest daran, dass aus dir etwas Großes wird. Schemen schüttelte den Kopf. Ich habe keine Angst vor Kränkungen. Als ich klein war, hast du mir die Hände gefesselt und mir das Essen verweigert, bis ich meine Stimme gebraucht habe. Damals hast du versucht, das Beste aus mir herauszuholen und nicht mehr Schmerz zu ersparen. Rob J. seufzte und nickte dann. Also gut, wenn du dir den Arztberuf in den Kopf gesetzt hast, kannst du bei mir in die Lehre gehen. Aber Schemen schüttelte den Kopf. Das wäre nichts anderes als ein Almosen für deinen tauben Sohn. Du bist nämlich davon überzeugt, dass es sinnlos ist. Schemen, sagte sein Vater bedrückt. Ich will so Medizin studieren, wie du es getan hast. An einer Universität. Das ist überhaupt keine gute Idee. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine gute medizinische Fakultät dich aufnimmt. Im Augenblick schießen überall zweitklassige Institute wie Pilze aus dem Boden. Und die nehmen dich gern. Die nehmen jeden, der Geld hat. Aber es wäre ein schwerer Fehler, Schülermediziner in einer solchen Möchtegern-Universität zu studieren. Das habe ich auch nicht vor. Und Schemen bat seinen Vater, ihm eine Liste mit den besten medizinischen Fakultäten zusammenzustellen, die vom Mississippi Valley aus ohne allzu große Schwierigkeiten erreichbar waren. Gleich nach ihrer Rückkehr ging Rob J. in sein Arbeitszimmer, stellte die Liste zusammen und gab sie seinem Sohn noch vor dem Abendessen, als wolle er damit das Thema aus seinen Gedanken verbannen. Schemen goss frisches Öl in die Lampe und saß bis weit nach Mitternacht an dem kleinen Tisch in seinem Zimmer, um Bewerbungsbriefe zu schreiben. Um unliebsame Überraschungen zu vermeiden, machte er in jedem Brief unmissverständlich klar, dass es sich bei dem Bewerber um einen Tauben handel. Das Pferd namens Bess, die frühere Monica Granville, war dürr und lahm gewesen, nachdem sie Rob J. über den halben Kontinent getragen hatte, doch jetzt, in ihrem Ruhestand, war sie wieder feist und vergnügt. Aber für die arme, blinde Vicky, das Pferd, das Rob J. als Ersatz für Bess gekauft hatte, bestand das Leben nur noch aus Leiden. Eines Nachmittags im Spätherbst sah Rob J. beim Nachhausekommen Vicky zitternd auf der Weide stehen, den Kopf gesenkt, die dürren Beine leicht gespreizt und so selbstversunken, wie er es auch von Menschen kannte, die verwirrt und geschwächt dem Tod entgegengingen. Am nächsten Morgen ging er zu den Geigers und fragte Jay, ob er Morphium vorrätig habe. »Wie viel brauchst du?« »So viel, um ein Pferd zu töten«, erwiderte Rob J. Er führte Vicky auf die Weide und gab ihr zwei Karotten und einen Apfel. Dann injizierte er das Gift in die rechte Drosselader, sprach mit dem Tier und streichelte ihm den Hals, während es seine letzte süße Mahlzeit kaute. Kurz darauf ging Vicky in die Knie und kippte zur Seite. Rob J. blieb bei ihr, bis sie tot war, stand dann seufzend auf, befahl seinen Söhnen, sich um sie zu kümmern und dritt davon, um seine Hausbesuche zu machen. Shaman und Alex fingen direkt neben dem Pferd zu graben an. Sie brauchten lange, denn das Loch musste tief und breit sein. Als es endlich fertig war, standen sie da und schauten das Pferd an. »Komisch, wie die Schneidezähne vorstehen«, sagte Shaman. »Daran erkennt man bei den Pferden das Alter. An den Zähnen«, erklärte ihm Alex. »Ich weiß noch, wie ihre Zähne so gerade waren wie die unseren. Sie war ein gutes, altes Mädchen.« »Sie hat ziemlich viel gefurzt«, sagte Alex und beide mussten lächeln. Doch nachdem sie Vicky in die Grube gerollt hatten, schaufelten sie schnell die Erde darüber, denn sie konnten das Tier nicht mehr ansehen. Sie schwitzten, obwohl der Tag kühl war. Alex in den Kleinen. »Ich muss weg von hier«, sagte Alex. »Ich hab gedacht, dir gefällt die Farmarbeit.« »Ich komm mit Paar nicht zurecht«, Shaman zögerte. »Er mag uns sehr, Alex.« »Natürlich tut er das. Er war immer gut zu mir. Aber ich weiß so wenig über meinen leiblichen Vater. Keiner sagt mir was, und ich dreh halb durch, weil ich mir wirklich vorkomme wie ein Bastard.« Das verletzte Shaman. »Du hast eine Mutter und einen Vater.« »Und einen Bruder«, sagte er scharf. »Wenn du kein Trottel bist, sollte dir das reichen.« »Ach, Shaman, du mit deinem gesunden Menschenverstand«, Alex lachte. »Weißt du was? Warum gehen wir nicht gemeinsam weg? Wir beide. Nach Kalifornien. Da ist bestimmt noch Gold zu finden. Wir lassen es uns dort gut gehen, werden reich, und dann kommen wir zurück und kaufen Nicole und diese verdammte Stadt ab.« Es war ein verlockender Gedanke, mit Alex unbeschwert durch die Welt zu ziehen, und das Angebot war durchaus ernst gemeint. »Ich hab andere Pläne, Bigger. Und du darfst auch nicht weglaufen. Wer soll denn sonst die Schafscheiße wegschaufeln?« Alex versetzte ihm einen Schlag, der ihn zu Boden warf. Keuchend und grunzend gingen die beiden aufeinander los. Ordens Flasche stürzte um und leerte sich gurgelnd und von den Raufenden unbeachtet, während sie über den strohbestreuten Stallboden rollten. Alex war von der Arbeit gestählt, aber Shaman war größer und stärker, und bald hatte er seinen Bruder im Schwitzkasten. Nach einer Weile merkte er, dass Alex ihm etwas sagen wollte, und er drückte ihm deshalb, ohne die Umklammerung zu lockern, den Kopf nach hinten, damit er sein Gesicht sehen konnte. »Gib auf und ich lass dich los!«, krächtste Alex, und Shaman ließ sich lachend ins Heu fallen. Alex kroch zu der umgestürzten Flasche und sah sie bedauernd an. »Orden bekommt einen Anfall, wenn er das sieht.« »Sag ihm, ich hab sie ausgetrunken.« »Nö, der glaubt das doch nie!«, sagte Alex und setzte die Flasche an die Lippen, um die letzten Tropfen herauszusaugen. In diesem Herbst regnete es sehr stark. Die Regengüsse überzogen das Land auch noch im Winter mit schweren, silbrigen Vorhängen, doch dazwischen gab es immer wieder schöne Tage, sodass die Flüsse zwar anschwollen und donnernd durch ihr Bett stürzten, aber nicht über die Ufer traten. Die zunächst aufgehäufte Erde über Vickys Grab setzte sich, bis die Stelle von der Umgebung nicht mehr zu unterscheiden war. Rob J. kaufte für Sarah einen grobknochigen, grauen Wallach. Sie nannten ihn Boss. Doch wenn Sarah im Sattel saß, war klar, wer der Boss war. Rob J. sagte, er wolle die Augen offen halten nach einem passenden Pferd für Alex. Alex war ihm ehrlich dankbar, denn mit seiner Sparsamkeit war es nicht weit her, und das Wenige, das er beiseite legen konnte, war für ein Jagdgewehr reserviert. Es kommt mir so vor, als würde ich mich mein ganzes Leben lang nach irgendeinem Pferd umsehen, sagte Rob J. Er wähnte dabei aber nicht, dass er auch nach einem Pferd für Shaman Ausschau halten wollte. Jeden Dienstag und Donnerstagnachmittag kam der Postsack aus Rock Island nach Holden's Crossing. Kurz vor Weihnachten begann Shaman, gespannt auf jede Lieferung zu warten, doch erst in der dritten Februarwoche kamen die ersten Antworten. An diesem Dienstag erhielt er die ersten, fast unhöflich knappen Absagen, eine vom Medical College of Wisconsin, die andere von der medizinischen Fakultät der University of Louisiana. Am Donnerstag erhielt er einen dritten Brief, der ihn darüber aufklärte, dass sein Bildungsstand und seine allgemeinen Voraussetzungen zwar exzellent seien, dass aber das Rush Medical College of Chicago keine Einrichtungen für Taube, habe. Einrichtungen? Glaubten die vielleicht, man müsse ihnen einen Käfig sperren? Sein Vater wusste, dass Post gekommen war, und an Shammons beherrschtem Verhalten merkte er, dass es Ablehnungen gewesen waren. Shaman wollte von seinem Vater nicht mitleidig mit Samthandschuhen angefasst werden, und der tat es auch nicht. Die Absagen schmerzten, doch in den folgenden sieben Wochen kamen keine weiteren Briefe, und das war Shaman vorerst nicht unrecht. Rob J. hatte Shammons Aufzeichnungen über die Obduktion des Hundes gelesen und fand sie vielversprechend, wenn auch etwas naiv. Er bot Shaman seine eigenen ärztlichen Unterlagen zur Lektüre an, damit er das Abfassen anatomischer Beschreibungen besser lernte, und Shaman las, so oft er dazu Zeit fand, in den Papieren seines Vaters. Durch Zufall stieß er dabei auch auf den Autopsiebericht über Magua Equa. Es war ein eigenartiges Gefühl, das zu lesen, denn er wusste, während die in dem Bericht aufgezählten Entsetzlichkeiten passierten, hatte er als kleiner Junge ganz in der Nähe des Tatorts geschlafen. Sie wurde ja vergewaltigt. Ich wusste zwar, dass sie ermordet, vergewaltigt und anal missbraucht, aber das erzählt man doch einem kleinen Jungen nicht, sagte sein Vater. Das stimmte natürlich. Wie gebannt las Shaman den Bericht mehrere Mal. Elf Stichwunden, die in unregelmäßiger Linie vom Jugulum am Sternum entlang bis zu einer Stelle etwa zwei Zentimeter unterhalb des Sternfortsatzes verliefen. Dreieckige Wunden zwischen 0,947 und 0,952 Zentimeter breit. Drei davon im Herzen, 0,887 Zentimeter und 0,799 Zentimeter, die dritte 0,803 Zentimeter. Warum sind die Wunden unterschiedlich breit? Weil die Waffe offensichtlich vorne spitz zulief. Je heftiger der Stoß, desto größer die Wunde. Glaubst du, dass man den Schuldigen je finden wird? Nein, glaube ich nicht, erwiderte sein Vater. Mächstwahrscheinlich waren es drei. Lange Zeit habe ich überall nach einem Mann namens Albert R. Patterson gesucht, aber der ist spurlos verschwunden. Vermutlich war es ein falscher Name. Ein Mann namens Kao war bei ihm, aber auch von dem konnte ich nirgends eine Spur finden. Dann war da noch ein junger Kerl mit einem großen Muttermal im Gesicht und einer Gehbehinderung. Ich werde jedes Mal ganz nervös, wenn ich einen hinkenden oder einen mit einem Mal im Gesicht sehe. Doch bisher habe ich nur Leute gefunden, die entweder das Mal hatten oder hinkten. Nie beides. Die Behörden waren nicht daran interessiert, sie zu ergreifen, und jetzt … Er zuckte mit den Achseln. Zu viel Zeit ist vergangen. Es ist Jahre her. Schemann glaubte zu merken, dass seinem Vater nur noch eine stille Trauer geblieben war und dass Zorn und Leidenschaft längst ausgebrannt waren. Eines Tages im April ritten Schemann und sein Vater am katholischen Konvent vorbei. Rob J. lenkte Trude auf den Zuweg und Schemann folgte ihm etwas verwundert auf Boss. Als sie das Gebäude betraten, bemerkte Schemann, dass einige Nonnen seinen Vater mit Namen begrüßten und ganz und gar nicht überrascht schienen ihn zu sehen. Rob stellte ihm Miriam Ferocia vor, die offensichtlich die Leiterin des Klosters war. Sie bot ihnen Plätze an, seinem Vater einen wuchtigen Ledersessel und ihm einen Holzstuhl mit gerader Rückenlehne und einem Kruzifix, von dem Jesus traurig herabblickte. Eine Nonne brachte ihnen guten Kaffee und warmes Brot. »Ich muss wohl den Jungen öfter mitbringen,« sagte sein Vater zur Mutteroberin, »sonst bekomme ich nämlich kein Brot zum Kaffee.« Schemann erkannte, dass sein Vater ein Mann von überraschender Vielseitigkeit war und dass er ihn vermutlich nie ganz verstehen würde. Schemann hatte gesehen, dass die Nonnen gelegentlich Patienten seines Vaters pflegten und dabei immer paarweise auftraten. Rob J. und die Oberen sprachen kurz über einige Fälle, doch schon bald wandte sich die Unterhaltung der Politik zu, und es wurde deutlich, dass der Besuch privat und rein freundschaftlich war. Rob J. sah zum Kruzifix hinauf. Die Chicago Tribune zitiert Ralph Waldo Emerson mit den Worten, John Brown habe seinem Galgen eine Glorie verliehen, als handele es sich um ein Kreuz, sagte er. Miriam Ferocia erwiderte, dass Brown, ein abolitionistischer Eiferer, der gehängt worden war, weil er in West Virginia ein Waffenlager der Vereinigten Staaten geplündert hatte, für alle Gegner der Sklaverei inzwischen zum Märtyrer geworden sei. Aber die Sklaverei ist nicht der eigentliche Grund für die Probleme zwischen Nord und Süd. Die Wirtschaft ist der eigentliche Grund. Der Süden verkauft seine Baumwolle und seinen Zucker an England und die übrigen europäischen Staaten und er kauft Fertigwaren von diesen Ländern anstatt vom industrialisierten Norden. Der Süden ist der Überzeugung, dass er die übrigen Vereinigten Staaten nicht braucht. Trotz Mr. Lincolns Reden gegen die Sklaverei liegt hier das eigentliche Problem. Mit Wirtschaft kenne ich mich nicht aus, sagte Schemmen nachdenklich. Ich hätte das Fach dieses Jahr belegt, wenn ich wieder aufs College gegangen wäre. Als die Nonne fragte, warum er denn nicht nach Gelsberg zurückgekehrt sei, gestand ihr sein Vater, das Schemmen suspendiert worden war, weil er einen Hund seziert hatte. Ach du meine Güte! War er wenigstens schon tot? fragte sie. Nachdem sie ihr versichert hatten, dass das der Fall gewesen sei, nickte sie zufrieden. Ja, dann ist es ja in Ordnung. Ich habe auch nie Wirtschaft studiert. Das liegt mir im Blut. Mein Vater hat als Schreiner damit begonnen, Heuwagen zu reparieren. Heute besitzt er ein Wagenbauwerk in Frankfurt und eine Kutschenfabrik in München. Sie lächelte. Mein Vater heißt Brotknecht. Der Name geht zurück auf meine Vorfahren im Mittelalter, die Bäcker waren. In Baden, wo ich Novizin war, gab es aber einen Bäcker, der ausgerechnet Wagenknecht hieß. Was hatten Sie für einen Vornamen, bevor Sie Nonne wurden? fragte Schemmen. Als er sah, dass sie zögerte und sein Vater die Stirn runzelte, wusste er, dass die Frage unhöflich war, doch Miriam Ferocia beantwortete sie ihm trotzdem. Als ich noch der Welt angehörte, hieß ich Andrea. Sie stand auf und holte ein Buch vom Regal. Das interessiert dich vielleicht, sagte sie. Es ist von David Ricardo, einem englischen Ökonomen. In dieser Nacht blieb Schemmen lange wach, um das Buch zu lesen. Einiges darin war schwierig zu verstehen, doch er begriff, dass Ricardo für den freien Handel zwischen den einzelnen Staaten eintrat, und das war etwas, worauf auch die Südstaaten bestanden. Als er schließlich einschlief, sah er Christus am Kreuz. In seinem Traum verfolgte er, wie die lange, gebogene Nase kürzer und breiter wurde. Die Haut wurde dunkler und röter, die Haare färbten sich schwarz. Weibliche Brüste entwickelten sich, mit dunklen Warzen und runenähnlichen Symbolen. Die Stigmata erschienen. Im Schlaf wusste Schemmen, ohne zu zählen, dass es elf Wunden waren, und während er hinsah, quoll Blut aus ihnen, das am Körper hinablief und schließlich von Makwas Füßen tropfte. Briefe und Notizen 49 Lämmer warfen die Mutterschafe der Coles im Frühjahr 1860, und die ganze Familie half bei den schwierigen Geburten und anschließend beim Kastrieren mit. Die Herde wird jedes Frühjahr größer, sagte Orden zu Rob J. mit einer Mischung aus Stolz und Besorgnis. Sie werden sich überlegen müssen, was wir mit der Menge anfangen sollen. Viele Möglichkeiten hatte Rob J. nicht. Schlachten konnten sie nur einige wenige. Ihre Nachbarn hatten kaum Bedarf an zusätzlichem Fleisch, denn die züchteten ihre eigenen Tiere, und bevor man es zum Verkauf in die Stadt bringen konnte, verdarb das Fleisch. Lebendige Tiere konnten transportiert und verkauft werden, aber das war kompliziert und erforderte Zeit, Arbeit und Geld. Insgesamt gesehen bringt die Wolle am meisten ein, sagte Rob J. Das Beste wird sein, wir behalten die Tiere und verkaufen ihre Wolle, so wie es meine Familie in Schottland immer getan hat. Hm, dann werden wir mehr Arbeit haben als je zuvor. Und dann werden wir wohl eine Hilfe brauchen, sagte Orden verlegen, und Schamon fragte sich, ob Alex ihm wohl anvertraut hatte, dass er davonlaufen wolle. Doug Penfield wäre bereit, stundenweise für Sie zu arbeiten, hat er mir selber gesagt. Glauben Sie, dass er ein guter Arbeiter ist? Sicher ist er das. Er kommt aus New Hampshire. Das ist zwar nicht ganz so, als würde er aus Vermont kommen, aber fast so gut. Rob J. stimmte ihm bei, und Doug Penfield wurde eingestellt. In diesem Frühjahr freundete sich Schamon mit Lucille Williams an, der Tochter des Hufschmieds Paul Williams. Lucille hatte einige Jahre lang die Schule in Holdens Crossing besucht und bei Schamon das Rechnen gelernt. Inzwischen war sie eine junge Frau geworden. Ihre blonden Haare, die sie zu einem großen Knoten zusammengebunden hatte, waren zwar fahler als die weizenblonden Mähnen der schwedischen Mädchen seiner Träume, aber sie hatte ein hübsches Gesicht und lachte gern. So oft er sie im Ort traf, blieb er stehen, um sich mit ihr wie mit einer alten Freundin zu unterhalten und sie nach ihrer Arbeit zu fragen. Lucille teilte ihre Zeit zwischen der Pferdebetreuung im Mietstall ihres Vaters und der Mithilfe in Roberta's Women's Wear, dem Damenbekleidungsgeschäft ihrer Mutter an der Hauptstraße. Diese Aufteilung gewährte ihr eine gewisse Unabhängigkeit und Freiheit, denn wenn sie in einem Geschäft fehlte, nahm der betroffene Elternteil an, dass sie ihm anderen arbeite. Als Lucille deshalb Schämen bat, ihr am folgenden Tag um zwei Uhr nachmittags etwas Landbutter zu bringen, war er nervös und aufgeregt. Sie schaffte ihm ein, sein Pferd vor den Geschäften an der Hauptstraße festzubinden, an der Ecke in die Illinois Avenue einzubiegen und hinter der hohen Fliederhecke, damit man ihn nicht sähe, durch den Garten der Reimers zu schleichen. Über den Lattenzorn in den Hinterhof der Williams und von dort bis zur Hintertür sei es dann ein kurzer Weg. Damit die Nachbarn nicht, du weißt schon, auf falsche Gedanken kommen, sagte sie und senkte den Blick. Es überraschte ihn nicht. Schließlich hatte Alex schon im Jahr zuvor Butter geliefert und ihm dann entsprechend berichtet, aber er hatte gewisse Bedenken. Er war ja nicht Alex. Am nächsten Tag, der Flieder der Reimers stand in voller Blüte, war der Zaun leicht zu überklettern und die Hintertür öffnete sich schon nach seinem ersten Klopfen. Lucille war voll überschwänglichen Lobs, wie hübsch die Butter in Tücher eingewickelt sei, die sie zusammenfaltete und mit dem Teller auf Tisch legte, bevor sie die Butter in den kalten Keller brachte. Danach nahm sie Schämmen bei der Hand und führte ihn in ein Zimmer neben der Küche, das offensichtlich Roberta Williams' Anprobierzimmer war. In einer Ecke lehnte ein halber Ballen Schürzenstoff, auf einem langen Regal lagerten ordentlich aufgerollt Seide, Sartin, Drillig und Baumwollgewebe. Neben einem großen Rosshaar-Sofa stand eine Schneiderpuppe aus Draht und Stoff, die, wie Schämmen überrascht und fasziniert feststellte, Hinterbacken aus Elfenbein besaß. Sie bot ihm ihren Mund für einen einzigen langen Kuss dar, und dann zogen sich beide rasch aus, wobei sie ihre Kleider in zwei beinahe pedantisch ordentliche Stapel nebeneinander legten, die Strümpfe brav in den Schuhen. Mit dem Blick des Anatomen bemerkte er, dass ihr Körper nicht gut proportioniert war. Die Schultern waren schmal und hängend, die Brüste nicht mehr als zwei kaum aufgegangene Eierkuchen mit je einem kleinen Sirupklecks und einer bräunlichen Beere in der Mitte, die untere Körperhälfte dagegen war mit ihren breiten Hüften und dicken Schenkeln viel schwerer. Als sie sich umdrehte, um ein grau-weißes Laken über das Sofa zu werfen, das Rosshaar kratzt so, sah er, dass die Kleiderpuppe nicht für Lucilles Röcke gedacht sein konnte, denn dazu hätte sie ausladender geformt sein müssen. Als er dann soweit war, gab es kein Problem. Sie machte es ihm leicht, und er hatte von Alex und anderen schon so viele Geschichten gehört, dass er, auch wenn er das Gelände selbst nicht kannte, eine gute Vorstellung von den Orientierungspunkten hatte. Noch am Tag davor hätte er sich nicht vorzustellen gewagt, dass er auch nur den Elfenbeinhintern der Schneiderpuppe berührte, doch jetzt hielt er warmes, lebendiges Fleisch in den Händen, leckte den Sirup und kostete die Beeren. Sehr schnell und zu seiner großen Erleichterung warf er die Bürde der Keuschheit in einem enormen Erguss ab. Da er nicht hören konnte, was sie ihm ins Ohr keuchte, schärfte er all seine anderen Sinne bis zum Äußersten, und sie tat ihm den Gefallen, alle möglichen Stellungen einzunehmen, damit er sie eingehend erkunden konnte, bis er wieder in der Lage war, die soeben gemachte Erfahrung nun allerdings mit etwas größerer Ausdauer zu wiederholen. Er hätte gern noch weitergemacht, doch schon bald darauf sah sie auf die Uhr und sprang vom Sofa, da sie, wie sie sagte, das Essen auf dem Tisch haben müsse, wenn ihre Mutter und ihr Vater heimkämen. Während des Anziehens machten sie Pläne für die Zukunft. Sie und dieses leere Haus standen tagsüber immer zur Verfügung. Doch leider war das die Zeit, in der Schermann arbeiten musste. Sie einigten sich schließlich darauf, dass Lucille versuchen werde, jeden Dienstag und Donnerstag um zwei Uhr zu Hause zu sein, für den Fall, dass er es schaffte, in die Stadt zu kommen. An diesen Tagen, erklärte er, mit Sinn fürs Praktische, könne er gleich die Post mitnehmen. Sie war nicht weniger praktisch veranlagt und gestand ihm, dass sie Fendant liebe, aber den rosafarbenen und nicht den grünen, der nach Pfefferminz schmecke. Er versicherte ihr, dass er den Unterschied kenne. Auf der anderen Seite des Zauns angelangt, spazierte er mit neu gewonnener Leichtigkeit an der langen Reihe der blütenschweren Fliederbüsche entlang und sog den schweren Duft ein, der für den Rest seines Lebens ein für ihn höchst erotisierender Geruch bleiben sollte. Lucille mochte die Glätte seiner Hände, ohne zu wissen, dass sie nur deshalb so weich waren, weil sie die meiste Zeit mit dem lanolinreichen Fettschweiß der Schafwolle in Kontakt waren. Bis weit in den Mai hinein dauerte auf der Farm die Wollschuhe, wobei Shaman, Alex und Orden den größten Teil der Arbeit erledigten, weil Doug Penfield sich zwar lernwillig zeigte, aber die Schere sehr ungeschickt handhabte. Doug erhielt deshalb die Aufgabe, die Wolle zu zupfen und zu waschen. Wenn er auf die Farm kam, brachte er Nachrichten vom Weltgeschehen mit, darunter auch die, dass die Republikaner Abraham Lincoln als Präsidentschaftskandidaten aufgestellt hatten. Und als die Wolle gerollt, verschnürt und zu Ballen gepackt war, wussten sie auch, dass die Demokraten in Baltimore zusammengekommen waren und nach hitziger Debatte Douglas zu ihrem Kandidaten ernannt hatten. Doch wenige Wochen später beriefen die Demokraten der Südstaaten einen zweiten Parteikongress ein und wählten den Vizepräsidenten John C. Brackenridge zu ihrem Präsidentschaftskandidaten, da er für die Erhaltung des Rechts auf Sklavenbesitz eintrat. Vor Ort waren sich die Demokraten einiger und bestimmten wieder John Kerland, den Anwalt aus Rock Island, dazu, Nick Holden seinen Sitz im Kongress streitig zu machen. Nick war Kandidat sowohl der American Party wie der Republikaner, und er legte sich schwer für Lincoln ins Zeug, weil er hoffte, von der Popularität des Präsidenten zu profitieren. Lincoln hatte die Unterstützung durch die Nichtswisser begrüßt, und das war der Grund, weshalb Rob J. erklärte, er könne den Mann nicht wählen. Schemann fiel es schwer, der Politik zu folgen. Im Juli erhielt er eine Antwort vom Cleveland Medical College, wieder eine Absage, und gegen Ende des Sommers hatte er auch vom Ohio College of Medicine und von der University of Louisville abschlägige Bescheide bekommen. In der ersten Septemberwoche, an einem Dienstag, an dem Lucille vergeblich auf ihn wartete, kam sein Vater mit der Post nach Hause geritten und gab ihm einen schmalen, braunen Umschlag, dessen Absender die Kentucky School of Medicine war. Er ging damit in den Stall, bevor er ihn aufriss. Er war froh, dass er alleine war, denn das Couvert enthielt eine weitere Absage, und er legte sich in Soy und versuchte, die aufsteigende Panik zu bekämpfen. Er konnte immer noch nach Galesburg zurückkehren und das dritte Jahr am Knox College absolvieren. Es wäre risikolos. Nichts anderes als die Rückkehr zu einer Routine, von der er wusste, dass sie ihm leicht fiel. Hatte er erst einmal sein Baccalaureat, konnte das Leben sogar noch aufregend für ihn werden, wenn er in den Osten ging, um Naturwissenschaften zu studieren. Vielleicht sogar nach Europa. Kehrte er aber nicht nach Galesburg zurück und nahm keine der medizinischen Fakultäten ihn auf. Was würde dann aus seinem Leben werden? Chairman ging nicht zu seinem Vater, um ihn zu bitten, ihn wieder aufs College zu schicken. Er blieb lange im Heu liegen, und als er dann aufstand, nahm er eine Schaufel und den Schubkarren und begann, den Stall auszumisten, eine Arbeit, die auch eine Antwort darstellte. Die Auseinandersetzung mit der Politik war unausweichlich. Im November gab Chamons Vater freimütig zu, dass er bei den Wahlen für Douglas gestimmt habe, doch es war Lincolns Jahr, denn die südliche und die nördliche Fraktion mit ihren unterschiedlichen Kandidaten hatten die Demokraten gespalten. Lincoln gewann problemlos. Es war ein kleiner Trost, dass wenigstens Nick Holden sein Amt verlor. Zumindest haben wir in John Curland einen guten Kongressabgeordneten, sagte Rob J. Und in der Gemischtwarenhandlung fragte man sich, ob Nick nach Holdens Crossing zurückkehren und seine Arbeit als Anwalt wieder aufnehmen werde. Die Frage wurde nach wenigen Wochen beantwortet, als Abraham Lincoln einige Ernennungen bekannt gab, die die neue Regierung vornehmen werde. Der ehrenwerte Kongressabgeordnete Nicholas Holden, Held der Saugkriege und eifriger Unterstützer von Mr. Lincolns Kandidatur, war zum Kommissar für Indianerangelegenheiten bestimmt worden. Er hatte die Aufgabe, die Vertragsverhandlungen mit den Stämmen des Westens abzuschließen und ihnen als Gegenleistung für ihr friedliches Verhalten und die Abtretung aller territorialen Ansprüche geeignete Reservate zuzuweisen. Rob J. war wochenlang gereizt und niedergeschlagen. Es war eine angespannte und unglückliche Zeit für Shaman. Und eine angespannte und unglückliche Zeit für die Nation. Aber viel später sollte Shaman an diesen Winter mit Wehmut zurückdenken und sich an ihn als eine kostbare, ländliche Idylle erinnern, die von geschickten, geduldigen Händen in einer Kristallkugel versiegelt worden war. Das Haus, der Stall, der eisige Fluss und schneebedeckte Felder, die Schafe, Pferde und Milchkühe. Jede einzelne Person und alle in Sicherheit und dort, wo sie hingehörten. Aber die Kristallkugel war bereits vom Tisch gestoßen worden. Und viel. Wenige Tage nach der Wahl eines Präsidenten, zu dessen Programm die Abschaffung der Sklaverei gehörte, bereiteten die Südstaaten die Sezession vor. South Carolina machte den Anfang und als zwei Einheiten der United States Army, die in zwei Fours am Hafen von Charleston stationiert waren, im Größeren zusammengezogen wurden, sahen sie sich sofort belagert. In schneller Reihenfolge eroberten Milizen in Georgia, Alabama, Florida, Louisiana und Mississippi Einrichtungen der Vereinigten Staaten, die von den auf Frieden eingestellten offiziellen Truppen trotz teilweise heftiger Gegenwehr nicht gehalten werden konnten. Liebe Ma, lieber Pa, ich gehe mit Mel Howard weg, um mich dem Süden anzuschließen. Wir wissen noch nicht genau, in welchem Staat wir uns anwerben lassen. Mel würde gern nach Tennessee gehen, um bei seinen Verwandten zu kämpfen. Mir ist es ziemlich egal, außer ich kann nach Virginia, zu Maws Familie. Mr. Howard sagt, es ist wichtig, dass die Südstaaten eine schlagkräftige Armee aufstellen, um Lincoln zu zeigen, dass mit ihnen nicht zu spaßen ist. Er meint, Krieg wird's nicht geben. Es ist ja nur ein Familienstreit. Bis zum Frühjahr, wenn die Lämmer kommen, bin ich also längst wieder zurück. Pa, vielleicht habe ich bis dahin auch schon mein eigenes Pferd und mein eigenes Gewehr. Euer euch liebender Sohn, Alexander Bledsoe Cole. Sherman fand in seinem Zimmer noch einen zweiten Brief, eine kurze, auf ein Stück braunes Packpapier gekritzelte Notiz, die, mit dem Gegenstück seines eigenen Taschenmessers beschwert, auf seinem Kopfkissen lag. »Kleiner Bruder, heb das für mich auf. Ich möchte's nicht verlieren. Bis bald. Bigger.« Rob J. ging sofort zu Julian Howard, der trotzig und zugleich verlegen zugab, die Jungen am Vorabend direkt nach der Arbeit in seinem Backbord nach Rock Island gebracht zu haben. »Mein Gott, deswegen brauchen sie sich doch nicht so aufzuregen. Beide sind erwachsene Jungs, und es ist doch nur ein kleines Abenteuer.« Rob J. fragte ihn, zu welcher Anliegestelle er sie gebracht habe. Es waren die letzten Worte, die er je zu Julian sagen sollte. Howard sah Rob J. Cole in seiner ganzen furchteinflößenden Größe vor sich stehen. Er spürte die Verachtung und die Kälte in der Stimme dieses hochnäsigen Doktors, und er stammelte, dass er sie in der Nähe des Three-Star Freight Transport Pier abgesetzt habe. Rob J. ritt direkt dorthin, obwohl kaum Hoffnung bestand, dass er sie noch antreffen würde. Wenn es so kalt gewesen wäre wie in früheren Wintern, hätte er vielleicht mehr Glück gehabt, aber der Fluss war nicht zugefroren, und es herrschte reger Schiffsverkehr. Der Geschäftsführer der Transportgesellschaft sah ihn verwundert an, als er fragte, ob er zwei Jungen bemerkt habe, die auf einem der flussabwärts fahrenden Kähne oder Flöße Arbeit gesucht hätten. »Mister, wir hatten gestern an diesem Pier 72 Schiffe zum Be- oder Entladen, und das in der Nebensaison, und wir sind nur eine von vielen Transportgesellschaften im Mississippi. Auf fast allen Kähnen heuern junge Männer an, die irgendwo von zu Hause ausgerissen sind. Da achte ich doch nicht auf Einzelne«, sagte der Mann nicht unfreundlich. Für Schämmen waren die Südstaaten, die sich einer nach dem anderen abspalteten, wie Maiskörner, die in einer heißen Pfanne aufplatzen. Seine Mutter brachte ihre Tage rotäugig mit Beeten zu, und sein Vater erledigte seine Hausbesuche mit verkniffenem Gesicht. In Rock Island hatte einer der Futtermittelhändler einen Großteil seiner Vorräte in das Hinterzimmer geräumt und die Hälfte seines Ladens an einen Werber der Armee vermietet. Schämmen ging einmal dorthin, weil er glaubte, bei seiner Kraft und Stärke wenigstens zum wahren Träger geeignet zu sein, wenn sonst in seinem Leben schon alles schief ging. Aber der Corporal, der die Männer anwarb, zog nur belustigt die Augenbrauen in die Höhe, als er hörte, dass Schämmen taub sei, und sagte ihm, er solle wieder nach Hause gehen. Allmählich bekam Schämmen das Gefühl, dass er gar kein Recht habe, sich um sein persönliches Leben solche Sorgen zu machen, während um ihn herum die Welt in Scherben zu gehen drohte. Am zweiten Dienstag im Januar brachte ihm sein Vater einen Brief und am darauffolgenden Donnerstag noch einen. Sein Vater überraschte ihn, weil er noch wusste, dass er dem Sohn neun Schulen empfohlen hatte, und er hatte die Antwortbriefe genau gezählt. Das ist der letzte, nicht? fragte er Schämmen nach dem Abendessen. Ja, vom Missouri Medical College. Eine Absage, antwortete Schämmen, und sein Vater nickte, ohne Überraschung zu zeigen. Aber das ist der Brief, der am Dienstag gekommen ist, sagte Schämmen, zog ein Blatt Papier aus der Tasche, faltete es auseinander und reichte es seinem Vater zum Lesen. Das Schreiben war von Dr. Lester Nash-Berwin, dem Dekan der Cincinnati Polyclinic Medical School. Er wollte Schämmen unter der Bedingung aufnehmen, dass der junge Mann den ersten Studienabschnitt als Probezeit bestand. Das Institut war an das Southwestern Ohio Hospital of Cincinnati angeschlossen und bot eine zweijährige, pro Jahr in vier Abschnitte unterteilte Ausbildung zum Doktor der Medizin an. Der nächste Eintrittstermin war der 24. Januar. Eigentlich hätte Schämmen Freude über seinen Erfolg spüren müssen, doch er wusste, dass seinem Vater bestimmt die Einschränkung unter der Bedingung und Probezeit auffiel, und er bereitete sich deshalb auf einen Disput vor. Da Alex verschwunden war, wurde er auf der Farm benötigt, doch er war fest entschlossen, ebenfalls wegzugehen und seine Chance zu nutzen. Aus vielen, auch selbstsüchtigen Gründen war er wütend auf seinen Vater, weil er Alex hatte davonlaufen lassen. Und er war auch wütend auf seinen Vater, weil der so verdammt sicher war, dass es keinen Gott gab und nicht begriff, dass die meisten Menschen einfach nicht stark genug waren, um Pazifisten zu sein. Doch als Rob J. dann den Kopf hob, sah Schämmen die Augen und den Mund seines Vaters. Die Erkenntnis, dass Dr. Robert Judson Cole nicht unverletzlich war, traf ihn wie ein Pfeil. »Alex wird nichts passieren. Er wird alles gut überstehen«, rief er. Doch er wusste, dass das nicht die Überzeugung eines verantwortungsbewussten Menschen, eines erwachsenen Mannes war. Trotz des Zimmers mit der elfenbeinärschigen Puppe und trotz des Briefes aus Cincinnati war es nur das wertlose Versprechen eines verzweifelten Jungen. Das wurde ihm schlagartig klar. Fünfter Teil. Ein Familienstreit. 24. Januar 1861. In der Polyklinik. Cincinnati war größer, als Schämmen erwartet hatte. Auf den Straßen drängte sich der Verkehr, der Ohio war eisfrei und stark befahren. Aus den hohen Kaminen der Fabriken stiegen furchteinflößende Rauchwolken. Überall wimmelte es von Menschen, er konnte sich gut vorstellen, welchen Lärm sie machten. Eine Pferdebahn brachte ihn vom Bahnhof am Flussufer direkt zum gelobten Land an der Ninth Street. Das Southwestern Ohio Hospital bestand aus zwei roten, dreistöckigen Ziegelbauten und einem hölzernen, zweistöckigen Seuchenhaus. Auf der anderen Straßenseite befand sich in einem weiteren Ziegelgebäude mit einem gläsernen Kuppeldach die Medical School der Polyklinik von Cincinnati. Im Vorlesungsgebäude sah Schämmen schäbige Unterrichtsräume und Hörsäle. Er fragte einen Studenten nach dem Büro des Dekans und wurde über eine Eichentreppe in den ersten Stock geschickt. Dr. Berwin war ein herzlicher Mann mittleren Alters mit einem weißen Schnurrbart und einem im milden Licht der hohen, schmutzigen Fenster schimmernden Kalkopf. »Ach, Sie sind also Cole!« Er bot Schämmen einen Sessel an. Es folgte eine kurze Ansprache über die Geschichte der medizinischen Fakultät, die Pflichten eines guten Arztes und die Notwendigkeit konzentrierten Studierens. Schämmen merkte, dass es eine Standardbegrüßung war, die jeder Student zu hören bekam, doch der Schlusssatz war dann speziell auf ihn zugeschnitten. »Sie dürfen sich nicht einschüchtern lassen von der Bedingung, die an Ihre Aufnahme geknüpft ist,« sagte Dr. Berwin vorsichtig formulierend. »In gewisser Hinsicht ist jeder Student nur zur Probe da und muss beweisen, dass er ein würdiger Kandidat ist.« »In gewisser Hinsicht.« Schämmen hätte wetten mögen, dass nicht jeder Student schriftlich über diese Zulassungsbedingung informiert worden war. Trotzdem dankte er dem Dekan höflich. Dr. Berwin führte ihn ins Wohnheim, ein dreistöckiges Holzhaus, das sich hinter dem Schulgebäude versteckte. Der Belegungsplan an der Wand der Eingangshalle informierte ihn, dass Cole Robert J. in Zimmer 2b einquartiert war, zusammen mit Cook Paul P., Torrington Rule und Henry William. 2b war ein kleines Zimmer, das von zwei Stockbetten, zwei Schreibtischen und einem Tisch mit vier Stühlen fast völlig ausgefüllt wurde. Auf einem der Stühle saß ein dicker Junge, der sofort zu schreiben aufhörte, als Schämmen ins Zimmer trat. »Hallo, ich bin P.P. Cook aus Xenia. Billy Henry holt gerade seine Bücher, also musst du entweder Torrington aus Kentucky oder der Taubeknabe sein.« Schämmen lachte. Alle Spannung war plötzlich von ihm gewichen. »Ich bin der Taubeknabe«, sagte er. »Macht's dir was aus, wenn ich dich Paul nenne?« An diesem Abend beobachteten sie sich gegenseitig und sie zogen ihre Schlüsse. Cook war der Sohn eines Futtermittel- und Getreidehändlers und seiner Kleidung und seinem Gepäck nachzuurteilen sehr wohlhabend. Schämmen merkte, dass er daran gewöhnt war, den Narren zu spielen, vielleicht wegen seiner Körperfülle. Aus seinen braunen Augen strahlte jedoch eine wache Intelligenz, der nichts entging. Billy Henry war mager und still. Er erzählte ihnen, er sei auf einer Farm in der Nähe von Columbus aufgewachsen und habe zwei Jahre lang ein Theologie-Seminar besucht, bevor er zu der Einsicht kam, dass der Priesterberuf nichts für ihn sei. Rule Torrington, der erst nach dem Abendessen eintraf, war eine Überraschung. Er war doppelt so alt wie seine Zimmerkollegen und bereits ein erfahrener Mediziner. Nachdem er schon in jungen Jahren bei einem Arzt in die Lehre gegangen war, hatte er jetzt beschlossen, Medizin zu studieren, um wirklich ein Doktor zu sein. Die drei anderen in 2b freuten sich anfangs über sein Vorleben, da sie glaubten, es könne nur von Vorteil sein, gemeinsam mit einem erfahrenen Arzt zu studieren, doch Rule Torrington war schlechter Stimmung, als er ankam, und seine Laune änderte sich auch nicht, solange sie ihn kannten. Es war nur noch das oberste Bett an der Wand frei, aber das behagte Torrington nicht. Er ließ es sich deutlich anmerken, dass er Cook nicht mochte, weil der fett war, Shaman nicht, weil er taub war, und Henryt nicht, weil er Katholik war. Seine Feindseligkeit schweißte die drei anderen von Anfang an zu einer Allianz zusammen, und sie ließen ihn bald links liegen. Cook war schon mehrere Tage in Cincinnati und hatte einige Dinge in Erfahrung gebracht, die er nun den anderen mitteilte. Der Lehrkörper der Schule stehe allgemein in hohem Ansehen, doch es gebe zwei Sterne an diesem akademischen Firmament, die alle anderen überstrahlten. Der eine sei der Professor für Chirurgie, Dr. Burwin, der auch als Dekan fungierte, der andere Dr. Barnett A. McGowan, ein Pathologe, der das gefürchtete Fach A&P unterrichtete, Anatomie und Physiologie. Hinter seinem Rücken nennen sie ihn Barney, vertraute Cook den anderen an. Angeblich fallen bei ihm mehr Studenten durch als bei allen anderen Lehrern zusammen. Am nächsten Morgen ging Shaman zu einer Sparkasse und zahlte den Großteil des Geldes, das er mitgebracht hatte, auf ein Konto ein. Zusammen mit seinem Vater hatte er seinen finanziellen Bedarf sehr sorgfältig geplant. Das Schulgeld belief sich auf 60 Dollar pro Jahr, beziehungsweise 50 Dollar, wenn im Voraus bezahlt wurde. Dazu kamen das Geld für Unterkunft, Verpflegung und Fahrten sowie andere Ausgaben. Rob Jay hätte seinem Sohn gern alles Notwendige bezahlt, aber Shaman hatte hartnäckig darauf bestanden, sein Medizinstudium selbst zu finanzieren, da es seine Idee gewesen war. Sie einigten sich schließlich auf einen Vertrag, in dem Shaman versprach, nach seiner Promotion jeden Dollar zurückzuzahlen. Von der Sparkasse ging er direkt zum Kämmerer der Schule, um das Schulgeld zu bezahlen. Es ermunterte ihn nicht gerade, als der ihm erklärte, wenn er aus gesundheitlichen Gründen die Schule wieder verlassen müsse, könne ihm das Geld nur teilweise zurückerstattet werden. Die erste Vorlesung, die er als Medizinstudent besuchte, war ein einstündiger Vortrag über Frauenleiden. Schon im College hatte Shaman die Erfahrung gemacht, dass es für ihn sehr wichtig war, früh zu erscheinen, um einen Platz weit vorne zu bekommen, von dem aus er gut von den Lippen ablesen konnte. Er war deshalb so früh im Hörsaal, dass er einen Platz in der ersten Reihe bekam, und das war ein Glück, denn Professor Harold Mikes trug sehr schnell vor. Shaman hatte gelernt, sich Notizen zu machen, ohne auf das Papier zu sehen. Er schrieb sorgfältig, weil er wusste, dass Rob J. seine Skripten würde lesen wollen, um zu sehen, was es in der Medizinerausbildung Neues gab. In der nächsten Stunde, Chemie, zeigte es sich, dass er genügend Laborerfahrung für das Medizinstudium hatte. Das freute ihn und regte seinen Appetit sowohl auf das Mittagessen wie auf die Arbeit an. Im Speisesaal des Krankenhauses schlang er einige Cracker und eine Fleischsuppe hinunter, die alles andere als köstlich war. Danach eilte er in Crickshanks Bookstore, die Buchhandlung, die die Medical School belieferte. Dort lieh er sich ein Mikroskop aus und kaufte die Bücher, die er brauchte. Danglissons Grundlagen der Therapeutik und Materia Medica, McGowan's Menschliche Physiologie, Quanes anatomische Tafeln, Berwins Praxis der Chirurgie, Frowns Chemie und zwei Bücher von Mikes, Die Frau, ihre Krankheiten und Heilmethoden sowie Kinderkrankheiten. Während der betagte Verkäufer die Rechnung erstellte, sah Shaman sich um und bemerkte Dr. Berwin im Gespräch mit einem kleinen, finster dreinblickenden Mann, dessen gepflegter Bart und Haare graumeliert waren. Die Haarpracht des Mannes stand im Gegensatz zu Berwins Kahlköpfigkeit. Es sah so aus, als stritten die beiden, offenbar jedoch mit gesenkter Stimme, da keine der umstehenden Notiz von innen nahm. Dr. Berwin stand halb von Shaman abgewandt, der andere Mann jedoch präsentierte ihm sein Gesicht, und so las Shaman von seinen Lippen ab, mehr aus einem Reflex heraus, denn aus dem Wunsch, das Gespräch zu belauschen. Weiß, dass dieses Land in den Krieg ziehen wird. Ich bin mir auch durchaus bewusst, dass wir dieses Jahr 42 anstatt der üblichen 60 Studenten haben und dass sich einige von ihnen in die Schlacht flüchten werden, wenn ihnen das Medizinstudium so anstrengend wird. Doch gerade in solchen Zeiten müssen wir uns davor hüten, unser Niveau zu senken. Harold Meichs hat mir mitgeteilt, dass sie einige Studenten aufgenommen haben, die sie letztes Jahr noch abgewiesen hätten. Soweit ich weiß, soll darunter sogar ein Taubstummer … Es war ein Glück für Shaman, dass der Verkäufer in diesem Augenblick seinen Arm berührte und ihm die fällige Summe zeigte. »Wer ist dieser Gentleman, der da drüben mit Dr. Bourbon spricht?«, fragte Shaman, ein Stummer, der seine Stimme wiedergefunden hatte. »Das ist Dr. McGowan, Sir«, erwiderte der Verkäufer, und Shaman nickte, nahm seine Bücher und ging schnell aus dem Laden. Einige Stunden später saß Professor Barnett Alan McGowan an seinem Schreibtisch im Obduktionssaal des Vorlesungsgebäudes und übertrug flüchtige Notizen in Aktenformulare. All die Berichte in diesen Akten handelten vom Tod, da Dr. McGowan selten mit einem lebenden Patienten zu tun hatte. Weil einige Leute nicht gerne mit dem Tod in Berührung kamen, war er inzwischen daran gewöhnt, Arbeitsplätze zugewiesen zu bekommen, die den Blicken der Öffentlichkeit verborgen blieben. Im Krankenhaus, dessen Chef Pathologe er war, lag der Obduktionssaal im Keller des Hauptgebäudes. Obwohl er ganz in der Nähe des vielbenutzten geklinkerten Tunnels lag, der unter der Straße das Krankenhaus mit dem Vorlesungsgebäude verbannt, war es ein düsterer Ort, dem nur die Röhren, die seine niedere Decke überzogen, eine gewisse traurige Individualität verliehen. Das Anatomielabor der Fakultät befand sich im hinteren Teil des Vorlesungsgebäudes im ersten Stock. Zu erreichen war es sowohl über den zentralen Korridor wie über eine separate Treppe. Ein hohes, vorhangloses Fenster warf bleiernes Winterlicht in den langen, schmalen Raum. Das eine Ende des Saals schloss gegenüber dem Tisch des Professors ein kleines Amphitheater ab, dessen aufsteigende Stuhlreihen in ihrer Enge zwar nicht bequem, aber der Konzentration sehr förderlich waren. In der Mitte des Saales standen ein großer Behälter mit Lake voller menschlicher Leichenteile und ein Tisch mit Reihen von Sezierinstrumenten. Etwas abseits lag auf einem Brett über Sägeböcken die Leiche einer jungen Frau, die mit einem sauberen weißen Tuch zugedeckt war. Die Angaben über diese Leiche waren es, die der Professor eben in seiner Akten übertrug. Zwanzig Minuten vor der vollen Stunde kam ein einzelner Student ins Labor. Der Professor sah nicht auf, um den großgewachsenen jungen Mann zu begrüßen, sondern tauchte seine Stahlfeder in die Tinte und schrieb weiter, während der Student direkt zum Mittelplatz in der vordersten Reihe des Amphitheaters ging und ihn mit seinem Notizblock belegte. Er setzte sich nicht, sondern schlenderte durch das Labor und sah sich um. Vor dem Lakebehälter blieb er stehen, nahm zu Dr. McGowan's Verblüffung den langen Holzstab mit dem Eisenhaken an einem Ende und fischte mit ihm zwischen den Leichenteilen herum wie ein Junge, der an einem Teich spielt. In den 19 Jahren, die Dr. McGowan nun schon Einführungsvorlesungen in Anatomie hielt, hatte er so etwas noch nie erlebt. Für gewöhnlich trugen neue Studenten einen ungeheuren Respekt zur Schau, wenn sie den Anatomiesaal zum ersten Mal betraten. Die meisten bewegten sich langsam, einige ängstlich. »Hallo, Sie da! Hören Sie sofort auf! Legen Sie den Haken weg!«, befahl McGowan. Der Student reagierte nicht, auch nicht, als der Professor laut in die Hände klatschte und plötzlich wusste Dr. McGowan, wen er vor sich hatte. Er erhob sich, setzte sich dann aber wieder, denn er war neugierig, wie es weitergehen würde. Der junge Mann schien in dem Behälter etwas zu suchen. Die meisten Leichenteile waren alt, viele waren schon von anderen Studenten aufgeschnitten worden. Dieser allgemeine Zustand der Verstümmelung und des Zerfalls war der Hauptgrund für das Entsetzen unter den Erstsemestern. Dr. McGowan sah, dass der Student eine Hand an die Oberfläche zog, dann ein ramponiertes Bein. Zum Schluss hob er einen Unterarm mit Hand heraus, der offensichtlich in einem besseren Zustand war als der Rest der Präparate. Dr. McGowan beobachtete, wie der Student seinen Fang mit dem Stock in die rechte obere Ecke des Tanks manövrierte und ihn dann mit einigen unansehnlicheren Stücken bedeckte. Er versteckte das Präparat. Gleich darauf legte der Student den Stab wieder an seinen Platz und ging zu dem Tisch, um die Schärfe der Skalpelle zu prüfen. Als er eins gefunden hatte, das ihm zusagte, rückte er es leicht von den anderen ab und ging dann zu seinem Platz. Dr. McGowan beschloss, ihn nicht zu beachten und schrieb die nächsten zehn Minuten weiter in seine Akten. Nach und nach kamen die anderen Studenten ins Labor und gingen schnurstracks zu ihren Plätzen. Einige waren bereits blass, denn die Gerüche im Saal förderten Ängste und Zwangsvorstellungen. Pünktlich zur vollen Stunde legte Dr. McGowan die Feder weg und stellte sich vor den Tisch. »Gentlemen«, sagte er. Sobald im Saal Stille herrschte, stellte er sich vor. »In diesem Kurs studieren wir die Toten, um mehr über die Lebenden zu erfahren und ihnen helfen zu können.« Die ersten Berichte über solche Studien reichen zurück bis zu den frühen Ägyptern. Sie sezierten die Leichen der Unglücklichen, die als Menschenopfer getötet wurden. Doch die eigentlichen Väter der anatomischen Wissenschaft sind die alten Griechen. In Alexandria gab es eine berühmte medizinische Akademie, in der Herophilus von Chalkedon die menschlichen Organe und Eingeweide erforschte. Er gab dem Calamus Scriptorius und dem Duodenum ihren Namen. Dr. McGowan war sich bewusst, dass der junge Mann auf dem Mittelplatz der ersten Reihe seinen Mund nicht aus den Augen ließ. Er hing förmlich an seinen Lippen. In schwungvoller Rede berichtete der Professor vom Verschwinden der Anatomie in der abergläubischen Finsternis des Mittelalters und von ihrer Renaissance im 17. Jahrhundert. Der Schlussteil seiner Vorlesung handelte davon, dass der Wissenschaftler einen Körper, den die Seele verlassen hat, ohne Furcht aber mit Achtung behandeln müsse. In meinen Studententagen in Schottland pflegte mein Professor den Körper nach dem Tod mit einem Haus zu vergleichen, dessen Besitzer ausgezogen ist. Er sagte, die Leiche müsse mit Sorgfalt und Würde behandelt werden, aus Respekt vor der Seele, die in diesem Haus gewohnt hat. Dr. McGowan ärgerte sich, als er sah, dass der Junge in der ersten Reihe lächelte. Dann befahl er den Studenten, sich je ein Präparat aus dem Behälter und ein Skalpell zu nehmen, das anatomische Objekt zu sezieren und eine Zeichnung davon anzufertigen, die am Ende der Stunde abgegeben werden soll. Wie immer in der ersten Stunde gab es einen Augenblick des Zögerns, in dem die Studenten ihren Widerwillen überwinden mussten. Aber auch jetzt machte der junge Mann, der als erster den Hörsaal betreten hatte, den Anfang, denn er stand sofort auf und holte sich das beiseite geschaffte Präparat aus dem Behälter sowie das scharfe, leicht abgerückte Skalpell vom Tisch. Während die anderen noch in der Hake herumstocherten, richtete er sich bereits an dem Seziertisch mit dem besten Licht ein. Dr. McGowan wusste sehr gut, welche Belastung diese erste Anatomiestunde für die Studenten darstellte. Er war an den süßlichen Geruch gewöhnt, der aus dem Behälter hochstieg, aber erkannte auch dessen Wirkung auf Uneingeweihte. Einige der Studenten standen vor einer fast unlösbaren Aufgabe, denn viele Präparate waren in einem so schlechten Zustand, dass sie kaum gut seziert und präzise gezeichnet werden konnten, und er zog das mit in Betracht. Die Übung war als Disziplinarmaßnahme gedacht, gleich der Feuertaufe frischer Soldaten. Es war eine Probe ihrer Fähigkeit, Unangenehmes und Widerwärtiges zu ertragen, und die herbe, aber notwendige Botschaft, dass die Arbeit eines Arztes sich nicht im Kassieren von Honoraren und dem Genuss einer angesehenen Stellung in der Gesellschaft erschöpfte. Nach wenigen Minuten hatten bereits einige den Raum verlassen, darunter ein junger Mann, der in größter Eile hinausstürzte. Doch zu Dr. McGarrens Befriedigung kehrten nach einer Weile alle wieder zurück. Fast eine Stunde lang ging er zwischen den Tischen umher und überwachte den Fortschritt ihrer Arbeit. Unter den Studenten waren einige reife Männer, die nach einer Lehrzeit bereits Medizin praktiziert hatten. Denen blieben die Übelkeitsanfälle weitgehend erspart. Aus Erfahrung wusste Dr. McGarrens, dass einige von ihnen hervorragende Ärzte werden würden, doch als er sah, wie einer dieser Älteren, ein Mann namens Rule Torrington, eine Schulter attackierte, seufzte er nur, denn er dachte an die chirurgischen Katastrophen, die dieser Mann hinterlassen haben musste. Am letzten Tisch, an dem ein dicker Student schwitzend einen Kopf bearbeitete, der fast nur noch Schädel war, blieb er einen Augenblick länger stehen. Dem dicken gegenüber saß der Taube. Er besaß offensichtlich bereits Erfahrung, denn er hatte das Skalpell geschickt dazu benutzt, den Arm in Schichten zu öffnen. Diese Geschicklichkeit deutete auf ein anatomisches Vorwissen hin, das McGarren ebenso freute wie überraschte. Er sah, dass die Gelenke, Muskeln, Nerven und Blutgefäße in der Zeichnung sauber dargestellt und beschriftet waren. Eben schrieb der junge Mann seinen Namen auf das Blatt und reichte es dem Professor. Cole. Robert J. Ja. Ah, Cole. In Zukunft sollten Sie etwas größer schreiben. Ja, Sir, sagte Cole laut und deutlich. Sonst noch etwas? Nein. Sie können Ihr Präparat in den Behälter zurücklegen und Ihren Platz säubern. Danach können Sie gehen. Diese Entlassung verleitete einige Studenten dazu, ihr Blatt ebenfalls abzugeben, doch Dr. McGarren schickte sie alle mit Verbesserungsvorschlägen zurück. Während er sich mit den Studenten unterhielt, beobachtete er Cole. Nachdem der Taube sein Präparat in den Behälter zurückgelegt hatte, wusch und trocknete er sein Skalpell ab und legte es an seinen Platz zurück. Er trug eine Schüssel mit Wasser zum Seziertisch und schrubbte den Teil, den er benutzt hatte. Dann nahm er frisches Wasser und Kernseife und wusch sich gründlich Hände und Arme, bevor er die Ärmel herunterkrempelte. Beim Hinausgehen blieb Cole kurz bei dem dicken Jungen stehen und studierte dessen Zeichnung. Dr. McGarren sah, dass er sich hinunterbeugte und etwas flüsterte. Aus dem Gesicht des anderen Jungen wich ein Teil der Verzweiflung und er nickte, als Cole ihm auf die Schulter klopfte. Dann machte sich der Dicke wieder an die Arbeit und der Taube verließ den Saal. Herztöne Für Schämmen war die Medical School beinahe wie ein weit entferntes, fremdes Land, in das nur gelegentlich beängstigende Gerüchte über den bevorstehenden Krieg in den Vereinigten Staaten drangen. Er hörte von einer Friedenskonferenz in Washington, D.C., an der 131 Delegierte aus 121 Staaten teilnehmen sollten. Doch am Morgen der Eröffnung dieser Konferenz konstituierte sich in Montgomery, Alabama, der provisorische Kongress der Konföderierten Staaten von Amerika. Einige Tage später stimmten die Konföderierten für einen Abfall von den Vereinigten Staaten und dem ganzen Land setzte sich die erschreckende Erkenntnis durch, dass es Krieg geben werde. Schämmen konnte den Problemen der Nation allerdings nur Flüchtige Aufmerksamkeit schenken, er kämpfte seinen ganz persönlichen Überlebenskampf. Glücklicherweise war er ein guter Student. Nachts saß er über seinen Büchern, bis er nichts mehr sah, und fast jeden Morgen lernte er schon vor dem Frühstück einige Stunden. Die Vorlesungen wurden montags bis samstags von zehn bis eins und von zwei bis fünf gehalten. Oft fanden sie vor oder während der Behandlungszeiten in den sechs Spezialkrankenhäusern statt, die der Polyklinik ihren Namen gaben. Am Dienstagnachmittag Erkrankungen der Brust, am Dienstagabend Geschlechtskrankheiten, am Donnerstagnachmittag Kinderkrankheiten, am Donnerstagabend Frauenleiden, am Samstagvormittag Chirurgie und am Samstagnachmittag Allgemeinmedizin. Am Sonntagnachmittag beobachteten die Studenten die Arbeit der Ärzte auf den Stationen. An Schammens sechstem Samstag in der Polyklinik referierte Dr. Meix über den Gebrauch des Stethoskops. Meix hatte in Frankreich bei Ärzten studiert, die vom Erfinder dieses Instruments persönlich unterrichtet worden waren. Er erzählte den Studenten, dass eines Tages im Jahr 1816 ein Arzt namens René Lennec, weil er sein Ohr nicht an die Brust einer großbusigen und verlegenen Patientin legen wollte, ein Blatt Papier zusammenrollte und die so entstandene Röhre mit einem Faden zusammenband. Als Lennec das eine Ende der Röhre an die Brust der Patientin hielt und am anderen Ende horchte, stellte er überrascht fest, dass er auf diese Weise nicht schlechter hörte, sondern die Geräusche sogar verstärkt an sein Ohr drangen. Meix berichtete weiter, dass Stethoskope bis vor kurzem nur einfache Holzröhren gewesen seien, durch die der Arzt nur mit einem Ohr hören konnte. Er selbst besaß jedoch eine modernere Version des Instruments, bestehend aus einer Röhre aus gewirkter Seide mit einer Gabelung und zwei Hörenden aus Elfenbein für beide Ohren. Bei den Patientenuntersuchungen nach den Vorlesungen benutzte Dr. Meix ein Stethoskop mit einer zusätzlichen Röhre, so dass der Professor und ein Student gleichzeitig auf die Brustgeräusche eines Patienten lauschen konnten. Jeder Student erhielt Gelegenheit zum Horchen, doch als Schämen an die Reihe kam, sagte er dem Medizinprofessor, es habe keinen Zweck. Ich würde nichts hören. Dr. Meix spitzte die Lippen. Sie müssen es zumindest versuchen. Umständlich erklärte er Schämen, wie er sich das Instrument ans Ohr zu halten habe, aber Schämen konnte nur den Kopf schütteln. Es tut mir leid, sagte Professor Meix. Eine Prüfung in medizinischer Praxis stand bevor. Dabei musste jeder Student einen Patienten mit einem Stethoskop untersuchen und eine Diagnose abgeben. Es war klar, dass Schämen diese Prüfung nicht würde bestehen können. An einem kalten Morgen brach er, dick eingepackt, in Mantel, Schal und Handschuhe zu einem längeren Spaziergang auf. An einer Ecke verkaufte ein Junge Zeitungen, die von Lincolns Amtseinsetzung berichteten. Tief in Gedanken versunken ging Schämen zum Fluss hinunter und an den Peers entlang. Nach seiner Rückkehr ging er ins Krankenhaus und musterte das Pflegepersonal auf den Stationen. Es waren überwiegend Männer und viele davon Säufer, die es ins Krankenhaus verschlagen hatte, weil hier keine großen Ansprüche an sie gestellt wurden. Er konzentrierte sich auf die, die einen nüchternen und intelligenten Eindruck machten, und entschied sich schließlich für einen Mann namens Jim Halleck. Er wartete, bis der Pfleger einen Arm voll Holz in den Krankensaal getragen und neben dem dickbräuchigen Ofen auf den Boden geworfen hatte, und sprach ihn dann an. »Ich habe Ihnen einen Vorschlag zu machen, Mr. Halleck.« Am Prüfungsnachmittag waren sowohl Dr. McGowan wie Dr. Berwin im allgemeinmedizinischen Behandlungsraum anwesend, was Schammens Nervosität noch erhöhte. Dr. Mikes prüfte die Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge. Schemmen war der Dritte nach Allett und Bronson. Israel Allett hatte keine Probleme. Seine Patientin war eine junge Frau mit einem Rückenleiden, deren Herztöne stark, regelmäßig und unkompliziert waren. Clark Bronson erhielt einen älteren, asthmatischen Mann zur Untersuchung. Stotternd und unsicher beschrieb er die Rasselgeräusche in der Brust des Patienten. Mikes musste ihm mehrere hinführende Fragen stellen, bis er die Antwort bekam, die er hören wollte, doch am Ende schien er zufrieden. »Mr. Call?« Es war offensichtlich, dass er von Schemmen eine Verweigerung der Teilnahme erwartete. Aber Schemmen trat vor und nahm das einohrige Stethoskop entgegen. Als er zu Jim Halleck hinüberblickte, stand der Pfleger auf und kam zu ihm. Der Patient war ein 16-jähriger Junge von kräftiger Statur, der sich in einer Schreinerwerkstatt die Hand verletzt hatte. Halleck hielt das eine Ende des Stethoskops an die Brust des Jungen und legte sein Ohr ans andere. Schemmen nahm das Handgelenk des Patienten und fühlte dessen Puls unter seinen Fingerspitzen klopfen. »Der Herzschlag des Patienten ist normal und regelmäßig. 78 Schläge pro Minute«, sagte er nach einer Weile. Dann sah er den Pfleger fragend an, der nur leicht den Kopf schüttelte. »Keine Rasselgeräusche«, sagte Schemmen. »Was soll denn dieses Theater?«, fragte Dr. Mikes. »Was hat Jim Halleck hier zu suchen?« »Mr. Halleck ersetzt mir meine Ohren, Sir«, sagte Schemmen und hatte dabei das Pech, das breite Grinsen auf den Gesichtern einiger Studenten zu bemerken. Dr. Mikes grinste nicht. »Ich verstehe. Er ersetzt Ihre Ohren. Werden Sie denn Mr. Halleck heiraten, Mr. Cole, um Ihnen zu allen Behandlungen mitnehmen zu können?« »Nein, Sir.« »Werden Sie dann andere Leute bitten, Ihnen die Ohren zu ersetzen?« »Vielleicht werde ich das tun, hin und wieder.« »Und wenn Sie als Arzt zu jemandem kommen, der Ihre Hilfe braucht, und Sie sind ganz allein, nur Sie und der Patient?« »Ich kann den Herzschlag anhand des Pulses feststellen«, Schemmen legte zwei Finger auf die Halsschlagader an der Kehle des Patienten. »Und spüren, ob er normal, unregelmäßig oder schwach ist.« Er spreizte die Finger und legte sie dem Jungen auf die Brust. »Ich kann die Atmungsrate spüren und die Haut sehen und sie berühren, um festzustellen, ob sie fiebrig oder kühl ist, feucht oder trocken. Ich kann die Augen sehen. Wenn der Patient wach ist, kann ich mit ihm sprechen, und ob er nun bei Bewusstsein ist oder nicht, kann ich die Konsistenz seines Sputums feststellen und die Farbe seines Urins sehen und ihn riechen, ja, ihn sogar kosten, wenn ich muss.« Er sah dem Gesicht des Professors den Einwurf an, den dieser gleich machen würde, und er nahm ihn vorweg. »Aber ich werde nie in der Lage sein, die Rasselgeräusche in der Brust zu hören.« »Nein, das werden sie nicht.« Für mich werden Rasselgeräusche kein Warnsignal sein. Wenn ich das Frühstadium kruppöser Atmung sehe, weiß ich, dass die Rasselgeräusche in der Brust, könnte ich sie hören, knisternd klingen müssten. Wenn der Patient deutlich kruppös atmet, weiß ich, dass ein feuchtsprudelndes Rasseln zu hören wäre. Und wenn Asthma oder eine Infektion der Bräunchen vorliegt, weiß ich, dass es zischendes Rasseln sein muss.« Er hielt inne und sah Dr. Mikes direkt an. »Gegen meine Taubheit kann ich nichts tun. Die Natur hat mich eines wertvollen diagnostischen Hilfsmittels beraubt, aber ich habe noch andere Sinne. In einem Notfall würde ich alles für einen Patienten tun, was ich mit meinen Augen, meiner Nase, meinem Mund, meinen Fingern und mit meinem Verstand für den Patienten tun kann.« Das war nicht die bescheiden, respektvolle Antwort, die Dr. Mikes von einem Studenten im ersten Jahr erwartet hätte, und seinem Gesicht war die Verärgerung anzusehen. Dr. McGowan trat zu ihm, beugte sich über seinen Stuhl und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Kurz darauf fand Dr. Mikes sich wieder schämmend zu. »Es wurde vorgeschlagen, dass wir Sie beim Wort nehmen und Sie einen Patienten ohne Stethoskop untersuchen lassen. Ich bin bereit dazu, wenn Sie einverstanden sind.« Schämmen nickte, obwohl ihm das Herz in die Hose rutschte. Der Professor führte sie in einen nahegelegenen Krankensaal, wo er vor einem Patienten stehen blieb, dessen Kater am Fuß des Bettes ihn als Arthur Harronshaw auswies. »Bitte untersuchen Sie diesen Patienten, Mr. Cole.« Schämmen sah schon Arthur Harronshaws Augen an, dass der Mann in ernster Gefahr war. Er zog die Bettdecke zurück und hob das Nachthemd hoch. Der Körper des Patienten wirkte extrem fett. Doch als Schämmen eine Hand auf Mr. Harronshaws Bauch legte, war es, als berühre er aufgequollenen Hefeteig. Vom Hals, an dem herausstehende Adern pulsierten, bis zu den formlosen Knöcheln war das geschwollene Gewebe angefüllt mit Flüssigkeit. Das Atmen machte dem Patienten große Mühe. »Wie geht es Ihnen heute, Mr. Harronshaw?« Er musste die Frage mit lauterer Stimme wiederholen, bevor der Patient mit einem schwachen Kopfschütteln antwortete. »Wie alt sind Sie, Sir?« »Ich. Zweiundfünfzig.« Der Patient keuchte schwer zwischen den einzelnen Silben, wie ein Mann, der eine lange Strecke gelaufen ist. »Haben Sie Schmerzen, Sir? Haben Sie Schmerzen?« »Oh«, sagte der Patient und legte die Hand auf das Brustbein. Schämmen sah, dass er versuchte, sich aufzurichten. »Wollen Sie sich aufsetzen?« Er half ihm und stützte ihn mit Kissen ab. Mr. Harronshaw schwitzte stark, zitterte aber gleichzeitig. Die einzige Wärmequelle in diesem Teil des Krankensaals war ein großes, schwarzes Ofenrohr, das – von dem Holzofen am anderen Ende kommend – entlang der Mitte der Saaldecke verlief. Schämmen zog Mr. Harronshaw die Bettdecke über die Schultern. Er holte seine Uhr aus der Tasche. Als er den Puls des Patientenmaß war es, als gehe plötzlich der Sekundenzeiger langsamer. Der Puls war schwach, fadenförmig und unglaublich schnell, wie das verzweifelt hastende Trappeln eines kleinen Tieres auf der Flucht vor einem Räuber. Schämmen konnte kaum schnell genug zählen. Das Tier wurde langsamer, blieb stehen, machte ein paar langsame Sprünge und fing dann wieder an zu rennen. Schämmen wusste, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen war, an dem Dr. Mikes das Stethoskop benutzen würde. Er konnte sich die interessanten, tragischen Geräusche vorstellen, die Geräusche eines Mannes, der in seiner eigenen Körperflüssigkeit ertrinkt. Er nahm Mr. Harronshaws Hände in die Seinen und erschrak, als er die traurige Botschaft spürte. Ohne zu wissen, was er tat, legte er dem Mann die Hand auf die gebeugte Schulter, bevor er sich abwandte. Sie kehrten in das Behandlungszimmer zurück, um Schämmens Diagnose zu hören. Ich weiß nicht, was die Flüssigkeitsansammlung im Gewebe verursacht hat. Ich habe noch nicht die Erfahrung, um das zu begreifen, aber der Puls des Patienten war schwach und fadenförmig, unregelmäßig. Die Herztätigkeit ist stark gestört, wenn es rast, schlägt es 130 Mal pro Minute. Er sah Mikes an. In den letzten Jahren habe ich meinem Vater bei der Autopsie von zwei Männern und einer Frau geholfen, die an Herzversagen gestorben sind. In allen Fällen war ein kleines Stück der Herzwand abgestorben. Das Gewebe wirkte verbrannt, als wäre es mit glühender Kohle in Berührung gekommen. Was würden Sie für ihn tun? Ich würde ihn warm halten. Ich würde ihm ein Schlafmittel geben. Und da er in ein paar Stunden stirbt, würde ich seine Schmerzen lindern. Er wusste sofort, dass er zu viel gesagt hatte, konnte aber die Worte nicht mehr ungesprochen machen. Mikes fiel über ihn her. Woher wissen Sie, dass er sterben wird? Ich habe es gespürt, antwortete Schämen mit leiser Stimme. Was? Sprechen Sie lauter, Mr. Cole, damit alle es hören können. Ich habe es gespürt, Sir. Sie haben nicht genug Erfahrung, um über Körperflüssigkeiten Bescheid zu wissen, aber Sie sind in der Lage, den bevorstehenden Tod zu spüren, sagte der Professor schneidend. Er wandte sich an die anderen Studenten. Was lernen wir heraus, Gentlemen? Solange noch Leben in einem Patienten ist, dürfen wir ihn nicht, dürfen Sie ihn nie und nimmer dem Tod überantworten. Wir kämpfen um sein Leben, bis er von uns gegangen ist. Haben Sie das verstanden, Mr. Cole? Ja, Sir, sagte Schämen klicklich. An diesem Abend lud Schämen Jim Halleck in einen Saloon an der Flusspromenade, dessen Fußboden mit Sägemehl bestreut war, ein. Sie aßen gekochtes Rindfleisch mit Kohl und jeder trank drei große Gläser bitteres, dunkles Bier. Es war kein Siegesschmaus. Keiner von beiden war zufrieden mit dem Ausgang des Nachmittags. Außer der gegenseitigen Versicherung, dass Mikes ein schrecklicher Miesepeter sei, hatten sie sich kaum etwas zu sagen. Gleich nach dem Essen dankte Schämen deshalb dem Pfleger und bezahlte ihn für seine Hilfe, und so konnte Halleck um einige Dollar weniger arm als noch am Morgen zu Frau und vier Kindern zurückkehren. Schämen blieb und trank noch mehr Bier. Über die Wirkung des Alkohols auf die Gabe dachte er erst gar nicht nach. Er zweifelte daran, dass diese Gabe in seinem Leben noch eine große Rolle spielen werde. Auf dem Rückweg zum Wohnheim dachte er nichts anderes als an die Notwendigkeit, vorsichtig einen Fuß vor den anderen zu setzen, und sobald er in seinem Zimmer war, kletterte er, vollständig angezogen, in sein Bett. Am nächsten Morgen hatte er einen neuen guten Grund, alkoholische Getränke in Zukunft zu meiden, denn sein Kopf und die Gesichtsmuskeln schmerzten. Doch er nahm es als angemessene Strafe hin. Er ließ sich Zeit mit dem Waschen und dem Umziehen und war eben auf dem Weg zu einem verspäteten Frühstück, als ein Kommilitone namens Rogers in den Speisesaal des Krankenhauses gelaufen kam. Dr. McGowan sagt, du sollst sofort in sein Labor kommen. Als er den niederen Raum im Keller betrat, sah er Dr. Berman bei Dr. McGowan stehen. Auf dem Tisch lag die Leiche von Arthur Harronshaw. Wir haben auf Sie gewartet, sagte Dr. McGowan gereizt, als habe Shaman einen vereinbarten Termin nicht eingehalten. Ja, Sir, erwiderte er, denn etwas anderes fiel ihm nicht ein. Wollen Sie ihn öffnen? fragte Dr. McGowan. Shaman hatte es noch nie selbst getan, aber er hatte seinem Vater oft genug dabei zugesehen, und Dr. McGowan reichte ihm sofort ein Skalpell, als er nickte. Er war sich bewusst, dass die beiden Ärzte ihm bei seinen ersten Schnitten in die Brust sehr genau auf die Finger sahen. Dr. McGowan setzte selbst die Rippensäge an, und nachdem er das Brustbein entfernt hatte, beugte er sich über das Herz und hob es leicht an, damit Dr. Berman und Shaman die rundliche, verbrannt aussehende Schadstelle an der Wand von Mr. Harronshaws Herzmuskel sehen konnten. Da ist etwas, das Sie wissen sollten, sagte Dr. Berman zu Shaman. Manchmal tritt die tödliche Störung im Herzinneren auf, sodass er in der Außenwand nicht feststellbar ist. Shaman nickte zum Zeichen, dass er verstanden hatte. McGowan wandte sich an Dr. Berman und sagte etwas, und Dr. Berman lachte. Dann sah Dr. McGowan Shaman an. Sein Gesicht erinnerte an faltiges Leder. Und nun sah Shaman zum ersten Mal, dass ein Lächeln es erhellte. Ich hab zu ihm gesagt, gehen Sie und bringen Sie mir mehr, solche Taube, sagte Dr. McGowan. In Cincinnati An jedem Tag in diesem schiefergrauen Frühling der Nationalen Pine versammelte sich eine besorgte Menge vor der Redaktion der Cincinnati Post, um die Kriegsberichte zu lesen, die mit Kreide auf eine Tafel geschrieben waren. Präsident Lincoln hatte eine Blockade aller Häfen der Konföderierten durch die Kriegsmarine der Union angeordnet und alle Männer des Nordens gebeten, dem Ruf zur Fahne Erfolge zu leisten. Überall gab es Gerede über den Krieg und eine Unmenge von Spekulationen. General Winfield Scott, der Oberbefehlshaber der Unionsarmee, war ein Südstaatler, der die Union unterstützte, aber er war ein müder alter Mann. Ein Patient erzählte Shaman von dem Gerücht, Lincoln habe Robert E. Lee gebeten, den Befehl über die Armee zu übernehmen, aber wenige Tage später berichteten die Zeitungen, dass Lee das Kommando wieder abgegeben habe, da er es vorzog, auf der Seite des Südens zu kämpfen. Noch vor Ende dieses Semesters hatten mehr als ein Dutzend Studenten, die meisten davon in akademischen Schwierigkeiten, die Medical School verlassen, um sich zu der einen oder anderen Armee zu melden. Zu ihnen gehörte auch Rule Torrington, der zwei leere Schubladen hinterließ, in denen der Geruch ungewaschener Wäsche hing. Andere Studenten sprachen davon, das Semester zu beenden und dann zur Armee zu gehen. Im Mai berief Dr. Burwin eine Studentenversammlung ein und erklärte, dass die Polyklinik in Erwägung gezogen habe, das Institut während des militärischen Notstands zu schließen, dann aber beschlossen habe, doch weiter zu unterrichten. Er bat die Studenten eindringlich, an der Medical School zu bleiben. Sehr bald wird es einen Bedarf an Ärzten geben wie nie zuvor, sowohl in der Armee als auch für die Versorgung der Zivilbevölkerung. Dr. Burwin hatte schlechte Nachrichten. Da der Lehrkörper sein Gehalt aus den Schulgeldern bezog und die Studentenzahl zurückging, mussten die Gebühren erhöht werden. Für Schemmeln bedeutete das, dass er Mittel aufbringen musste, die nicht eingeplant waren. Doch nachdem ihm schon seine Taubheit nicht im Weg hatte stehen können, war er fest entschlossen, sich auch von einer solchen Kleinigkeit wie Geldprobleme nicht davon abhalten zu lassen, Arzt zu werden. Er und Paul Cook wurden Freunde. In studentischen und medizinischen Dingen war Schemmeln der Ratgeber und Führer, in allen anderen übernahm Cook die Leitung. Paul führte Schemmeln in Restaurants und ins Theater. Voller Ehrfurcht gingen sie in Pikes Opera House, um Edwin Thomas Booth als Richard III. zu sehen. Das Opernhaus mit seinen drei Rängen hatte dreitausend Sitzplätze und weitere tausend Stehplätze. Auch von den Plätzen in der achten Reihe aus, die Cook dem Kartenverkäufer abgeluchst hatte, wäre es Schemmeln nicht möglich gewesen, das Stück zu verstehen. Doch er hatte im College alle Shakespeare-Dramen gelesen und überflog dieses Stück vor der Aufführung noch einmal. So war er mit der Handlung und den Dialogen vertraut und er genoss den Abend sehr. An einem anderen Samstagabend führte Cook ihn in ein Bordell, wo Schemmeln einer schweigsamen Frau in ihr Zimmer folgte und von ihr schnell abgefertigt wurde. Die Frau verlor die ganze Zeit über ihr starres Lächeln nicht und sagte kaum ein Wort. Danach verspürte Schemmeln nie mehr das Bedürfnis, in dieses Haus zurückzukehren, doch da er normal entwickelt und gesund war, stellte das sexuelle Verlangen manchmal ein Problem für ihn dar. Die Studenten hatten die Pflicht, als Sanitäterdienst zu tun und zu Vorschemmen eines Tages mit dem Krankenwagen zur P. L. Trent Candle Company, einer Kerzenfabrik, in der Frauen und Kinder arbeiteten, um einen 13-jährigen Jungen zu behandeln, dem Kochen des Wachs die Beine verbrannt hatte. Als sie den Jungen ins Krankenhaus brachten, begleitete sie eine junge Frau mit pfirsichfarbener Haut und schwarzen Haaren, die auf einen Teil ihres Tageslohnes verzichtete, um bei dem Patienten ihrem Cousin sein zu können. Während der wöchentlichen Besuchszeit am Donnerstagabend sah Schemmeln sie wieder. Da auch andere Verwandte den verbrannten Jungen trösten wollten, war ihr Besuch nur kurz, und Schemmeln hatte Gelegenheit, mit ihr zu reden. Sie hieß Hazel Melville. Obwohl er es sich eigentlich nicht leisten konnte, lud er sie für den folgenden Sonntag zum Essen ein. Anfangs tat sie so, als sei sie entsetzt, doch dann lächelte sie zufrieden und nickte. Sie wohnte nicht weit vom Krankenhaus entfernt, im zweiten Stock eines Mietshauses, das dem Studentenwohnheim sehr ähnlich war. Ihre Mutter war tot. Schemmeln war befangen wegen seiner gutturalen Aussprache, denn ihr rotgesichtiger Vater, ein Gerichtsvollzieher, betrachtete ihn mit kaltem Argwohn. Offensichtlich wusste er nicht so recht, was er von Hazels Verehrer halten sollte. Wenn es wärmer gewesen wäre, hätte er sie zu einer Bootsfahrt auf dem Fluss eingeladen. Vom Wasser her wehte ein kühler Wind, doch sie trugen Mäntel, und so wurde es ein angenehmer Spaziergang. Im schwächer werdenden Licht des Abends sahen sie sich Schaufenster an. Sie ist sehr hübsch, dachte er, bis auf die dünnen, strengen Lippen, von denen sich feine Linien dauernder Unzufriedenheit in ihre Mundwinkel gruben. Sie war entsetzt, als sie von seiner Taubheit erfuhr, und lächelte unsicher, als er ihr erklärte, wie er von den Lippen abblas. Trotzdem fand er es angenehm, mit einer Frau zu sprechen, die nicht krank oder verletzt war. Sie erzählte, dass sie seit einem Jahr Kerzen ziehe. Sie hasse dies, aber es gebe ja kaum eine andere Arbeit für eine Frau. Ihre beiden älteren Cousins hätten für gutes Geld Arbeit bei Wells & Company gefunden, ergänzte sie verärgert. Wells & Company hat von der Armee von Indiana den Auftrag bekommen, zehntausend Fassmusketengeschosse zu gießen. Wenn die doch nur Frauen beschäftigen würden. Sie aßen in einem kleinen Restaurant, das Cook ihm empfohlen hatte, weil es billig war und hell, sodass er ihre Lippen gut sehen konnte. Es schien ihr zu schmecken, allerdings ließ sie die Brötchen zurückgehen, weil sie nicht frisch seien, wie sie dem Kellner in scharfem Ton zu verstehen gab. Als sie in ihre Wohnung zurückkehrten, war ihr Vater nicht zu Hause. Sie machte es scheinbar leicht, sie zu küssen, und ging bereitwillig darauf ein, sodass es ihm ganz natürlich erschien, sie durch die Kleider hindurch zu streicheln und sie schließlich auf dem unbequemen Fransensofa zu lieben. Aus Angst, ihr Vater könne zurückkommen, ließ sie das Licht an, und sie zog sich auch nicht aus, sondern schob nur Rock und Unterrock über die Taille hoch. Ihr weiblicher Geruch wurde überlagert vom Myrtenduft des Paraffins, in das ihr sechs Tage der Woche doch dertauchte. Schämen nahm sie hart und schnell, ohne die geringste Freude dabei zu empfinden, beständig die Gefahr einer ärgerlichen Unterbrechung durch den Gerichtsvollzieher vor Augen. Er verspürte nicht mehr menschliche Nähe als bei der Frau im Bordell. Danach dachte er sieben Wochen lang kein einziges Mal an Hazel. Doch eines Nachmittags regte sich wieder das vertraute Verlangen, und er ging in die Kerzenfabrik, um sie zu besuchen. Die Luft im Inneren war heiß vom Fettdampf und schwer vom konzentrierten Myrtenduft. Hazel Melville wurde wütend, als sie ihn sah. Ich darf doch hier keinen Besuch haben! Willst du, dass sie mich entlassen? Doch bevor er ging, sagte sie ihm noch schnell, dass sie sich nicht mehr mit ihm werde treffen können, denn in den Wochen, in denen er nichts hatte hören lassen von sich, sei sie einem anderen Mann versprochen worden, einem, den sie schon lange kenne. Er habe einen gehobenen Beruf, er sei ein Buchhalter, sagte sie zu ihm, und versuchte gar nicht, ihre Befriedigung zu verbergen. Im Grunde genommen lenkte ihn sein körperliches Verlangen weniger ab, als er erwartet hatte. Er richtete alles, seine Sehnsucht und sein Verlangen, seine Hoffnungen und seine Glückserwartungen, seine Kraft und seine Fantasie auf das Studium der Medizin. Cook sagte mit unverhülltem Neid, dass Robert J. Cole der geborene Medizinstudent sei, und Shaman widersprach ihm nicht, hatte er doch sein ganzes Leben auf etwas gewartet, das er hier in Cincinnati gefunden hatte. Er gewöhnte es sich an, im Obduktionssaal vorbeizuschauen, so oft er eine freie Stunde hatte, manchmal allein, doch öfter mit Cook oder Billy Henry, um ihnen bei der Verbesserung ihrer Seziertechnik zu helfen oder ihnen etwas zu demonstrieren, das sie in einem Buch gelesen oder in einer Vorlesung gehört hatten. Schon bald nach der ersten Anatomiestunde hatte Dr. McGowan Shaman gebeten, Studenten, die Schwierigkeiten hatten, zu helfen. Shaman wusste, dass er auch in den anderen Fächern exzellente Noten hatte, und inzwischen nickte ihm sogar Dr. Mikes freundlich zu, wenn sie sich auf dem Gang begegneten. Die Leute hatten sich an sein anders sein gewöhnt. Manchmal kam es vor, dass er, wenn er sich während einer Vorlesung oder im Labor stark konzentrierte, nach alter Gewohnheit vor sich hin zu summen begann, ohne es zu merken. Bei einer solchen Gelegenheit hatte Dr. Bourbon einmal seinen Vortrag unterbrochen und gesagt, hören Sie auf zu summen, Mr. Cole. Anfangs hatten die anderen Studenten noch gekichert, doch sie gewöhnten es sich bald an, ihn am Arm zu berühren oder ihn scharf anzusehen, damit er verstummte. Es machte ihm Freude, alleine durch die Krankensäle zu gehen. Eines Tages beklagte sich eine Patientin, dass er an ihr vorbeigegangen sei, ohne sie zu beachten, obwohl sie wiederholt seinen Namen gerufen habe. Um sich selbst zu beweisen, dass seine Taubheit den Patienten nicht unbedingt zum Nachteil gereichen musste, gewöhnte er es sich nach diesem Vorwurf an, bei jedem Bett kurz stehen zu bleiben, die Hände des Patienten zu ergreifen und ein paar tröstende Worte zu sagen. Das Thron der Gespenst der Probezeit hatte er längst hinter sich gelassen, als Dr. McGowan ihm eines Tages für die Sommerferien im Juli und August eine Stelle im Krankenhaus anbot. McGowan gestand ihm freimütig, dass er und Dr. Bourbon nah daran gewesen seien, um seine Dienste zu wetteifern, dann aber zu dem Entschluss gekommen seien, sich ihn zu teilen. Sie würden den Sommer über für uns beide arbeiten. Vormittags erledigen Sie für Bourbon im Operationssaal das Grobe und nachmittags helfen Sie mir, seine Fehler zu sezieren. Es war eine großartige Chance, das sah Schämmen sofort, und mit dem bescheidenen Gehalt würde er die Erhöhung der Studiengebühren ausgleichen können. Ich würde es sehr gern tun, sagte er zu Dr. McGowan, aber mein Vater erwartet, dass ich diesen Sommer nach Hause komme und auf der Farm helfe. Ich muss ihm erst schreiben und ihn um Erlaubnis bitten. Bonnie McGowan lächelte. Ach ja, die Farm, sagte er leicht abschätzig. Ich prophezeie Ihnen, junger Mann, dass Sie in Zukunft kaum noch zur Farmarbeit kommen werden. Soweit ich weiß, ist Ihr Vater Landarzt in Illinois, nicht wahr? Ich wollte Sie immer schon einmal danach fragen. An der Universität in Edinburgh gab es einige Jahre vor mir einen Arzt, der genauso hieß wie Ihr Vater. Ja, das war mein Vater. Er hat mir die gleiche Anekdote erzählt, die Sie in der ersten Anatomievorlesung über Sir William Ferguson erzählt haben, seine Beschreibung eines Leichnams als Haus, aus dem der Bewohner ausgezogen ist. Ich erinnere mich, dass Sie gelächelt haben, als ich die Geschichte erzählte. Jetzt verstehe ich, warum. McGowan sah ihn nachdenklich an. Wissen Sie, warum Ihr Vater Schottland verlassen hat? Schemmen merkte, dass Dr. McGowan versuchte, taktvoll zu sein. Ja, er hat es mir erzählt. Er hatte politische Schwierigkeiten und wäre beinahe nach Australien deportiert worden. Ich erinnere mich. Dr. McGowan schüttelte den Kopf. Er wurde uns immer als warnendes Beispiel vorgehalten. Jeder am University College wusste von ihm. Er war Sir Fergusons Protégé mit einer glänzenden Zukunft vor sich. Und jetzt ist der Landarzt. Wie schade. Das ist überhaupt nicht schade. Schemmen bekämpfte den aufsteigenden Ärger und schaffte am Ende sogar ein Lächeln. Mein Vater ist ein großartiger Mensch, sagte er und wurde sich überrascht klar, dass das wirklich stimmte. Er erzählte Barney McGowan von Rob Jay und seiner Tätigkeit unter Oliver Wendell Holmes in Boston und von den Holzfällern und Schienenlegern, die er während seiner Wanderschaft durch den Kontinent verarztet hatte. Er erzählte ihm, wie sein Vater eines Tages mit seinem Pferd zwei Flüsse und einen Bach hatte durchschwimmen müssen, um eine Torfhütte zu erreichen, in der er dann eine Frau von Zwillingen entband. Er beschrieb die Farmhausküchen inmitten der Prärie, in denen sein Vater operiert hatte, und vergaß auch nicht zu erwähnen, wie oft Rob J. Cole auf Tischen hatte operieren müssen, die er zuvor aus den schmutzigen Hütten ins helle Sonnenlicht hinausgetragen hatte. Er erzählte, wie sein Vater von Gesetzlosen entführt und mit vorgehaltener Waffe gezwungen worden war, eine Kugel aus der Schulter eines Banditen zu entfernen. Er erzählte, wie sein Vater eines Nachts bei dreißig Grad unter null nach Hause geritten war und nur überlebt hatte, weil er abgestiegen und sich an den Schwanz seines Pferdes klammernd hinter dem Tier hergelaufen war, um die Blutzirkulation wieder in Schwung zu bringen. Bonnie McGowan lächelte. »Sie haben recht«, sagte er. »Ihr Vater ist wirklich ein großartiger Mann. Und ein beneidenswerter Vater.« »Vielen Dank, Sir.« Schemann wandte sich zum Gehen, hielt aber dann inne. »Dr. McGowan, mein Vater hat einmal eine Autopsie an einer Frau vorgenommen, die mit elf Stichen in die Brust getötet worden war. Die wunden maßen etwa neun Millimeter im Durchmesser und waren ihr mittels eines spitzen Gegenstandes mit drei scharfen Kanten zugefügt worden. Können Sie sich vorstellen, was das war?« Der Pathologe überlegte. Offensichtlich interessierte ihn die Frage. »Volleicht war es ein medizinisches Instrument. Da gibt es das Bärsche Messer, ein dreischneidiges Skalpell, das zur Operation von Katarakten und Defekten der Augenhornhaut verwendet wird. Aber die Wunden, die Sie beschreiben, waren zu groß, um von einem Bärschen Messer zu stammen. »Vielleicht gehen Sie auf ein Bisturi zurück. Waren die Wunden einheitlich groß?« »Nein. Die Einstiche ließen erkennen, dass es sich um einen spitz zulaufenden Gegenstand gehandelt haben muss.« »So ein Bisturi gibt es nicht. Vielleicht stammen die Wunden doch nicht von einem medizinischen Instrument.« Schemann zögerte. »Könnten Sie von einem Gegenstand herrühren, den gewöhnlich eine Frau benutzt?« »Von einer Stricknadel oder etwas Ähnlichem.« »Das ist natürlich möglich, aber mir fällt auch kein Haushaltsgegenstand ein, der solche Wunden verursachen könnte.« Dr. McGowan lächelte. »Lassen Sie mich eine Weile über das Problem nachdenken, und wir unterhalten uns später noch einmal darüber. Und wenn Sie Ihrem Vater schreiben,« schloss er, »müssen Sie ihm herzliche Grüße von einem ausrichten, der ein paar Jahre nach ihm zu William Ferguson kam.« Schemann versprach, seinen Vater in dem notwendig gewordenen Brief zu grüßen. Die Antwort Rob Jays traf erst acht Tage vor Semesterende in Cincinnati ein, gerade noch rechtzeitig, damit Schemann die angebotene Stelle im Krankenhaus annehmen konnte. Sein Vater konnte sich an einen Dr. McGowan nicht erinnern, gab aber seiner Freude darüber Ausdruck, dass Schemann bei einem Schottenpathologie studiere, der Kunst und Wissenschaft des Sezierens bei William Ferguson gelernt hatte. Er bat seinen Sohn, den Professor auch von ihm herzlich zu grüßen und dem Mann zu bestellen, dass er seinem Sohn erlaube, im Krankenhaus zu arbeiten. Der Brief war persönlich, aber sehr kurz, und an der mangelnden Mitteilsamkeit erkannte Schemann, dass sein Vater bedrückter Stimmung war. Von Alex gab es noch immer keine Nachricht, und der Vater gestand, dass Schemanns Mutter mit jeder neuen Schlacht ängstlicher und besorgter wurde. Die Fahrt mit dem Schiff Es war Rob J. Klar, dass sowohl Jefferson Davis als auch Abraham Lincoln nicht zuletzt dadurch zu ihren Positionen aufgestiegen waren, dass sie im Krieg des Schwarzen Falken an der Vernichtung der Sougs mitgewirkt hatten. Als junger Lieutenant hatte Davis schwarzer Falke und den Medizinmann Weiße Wolke persönlich auf dem Mississippi von Fort Crawford nach Jefferson Barracks gebracht, wo sie in Ketten gelegt wurden. Lincoln hatte die Sougs mit der Miliz bekämpft, und zwar als einfacher Soldat und auch als Käpt'n. Jetzt wurden diese beiden Männer mit Mr. President angesprochen, und sie führten die eine Hälfte der amerikanischen Nation gegen die andere ins Feld. Rob J. hätte sich am liebsten aus allem herausgehalten, doch das war ihm nicht vergönnt. Der Krieg war erst sechs Wochen alt, als Stephen Hume nach Holdens Crossing geritten kam, um ihn aufzusuchen. Der ehemalige Kongressabgeordnete gab offen zu, dass er seinen Einfluss dazu genutzt hatte, als Colonel in die Army zu kommen. Er hatte seine Stellung als Rechtsbeistand der Eisenbahn in Rock Island gekündigt, um das 102. Illinois Volunteer Regiment aufzustellen, und er war gekommen, um Dr. Cole als Regimentsarzt anzuwerben. Das ist nichts für mich, Stephen. Doc, es ist nichts dagegen zu sagen, wenn man den Krieg als abstrakten Begriff ablehnt, aber jetzt ist er Realität geworden, und es gibt gute Gründe für diesen Krieg. Ich glaube nicht, dass das Töten vieler Menschen bei irgendjemandem eine Meinungsänderung über die Sklaverei und den freien Handel herbeiführen wird. Außerdem brauchen sie einen jüngeren und robusteren Kandidaten. Ich bin ein 44-jähriger Mann mit einem Schmerbauch. Er hatte tatsächlich zugenommen. Früher, als er entflorene Sklaven in seiner Nische versteckte, hatte er es sich angewöhnt, auf dem Weg durch die Küche etwas in die Taschen zu stecken, eine gebackene Süßkartoffel, ein Stück Brathähnchen, ein paar Rosinenbrötchen, um es den Flüchtlingen zu geben. Heutzutage stibitzte er immer noch Essen, doch jetzt verspeiste er es selbst, wenn er im Sattel saß. Oh nein, ich möchte Sie, wie dick und zart beseitet Sie auch sein mögen, widersprach Hume, und außerdem gibt es in der ganzen verdammten Army zurzeit nur neunzig Sanitätsoffiziere. Das bedeutet eine große Chance für Sie. Sie fangen als Käpt'n an und sind, bevor Sie sich's versehen, Major. Ein Arzt wie Sie macht da zwangsläufig Karriere. Rob J. schüttelte den Kopf. Doch da Stephen Hume mochte, streckte er ihm die Hand hin. Ich wünsche Ihnen eine gesunde Rückkehr, Colonel. Hume lächelte schief und drückte ihm die Hand. Ein paar Tage später hörte Rob J. in der Gemischtwarenhandlung, dass Tom Beckerman als Arzt für das 102. Regiment verpflichtet worden war. Drei Monate lang hatten beide Seiten nur Krieg gespielt, aber im Juli zeichnete sich ab, dass eine groß angelegte Konfrontation bevorstand. Viele waren immer noch überzeugt, dass der Spuk schnell vorüber sein würde, doch diese erste Schlacht war eine Sensation für die Nation. Rob J. verschlang die Zeitungsberichte ebenso begierig wie diejenigen, die den Krieg liebten. Mehr als 30.000 Unionssoldaten unter General Irving McDowell standen bei Manassas in Virginia, 25 Meilen südlich von Washington, 20.000 Konföderierten unter General Pierre G. T. Beauregard gegenüber. Etwa 11.000 weitere Konföderierte befanden sich unter General Joseph E. Johnston im Shenandoah Valley in Kampfstellung gegen ein Unionsheer von 14.000 Mann, das von General Robert Patterson befehligt wurde. Am 21. Juli führte McDowell, in der Annahme, dass Patterson, Johnston in Atem halten werde, seine Armee in der Nähe von Sudley Four am Bull Run Creek gegen die Südstaatler. Es war alles andere als ein Überraschungsangriff. Unmittelbar bevor McDowell losstürmte, ließ Johnston, Patterson stehen und vereinigte seine Truppen mit denen Boregars. Der Schlachtplan der Nordstaaten war so bekannt, dass Kongressabgeordnete und Verwaltungsangestellte mit Kind und Kegel aus Washington nach Manassas hinausgeströmt waren, wo sie Picknicks veranstalteten und der Begegnung entgegenfieberten, als handel es sich um ein Wettrennen. Dutzende von Zivilisten waren von der Army angeheuert worden, um mit gespannen und leichten, vierrädrigen Wagen bereitzustehen, die als Krankenfahrzeuge benutzt werden sollten, falls es Verwundete gäbe. Viele dieser Ambulanzfahrer brachten ihren Whisky zu dem Picknick mit. Vor den Augen des faszinierten Publikums warfen sich McDowells Männer der vereinigten Streitkraft der Konföderierten entgegen. Auf beiden Seiten waren die Soldaten größtenteils Neulinge, die mit mehr Eifer als Können kämpften. Die Konföderierten zogen sich ein Stück zurück, hielten dann die Stellung und sahen zu, wie sich die Nordstaatler in mehreren verzweifelten Attacken aufrieben. Dann befahl Beauregard einen Gegenangriff. Die erschöpften Unionstruppen wichen zurück und rannten schließlich in wilder Flucht davon. Die Schlacht war nicht das, was die Zuschauer sich erwartet hatten. Der Lärm des Gewehrfeuers und der Artillerie sowie die Schreie waren schrecklich. Der Anblick war noch schrecklicher. Anstatt einer Sportveranstaltung erlebte das Publikum, wie Männern Köpfe und Gliedmaßen abgerissen wurden und Eingeweide aus ihren Bäuchen quollen. Den tausendfachen Tod. Einige Zivilisten fielen in Ohnmacht, andere weinten. Alle versuchten zu fliehen, aber eine explodierende Mine jagte einen Wagen in die Luft und tötete das vorgespannte Pferd, wodurch der Hauptzufahrtsweg blockiert wurde. Die meisten der Ambulanzfahrer waren, ob nüchtern oder betrunken mit leerem Wagen davon gerast. Die wenigen, die versuchten, Verwundete zu bergen, sahen sich in einem Meer von Zivilfahrzeugen und scheunden Pferden gefangen. Die Schwerverletzten blieben auf dem Schlachtfeld liegen und schrien, bis sie starben. Manche der Ambulanzfahrzeuge brauchten mehrere Tage, um mit ihrer Fracht nach Washington zu kommen. In Holdens Crossing goss der Sieg der Konfederierten Wasser auf die Mühle der Südstaaten-Sympathisanten. Rob J. war über die sträfliche Vernachlässigung der Opfer mehr bestürzt als über die Niederlage. Im Frühherbst wurde die Bilanz der Schlacht am Bullrun Creek bekannt, fast 5000 Tote, Verwundete oder Vermisste, wobei so manches Leben durch mangelnde Versorgung ausgelöscht worden war. Als Rob J. und J. Geiger eines Abends zusammen in der Coltschen Küche saßen, vermieden sie es tunlichst, über die Schlacht selbst zu sprechen. Sie unterhielten sich über die Neuigkeit, dass Lillians Cousin Judah Benjamin zum Kriegsminister der Konfederierten berufen worden sei, und sie waren völlig einer Meinung, dass es grausam und unklug von einer Armee sei, sich nicht um ihre Verwundeten zu kümmern. So schwierig das auch ist, sagte J., wir dürfen nicht zulassen, dass dieser Krieg unsere Freundschaft zerstört. Nein, natürlich nicht. Der Krieg wird sie vielleicht nicht zerstören, dachte Rob J., aber strapaziert und beeinträchtigt ist sie bereits. Er erschrak, als Geiger ihn beim Abschied umarmte und fest an sich drückte. Deine Familie steht mir ebenso nah wie meine eigene, sagte J. mit erstickter Stimme. Ich würde für ihr Wohlbefinden alles tun. Am nächsten Tag, als Lillian mit trockenen Augen in der Küche der Colts saß und ihnen erzählte, dass ihr Mann bei Tagesanbruch in Richtung Süden aufgebrochen sei, um sich in den Dienst der Konfederierten zu stellen, verstand er J.s Abschiedsstimmung. Es kam Rob J. so vor, als habe die ganze Welt das Grau der Konfederierten-Uniform angelegt. Obwohl er sein möglichstes tat, hustete sich Julia Blackmer, die Frau des Pfarrers zu Tode, noch ehe die Winterluft dünn und kalt wurde. Sidney Blackmer weinte, als er auf dem Friedhof die Gebete sprach und als die erste Schaufel Erde auf Julias Kiefern-Sarg fiel, presste Sarah Rob J.'s Hand so fest, dass es schmerzte. Die Mitglieder der Gemeinde vereinbarten, ihren Seelsorger zu unterstützen, und Sarah teilte die Frauen so ein, dass Mr. Blackmer stets mitfühlende Gesellschaft oder eine warme Mahlzeit hatte. Rob J. meinte, dass der Reverend vielleicht ein bisschen Ruhe in seinem Gram haben solle, doch der Witwer schien dankbar für die Anteilnahme. Vor Weihnachten erzählte Martha Miriam Ferocia Rob J. von dem Brief einer Frankfurter Anwaltskanzlei, in dem ihr der Tod ihres Vaters, Ernst Brotknecht, mitgeteilt worden sei. Er habe testamentarisch den Verkauf des Frankfurter Wagenbauwerks und der Münchner Kutschenfabrik verfügt, und nun warte eine beträchtliche Summe auf seine Tochter, die frühere Andrea Brotknecht. Rob J. sprach ihr zum Tod ihres Vaters, den sie seit Jahren nicht mehr gesehen hatte, sein Beileid aus. Dann sagte er, meine Güte, Mutter Oberin, dann sind sie ja reich. Nein, antwortete sie ruhig. Sie habe versprochen, all ihre weltlichen Güter der Heiligen Mutter Kirche zu überlassen, als sie den Schleier nahm und bereits die Papiere unterzeichnet, mit denen sie die Erbschaft in die Hände ihres Erzbischofs lege. Rob J. verstand die Welt nicht mehr. Im Lauf der Jahre, in denen er mit angesehen hatte, wie die Nonnen darbten, hatte er dem Konvent immer wieder kleine Geschenke gemacht. Die Härte ihres Daseins, die strenge Rationierung ihres Essens und das Fehlen aller Dinge, die auch nur im Entferntesten als Luxus angesehen werden konnten, hatten ihn zutiefst gedauert. Ein bisschen Geld würde den Schwestern ihres Ordens eine Verbesserung der Lebensumstände bescheren. Wenn sie die Erbschaft schon nicht selbst annehmen konnten, hätten sie wenigstens an ihre Nonnen denken können. Doch sie ließ den Vorwurf nicht gelten. Armut ist ein wesentlicher Bestandteil ihres Lebens, erklärte sie, und nickte mit provozierend christlicher Nachsicht, als er sich abrupt verabschiedete und davonritt. Mit Jasons Fortgang hatte sein Leben viel an Wärme verloren. Er hätte auch weiterhin mit Lillian musizieren können, aber Klavier und Gamble klangen ohne die melodiöse Verstärkung durch Jays Violine seltsam hohl, und so vermieden sie es, allein zu spielen. In der ersten Woche des Jahres 1862, in einem Augenblick als Rob J. sich besonders unzufrieden fühlte, freute er sich, einen Brief von Harry Loomis aus Boston zu bekommen. Dem Schreiben lag die Übersetzung eines Artikels bei, der von einem ungarischen Arzt namens Ignaz Semmelweis in Wien veröffentlicht worden war. Der Aufsatz, der den Titel trug »Ethiologie – Begriff und Prophylaxe des Kindbettfiebers«, untermauerte im Wesentlichen die Vorgehensweise von Oliver Wendell Holmes in Amerika. Im Wiener Allgemeinen Krankenhaus war Semmelweis zu dem Schluss gekommen, dass Kindbettfieber, dem zwölf von hundert Müttern zum Opfer fielen, übertragbar war. Wie Holmes Jahrzehnte vor ihm hatte er festgestellt, dass die Ärzte selbst diese Krankheit verbreiteten, weil sie sich die Hände nicht reinigten. Harry Loomis schrieb, dass sein Interesse an Methoden, die Infektionen von Wunden und bei chirurgischen Eingriffen vermeiden halfen, ständig wachse. Er fragte an, ob Rob J. mit den Untersuchungen von Dr. Milton Ackerson vertraut sei, der sich im Hospital of the Mississippi Valley in Cairo, Illinois, das doch nicht allzu weit von Holdens Crossing entfernt sei, mit diesem Problem befasse. Rob J. hatte noch nichts von Dr. Ackersons Arbeit gehört, aber nachdem er davon erfahren hatte, wäre er am liebsten sofort nach Cairo gefahren, um sich zu informieren. Doch monatelang ergab sich keine Gelegenheit und er ritt durch den Schnee zu seinen Hausbesuchen. Als die Frühlingsregenfälle kamen, entspannte sich schließlich die Lage. Martha Miriam versprach Rob, dass sie und die Schwestern sich um seine Patienten kümmern würden, und so ritt Rob J. am 9. April, einem Mittwoch, auf Boss über schlammige Straßen bis nach Rock Island, wo er das Pferd in einem Stall unterstellte. Bei Einbruch der Dämmerung ging er auf ein Floß, wo er die Nacht, während sie den Mississippi hinunterfuhren, im Schutz der Flößerhütte neben dem Ofen auf den Stämmen verbrachte. Als er am nächsten Morgen in Cairo an Land ging, waren seine Muskeln und Gelenke steif. Es regnete noch immer. Cairo war in einem schrecklichen Zustand. Die Felder waren überflutet und viele Straßen standen unter Wasser. Rob J. wusch sich gründlich in einem Gasthaus, wo er auch ein kärgliches Frühstück bekam, und suchte dann das Hospital of the Mississippi Valley. Dr. Ackerson war ein dunkelhäutiger kleiner Mann mit Brille, dessen dicker Schnurrbart über die Backen bis zu den Koteletten reichte. Eine alberne Mode, die Ambrose Burnside populär gemacht hatte. Seine Brigade hatte am Bullrun Creek den ersten Angriff gegen die Konföderierten geführt. Der Arzt begrüßte Rob J. höflich und war sichtlich erfreut, dass seine Arbeit sogar die Aufmerksamkeit von Kollegen im fernen Boston erregt hatte. Die Luft im Krankenhaus roch scharf nach Chlorwasserstoff, von dem er glaubte, er könne die Infektionen verhindern, die Verwundeten so oft den Tod brachten. Rob J. registrierte, dass der Geruch dessen, was Dr. Ackerson sein Desinfektionsmittel nannte, zwar einige der unangenehmen Gerüche des Hospitals übertünchte, doch reizte der Chlorwasserstoff seine Nase und seine Augen in unangenehmer Weise. Schon bald erkannte er, dass auch dieser Arzt kein Wundermittel entdeckt hatte. Manchmal scheint es wirklich etwas zu nützen, die Wunden mit Chlorwasserstoff zu behandeln, aber dann wieder … Dr. Ackerson zuckte mit den Schultern. Er habe damit experimentiert, Chlorwasserstoff in die Luft des Operationssaales und der Stationen zu sprühen, erzählte er Rob J. Dies jedoch wieder eingestellt, da die Dämpfe das Sehen und Atmen erschwerten. Jetzt beschränke er sich darauf, Kompressen damit zu tränken und sie direkt auf die Wunden zu legen. Er glaube, dass der Wundbrand und andere Infektionen durch Eiterkorpuskeln verursacht würden, die wie Staubteilchen in der Luft schwebten und dass die getränkten Kompressen diese von den Wunden abhielten. Ein Pfleger kam mit einem kompressenbeladenen Tablett vorbei. Eine fiel zu Boden. Dr. Ackerson hob sie auf, wischte sie mit der Hand ab und zeigte sie Rob J. Es handelte sich um eine ganz gewöhnliche Kompresse aus Baumwollstoff, der mit Chlorwasserstoff getränkt war. Als Rob J. sie Dr. Ackerson zurückgab, legte dieser sie auf das Tablett zu den anderen. »Es ist ein Jammer, dass wir nicht feststellen können, warum es manchmal funktioniert und dann wieder nicht«, seufzte er. Ihr Gespräch wurde von einem jungen Arzt unterbrochen, der seinen Vorgesetzten informierte, dass Mr. Robert Francis, ein Beauftragter der United States Sanitary Commission, ihn in einer sehr dringenden Angelegenheit zu sprechen wünsche. Als Dr. Ackerson Rob J. zur Tür begleitete, trafen sie Mr. Francis, der auf dem Korridor wartete. Rob J. kannte und schätzte die Sanitary Commission, eine zivile Einrichtung, die es sich zur Aufgabe gemacht hatte, Spenden aufzutreiben und Pflegepersonal anzuwerben. Der Mann berichtete, dass bei Pittsburgh Landing in Tennessee, 30 Meilen nördlich von Corrant, Mississippi, eine zweitägige Schlacht stattgefunden habe. Die Verluste sind schrecklich. Viel höher als am Bull Run Creek. Wir haben Freiwillige als Pflegepersonal gewonnen, aber es herrscht ein schlimmer Mangel an Ärzten. Dr. Ackerson sah den Beauftragten kummervoll an. Die meisten unserer Ärzte stehen bereits im Kriegsdienst. Hier ist keiner mehr zu entbehren. Ich bin Arzt, sagte da Rob J. unvermittelt, und ich kann mitkommen. Mit drei weiteren Ärzten aus nahegelegenen Städten und fünfzehn Zivilisten, die keine Ahnung von Krankenpflege hatten, ging Rob J. um die Mittagszeit an Bord des Postschiffes City of Louisiana, das durch den Nebel über dem Ohio River stampfte. Um fünf Uhr nachmittags erreichten sie Paducah, nahe dem Kentucky Lake, und fuhren in den Tennessee River ein. Im Dunkel der Nacht passierten sie ungesehen Fort Henry, das Ulysses S. Grant einen Monat zuvor eingenommen hatte. Den ganzen nächsten Tag tuckerten sie an Ortschaften, vollen Lagerschuppen und überfluteten Feldern vorbei. Es war fast finster, als sie um fünf Uhr Pittsburgh Landing erreichten. Rob J. zählte bei ihrer Ankunft vierundzwanzig Dampfschiffe, einschließlich zweier Kanonenboote. Als die Mediziner-Truppe ausstieg, stellten sie fest, dass das Flussufer durch einen Unionsrückzug am Sonntag in eine Schlammwüste verwandelt worden war. Sie sanken fast bis zu den Knien ein. Rob J. wurde eingeteilt, auf der Warhawk weiterzufahren, einem Schiff, auf das vierhundertundsechs verwundete Soldaten gebracht wurden. Es waren schon fast alle an Bord, als er zustieg, und sie legten ohne Verspätung ab. Der erste Offizier erklärte Rob J. grimmig, dass die enorm hohe Verwundetenzahl nach der Schlacht zu einer Überfüllung sämtlicher Krankenhäuser in ganz Tennessee geführt habe. Die Warhawk müsse ihre Passagiere auf dem Tennessee River viele hunderte von Meilen flussabwärts zum Ohio River und auf diesen bis nach Cincinnati bringen. Überall lagen Verwundete. Unten in den Offiziers- und Passagierkabinen, aber auch dicht an dicht auf dem Deck im immer noch strömenden Regen. Rob J. und ein Sanitäts-Offizier namens Jim Sprake waren die einzigen Ärzte. Das ganze Behandlungsmaterial war in einer Kabine verstaut worden, und die Reise dauerte noch keine zwei Stunden, als Rob J. feststellte, dass der für medizinische Zwecke gedachte Brandy diebische Liebhaber fand. Der militärische Kommandant des Schiffes war ein junger Oberleutnant namens Crittenden, dessen Blick vom Erlebnis der Schlacht noch getrübt war. Rob J. überzeugte ihn, dass die Kabine eine bewaffnete Wache benötige, und dem Wunsch wurde sofort entsprochen. Rob J. hatte seine Arzttasche aus Holden's Crossing dabei. Zu seiner medizinischen Ausrüstung gehörte auch ein Chirurgenbesteck, und er bat, einige der Instrumente schärfen zu lassen, doch er hatte nicht die Absicht, sie zu benutzen. Die Reise ist auch so schon eine ungeheure Strapaze für die Verwundeten, sagte er zu Sprake. Ich finde, wir sollten Operationen soweit möglich verschieben, bis wir die Leute in ein Krankenhaus bringen können. Sprake gab ihm Recht. Ich verstehe sowieso nicht viel vom Schneiden, erklärte er. Er hielt sich im Hintergrund und ließ Rob J. die Entscheidungen fällen. Rob J. kam zu dem Schluss, dass Sprake auch nicht viel von sonstigen Behandlungsmethoden verstand, also setzte er ihn dazu ein, Verbände zu wechseln und dafür zu sorgen, dass die Patienten Suppe und Brot bekamen. Rob J. erkannte bald, dass in einigen Fällen eine sofortige Amputation unumgänglich war. Die Freiwilligen waren eifrig, aber unerfahren, Buchhalter, Lehrer und Stallburschen, die sich nun mit Blut, Schmerz und Tragödien konfrontiert sahen, die sie sich in ihren schlimmsten Träumen nicht ausgemalt hatten. Rob J. versammelte einige von ihnen als Helfer um sich und wies die übrigen an, Sprake dabei zu unterstützen, Verbände zu erneuern, Kompressen zu wechseln, den durstigen Wasser zu bringen und diejenigen, die auf dem Deck lagen, so gut es ging, mit allen verfügbaren Decken und Mänteln gegen den eisigen Regen zu schützen. Rob J. wäre es am liebsten gewesen, die Verwundeten der Reihe nach zu untersuchen, aber dazu kam er nicht. Stattdessen eilte er von Patient zu Patient, sobald ihm mitgeteilt wurde, dass es um den entsprechenden schlecht stand. Theoretisch hätte es um keinen der Männer, die an Bord der Warhawk waren, so schlecht stehen dürfen, dass er die Reise nicht überstanden hätte, doch schon kurz nach der Abfahrt starben mehrere. Rob J. ließ die Kabine des zweiten Mats räumen und begann dort, im Licht von vier Laternen zu amputieren. Schon in der ersten Nacht entfernte er vierzehn Gliedmaßen. Viele Verwundete waren bereits amputiert worden, bevor sie an Bord gekommen waren, und als er diese untersuchte, stellte er bestürzt fest, wie unsachgemäß der Eingriff meistens durchgeführt worden war. Ein neunzehnjähriger Junge namens Peter hatte sein rechtes Bein bis zum Knie, sein linkes Bein bis zur Hüfte und seinen rechten Arm zur Gänze eingebüßt. Irgendwann während der Nacht begann der linke Beinstumpf zu bluten. Vielleicht hatte er aber auch schon geblutet, als der Junge an Bord kam. Er gehörte zu den ersten Toten. »Papa, ich habe es versucht,« schluchzte ein Soldat mit langen, goldblonden Haaren und einem Loch im Rücken, aus dem die Wirbelsäule weiß wie eine Forellengräte hervorschimmerte. »Ich habe es wirklich versucht.« »Ja, das hast du. Du bist ein guter Sohn«, Rob J. streichelte ihm über den Kopf. Manche schrien, manche hüllten sich in Schweigen wie in eine Rüstung, manche weinten und stammelten wirres Zeug. Mit der Zeit setzte Rob J. den Hergang der Schlacht aus den Mosaiksteinen all ihrer schrecklichen Erlebnisse zusammen. Grant hatte mit 42.000 Mann bei Pittsburgh Landing auf General Don Carlos Buells Truppen gewartet. Beauregard und Albert Johnston beschlossen, Grant zu erledigen, bevor Buell eintraf, und so fielen 40.000 Konföderierte über die bivakierenden Unionstruppen her. Grants vorderste Linie wurde an beiden Flügeln zurückgedrängt, aber die Mitte, bestehend aus Soldaten aus Iowa und Illinois, hielt dem Gemetzel stand. Die Rebellen hatten am Sonntag viele Gefangene gemacht. Die Unionsstreitkraft wurde zum Fluss zurückgetrieben und dort ins Wasser, wo das gegenüberliegende Steilufer einen weiteren Rückzug unmöglich machte. Doch am Montagmorgen, als die Konföderierten reinen Tisch machen wollten, tauchten plötzlich aus dem Nebel Boote auf, mit 20.000 Mann Verstärkung von Buell, und das Blatt wendete sich. Am Ende dieses wilden Kampftages zogen sich die Südstaatler nach Corrin zurück. Als die Dämmerung hereinbrach, war das Schlachtfeld, soweit das Auge vom Turm der Charlotte Church ausreichte, mit Leichen übersät. Nur wenige der Verwundeten wurden geborgen und auf Schiffe gebracht. Am Morgen glitt die Warhawk an Wäldern vorbei, deren Bäume junge, hellgrüne Blätter und dicke Mistelkugeln trugen. An sprießenden Feldern und dann und wann an einem Pfirsichhain in weißer Blütenpracht. Doch Rob J. sah von alledem nichts. Der Kapitän hatte vorgehabt, nur am Vormittag in einer Stadt anzulegen, um den Holzvorrat aufzufüllen. Während dieser Zeit sollten die Freiwilligen an Land gehen und so viel Wasser und Lebensmittel beschaffen wie möglich, aber Rob J. und Jim Sprague überredeten ihn dazu, auch Mittagshalt zu machen und nachmittags noch einmal, denn das Wasser war sehr schnell verbraucht. Die Verwundeten hatten Durst. Zu Rob J.s Verzweiflung gelang es den Freiwilligen nicht, hygienische Zustände zu schaffen. Viele der Soldaten hatten schon vor ihrer Verwundung an Ruhe gelitten. Die Männer entleerten Blase und Darm, wo sie lagen, und es war unmöglich, sie zu säubern. Es gab keine Ersatzkleidung, und so klebten die Exkremente an ihren Körpern, während sie im kalten Regen lagen. Die Pfleger verbrachten den größten Teil ihrer Zeit damit heiße Suppe zu verteilen. Am zweiten Nachmittag hörte der Regen auf, und die Sonne brach durch die Wolken. Rob J. begrüßte die Wärme mit großer Erleichterung, doch der Dunst, der nun entstand, verstärkte den Geruch, der von den Decks und den Menschen ausging, um ein Vielfaches. Der Gestank war fast greifbar. Manchmal, wenn das Schiff anlegte, kamen patriotische Bürger mit Decken, Wasser und Lebensmitteln an Bord. Sie blinzelten. Tränen traten ihnen in die Augen, und sie flüchteten so schnell wie möglich wieder an Land. Rob J. ertappte sich bei dem Wunsch, ein paar Fässer von Dr. Ackessons Chlorwasserstoff zur Verfügung zu haben. Männer starben und wurden in Laken eingenäht, die vor Dreck standen. Rob J. amputierte noch in einem Dutzend weiterer Fälle, die unaufschiebbar waren, und als sie ihr Ziel erreichten, befanden sich unter den 38 Toten acht, die er operiert hatte. Sie legten früh am Dienstagmorgen in Cincinnati an. Rob J. hatte dreieinhalb Tage nicht geschlafen und so gut wie nichts gegessen. Plötzlich ohne Aufgabe stand er auf dem Pier und sah zu, wie andere die Patienten in Gruppen aufteilten, die zu den verschiedenen Krankenhäusern gebracht wurden. Als ein Karren für das Southwestern Ohio Hospital mit Verwundeten beladen wurde, kletterte Rob J. hinauf und setzte sich zwischen zwei Tragbaren auf den Boden. Als die Patienten ausgeladen wurden, wanderte er durch das Hospital, sehr langsam, denn die Luft in Cincinnati schien so dick wie Pudding zu sein. Das Personal musterte den unrasierten Riesen, von dem ein intensiver Gestank ausging, mit schälen Blicken. Als ein Pfleger ihn anfuhr, was er hier zu suchen habe, fragte er nach Shaman. Er wurde zu einem kleinen Balkon geführt, von dem aus man in den Operationssaal hinunterschauen konnte. Man hatte bereits begonnen, die Patienten von der Warhawk zu operieren. Vier Männer standen um einen Tisch, und Rob J. sah, dass einer von ihnen Shaman war. Eine kurze Weile sah er ihnen bei ihrer Arbeit zu, dann überschwemmte ihn eine warme Woge der Müdigkeit, und er ließ sich von ihr davontragen. Später erinnerte er sich nicht daran, dass er aus dem Krankenhaus in Shams Zimmer gebracht und ausgezogen worden war. Den Rest des Tages und die ganze Nacht schlief er, ohne es zu wissen, im Bett seines Sohnes. Als Rob J. aufwachte, war es Mittwoch, und die Welt glänzte in strahlendem Sonnenschein. Während er sich rasierte und ein Bad nahm, brachte Shams Freund, ein hilfsbereiter junger Mann namens Cook, Rob J.'s Sachen aus der Krankenhauswäscherei, wo sie ausgekocht und gebügelt worden waren, und dann ging er, den Sohn zu holen. Shaman war schmaler geworden, machte jedoch einen gesunden Eindruck. »Hast du etwas von Alex gehört?«, fragte er sofort nach der Begrüßung. »Nein.« Shaman nickte. Er führte Rob J. in ein Wirtshaus, das ein Stück vom Krankenhaus entfernt lag, damit sie ungestört waren. Sie aßen eine ausgiebige Mahlzeit, die aus Eiern, Kartoffeln und einem großen Stück Fleisch bestand, und tranken einen dünnen Kaffee, der zum Großteil aus getrockneter Zichorie gebraut worden war. Shaman ließ seinem Vater Zeit, den ersten heißen, bitteren Schluck zu trinken, ehe er begann, Fragen zu stellen, und der Beschreibung der Reise auf der Warhawk mit großem Interesse zu folgen. Rob J. erkundigte sich nach den Fortschritten in der Ausbildung und sagte, wie stolz er auf seinen Sohn sei. »Zu Hause habe ich ein altes blaues Stahlskalpell, erinnerst du dich?« »Das Uralte, das du Rob J.'s Messer nennst? Das seit Jahrhunderten in Familienbesitz sein soll?« »Ja, das meine ich. Und es ist wirklich seit Jahrhunderten in Familienbesitz. Es wird immer an den Erstgeborenen weitergegeben, der Arzt wird.« »Es gehört dir.« Shaman lächelte. »Solltest du mit diesem Geschenk nicht warten, bis ich im Dezember die Abschlussprüfung mache?« »Ich weiß nicht, ob ich dann herkommen kann. Ich gehe als Arzt zur Army.« Shammons Augen weiteten sich. »Aber du bist Pazifist? Du hast doch den Krieg!« »Das bin ich, und das tue ich,« bestätigte Rob J. mit einer Stimme, die bitterer war als der Kaffee. »Aber du siehst ja selbst, was sie einander antun.« Sie saßen noch lange zusammen, nippten an ihren inzwischen wieder gefüllten Tassen. Zwei hochgewachsene Männer, die einander in die Augen sahen und leise und ausführlich miteinander sprachen, als hätten sie alle Zeit der Welt füreinander. Doch um elf waren sie bereits wieder im Operationssaal. Der Ansturm der Verwundeten von der Warhawk überforderte sowohl die Unterbringungsmöglichkeiten des Krankenhauses als auch den Chirurgenstab. Manche Ärzte hatten die ganze Nacht bis in den Vormittag hinein durchgearbeitet, und jetzt operierte Robert Jefferson Cole einen jungen Mann aus Ohio, dessen Schädel, Schultern, Rücken, Hintern und Beine einen wahren Hagel von konföderierten Schrapnellen abbekommen hatten. Die Prozedur war zeitaufwendig und mühevoll, denn jedes Metallstückchen musste mit einem Minimum an Zerstörung des umliegenden Gewebes aus dem Fleisch herausgepult werden, und das Nähen war ebenfalls Präzisionsarbeit, denn es galt zu erreichen, dass die Muskeln wieder zusammenwachsen konnten. Die Tribüne war mit Medizinstudenten und mehreren Fakultätsmitgliedern besetzt, die die Arbeit an solch schrecklichen kriegsbedingten Fällen verfolgten. In der ersten Reihe versetzte Dr. Harold Mikes seinem Nachbarn Dr. Barnard McGowan einen Rippenstoß und wies mit seinem Kinn auf einen Mann, der, weit genug entfernt, um nicht im Weg zu stehen, aber nah genug, um alles sehen zu können, im Operationssaal stand. Groß, füllig, mit ergrauendem Haar, stand er mit verschränkten Armen da und konzentrierte sich ausschließlich auf die Vorgänge auf dem Operationstisch. Als er das selbstsichere und routinierte Vorgehen der jungen Chirurgen sah, nickte er unbewusst beifällig, und die beiden Professoren sahen einander an und lächelten. Rob J. fuhr mit dem Zug zurück und kam neun Tage nach seiner Abreise von Holden's Crossing in Rock Island an. Auf der Straße hinter dem Bahnhof traf er Paul und Roberta Williams, die in den Ort gekommen waren, um Einkäufe zu machen. »Hallo, Doc! Gerade angekommen?«, fragte Williams. »Hab gehört, Sie waren weg? Auf Urlaub?« »Ja«, Rob J. nickte. »War's schön?« Rob J. öffnete den Mund und schloss ihn wieder. Dann sagte er, »Ja, sehr schön. Danke der Nachfrage, Paul.« Er verabschiedete sich und ging zum Mietstall, um Boss zu holen und nach Hause zu reiten. Der Vertragsarzt Rob J. brauchte fast den ganzen Sommer, um sein Vorhaben vorzubereiten. Sein erster Gedanke war gewesen, es für einen anderen Arzt finanziell attraktiv zu machen, seine Praxis in Holden's Crossing zu übernehmen. Doch nach einiger Zeit musste er sich eingestehen, dass das unmöglich war, denn der Krieg hatte zu einem akuten Ärzte Mangel geführt. So blieb ihm nur, Tobias Barr zu bitten, jeden Mittwoch und bei Notfällen nach Holden's Crossing zu kommen. Bei leichteren Erkrankungen würden die Leute von Holden's Crossing zu Dr. Barr nach Rock Island fahren oder die Nonnen konsultieren müssen. Sarah tobte, weil Rob J. sich der falschen Seite anschloss und weil er überhaupt wegging. Sie betete und beriet sich mit Sydney Blackmar. »Sie sei ohne ihn völlig hilflos,« jammerte sie. »Bevor du gehst, musst du an die Unionsarmee schreiben,« drängte sie, »und anfragen, ob sie irgendwelche Unterlagen haben, dass Alex ihr Gefangener ist oder ob er als gefallen gilt.« Rob J. hatte das schon Monate zuvor getan, doch er stimmte ihr zu, dass es an der Zeit sei, nochmals nachzufragen, und kümmerte sich darum. Sarah und Lillian standen einander näher als je. Jay hatte ein erfolgreiches System ausgeklügelt, Post- und konföderierten Nachrichten durch die feindlichen Linien nach Hause zu lotsen, wahrscheinlich mit Hilfe von Flussschmugglern. Bevor die Zeitungen von Illinois die Meldung druckten, konnte Lillian bereits berichten, dass Judah Benjamin vom konföderierten Kriegsminister zum konföderierten Außenminister befördert worden sei. Einmal hatten Sarah und Rob J. mit den Geigers und Benjamin zu Abend gegessen, als Lillians Cousin nach Rock Island gekommen war, um mit Hume über einen Eisenbahnprozess zu sprechen. Benjamin hatte einen intelligenten und bescheidenen Eindruck gemacht, nicht den eines Mannes, der danach strebte, eine neue Nation anzuführen. Jay sei in Sicherheit, erzählte Lillian. Er habe den Dienstgrad eines Stabsfeldwebels und sei irgendwo in Virginia als Aufseher oder Verwalter eines Lazaretts stationiert. Als sie hörte, dass Rob J. sich der Nordstaatenarmee anschließen würde, sah sie ihn besorgt an. Ich hoffe nur, dass du und Jay nicht aufeinandertreffen, solange dieser Krieg dauert. Das ist höchst unwahrscheinlich, antwortete er und tätschelte ihre Hand. Er verabschiedete sich so unauffällig wie möglich von seinen Freunden. Martha Ferocia hörte ihm mit fast versteinerter Resignation zu. Es gehört zum Leben der Nonnen, dachte er, sich von Menschen zu verabschieden, die ein Teil ihres Lebens geworden sind. Sie gehen, wohin Gott sie schickt, und in dieser Hinsicht sind sie wie Soldaten. Er nahm das Mechomé und einen kleinen Koffer und ließ sich am Morgen des 12. August 1862 von Sarah zur Dampferanlegestelle von Rock Island bringen. Sie weinte und küsste ihn in wilder Verzweiflung wieder und wieder auf den Mund, ohne sich um die neugierigen Blicke der anderen Leute auf dem Pier zu kümmern. »Schon gut, mein Mädchen, schon gut.« Er drückte sie sanft an sich. Es schmerzte ihn, sie zu verlassen, und so empfand er es als Erleichterung, an Bord zu gehen und ihr zuzuwinken, als die Sirene zwei kurze Signale und ein langes ausstieß und der Dampfer in den Strom hinaussteuerte, um sich schnell zu entfernen. Er blieb fast während der ganzen Fahrtstrom abwärts auf Deck. Er liebte den Mississippi, und es machte ihm Spaß, den Regenverkehr auf dem Strom zu beobachten. Der Süden hatte kühnere und zähere Soldaten und weit bessere Generäle gehabt als der Norden, aber als die Unionstruppen in diesem Frühling New Orleans eingenommen hatten, kam das der Vorherrschaft des Nordens über den unteren und oberen Abschnitt des Mississippi gleich. Mit dem Tennessee und anderen kleineren Flüssen hatte die Union nun einen Wasserweg direkt in den verwundbaren Bauch des Südens. Ein militärischer Brückenkopf entlang dieser Wasserstraße war Cairo, wo Rob J. seine Fahrt mit der Warhawk begonnen hatte. Und hier ging er jetzt von Bord. Diesmal war die Stadt nicht überflutet, aber das machte sie kaum liebenswerter, denn tausende von Soldaten kampierten am Stadtrand und die Auswirkungen dieser konzentrierten Menschenansammlung waren in die Stadt übergeschwappt. Müll, tote Hunde und fauler Unrat türmten sich in den Straßen vor den gepflegten Häusern. Rob J. folgte dem Militärverkehr zum Lager, wo er von einem Posten aufgehalten wurde. Er wies sich aus, bat zum kommandierenden Offizier gebracht zu werden und stand kurz darauf Colonel Sibley von den 67. Pennsylvania Volunteers gegenüber. Das 67. Regiment habe bereits die zwei Ärzte, die ihm laut Verteilerschlüssel zustünden, sagte der Colonel. Es befänden sich jedoch noch drei weitere Regimente im Lager, das 42. Kansas, das 106. Kansas und das 23. Ohio. Und beim 106. Kansas sei noch eine Stelle für einen Assistenzarzt frei. Und so begab sich Rob J. als nächstes dorthin. Der kommandierende Offizier des 106. Regiments war ein Colonel namens Frederick Hilton, den Rob J. vor seinem Zelt antraf, wo er Tabakkaunt an einem kleinen Tisch saß und schrieb. Hilton wollte ihn unbedingt haben. Er stellte ihm den Dienstgrad eines Lieutenants in Aussicht und sobald wie möglich Captain und bot ihm eine Jahresverpflichtung als stellvertretender Regimentsarzt an. Doch Rob J. hatte vor seiner Abreise aus Holdens Crossing viel nachgeforscht und nachgedacht. Wenn er sich dazu entschlossen hätte, die Prüfung als Generalstabsarzt abzulegen, hätte er sich für einen Majorsrang, einen ansehnlichen Sold und eine Stellung als Sanitätsoffizier oder Stabsarzt in einem Hauptlazarett qualifiziert. Er aber wusste, was er wollte. Keine Offiziersstelle. Die Army stellt auch zivile Ärzte auf Zeit ein, und ich werde auf der Basis eines Drei-Monats-Vertrages für Sie arbeiten. Hilton zuckte mit den Achseln. Ich werde die Papiere entsprechend ausstellen. Kommen Sie nach dem Abendessen her und unterschreiben Sie. Achtzig Dollar im Monat, und Sie bringen Ihr eigenes Pferd mit. Ich kann Sie zu einem Uniformschneider in der Stadt schicken. Ich werde keine Uniform tragen. Der Colonel sah ihn befremdet an. Das wäre aber ratsam. Diese Männer hier sind Soldaten. Von einem Zivilisten werden Sie sich kaum etwas sagen lassen. Darauf lasse ich es ankommen. Colonel Hilton nickte gleichgültig und spuckte Tabaksaft auf den Boden. Dann rief er einen Sergeant zu sich und befahl ihm, Dr. Cole zum Zelt der Sanitätsoffiziere zu bringen. Sie waren erst ein paar Meter gegangen, als die ersten Töne des Zapfenstreichs erklangen. Die Zeremonie des Flaggeneinholens bei Sonnenuntergang begann. Alle Geräusche im Militärlager verstummten, als die Männer mit dem Gesicht zur Fahne zackig salutierten. Es war das erste Mal, dass Rob J. diesem feierlichen Akt beiwohnte, und er empfand ihn als bewegend, denn er spürte, dass er so etwas wie eine religiöse Gemeinschaft zwischen diesen Männern schuf, die regungslos im Salut verharrten, bis der letzte bebende Ton der Melodie verklungen war. Gleich darauf herrschte wieder rege Geschäftigkeit im Camp. Die meisten Unterkünfte waren kleine Zweimannzelte, doch der Sergeant steuerte auf eine Gruppe kegelförmiger Zelte zu, die Rob J. an Tipis erinnerten, und blieb vor einem stehen. Da sind wir, Sir. Ich danke Ihnen. Im Innern gab es nur zwei Schlafplätze, die aus auf der Erde ausgebreiteten Decken bestanden. Ein Mann, zweifellos der Regimentsarzt, lag im Tiefschlaf. Sein Körper verströmte einen säuerlichen Geruch, und sein Atem roch stark nach rum. Rob J. stellte seine Tasche auf den Boden und setzte sich daneben. Ich habe viele Fehler gemacht und mehr Dummheiten als die einen und weniger als die anderen, dachte er. Und jetzt konnte er nicht umhin, sich zu fragen, ob er nicht im Begriff stand, eine der größten Dummheiten seines Lebens zu begehen. Der Regimentsarzt hatte den Rang eines Majors und hieß G. H. Woffenden. Rob J. erfuhr sehr bald, dass der Mann nie ein Medizinstudium absolviert, jedoch eine Weile beim alten Doc Cohen gelernt und sich dann selbstständig gemacht hatte. Dass er von Colonel Hilton in Topeka rekrutiert worden war, dass Majorsgehalt sein bisher bestes regelmäßiges Einkommen darstellte und dass er sich hauptsächlich auf das Trinken konzentrierte und seinem Assistenten die tägliche Sprechstunde überließ. Diese nahm freilich fast den ganzen Tag in Anspruch, denn die Schlange der Patienten schien niemals zu enden. Das Regiment bestand aus zwei Bataillonen, das erste fünf Kompanien stark, das zweite nur drei und war vor knapp vier Monaten gebildet worden, als die gesündesten Männer bereits anderweitig in Kriegsdienst standen. Für das 106. Regiment hatte man zusammengesammelt, was übrig war, und für das zweite Bataillonen den Ausschuss aus Kansas genommen. Viele der Männer, die darauf warteten, von Rob J. behandelt zu werden, waren eigentlich schon zu alt, um Soldaten zu sein. Und viele waren noch zu jung, wie ein halbes Dutzend Burschen, die kaum über zehn Jahre alt waren. Alle befanden sich in außerordentlich schlechter Verfassung. Die häufigsten Beschwerden gingen auf Diarrue und Ruhe zurück, aber Rob J. traf auch auf die verschiedensten Arten von Fieber, auf schwere Erkältungen, die Bräunchen und Lunge in Mitleidenschaft zogen, auf Syphilis und Tripper, Delirium Tremens und andere Auswirkungen von Alkoholismus, auf Leistenbrüche und viele Fälle von Skorbut. Es gab ein Behandlungszelt, in dem sich ein geräumiger Armeetragekorb und ein großer Schrank aus Rohrgeflecht und Segeltuch befanden, wo das medizinische Zubehör aufbewahrt wurde. Nach der Inventurliste hätte dieses auch schwarzen Tee enthalten sollen, weißen Zucker, Kaffeeextrakt, Rinderbrühekonzentrat, Kondensmilch und medizinischen Alkohol. Als Rob J. Woffenden nach diesen Dingen fragte, sah der Arzt ihn beleidigt an. Wahrscheinlich gestohlen, erklärte er knapp in auffällig defensivem Ton. Schon nach den ersten Mahlzeiten begriff Rob J., weshalb so viele der Männer Leibschmerzen hatten. Er suchte den Verpflegungsoffizier auf, einen hageren Second Lieutenant namens Searing, und erfuhr von ihm, dass die Arme dem Regiment nur 18 Cent pro Mann und Tag für Essen bewilligte. Das Resultat war eine tägliche Ration von 300 Gramm fettem, gesalzenem Schweinefleisch, 60 Gramm weißen Bohnen oder Erbsen und entweder 500 Gramm Mehl oder 300 Gramm Schiffszwieback. Das Fleisch war für gewöhnlich außen schwarz und innen faulig gelb, und die Soldaten nannten den Zwieback Wurmparadies, denn die großen, dicken Kekse, die oft von Feuchtigkeit aufgequollen waren, boten Maden und Würmern ein wahres Dorado. Jeder erhielt seine Ration roh und bereitete sie sich selbst über einem kleinen Lagerfeuer zu, wobei er die Bohnen kochte und das Fleisch, den zerkrümelten Zwieback, ja sogar das Mehl in Schweinefett briet. In Verbindung mit dem schlechten Gesundheitszustand verursachte diese Art von Diät in Tausenden von Bäuchen einen Tumult, und es gab keine Latrinen. Die Männer erleichterten sich meist hinter ihren Zelten, und viele, die an Durchfall litten, schafften es nur bis zu dem Raum zwischen ihrem und dem Nachbarzelt. Der Geruch im Camp erinnerte an den auf der Warhawk, und Rob J. kam zu dem Schluss, dass die gesamte Army nach Exkrementen stank. Es war ihm klar, dass er gegen die Verpflegung nichts tun konnte, jedenfalls nicht im Moment, aber er war entschlossen, die hygienischen Bedingungen zu verbessern. Am nächsten Nachmittag ging er nach der Sprechstunde zu einem Sergeant der C-Kompanie des 1. Bataillons, der gerade dabei war, ein halbes Dutzend Soldaten in der Handhabung des Bajonetts zu unterweisen. »Sergeant, wissen Sie, wo Schaufeln sind?« »Schaufeln?« »Ja, das weiß ich schon,« antwortete der Mann vorsichtig. »Sehr gut. Ich möchte, dass Sie jedem dieser Männer eine geben. Sie sollen einen Graben ziehen.« »Einen Graben, Sir?« Der Sergeant musterte die Gestalt in dem ausgebeulten Anzug und dem verknitterten Hemd neugierig. »Ja, einen Graben,« nickte Rob J. »Gleich da drüben. Drei Meter lang, einen Meter breit und eins achtzig tief.« Der Doktor war ein großer Mann. Er schien sehr entschlossen zu sein, und der Sergeant wusste, dass er theoretisch den Dienstgrad eines Stabs-Feldwebels bekleidete. Kurze Zeit später gruben die sechs Männer eifrig, während Rob J. und der Sergeant ihnen zuschauten, bis Colonel Hilton und Captain Irvine von der C-Kompanie die Straße herunterkamen. »Was zum Teufel soll das?« fragte Colonel Hilton den Sergeant, der den Mund öffnete und Rob J. ansah. »Sie graben eine Versitzgrube, Colonel,« erklärte Rob J. »Eine Versitzgrube?« »Ja, Sir. Eine Latrine.« »Ich weiß, was eine Versitzgrube ist. Es wäre bedeutend sinnvoller, wenn die Männer ihre Zeit darauf verwenden würden, mit dem Bayonett zu üben. Sie werden sehr bald in der Schlacht stehen. Wir bringen ihnen bei, wie sie die Rebellen umbringen sollen. Dieses Regiment wird Konföderierte erschießen, mit Bayonetten aufspießen, erstechen und sie, wenn es nötig sein sollte, zu Tode scheißen und pissen, aber keine Latrinen graben.« Einer der Schaufelnden brach entschallendes Gelächter aus. Der Sergeant musterte Rob J. grinsend. »Ist das klar, Herr Assistenzarzt?« Rob J. lächelte nicht. »Ja, Colonel.« Das war an seinem vierten Tag beim 106. Kansas-Regiment. Diesem folgten 86 weitere Tage, die sehr langsam vergingen und genau gezählt wurden.« Brief eines Sohnes Cincinnati, Ohio, 12. Januar 1863 Lieber Paar, ich habe mir Rob J.'s Messer verdient. Colonel Peter Brandon, der Stellvertreter von Chefarzt William A. Hammond, fungierte als Festredner. Viele meinten, es sei eine gute Rede gewesen, aber ich war enttäuscht. Dr. Brandon führte aus, dass im Laufe der Geschichte Ärzte sich stets den medizinischen Bedürfnissen ihrer Armeen gewidmet hätten. Er gab eine Menge Beispiele wie die Hebräer der Bibel, die Griechen, die Römer etc. etc. Dann erläuterte er uns die vielen großartigen Möglichkeiten, die sich Medizinern in diesem Krieg bieten, den Sold und die Vergünstigungen, die diejenigen erwarten, die sich in den Dienst ihres Landes stellen. Wir lächelten danach, etwas über die Großen unseres Berufsstandes zu hören, Hippokrates und Galen, Paracelsus und Andreas Vesalius. Er aber hielt eine Rekrutierungsansprache. Es war nicht nur unpassend, sondern auch überflüssig. Siebzehn aus meiner Gruppe von sechsunddreißig frischgebackenen Ärzten hatten schon vorher ihre medizinische Laufbahn bei der Army in die Wege geleitet. Ich weiß, du wirst es verstehen, wenn ich dir schreibe, dass ich, obwohl ich Ma natürlich sehr gerne wiedergesehen hätte, erleichtert war, als sie sich gegen eine Reise nach Cincinnati entschied. Die Züge, Hotels und so weiter sind heutzutage so überfüllt und schmutzig, dass eine alleinreisende Frau mit Unbequemlichkeiten rechnen muss, wenn nicht mit Schlimmerem. Es tat mir sehr leid, dass du nicht hier warst. Und damit habe ich einen weiteren Grund, diesen Krieg zu hassen. Paul Cooks Vater, der in Xenia eine Futtermittel- und Getreidehandlung besitzt, kam zu der Feier und führte uns beide anschließend groß zum Essen aus, wobei er uns hochleben ließ und nicht mit Komplimenten sparte. Paul ist einer von denen, die direkt zur Army gehen. Obwohl er so ein Spaßvogel ist und immer Unfug im Kopf hat, war er der Hellste unseres Jahrgangs und schaffte sein Examen mit Summa Cum Laude. Ich half ihm bei der Laborarbeit, und er half mir, mit Magna Cum Laude abzuschließen, denn nach jeder Vorlesung drangsalierte er mich mit Fragen, die viel schwieriger waren als alle, die uns die Professoren je stellten. Nach dem Essen gingen er und sein Vater in Pikes Opera House, um Adelina Patti zu hören, und ich kehrte in die Polyklinik zurück. Ich hatte etwas Wichtiges vor. Es gibt einen geklinkerten Tunnel, der zwischen dem Vorlesungsbau und dem Hauptgebäude des Krankenhauses unter der Straße hindurchführt. Seine Benutzung ist ausschließlich Ärzten vorbehalten. Damit er für Notfälle frei ist, müssen Medizinstudenten bei jedem Wetter den Weg über die Straße nehmen. Ich stieg in den Keller des Vorlesungsgebäudes hinunter und fühlte mich noch sehr als Student, als ich den durch Wandlampen erleuchteten unterirdischen Gang betrat. Doch als ich am anderen Ende im Krankenhaus herauskam, fühlte ich mich zum ersten Mal als Arzt. Pa, ich habe mich für zwei Jahre an das Southwestern Ohio Hospital verpflichtet. Der Posten bringt mir zwar nur 300 Dollar jährlich, aber Dr. Bourbon sagte, das sei nur eine Vorstufe zu einem guten Gehalt. Spielen Sie nie die Bedeutung eines guten Einkommens herunter, sagte er. Ein Mann, der sich über den hohen Verdienst eines Arztes beklagt, ist mit Sicherheit selbst keiner. Erstaunlicherweise und zum großen Glück für mich streiten sich Bourbon und McGowan darum, wer von ihnen beiden mich unter seine Fittiche nehmen wird. Neulich umriss Barney McGowan folgenden Plan für meine Zukunft. Ich werde ein paar Jahre als sein Assistent arbeiten und dann wird er mir eine Anstellung als außerordentlicher Professor der Anatomie besorgen. Auf diese Weise, sagte er, wäre ich, wenn er in den Ruhestand tritt, soweit seine Stelle als Chef der Pathologie einzunehmen. Mir schwirrte der Kopf, denn mein Traum hatte sich stets nur darauf beschränkt, ein einfacher Arzt zu werden. Schließlich arbeiteten die beiden gemeinsam ein Programm für mich aus, das mir recht abenteuerlich erscheint. Wie ich es schon während meiner Arbeit in den Sommerferien tat, werde ich die Vormittage mit Bourbon im Operationssaal verbringen und die Nachmittage mit McGowan in der Pathologie. Nur werde ich jetzt, anstatt Handlangerdienste zu tun, als Arzt eingesetzt. Trotz des Entgegenkommens der beiden weiß ich nicht, ob ich mich jemals in Cincinnati niederlassen werde. Im Augenblick jedenfalls würde ich lieber in einem kleinen Ort leben, wo ich die Leute kenne. Cincinnati ist, von der Einstellung und Mentalität her gesehen, stärker südstaatlich orientiert als Holden's Crossing. Billy Henry vertraute einigen verschwiegenen Freunden an, dass er nach dem Abschluss des Studiums in die Konföderierten Armee eintreten werde. Vorgestern Abend war ich mit ihm und guck beim Essen, zum Abschied. Es war eine seltsame und traurige Stimmung. Beide wussten, wohin der andere geht. Die Nachricht, dass Lincoln eine Proklamation unterzeichnet hat, die den Sklaven ihre Freiheit garantiert, hat viel böses Blut gemacht. Ich weiß, dass du den Präsidenten wegen seiner Beteiligung an der Vernichtung der Sougs ablehnst, aber ich bewundere ihn dafür, dass er die Sklaven befreit, welche politischen Gründe ihn auch dazu bewegen mögen. Die Nordstaatler hier scheinen zu jedem Opfer bereit, solange sie sich einreden können, sie tun es, um die Union zu retten, aber sie sind dagegen, dass das Ziel des Krieges die Abschaffung der Sklaverei wird. Die meisten wollen diesen schrecklichen Blutpreis nicht zahlen, wenn die Kämpfe dazu dienen sollen, die Schwarzen zu befreien. Die Verluste bei Schlachten, wie der Zweiten am Bull Run Creek, sind entsetzlich gewesen. Jetzt gibt es Nachrichten über ein Gemetzel bei Fredericksburg, wo fast 13.000 Unionssoldaten niedergemäht wurden, als sie versuchten, einen Landstrich der Südstaaten zu erobern. Viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, sind über diesen Vorfall verzweifelt. Ich mache mir ständig Sorgen um dich und Alex. Mag sein, dass es dich ärgert, wenn ich dir gestehe, dass ich angefangen habe zu beten, obwohl ich nicht weiß, zu wem. Und ich bitte immer nur darum, dass ihr beide heil nach Hause kommt. Bitte kümmere dich ebenso gewissenhaft um deine Gesundheit wie um die der anderen, und vergiss nicht, dass es Menschen gibt, die ihr Leben auf deiner Stärke und deiner Güter aufbauen. Dein dich liebender Sohn, Sherman. Dr. Robert Jefferson Cole. Der Hornist In einem Zelt zu hausen und auf dem Boden zu schlafen, stellte sich als nicht so unangenehm heraus, wie Rob J. befürchtet hatte. Viel schwieriger war es, mit den Fragen zurechtzukommen, die ihn verfolgten, warum in aller Welt er hier war, und wie dieser schreckliche Bürgerkrieg ausgehen würde. Die Sache verlief weiterhin schlecht für die Nordstaaten. Wie sollen wir bei unseren Verlusten denn je den Krieg gewinnen, bemerkte Major G. H. Waffenden in einem verhältnismäßig nüchternen Moment. Die meisten Soldaten um Rob J. herum tranken in ihrer Freizeit unmäßig, vor allem nach dem Zahltag. Sie tranken, um zu vergessen, um sich zu erinnern, um zu feiern, um sich zu trösten. Die verdreckten und oft besoffenen Männer erinnerten ihn an Bluthunde an der Leine, die es nicht erwarten können, ihren Feinden an die Kehle zu gehen. Anderen Amerikanern, die zweifellos ebenso verdreckt und ebenso oft besoffen waren. Warum schienen sie so erpicht darauf, Konföderierte zu töten? Die wenigsten kannten einen Südstaatler. Rob J. stellte fest, dass der Krieg für sie eine Bedeutung gewonnen hatte, die weit über Gründe und Ursachen hinausging. Sie dürsteten danach zu kämpfen, weil es nun einmal Krieg gab und weil es offiziell für bewundernswert und patriotisch erklärt worden war, zu töten. Das genügte. Er hätte sie am liebsten angeschrien, die Generäle und Politiker in ein dunkles Zimmer gesperrt wie ungezogene Kinder, sie am Schlafhittchen gepackt und geschüttelt und gefragt, was ist mit euch los? Was ist mit euch los? Stattdessen hielt er jeden Tag Sprechstunde ab, teilte Brechwurz, Chinien und schmerzstillende Mittel aus und achtete darauf, beim Gehen immer auf den Boden zu sehen, wie ein Mann, der in einem riesigen Zwinger wohnt. An seinem letzten Tag beim 106. Kansas-Regiment holte Rob J. beim Zahlmeister seine 80 Dollar ab und ging zu dem kegelförmigen Zelt, in dem er gewohnt hatte, hängte sich das Me-Show-Me über die Schulter und nahm seinen Koffer. Major G. H. Waffenden, der in seinen Gummiumhang gewickelt zusammengerollt auf dem Boden lag, öffnete nicht einmal die Augen, geschweige denn, dass er den Herrn Assistenzarzt verabschiedete. Fünf Tage zuvor waren die Männer des 67. Pennsylvania an Bord von Dampfschiffen gegangen und einem Gerücht zufolge südwärts zu einem Kriegsschauplatz gebracht worden. Und jetzt spiehen andere Schiffe das 119. Indiana aus, das seine Zelte dort aufstellte, wo noch kurz vorher die des 67. Regiments gestanden hatten. Als Rob J. den kommandierenden Offizier aufsuchte, sah er sich einem pausbäckigen Colonel in den Zwanzigern gegenüber. Alonzo Simmons, der ihm erklärte, er suche dringend einen Arzt. Seiner habe eine dreimonatige Dienstzeit abgeleistet und sei nach Indiana zurückgekehrt. Einen Assistenten habe er nicht gehabt. Simmons befragte Dr. Cole eingehend und schien beeindruckt von dem, was er erfuhr. Doch als Rob J. andeutete, dass bestimmte Bedingungen erfüllt werden müssten, wenn er unterschreiben solle, verdüsterte sich die Miene des Colonels. Rob J. hatte über seine Sprechstunden gewissenhaft Protokoll geführt. An fast jedem Tag lagen 36% der Männer entweder flach oder standen Schlange, um sich von mir behandeln zu lassen. Manchmal war der Prozentsatz noch höher. Wie verhält es sich im Vergleich dazu mit Ihrer täglichen Krankenliste? Die ist auch sehr lang, gab Simmons zu. Ich kann das ändern, Colonel, wenn Sie mir helfen. Simmons war erst seit vier Monaten Colonel. Seine Familie besaß in Fort Wayne eine Glasfabrik für Lampenzylinder und er wusste, wie schlecht kranke Arbeiter fürs Geschäft sein können. Das 119. Indiana war vor vier Monaten aus unerfahrenen Männern zusammengestellt und innerhalb von Tagen nach Tennessee abkommandiert worden. Er schätzte sich glücklich, dass sie nur zwei Scharmützel ausgetragen hatten, die die Bezeichnung Feindberührung verdienten. Die Verluste hatten sich auf zwei Tote und einen Verletzten beschränkt, aber ständig lagen so viele Männer mit Fieber da nieder, dass die Konföderierten das Regiment ohne Schwierigkeiten hätten niederwalzen können, wenn sie es gewusst hätten. Was muss ich tun? Ihre Männer errichten ihre Zelte auf den Scheißhaufen der 67. Pennsylvania Volunteers und sie trinken Wasser, das durch ihre eigenen Ausscheidungen verseucht ist. Weniger als eine Meile entfernt liegt ein braches Gelände mit Quellen, die den ganzen Winter über sauberes Trinkwasser liefern könnten, wenn man sie in Rohre fasst. Gütiger Gott, eine Meile ist ein weiter Weg, um mit den anderen Regimentern in Kontakt zu treten, und welcher Offizier wird ihn zurücklegen, um mit mir zu sprechen? Sie sahen einander schweigend an, und dann fasste Colonel Simmons einen Entschluss. Er ging zu seinem Adjutanten. »Geben Sie Befehl, die Zelte wieder abzubrechen, Douglas. Das Regiment zieht um.« Dann wandte er sich wieder dem schwierigen Doktor zu. Wieder lehnte Rob J. ab, rekrutiert zu werden. Er bat darum, als Assistenzarzt angestellt zu werden, mit einem Dreimonatsvertrag. »Auf diese Weise hauen Sie ab, sobald Sie Ihren Kopf nicht durchsetzen können.« Der junge Colonel durchschaute Rob's Motiv. Sein Gegenüber widersprach nicht, und Simmons musterte ihn nachdenklich. »Was wollen Sie sonst noch?« Latrinen. Der Boden war fest, aber noch nicht gefroren. An einem einzigen Vormittag waren die Gräben gezogen und mit Längsbalken auf dreißig Zentimeter hohen Pfosten versehen. Als allen Kompanien gemeinsam der Befehl verlesen wurde, das Verrichten der Notoft in Zukunft ausschließlich auf die Latrinen zu beschränken, und als die Drohung folgte, dass jede Zuwiderhandlung umgehend und schwer bestraft werde, wurden heftige Proteste laut. Die Männer brauchten etwas, das sie hassen und worüber sie sich lustig machen konnten, und Rob J. musste feststellen, dass er dieses Bedürfnis gestillt hatte. Als er zwischen den Soldaten hindurchging, schließen sie einander in die Rippen, verhöhnten ihn mit Blicken und grinsten bösartig über die lächerliche Figur in dem täglich schäbiger werdenden Zivilanzug. Doch Colonel Simmons ließ ihnen nicht viel Zeit, sich irgendwelche Vergeltungsscherze auszudenken. Er opferte vier weitere Tage dafür, eine Reihe halb in den Boden versenkter Hütten aus Balken und Grassoden bauen zu lassen, die zwar dampfig und schlecht belüftet waren, jedoch beträchtig mehr Schutz gewährten als Zelte. Ein kleines Feuer in der Mitte ermöglichte es den Männern zudem, kalte Winternächte ohne Unterbrechung zu durchschlafen. Simmons war ein guter Kommandant, und er hatte fähige Offiziere verpflichtet. Der Verpflegungsoffizier war ein Captain namens Mason. Rob J. hatte keine Schwierigkeiten, ihm die ernährungsbedingten Ursachen von Skorbut zu erklären, denn er konnte die Auswirkungen der Krankheit an Beispielen unter den Soldaten deutlich machen. Sie fuhren beide mit einem Wagen nach Cairo hinein und kauften Fässer voll Kohl und Karotten, die Bestandteil der täglichen Rationen wurden. Bei einigen der anderen Einheiten war der Skorbut sogar noch verbreiteter, doch als Rob J. versuchte, mit den Ärzten der anderen Regimenter zu sprechen, stieß er auf wenig Verständnis. Sie schienen sich eher als Armee-Offiziere zu verstehen, denn als Ärzte. Alle trugen sie Uniform, zwei sogar Degen wie Truppenoffiziere, und der Stabsarzt des Ohio-Regiments hatte Fransen-Epauletten, wie sie Rob J. einmal auf dem Bild eines pompösen französischen Generals gesehen hatte. Er hingegen legte größten Wert auf seinen Zivilistenstatus. Als ein Versorgungssergeant ihm als Dank für die Beseitigung seiner Bauchkrämpfe einen wollenden Uniformmantel brachte, nahm er diesen in die Stadt mit, ließ ihn schwarz färben und mit neutralen Knöpfen versehen. Er tat immer noch, als sei er ein Landarzt, der nur vorübergehend in einer Stadt praktiziert. Einer kleinen Stadt ähnelte das Lager in vieler Hinsicht, allerdings mit ausschließlich männlichen Bewohnern. Das Regiment hatte sein eigenes Postamt mit Corporal Amasa Decker als Posthalter und Briefträger. Jeden Mittwochabend gab die Regimentskapelle auf dem Exerzierplatz ein Konzert, und wenn sie ein populäres Lied spielten wie »Listen to the Mockingbird« oder »Come Where My Love Lies Dreaming« oder »The Girl I Left Behind Me« sangen die Männer manchmal mit. Händler brachten die verschiedensten Waren ins Lager. Bei einem Monatssold von 13 Dollar konnten die Durchschnittssoldaten sich nicht viel von dem Käse leisten, der 50 Cent pro Pfund kostete, oder von der Kondensmilch zu 75 Cent die Dose, aber den Marketender Schnaps kauften sie. Rob J. gönnte sich mehrmals wöchentlich Melassekekse, von denen das Viertelpfund für sechs Cent zu haben war. Als sich in einem großen Steilwandzelt ein Fotograf etablierte, zahlte Rob J. eines Tages einen Dollar für eine Pherotypie, die ihn steif dastehend und mit ernstem Gesicht zeigte, und die er sofort an Sarah schickte, als Beweis dafür, dass ihr Mann noch am Leben war und sie sehr liebte. Nachdem Colonel Simmons einmal unerfahrene Soldaten in unkämpftes Gebiet hatte führen müssen, war er entschlossen, sie nie wieder unvorbereitet in eine Schlacht ziehen zu lassen. Während des Winters drillte er seine Soldaten hart. Es gab Übungsmärsche von 30 Meilen Länge, die Rob J. neue Patienten bescherten, da manche der Männer vom Schleppen des vollen Marschgepäcks und der schweren Musketen Muskelzerrungen davontrugen. Andere bekamen durch die Gürtel, an denen schwere Patronenkästen hingen, einen Leistenbruch. Ständig trainierten Gruppen den Gebrauch des Bajonetts, und Simmons zwang sie, das mühevolle Laden der Musketen wieder und wieder zu üben. Beißt das Papier von der Patrone ab, als ob ihr wütend auf sie wehrt. Schüttet das Schießpulver in den Lauf, steckt das Miniergeschoss hinein und das Papier als Stöpsel drauf und rammt dann das Ganze fest nach unten. Nehmt ein Zündhütchen aus eurem Beutel und setzt es auf den Nippel am Verschlussstück. Und dann zielt und feuert. Sie wiederholten es unermüdlich. Unendlich. Simmons erklärte Rob J., er wolle, dass sie das Laden und Feuern auch beherrschten, wenn sie mitten aus dem Schlaf gerissen würden, wenn sie betäubt vor Angst seien oder wenn ihre Hände vor Furcht und Aufregung zitterten. Und damit sie lernten, Befehle auszuführen, ohne zu überlegen oder zu protestieren, ließ der Colonel sie in geschlossener Ordnung marschieren, auf und ab, auf und ab. An Tagen, an denen Schnee lag, ließ sich Simmons von der Cairoer Straßenmeisterei große Walzen aus, die dann von Pferdegespannen so lange über den Exerzierplatz gezogen wurden, bis er flach und hart genug war für weiteren Drill, den dann die Regimentskapelle mit Märschen und Quicksteps begleitete. Als Rob J. an einem klaren Wintertag am Exerzierplatz entlang schlenderte, der sich allmählich mit Soldaten füllte, musterte er die schon bereits sitzenden Musiker, und er bemerkte, dass einer der Hornisten ein großes Muttermal im Gesicht hatte. Das schwere Instrument lag auf seiner linken Schulter abgestützt, so dass der geschwungene Messinghals und der große Schalltrichter golden in der Sonne glänzten, während er seine Backen beim Spielen von Hail Columbia aufblähte wie Balance. Jedes Mal, wenn sich die Wangen des Mannes von Neuem mit Luft füllten, wurde der purpurne Fleck unter seinem rechten Auge dunkler. Wie ein Signal. Zwölf Jahre lang hatte Rob J. sich jedes Mal innerlich verkrampft, wenn er einen Mann mit einem Muttermal im Gesicht sah, doch jetzt ging er, automatisch dem Takt der Musik angepasst, einfach weiter, den ganzen Weg zu dem Zelt, in dem er seine Sprechstunde abhielt. Am nächsten Morgen, als er sah, wie die Kapelle zum Exerzierplatz marschierte, um bei einer Parade mitzumachen, hielt er nach dem Hornisten mit dem großen Muttermal Ausschau, doch der Mann war nicht dabei. Rob J. ging zu den Hütten, in denen die Mitglieder der Kapelle untergebracht waren, und entdeckte den Gesuchten sofort. Er nahm gerade gefrorene Wäschestücke von der Leine. Steifer als der Schwanz von dem Gehängten, sagte der Mann angewidert. Völlig blödsinnig, mitten im Winter Inspektionen zu machen. Heuchlerisch stimmte ihm Rob J. bei, obwohl er die Inspektionen selbst angeregt hatte, um die Männer zu zwingen, wenigstens einige ihrer Kleidungsstücke ab und zu zu waschen. Dienstfrei heute? Der Mann sah ihn verdrieslich an. Ich marschiere nicht mit. Ich hinke. Und als er mit einem Arm voll Wäsche davon ging, sah Rob J., dass es stimmte. Der Hornist hätte den Gleichschritt einer Militärkapelle gestört. Sein rechtes Bein schien ein wenig kürzer zu sein als das linke, sodass er auffallend hinkte. Rob J. ging in seine Hütte und setzte sich mit einer Decke um die Schultern in der kalten Dämmerung auf seinen Umhang. Zwölf Jahre. Er erinnerte sich genau an den Tag und an jeden einzelnen Hausbesuch, den er gemacht hatte, während Magua Ikua vergewaltigt und ermordet wurde. Er dachte an die drei Männer, die unmittelbar vor dem Mord nach Holdens Crossing gekommen und danach verschwunden waren. In all den zwölf Jahren hatte er nicht mehr Einzelheiten über sie in Erfahrung bringen können, als dass sie versoffene Strolche waren. Ein falscher Priester, Reverend Albert R. Patterson, den er wegen Syphilis behandelt hatte. Ein gedrungener, kräftiger Fettwanst namens Hank Cow. Und ein magerer, junger Kerl, den sie Len genannt hatten, manchmal auch Lenny, mit einem großen Muttermahl unter dem rechten Auge und einem zu kurzen Bein. Falls der Musiker der Gesuchte war, so hatte er inzwischen einiges an Gewicht zugelegt. Aber schließlich war er selbst, Rob, auch nicht mehr so schlank. Wahrscheinlich war es gar nicht der Mann, den er suchte, sagte sich Rob J. Es gab sicher mehrere Männer in Amerika mit einem großen Muttermal im Gesicht und einem zu kurzen Bein. Und er erkannte plötzlich, dass er nicht wollte, dass es der richtige Mann war. Er gestand sich ein, dass er die Männer gar nicht mehr wirklich finden wollte. Was sollte er tun, wenn der Hornist Lenny war? Ihm die Kehle durchschneiden? Hilflosigkeit grenzte ihn an. Es war ihm gelungen, Magwas Tod in eine der hintersten Schubladen seines Gedächtnisses zu verbannen, aber jetzt war diese Schublade gleich der Büchse der Pandora wieder geöffnet worden, und er spürte, wie eine vergessen geglaubte Kälte in ihm hochkroch, eine Kälte, die nichts mit der Temperatur in der kleinen Hütte zu tun hatte. Er verließ seine Behausung und ging zu dem Zelt, in dem die Regimentsverwaltung saß. Adjutant Douglas war inzwischen daran gewöhnt, dass der Doktor die Personalakten einsah, und hatte Rob J. schon gesagt, dass er noch nie einen Arzt gekannt habe, der so viel Wert auf lückenlose Patientenberichte legte. Wieder Papierkram, Doc? Ein bisschen. Bedienen Sie sich. Die Ordnanz ist gerade Kaffee holen gegangen. Sie können gerne welchen abhaben. Aber tropfen Sie mir bitte bloß nicht auf die verdammten Akten. Rob J. versprach es. Die Kapelle war der Headquarters Company angegliedert. Douglas bewahrte die Unterlagen jeder Kompanie ordentlich getrennt in grauen Kästen auf. Rob J. fand den gesuchten Kasten, und darin lag ein Aktenbündel, das mit 119. Indiana Regimentskapelle beschriftet war. Er ging die Unterlagen sorgfältig durch. Es gab unter den Musikern keinen mit dem Vornamen Leonard, doch als Rob J. die Karteikarte fand, wusste er sofort, dass er die richtige vor sich hatte, genauso wie er manchmal wusste, ob jemand überleben oder sterben würde. Ordway, Lenning A. Ohne Dienstgrad. Heimatort Vincennes, Indiana. Freiwillig für ein Jahr verpflichtet, am 28. Juli 1862 in Fort Wayne eingetreten. Geboren in Vincennes, Indiana am 11. November 1836. Größe 1,70 Meter, Haut hell, Augen grau, Haare braun. Eingesetzt für begrenzte Tätigkeit als Musiker, Horn in F und allgemeine Arbeiten wegen körperlicher Behinderung. Truppenbewegungen Rob J.'s Vertrag war schon seit Wochen abgelaufen, als Colonel Simmons zu ihm kam, um über eine Neuerung zu sprechen. Zu dieser Zeit wüteten in den anderen Regimentern bereits die gefürchteten Frühlingsfieber, nicht aber im 119. Indiana. Dessen Angehörige litten zwar wegen des Schlafens auf feuchtem Boden an Erkältung und wegen der Ernährung an Durchfall, doch die Warteschlangen vor Rob's Sprechstundenzelt waren die kürzesten, die er je erlebt hatte, seit er bei der Army arbeitete. Die ältesten Männer, die von Anfang an nicht hätten rekrutiert werden dürfen, hatte man nach Hause geschickt. Die meisten anderen litten unter Läusen, hatten schmutzige Füße und Hälse und Juckreiz im Schritt und vor allem tranken sie zu viel Whisky. Aber sie waren drahtig und abgehärtet durch die langen Märsche und den ständigen Drill. Und sie hatten klare Augen und Tatendurst, weil es dem Assistenzarzt Cole irgendwie gelungen war, sie gesund durch die kalte Jahreszeit zu bringen, wie er es versprochen hatte. Von den 600 Mann des Regiments waren im Laufe der Wintermonate sieben gestorben, eine Sterblichkeit von zwölf Promille. Im gleichen Zeitraum starben in den drei anderen Regimentern achtundfünfzig Promille und jetzt, da das Fieber grassierte, würde der Prozentsatz mit Sicherheit noch steigen. Also war der Colonel zu seinem Doktor gekommen und Rob J. unterschrieb, ohne zu zögern, einen neuen Vertrag für weitere drei Monate. Was sie jetzt brauchten, erklärte er Simmons, sei eine Ambulanz, die das Regiment in der Schlacht betreuen konnte. Die zivile Sanitary Commission hatte den Kriegsminister so lange bedrängt, bis für die Potomac Army Ambulanzen und Bahrenträger bewilligt wurden. Doch damit hatte die Reformbewegung ein Ende gefunden, ohne dass für die Verwundeten der Einheiten im westlichen Sektor eine ähnliche Versorgung gewährleistet gewesen wäre. Wir werden selbst dafür sorgen müssen, sagte Rob J. Er und Simmons saßen zigarrenrauchend vor dem Sprechstundenzelt. Der Rauch stieg in die wohlig wärmende Frühlingsluft. Rob J. erzählte dem Colonel von seiner Reise nach Cincinnati auf der Warhawk. Ich habe mit Männern gesprochen, die zwei Tage lang verwundet auf dem Schlachtfeld gelegen hatten. Es war eine wahre Gnade, dass es regnete, denn sie hatten kein Wasser. Ein Mann erzählte mir … »Dass während der Nacht Schweine bis in seine Nähe kamen und begannen, die Leichen anzufressen, manchmal sogar Lebende.« Simmons nickte. Ihm waren all die schrecklichen Einzelheiten bekannt. »Was brauchen Sie?« »Vier Mann aus jeder Kompanie.« »Sie wollen einen ganzen Zug Bahrenträger?« Der junge Commander sah ihn entsetzt an. »Dieses Regiment ist ohnehin stark unterbesetzt. Um Schlachten zu gewinnen, brauche ich Kämpfer, keine Bahrenträger.« Er betrachtete die Spitze seiner Zigarre. »Es sind noch immer zu viele Alte und Schwache da. Nehmen Sie welche von denen.« »Nein. Um Verwundete unter Beschuss in Sicherheit zu holen, brauchen wir kräftige Burschen. Das ist keine Aufgabe für schwächliche und alte Männer.« Rob J. studierte das Gesicht des Colonels, den er zu bewundern und zu bedauern gelernt hatte. Simmons liebte seine Leute und wollte sie beschützen, doch er hatte die unschöne Aufgabe, mit Menschen umgehen zu müssen, als wären sie Patronen, Essensrationen oder Feuerholz. »Was halten Sie davon, wenn ich mir Mitglieder der Regimentskapelle hole?« schlug Rob J. vor. »Sie können die meiste Zeit dudeln und wenn nötig, werden sie als Träger eingesetzt.« Colonel Simmons war zutiefst erleichtert. »Ausgezeichnet! Fragen Sie den Kapellmeister, ob er Ihnen ein paar Männer abtreten kann.« Kapellmeister Warren Fitz war sechzehn Jahre Schuster gewesen, ehe er in Fort Wayne rekrutiert wurde. Er hatte intensiven Musikunterricht hinter sich und als junger Mann mehrere Jahre versucht, in South Bend einer Musikschule zum Durchbruch zu verhelfen. Als er die Stadt mit Schulden verließ, kehrte er mit bitterer Erleichterung zur Schuhmacherei zurück, die schon sein Vater betrieben hatte. Fitz führte ein bescheidenes, aber nicht ärmliches Leben und gab nebenher Unterricht für Klavier- und Blasinstrumente. Der Krieg ließ dann Träume wieder auferstehen, die er für unerfüllbar gehalten hatte. Im Alter von vierzig Jahren hatte er Gelegenheit bekommen, eine Militärkapelle zusammenzustellen und zu leiten und hatte dazu die ganze Umgebung von Fort Wayne nach musikalischen Talenten durchforstet. Jetzt hörte er voller Entsetzen, dass dieser Arzt einige seiner Männer als Barenträger zweckentfremden wollte. »Niemals!« »Sie hätten ja nur von Fall zu Fall zu tun«, gab Rob J. zu bedenken. Die übrige Zeit stünden sie nach wie vor ihnen zur Verfügung. Fitz bemühte sich, seine Verachtung zu verbergen. »Jeder Musiker muss der Kapelle seine ungeteilte Aufmerksamkeit widmen. Wenn kein Konzert ist, muss er üben und proben.« Rob J. wusste durch seine Erfahrung mit der Gambe, dass diese Aussage richtig war. »Gibt es vielleicht Instrumente, für die Sie eine zweite Besetzung haben?« fragte er geduldig. Diese Frage ließ in Fitz eine Seite anklingen. Seine Position als Kapellmeister war für ihn gleichbedeutend mit der eines Dirigenten, und er achtete peinlich darauf, dass seine äußere Erscheinung und auch die seiner Männer der kulturellen Aufgabe entsprach. Er hatte eine gepflegte, graumilierte Mähne, er war stets glatt rasiert, bis auf den Schnurrbart, den er regelmäßig sorgfältig stutzte, und dessen Enden er wachste und spitz zusammendrehte. Seine Uniform war in tadellosem Zustand, und die Musiker wussten, dass er keinen Spaß verstand, wenn es um nachlässig polierte Instrumente oder glanzlose Stiefel ging. Und sie mussten exakt marschieren. Wenn der Kapellmeister mit rirbelndem Taktstock vorausging, erwartete er, dass die Kapelle seine Ansprüche widerspiegelte. Doch es gab einige, die dieser Darstellung nicht entsprachen. »Wilcox Abner«, sagte er, »Trompete«. Wilcox schielte stark. Fitz aber schätzte es, wenn Musiker zu ihrem Talent auch noch ein angenehmes Äußeres zu bieten hatten. Er konnte es nicht ertragen, wenn irgendein Makel die Perfektion seines Ensembles störte, und er hatte Wilcox eingestellt, um vor allem beim Zapfenstreich einzuspringen. »Lawrence Oscar Trommler«, ein ungeschickter, sechzehnjähriger Junge mit mangelhaftem Rhythmusgefühl, was ihn nicht nur zu einem schlechten Trommler machte, sondern auch oft dazu führte, dass er beim Marschieren aus dem Tritt kam und sein Kopf sich dann plötzlich asynchron zu den anderen bewegte. »Ardway Lenning«, setzte er seine Aufzählung fort. Der Doktor quittierte diesen Vorschlag mit einem leichten Nicken. »Effhorn«, ein mittelmäßiger Musiker und Kutscher eines der Fahrzeuge der Kapelle, der manchmal auch als Hilfsarbeiter eingesetzt wurde. Als Hornist vor allem geeignet, um an den Mittwochabenden für die Soldaten aufzuspielen oder wenn sie sitzend übten, aber sein Hinken gestattete ihm nicht zu marschieren, ohne das Bild militärischer Präzision zu zerstören. »Parry Addison«, »Piccolo-Flöte und Querpfeife«. Ein schlechter Musiker und sowohl körperlich als auch kleidungsmäßig umgepflegt. »Robinson«, »Louis«, »Cornett«. Ein fähiger Musiker, musste Fitz insgeheim zugeben, doch ein ständiges Ärgernis, weil er ein Klugscheißer mit Ehrgeiz war. Mehrmals hatte er Fitz Stücke gezeigt, die er seiner Aussage nach komponiert hatte und gefragt, ob die Kapelle sie vielleicht spielen könne. Überdies behauptete er, in Columbus, Ohio, als Dirigent gearbeitet zu haben. Fitz konnte niemanden gebrauchen, der ihm über die Schulter sah oder ihn gar verdrängen wollte. »Und?«, fragte Rob J. »Sonst keinen.« Den ganzen Winter hindurch beobachtete Rob J. den Mann unruhig aus der Ferne. Ordways Dienstzeit war zwar noch nicht zu Ende, doch es wäre kein Problem gewesen, zu desertieren und zu verschwinden. Aber was auch immer die Mehrheit an die Army band, es funktionierte auch bei Ordway, und so meldete er sich mit den vier anderen bei Rob J., ein für einen mutmaßlichen Mörder gar nicht unangenehm aussehender Bursche, wenn man von seinen wässrigen, unsteten Augen absah. Keiner von den Fünfen war von der neuen Aufgabe begeistert. Lewis Robinson reagierte sogar mit regelrechter Panik. »Ich muss musizieren! Ich bin Musiker, kein Doktor!« »Barenträger«, korrigierte ihn Rob J. »Wenn es erforderlich ist, werden Sie als Barenträger arbeiten«, beschied er allen. Er bat den Kapellmeister, die Männer gänzlich freizustellen, was ihm mit verdächtiger Bereitwilligkeit gewährt wurde. Um sie in die ungewohnte Tätigkeit einzuführen, begann er damit, ihnen beizubringen, Bandagen aufzurollen und Kompressen herzustellen. Danach simulierte er die verschiedensten Verletzungen und zeigte ihnen, wie man die erforderliche Kompresse auflegte. Er lehrte sie, wie die Verwundeten hochzuheben und zu tragen waren, und stattete jeden Mann mit einem kleinen Rucksack aus, der Kompressen, Verbandsmaterial, einen Behälter mit frischem Wasser sowie Opium und Morphium in Pulver und Tablettenform enthielt. Zur medizinischen Ausrüstung der Army gehörten auch Schienen, doch die gefielen Rob J. nicht, und er beschaffte Holz, aus dem er die Barenträger unter seiner Anleitung Schienen anfertigen ließ. Abner Wilcox erwies sich als geschickter Schreiner und als erfindungsreich dazu. Er konstruierte eine ganze Anzahl leichtgewichtiger Tragbaren, indem er Segeltuch zwischen zwei Holzstangen spannte. Der Versorgungsoffizier bot einen zweiräderigen Karren als Ambulanzfahrzeug an, doch Rob J. war jahrelang auf schlechten Straßen zu Hausbesuchen gefahren, und er wusste, dass man für den Transport Verwundeter in unebenem Gelände die Sicherheit von vier Rädern brauchte. Er trieb einen stabilen, offenen Wagen auf, und Wilcox versah ihn mit einem Aufbau. Sie strichen das Fahrzeug schwarz an, und Ordway kopierte von einer Kiste mit medizinischer Ausrüstung den Merkurstab, das Symbol der Militärärzte, und malte ihn in Silber auf beide Seitenwände. Rob J. schwatzte dem Generalquartiermeister zwei hässliche, aber starke Arbeitspferde ab. Ausschuss wie der Rest des Rettungstrupps. Die fünf Männer entwickelten gegen ihren Willen eine Art Gruppenstolz, doch Robinson äußerte sich offen über das größere Risiko, das ihre neue Aufgabe mit sich brachte. »Natürlich ist es riskant,« gab Rob J. zu. »Die Infanterie an der Front sieht dem Tod ins Gesicht, und jeder Kavallerieangriff birgt Gefahren. Sonst brauchten wir ja keine Barenträger.« Er hatte schon immer gewusst, Krieg korrumpiert. Doch jetzt musste er feststellen, dass Krieg ihn ebenso korrumpiert hatte wie alle anderen. Er würde diese fünf jungen Männer wieder und wieder hinausschicken, damit sie Verwundete bargen, als könnten sie Gewehrkugeln abwehren und Artilleriefeuer einfach abschütteln, und er versuchte, ihre Empörung darüber von seiner Person abzulenken, indem er ihnen erklärte, dass sie einer Todesgeneration angehörten. Mit diesen Worten wollte er sich von der Verantwortung befreien, versuchte er doch, nicht nur den Männern, sondern auch sich selbst einzureden, dass sie jetzt nicht schlechter dran seien als vorher. Als nur Fitzs schwieriges Temperament ihr Leben erschwerte und ihre einzige Sorge dem Ausdruck galt, denen ihre Walzer, Schottischen und Quickstep-Märsche haben sollten. Er teilte sie in Untergruppen auf. Perry und Lawrence, Wilcox und Robinson. »Und was ist mit mir?« fragte Ordway. »Sie bleiben in meiner Nähe,« antwortete Rob Jay. Corporal Amessa Decker, der Posthalter und Briefträger, kannte Rob Jay gut, weil er ihm ständig Post von Sarah brachte, die lange und leidenschaftliche Briefe schrieb. Dass seine Frau so sinnlich war, hatte Rob Jay schon immer besonders gefallen. Manchmal lag er in seiner Hütte und las Brief für Brief, und er fühlte sich ihr dabei so nahe, dass er glaubte, ihren Duft zu riechen. Obwohl es in Cairo jede Menge Frauen gab, von Käuflichen bis zu Patriotischen, hatte er sich nie einer von ihnen genähert. Er war mit dem Fluch der Treue belegt. Einen Großteil seiner Freizeit verbrachte er damit, Sarah sanfte, aufmunternde Briefe zu schreiben, als Kontrapunkt zu ihrer angstvollen Heißblütigkeit. Manchmal schrieb er auch an Shaman, und regelmäßig machte er Eintragungen in sein Tagebuch. Zwischendurch lag er auf seinem Umhang und überlegte, wie er von Ordway erfahren könne, was an dem Tag geschehen war, als Magua Equa umgebracht wurde. Er musste Ordways Vertrauen irgendwie gewinnen. Er dachte an den Bericht über die Nichtswisser und den Supreme Order of the Star-Spangled Banner, den Miriam Ferocia ihm gegeben hatte. Wer immer ihn auch verfasst hatte. Er selbst war überzeugt, es handele sich um einen spionierenden Priester, hatte sich als protestantischer Katholiken Gegner ausgegeben. Könnte dieselbe Taktik nicht auch bei ihm funktionieren? Der Bericht lag bei seinen Papieren in Holden's Crossing, aber er hatte ihn so oft und so aufmerksam gelesen, dass er sich an die Zeichen und Signale, die Losungsworte und Parolen erinnerte. Ein ausgeklügeltes Verständigungssystem, das von einem Heranwachsenden mit Sinn für Dramatik und mit einer ausgeprägten Fantasie hätte stammen können. Rob J. übte mit den Barenträgern, von denen einer den Verwundeten spielen musste, und stellte fest, dass zwei Männer zwar einen Soldaten auf eine Bare legen und in den Ambulanzwagen heben konnten, jedoch schnell ermüdeten und sogar zusammenzubrechen drohten, wenn sie ihre Last eine größere Strecke tragen mussten. »Wir brauchen vier Träger«, sagte Perry, und Rob J. sah das ein. Doch damit hätte er nur genügend Männer für eine Bare gehabt, was eindeutig zu wenig war, sobald das Regiment auch nur in die geringsten Schwierigkeiten geriet. Er trug sein Problem dem Colonel vor. »Und was wollen Sie unternehmen?«, fragte Simmons. »Die ganze Kapelle einspannen. Machen Sie meine fünf geübten Träger zu Corporals. In Situationen, in denen es viele Verwundete gibt, kann jeder eine Trägergruppe befehligen, die sich aus drei weiteren Musikern zusammensetzt. Hätten die Soldaten die Wahl zwischen Musikern, die während einer Schlacht aufmunternde Liedchen spielen, und Musikern, die ihr Leben retten, wenn sie angeschossen daliegen. Ich weiß, wofür sie sich entscheiden würden.« »Sie haben gar nichts zu entscheiden«, sagte Simmons trocken. »Die Entscheidungen hier treffe ich.« Und er traf die Richtige. Die fünf Barenträger nähten Streifen auf ihre Ärmel, und wann immer Fitz zufällig Rob J. begegnete, sah er demonstrativ in die andere Richtung. Mitte Mai wurde es heiß. Das Camp lag zwischen dem Zusammenfluss des Ohio und des Mississippi, die beide durch die Abwässer aus dem Lager verunreinigt waren. Rob J. teilte ihr ein halbes Stück Kernseife an die Männer des Regiments aus, und sie mussten kompanieweise flussaufwärts zu einer sauberen Stelle des Ohio marschieren, sich dort entkleiden und baden. Anfangs gingen sie fluchend und stöhnend ins Wasser, doch die meisten waren auf dem Land aufgewachsen und erinnerten sich jetzt an ihre Kindheit. Bald artete die Waschaktion in eine fröhliche Wasserbalgerei aus. Beim Herauskommen wurden die Soldaten von ihren Sergeants inspiziert, wobei besondere Sorgfalt der Überprüfung von Kopf und Füßen galt, und unter dem Geohle der Kameraden wurden manche zurück ins Wasser geschickt, um sich noch einmal zu reinigen. Viele der Uniformen waren zerfetzt oder fleckig und aus minderwertigem Tuch gefertigt. Colonel Simmons hatte eine Reihe neuer Uniformen angefordert, und als sie an die Männer verteilt wurden, nahmen diese zu Recht an, dass ihre Verschiffung bevorstehe. Beide Kansas-Regimenter waren per Dampfschiff den Mississippi hinuntergebracht worden. Es hieß, sie würden Grants Armee bei der Eroberung von Vicksburg unterstützen, und das 119. Indiana solle folgen. Doch am Nachmittag des 27. Mai, als Warren Fitz' Kapelle zackig, aber mit unüberhörbaren Nervositätsfehlern aufspielte, wurde das Regiment anstatt zum Fluss zum Bahnhofsgelände geführt. Soldaten und Pferde wurden in gedeckte Güterwagen verfrachtet, diese mit Plattform- und Salonwagen zu langen Zügen zusammengekoppelt, und zwei Stunden später verabschiedete sich das 119. von Cairo in Illinois. Der Arzt und die Bahrenträger reisten in einem Sanitätswagon. Als sie Cairo verließen, war er ansonsten leer. Doch nach etwa einer Stunde wurde ein junger, gemeiner Soldat gebracht, der in einem der Güterwagen ohnmächtig geworden war. Rob J. stellte fest, dass er vor Fieber glühte und fantasierte. Er wusch den Jungen mit Alkohol ab und beschloss, ihn bei nächster Gelegenheit in ein Krankenhaus bringen zu lassen. Rob J. bewunderte den Sanitätswagon, der von unschätzbarem Wert gewesen wäre, wenn sie sich auf dem Rückweg von einer Schlacht befunden hätten und nicht auf dem Weg zu einer solchen. Auf beiden Seiten des Ganges waren über die ganze Länge des Wagens in drei Reihen übereinander Bahren angebracht. Jede hing in Gummischlaufen und das elastische Material glich einen Großteil des Holperns und Schwankens während der Fahrt aus. Da es noch an Patienten mangelte, hatten die fünf frischgebackenen Corporals je eine Ware besetzt und waren übereinstimmend der Meinung, dass sie auch als Generäle nicht komfortabler hätten reisen können. Addison Perry, der schon bewiesen hatte, dass er überall und zu jeder Tages- und Nachtzeit schlafen konnte, schnarchte bereits und auch der junge Lawrence schlief. Louis Robinson hatte sich eine Bahre unter der Laterne ausgesucht und zeichnete hier mit einem Bleistift kleine schwarze Punkte auf ein Stück Papier. Er komponierte. Sie hatten keine Ahnung, wohin sie fuhren. Als Rob J. zum Ende des Waggons ging und die Tür öffnete, wurde das Rattern des Zuges lauter. Er schaute zu den Lichtpunkten am Himmel hinauf und entdeckte den kleinen Bären. Sein Blick suchte den äußersten Stern am Schwanzende und fand den Polarstern. »Wir fahren nach Osten«, erklärte er, als er zurückkam. »Scheiße«, fluchte Ebner Wilcox voller Inbrunst. »Sie schicken uns zur Potomac-Army.« Louis Robinson hörte auf zu komponieren. »Und was ist dagegen zu sagen?« »Die Potomac-Army hat noch nie was geleistet. Die sitzen fast nur herum. Und wenn sie alle Jubeljahre mal kämpfen, dann schaffen es diese Keksköpfe immer gegen die Rebellen zu verlieren. Ich wollte zu Grant. Das ist ein General.« »Wenn man nur herumsitzt, wird man wenigstens nicht umgebracht«, gab Robinson zu bedenken. »Mir stinkt's, nach Osten zu gehen«, sagte Ordway. »Der ganze verdammte Osten ist verseucht mit Iren, diesem römisch-katholischen Gesocks.« »Bei Fredericksburg hat sich niemand besser geschlagen als die irische Brigade«, wandte Robinson ein und fügte dann kleinlaut hinzu. Die meisten sind allerdings umgekommen.« Rob J. fasste einen spontanen Entschluss. Er legte die Zeigefingerspitze unter sein rechtes Auge und ließ sie langsam an seiner Nase entlang abwärts gleiten. Das war das Signal eines Mitglieds des Geheimbundes, an ein anderes den Mund zu halten. Funktionierte es oder war es Zufall? Lenning Ordway starrte ihn einen Moment lang an, hörte dann auf zu reden und legte sich schlafen. Um drei Uhr morgens gab es einen langen Aufenthalt in Louisville, als eine Artillerieeinheit zustieg. Die Nachtluft war schwerer als in Illinois und weicher. Diejenigen, die wach waren, verließen den Zug, um sich die Beine zu vertreten, und Rob J. sorgte dafür, dass der fiebernde Junge ins örtliche Krankenhaus gebracht wurde. Anschließend ging er an den Schienen entlang und kam an zwei pinkelnden Männern vorbei. »Keine Zeit, hier Gräben zu ziehen, Sir«, sagte der eine. Der Doktor in Zivil war immer noch für einen Witz gut. Rob J. schlenderte zu der Stelle, wo die großen zehn Pfund Parrot-Geschütze und die zwölf Pfund Haubitzen mit schweren Ketten auf den Plattformwagen verteuert wurden. Die Kanonen wurden im gelben Schein großer Carbidlampen verladen, und das spuckende und flackernde Licht warf Schatten, die ein Eigenleben zu haben schienen. »Doktor«, sagte jemand leise. Der Mann trat neben ihm aus der Dunkelheit und nahm seine Hand, das Zeichen des Erkennens. Zu aufgeregt, um sich albern vorzukommen, wagte Rob J. die Antwortgeste, als habe er dies schon oft getan. Ordway sah ihn an. »Gut«, sagte er. Die lange, graue Front Mit der Zeit begannen sie, den Truppentransportzug zu hassen. Er kroch langsam durch Kentucky und wand sich träge zwischen den Hügeln hindurch, ein schlangenförmiges, langweiliges Gefängnis. Die Neuigkeit, dass sie Virginia erreicht hatten, verbreitete sich wie ein Lauffeuer von Waggon zu Waggon. Die Soldaten spähten in der Wartung aus den Fenstern, sofort den Feind zu sehen, doch alles, was sie zu Gesicht bekamen, waren Berge und Wälder. Wenn sie in kleinen Städten anhielten, um Brennstoff und Wasser aufzunehmen, waren die Leute ebenso freundlich wie in Kentucky, denn der Westen Virginias stand auf der Seite der Union. Als sie den anderen Teil dieses Staates erreichten, merkten sie es sofort, hier standen keine Frauen auf dem Bahnsteig, um kühles Bergwasser oder Limonade anzubieten, und die Männer hatten ausdruckslose Gesichter und wachsame Augen unter schweren Liedern. Das 119. Indiana verließ den Zug in Winchester, einer besetzten Stadt, in der man nur blaue Uniformen sah. Während die Pferde und die Ausrüstung ausgeladen wurden, verschwand Colonel Simmons in einer Kaserne nahe dem Bahnhof, und als er wieder herauskam, befanden sich Soldaten und Fuhrwerke bereits in Marschordnung, und es ging südwärts. Als Rob J. seinen ersten Vertrag unterschrieben hatte, wurde ihm gesagt, er müsse sich selbst ein Pferd besorgen, aber in Cairo hatte er keines gebraucht, denn er trug weder eine Uniform noch nahm er an Paraden teil. Außerdem waren Pferde überall, wo die Army saß, Mangelware, denn die Kavallerie requerierte jedes Tier, dessen sie ansichtig wurde, gleichgültig, ob es Rennen lief oder einen Pflug zog. Und so saß Rob J. jetzt neben Corporal Ordway, der die Pferde lenkte auf dem Kutschbock des Ambulanzwagens. Rob J. war in Ordways Gegenwart noch immer unsicher, doch dessen einzige Frage war gewesen, warum ein Mitglied des OSSB mit ausländischem Akzent spreche, womit er das skuturale schottische Schnarren meinte, das sich auch jetzt noch gelegentlich in Rob J.'s Aussprache einschlich. Rob J. hatte ihm erklärt, er sei in Boston geboren und als Jugendlicher zur Ausbildung nach Edinburgh geschickt worden, und der Corporal schien damit zufrieden zu sein. Er war jetzt aufgeschlossen und freundlich. Offensichtlich beruhigte es ihn, für einen Mann zu arbeiten, der einen politischen Grund hatte, sich auch um sein Wohlergehen zu sorgen. Sie kamen an einem Schild vorbei, das besagte, dass sie sich auf dem Weg nach Fredericksburg befanden. Allmächtiger, stöhnte Ordway. Ich hoffe bloß, dass keiner auf die Idee kommt, da noch einmal Yankees gegen diese schießwürdigen Rebellen zu schicken. Rob J. konnte ihm nur zustimmen. Mehrere Stunden vor Einbruch der Dämmerung erreichte das 119. Regiment den Rapper Hannock, und Simmons ließ anhalten und das Lager aufschlagen. Er rief alle Offiziere zu sich vor sein Zelt, und Rob J. stand hinter den Uniformen und hörte zu. Meine Herren, seit einem halben Tag sind wir Angehörige der Potomac Army, die unter dem Kommando von General Joseph Hooker steht, sagte Simmons. Er berichtete, dass Hooker eine Streitmacht von etwa 122.000 Mann über ein großes Gebiet verteilt habe. Etwa 90.000 Konföderierte unter Robert E. Lee befanden sich bei Fredericksburg. Hookers Kavallerie habe Lees Armee lange beobachtet und sei zu der Überzeugung gelangt, dass die Konföderierten beabsichtigten, in den Norden einzumarschieren, um die Unionstruppen von der Belagerung Wicksburgs in Mississippi wegzulocken. Doch niemand wisse, wo oder wann diese Invasion stattfinden solle. Washington ist verständlicherweise nervös, seit die Konföderierten nur noch ein paar Stunden vom Weißen Haus entfernt sind. Das 119. Regiment ist unterwegs, um sich den Truppen bei Fredericksburg anzuschließen. Die Offiziere nahmen die Neuigkeit gelassen auf. Sie zogen mehrere Ringe von Postenketten um das Camp und dann bereitete sich das Lager für die Nacht vor. Nachdem Rob J. seine Generation Schweinefleisch mit Bohnen gegessen hatte, legte er sich zurück und blickte in den Sternen übersäten Himmel. Es ging über seine Vorstellungskraft, sich die Masse von Menschen auszumalen, die da ins Feld geführt werden sollten. Etwa 90.000 Konföderierte, etwa 122.000 Unionssoldaten. Und alle würden ihr Bestes tun, sich gegenseitig umzubringen. Es war eine schöne Nacht. Die Männer lagen auf dem warmen Boden, ohne sich die Mühe zu machen, Zelte aufzuschlagen. Die meisten waren noch erkältet, und ihr Husten hätte jedem in der Nähe befindlichen Feind ihre Anwesenheit verraten. Mit Schaudern stellte Rob J. sich vor, wie es sich anhören mochte, wenn 122.000 Männer gleichzeitig husteten. Er schlang die Arme um seinen Körper, weil ihn plötzlich froh. Wenn zwei so riesige Armeen aufeinanderprallten, waren mehr Männer nötig, um die Verwundeten abzutransportieren, als seine Regimentsmusiker. Der Marsch nach Fredericksburg nahm zweieinhalb Tage in Anspruch. Auf dem Weg machten sie Bekanntschaft mit Virginias Geheimwaffe, dem Chigger, einer Zeckenart. Die winzigen roten Tierchen ließen sich auf die Männer fallen, wenn sie unter tiefhängenden Ästen hindurchgingen, und blieben hängen, wenn sie durchs hohe Gras marschierten. Haftete das Tier einmal an der Kleidung, wanderte es weiter, bis es nackte Haut erreichte, um sich dann mit seinem ganzen Körper ins Fleisch einzugraben. Bald saßen die Chigger zwischen den Fingern, Zehen und Hinterbacken und auf dem Penis der Soldaten. Die Zecke hatte einen zweigeteilten Leib. Wenn ein Soldat einen Chigger dabei erwischte, wie er sich gerade ins Fleisch bohren wollte und versuchte, ihn herauszuziehen, riss er an der schmalsten Stelle ab, und der Teil, der fest saß, richtete genauso viel Schaden an, wie das ganze Tier es getan hätte. Am dritten Tag kratzten sich die meisten Soldaten fluchend, und die Wunden begannen in der feuchten Hitze schnell zu eitern. Rob J. konnte nicht mehr tun, als Schwefelpuder auf die festgebissenen Tiere streuen. Doch einige der Männer hatten Erfahrung mit dieser Plage und erklärten den anderen, dass das einzig wirksame Hilfsmittel sei, das glühende Ende eines Stockes oder einer Zigarre nah an die Haut zu halten, bis der Chigger, angezogen von der Hitze, den Rückweg antrete. Dann könne man ihn langsam und vorsichtig herausziehen, damit er nicht abriss. Und so entfernten bald allenthalben Männer einander die Tierchen. Das Bild erinnerte Rob J. an die Affen im Zoo von Edinburgh, die er oft dabei beobachtet hatte, wie sie sich gegenseitig nach Läusen absuchten. Doch die Chigger-Plage lenkte nur kurzfristig von der Angst ab. Je näher sie Fredericksburg kamen, wo bei der vorangegangenen Schlacht ein solches Gemetzel unter den Yankees angerichtet worden war, umso größer wurde die Anspannung. Als sie aber eintrafen, sahen sie überall nur unionsblau. Robert E. Lee hatte mehrere Tage zuvor im Schutz der Nacht seine Truppen in aller Stille abgezogen. Seine Northern Virginia Army war auf dem Weg nach Norden. Die Unions-Kavalerie überwachte zwar Lees Marsch, doch die Potomac Army heftete sich nicht an seine Fersen. Den Grund dafür kannte nur General Hooker. Das 119. Indiana lagerte sechs Tage bei Fredericksburg. Man ruhte sich aus, behandelte die Blasen an den Füßen, entfernte Chigger und reinigte und ölte die Waffen. In der Freizeit stiegen die Soldaten grüppchenweise auf die Berge, wo nur ein halbes Jahr zuvor fast 13.000 Unionssoldaten gefallen oder verwundet worden waren. Als sie hinunterblickten und sahen, welch leichtes Ziel ihre nachkommenden Kameraden boten, waren sie heilfroh, dass General Lee vor ihrem Eintreffen abgezogen war. Als Simmons neue Befehle bekam, mussten sie wieder in Richtung Norden. Sie marschierten gerade auf einer staubigen Straße, als die Nachricht eintraf, dass Winchester, wo sie den Truppenzug verlassen hatten, durch Konföderierte unter General Richard S. Yule überrollt worden sei. Ein weiterer Sieg der Rebellen, 95 Unionssoldaten getötet, 348 verwundet und mehr als 4000 vermisst oder gefangen genommen. Rob Jay, der auf dem Kutschbock des Ambulanzwagens die friedliche Landstraße entlang fuhr, wollte nicht glauben, dass Krieg war, wie er als Junge den Tod nicht zur Kenntnis nehmen wollte. Warum sollten Menschen sterben, wenn es so schön war zu leben? Und warum sollten Menschen in einen Krieg ziehen? Es war so viel angenehmer, schläfrig diese sanft geschwungene, sonnenheiße Straße entlang zu rollen, als sich dem Geschäft des Mordens hinzugeben. Doch wie der Junge, einst durch den Tod seines Vaters, mit der Sterblichkeit konfrontiert worden war, so wurde dem Erwachsenen nun die Realität des Krieges vor Augen geführt, als sie nach Fairfax kamen, und er erkannte, was gemeint ist, wenn die Bibel von Heerscharen spricht. Sie schlugen ihr Lager inmitten von Artillerie, Kavallerie und Infanterie auf den Feldern einer Farm auf. Wohin Rob Jay auch blickte, er sah Unionssoldaten. Es herrschte ein ständiges Kommen und Gehen. Am Tag nach der Ankunft erfuhr das 119. Regiment, dass Lees Northern Virginia Army bereits in den Norden einmarschiert war und über den Potomac nach Maryland vorstieß. Jetzt endlich ließ sich Hooker dazu herbei, etwas zu unternehmen. Er schickte Einheiten seiner Armee nach Norden, damit sie sich zwischen Lees Truppen und Washington stellten. Vierzig Stunden später wurde auch das 119. Indiana angefordert, worauf es sich wieder Richtung Norden in Bewegung setzte. Beide Armeen waren zu groß und zu verstreut, um schnell und vollständig verlagert zu werden. Ein Teil von Lees Streitkräften befand sich noch in Virginia und war erst dabei, den Fluss zu überqueren, um sich ihrem Befehlshaber anzuschließen. Die beiden Heere waren konturlose, pulsierende Monster, die sich ausdehnten und zusammenzogen, immer in Bewegung waren, manchmal sogar unmittelbar nebeneinander. Wenn die Ränder sich berührten, gab es Scharmützel wie aufstiebende Funken bei Upperville, bei Haymarket und einem Dutzend weiterer Orte. Das 119. Indiana erlebte keine nennenswerten Kampfhandlungen, nur in einer Nacht kam es zwischen dem äußeren Ring von Posten und feindlichen Reitern zu einem kurzen Feuerwechsel ohne Folgen, da sich die Reiter sehr schnell aus dem Staub machten. In der Nacht zum 28. Juni überquerten die Männer des 119. Regiments in kleinen Booten den Potomac. Am Morgen setzten sie sich wieder in Richtung Norden in Marsch, und Fitz' Kapelle intonierte »Maryland, my Maryland«. In manchen Gegenden hatten ihnen die Menschen zugewunken, wenn sie vorbeikamen, doch die Einwohner von Maryland machten einen gleichgültigen Eindruck. Sie sahen schon seit Tagen Truppen durchmarschieren. Rob J. und den Soldaten hing die Maryland-Hymne sehr bald zum Hals heraus, doch die Kapelle spielte sie auch noch, als sie an einem Morgen durch fruchtbares, sanft hügeliges Farmland in einen gepflegten Ort kamen. »Wo sind wir denn hier?« erkundigte sich Ordway bei Rob J. »Ich weiß es nicht.« Sie kamen an einer Bank vorbei, auf der ein alter Mann saß und das Militär beobachtete. »Mister«, rief Rob J. hinüber, »wie heißt denn diese hübsche Stadt?« Das Kompliment schien den alten Mann zu irritieren. »Unsere Stadt?«, sagte er. »Die Stadt heißt Gattysburg, Pennsylvania.« Obwohl die Männer des 119. Indianer es nicht wussten, unterstanden sie an dem Tag, als sie Pennsylvania erreichten, bereits seit 24 Stunden einem neuen Kommandanten. General George Meade hatte General Joe Hooker abgelöst, der die Rechnung für die viel zu späte Verfolgung der Konföderierten bezahlen musste. Sie durchquerten die kleine Stadt und marschierten die Taney Town Road entlang. Die Unionsarmee war südlich von Gattysburg zusammengezogen worden und Simmons ließ seine Leute auf einer ausgedehnten, hügeligen Wiese anhalten und das Lager aufschlagen. Die Luft war schwer, heiß und feucht und erfüllt von ängstlicher Tapferkeit. Die Soldaten des 119. Regiments unterhielten sich über den Kriegsschrei der Rebellen. Sie hatten ihnen Tennessee nicht selbst gehört, doch viel darüber vernommen und oft Imitationen vorgeführt bekommen. Sie fragten sich bang, ob sie das Original wohl in den nächsten Tagen hören würden. Colonel Simmons wusste, dass die beste Therapie für strapazierte Nerven Arbeit ist, und so stellte er Trupps zusammen und ließ sie hinter aufgehäuften Steinen, die als Brustwehr dienen sollten, flache Schützengräben ausheben. An diesem Abend schliefen sie bei dem Klang leisen Vogelgezwitschers und dem Zirpen der Laubheuschrecken ein. Am nächsten Morgen aber weckte sie Geschützfeuer, das mehrere Meilen nordwestlich aus der Gegend des Chambersburg Pike herüber donnerte. Gegen elf Uhr erhielt Colonel Simmons neue Befehle, und das 119. Regiment wurde eine halbe Meile über einen bewaldeten Hügelkamm zu einer Wiese auf einer Anhöhe östlich der Emmetsburg Road geführt. An sechs Vorposten der Union hatte es sich bewahrheitet, dass die neue Stellung sich näher am Feind befand. Sie lagen hingestreckt im Gras, als schliefen sie. Alle sechs waren barfuß. Die schlecht beschulten Südstaatler hatten ihre Stiefel gestohlen. Simmons ließ erneut Brustwehre bauen und ersetzte die Posten. Auf Robjays Bitte hin wurde am Waldrand ein langes, schmales Gerüst in Form eines Laubenganges aufgestellt und mit einem Dach aus Zweigen versehen, um den verwundeten Schatten zu bieten, und vor diesem Lazarett stellte Robjay seinen Operationstisch auf. Von Kundschaftern erfuhren sie, dass der erste Feuerwechsel beim Zusammenstoß von Kavalerieeinheiten erfolgt war. Im Laufe des Tages wurde der Schlachtenlärm immer lauter, ein ständiges, heiseres Bellen von abgefeuerten Musketen, das sich anhörte wie das Gekläff tausender mordlüsterner Hunde, dazu dröhnender, nicht endender Kanonendonner. Jede noch so leichte Bewegung der heißen Luft traf sie ins Gesicht wie ein Schlag. Am frühen Nachmittag wurde das Regiment zum dritten Mal an diesem Tag in Marsch gesetzt und in Richtung der Stadt, des Gefechtslärms, des Kanonengrollens und der weißgrauen Rauchwolken geführt. Robjay kannte die Soldaten inzwischen gut und wusste, dass die meisten eine leichte Verwundung herbeisehnten, nicht mehr als einen Kratzer, der aber eine Narbe hinterließ, damit ihre Leute daheim sehen konnten, wie viel sie für den Sieg auf sich genommen hatten. Jetzt freilich waren sie auf dem Weg in ein Gebiet, wo Männer starben. Sie marschierten durch die Stadt und waren, als sie den Hügel erklommen, plötzlich von dem Lärm umgeben, den sie vorher nur von Weitem gehört hatten. Mehrmals zischten Artilleriesalven über ihre Köpfe hinweg und sie kamen an eingegrabener Infanterie und vier Geschützbatterien vorbei, die unablässig feuerten. Als sie oben waren und ihnen befohlen wurde, anzuhalten, stellten sie fest, dass sie sich mitten auf einem großen Friedhofsgelände befanden, das dem Hügel seinen Namen gegeben hatte, Cemetery Hill. Rob J. baute gerade seine Geräte hinter einem imposanten Mausoleum auf, das sowohl Schutz als auch ein wenig Schatten spendete, als ein schweißüberströmter Colonel auf ihn zukam und nach dem Sanitätsoffizier fragte. Er stellte sich als Colonel Martin Nichols vom Medical Department vor und erklärte, er organisiere die medizinische Versorgung. »Haben Sie Erfahrung als Chirurg?«, fragte er. Rob J. fand, dass jetzt keine Zeit für falsche Bescheidenheit sei. »Ja, habe ich, eine recht umfassende sogar,« antwortete er. »Dann brauche ich sie im Lazarett, wo schwere Fälle zum Operieren hingebracht werden.« Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich lieber bei meinem Regiment bleiben, Colonel. »Es macht mir aber etwas aus, Doktor. Es macht mir sogar sehr viel aus. Ich habe ein paar gute Ärzte, aber auch einige junge, unerfahrene Burschen, die lebensentscheidende Eingriffe durchführen und dabei ein schreckliches Gemetzel anrichten. Sie amputieren Gliedmaßen, ohne Hautlappen überstehen zu lassen, und manche lassen die Knochenenden zentimeterweit aus dem Fleisch ragen. Sie wagen Experimente, die ein erfahrener Arzt niemals machen würde, schneiden Oberarme am Ansatz weg und trennen Hüft- und Schultergelenke ab. Sie fabrizieren unnötigerweise Krüppel, die für den Rest ihres Lebens unter entsetzlichen Schmerzen leiden werden. Hören Sie, Doc. Sie nehmen den Platz eines dieser Möchtegern-Chirurgen ein, den ich dafür hierher schicke, damit er verwundeten Kompressen auflegt. Rob J. nickte. Er unterrichtete Ordway davon, dass dieser bis zur Ankunft eines anderen Arztes die Leitung der Sanitätsstation zu übernehmen habe, und folgte Colonel Nichols den Hügel hinunter. Das Lazarett befand sich in der Stadt, in der katholischen Kirche, die, wie Rob J. las, Franz von Assisi geweiht war. Er wollte nicht vergessen, dies Miriam Ferocia zu erzählen. In der Vorhalle war ein Operationstisch aufgestellt worden. Die beiden Flügel des Portals standen weit offen, damit der Chirurg möglichst viel Licht bekam. Das Gestühl war mit Brettern überdeckt worden, auf denen man aus Stroh und Decken Betten für die Verwundeten gemacht hatte. In einem feuchten Raum im Keller standen im gelben Licht mehrerer Lampen zwei weitere Operationstische und einen davon übernahm Rob J. Er zog seinen Rock aus und rollte seine Ärmel so weit hoch wie möglich, während ein Corporal der 1. Kavalerie-Division einem Soldaten Chloroform verabreichte, dessen Hand eine Kanonenkugel weggerissen hatte. Sobald der Junge narkotisiert war, nahm Rob J. so viel des Arms ab, wie unbedingt erforderlich war, und ließ einen ausreichenden Hautlappen für den Stumpf stehen. Der nächste, rief er. Ein weiterer Patient wurde hereingetragen, und Rob J. vertiefte sich in seine Aufgabe. Der Keller maß etwa sechs auf zwölf Meter. Am zweiten Tisch arbeitete ebenfalls ein Chirurg, doch Rob J. und er sahen einander nur selten an und hatten sich nicht viel zu sagen. Im Laufe des Nachmittags wurde Rob J. klar, dass der andere gute Arbeit leistete, und auch er erhielt ein Lob von seinem Gegenüber. Dann konzentrierte sich jeder wieder auf seinen Tisch. Rob J. entfernte Geschosse und Metallsplitter, stopfte Eingeweide in Bäuche zurück, nähte Wunden zu und amputierte. Und amputierte immer wieder. Das Minier-Geschoss war ein Niedergeschwindigkeitsprojektil, das besonders viel Schaden anrichtete, wenn es einen Knochen traf. Riss es einen Knochen ab oder zertrümmerte es ihn, blieb dem Chirurgen nichts anderes übrig, als das Glied zu entfernen. Auf dem Lehmboden zwischen Rob J. und dem anderen Arzt wuchs ein wahrer Berg von Armen und Beinen. Von Zeit zu Zeit kamen Männer und schafften die Gliedmaßen weg. Nach vier oder fünf Stunden trat ein Colonel in grauer Uniform in den Kellerraum und eröffnete den beiden Ärzten, dass sie sich ab sofort als Gefangene zu betrachten hätten. Wir sind bessere Soldaten als eure Leute. Wir haben die Stadt erobert. Eure Truppen sind nach Norden getrieben worden und wir haben 4.000 Mann gefangen genommen. Dazu gab es nicht viel zu sagen. Der andere Chirurg warf Rob J. einen Blick zu und zuckte mit den Achseln. Rob J., der einen Patienten auf dem Tisch hatte, machte den Colonel darauf aufmerksam, dass er ihm im Licht stehe. Wann immer eine Pause eintrat, versuchte er ein paar Minuten zu dösen, im Stehen. Aber es gab kaum Pausen. Die kämpfenden Armeen schliefen zwar nachts, doch die Ärzte arbeiteten durch und versuchten unermüdlich die Männer zu retten, die auf dem Schlachtfeld zerfetzt worden waren. Der Keller hatte kein Fenster und die Lampen brannten stets mit voller Leistung. Rob J. verlor jede Übersicht, ob es Tag oder Nacht war. Der nächste, rief er. Der nächste, der nächste, der nächste. Es war eine Sisyphusarbeit, denn sobald er mit einem Patienten fertig war, wurde der nächste hereingebracht. Manche trugen zerrissene, blutdurchdrängte graue Uniformen und manche zerrissene, blutdurchdrängte blaue, und Rob erkannte bald, dass ein unerschöpflicher Nachschub zur Verfügung stand. Nicht so bei anderen Dingen. Nach kurzer Zeit gab es in dem Kirchenhospital keine Kompressen mehr und keine Lebensmittel. Der Colonel, der ihm erklärt hatte, die Südstaatler seien die besseren Soldaten, erklärte ihm nun, dass der Süden weder Chloroform noch Äther habe. »Ihr könnt ihnen weder Stiefel zur Verfügung stellen noch ein Mittel gegen ihre Schmerzen geben,« sagte Rob J. ohne Genugtuung. »Deshalb werdet ihr am Ende verlieren.« Und dann ersuchte er den Offizier, Alkohol zu beschaffen. Der Colonel entfernte sich tief beleidigt, schickte jedoch Whisky für die Patienten und heiße Hühnerbrühe für die Ärzte, die Rob J. hinunterschüttete, ohne etwas zu schmecken. Da er keine Betäubungsmittel mehr hatte, holte er sich mehrere starke Männer, damit sie die Patienten festhielten, und dann operierte er so, wie er es in früheren Jahren getan hatte. Er schnitt, sägte, nähte so schnell und geschickt, wie William Ferguson es ihn gelehrt hatte. Die Opfer freilich schrien und versuchten, um sich zu schlagen. Er gähnte nicht, und obwohl er häufig blinzeln musste, blieben seine Augen offen. Er merkte, dass seine Füße und Knöchel schmerzhaft anschwollen, und manchmal, wenn ein Patient hinaus und ein anderer hereingetragen wurde, rieb er sich mit der linken Hand die rechte. Jeder Fall war anders. Doch da es nur begrenzte Möglichkeiten gibt, ein menschliches Wesen zu zerstören, erschienen ihm bald alle gleich, ob nun das Gesicht zerfetzt, die Genitalien abgeschossen oder die Augen getroffen waren. Die Stunden vergingen. Allmählich kam es ihm so vor, als habe er den größten Teil seines Lebens damit verbracht, in diesem kleinen feuchten Raum Menschen zu zerschneiden, und er fühlte sich verdammt dazu, immer hier zu bleiben und weiterzumachen. Doch irgendwann änderten sich die Geräusche, die zu ihnen herunterdrangen. Sie hatten sich längst an die Schreie und das Stöhnen, an den Kanonendonner und das Gewehrfeuer, die Explosion von Minen und sogar an die Erschütterung, die nahe Einschläge verursachten, gewöhnt. Aber nun erreichte das Inferno ein neues Crescendo, eine unaufhörliche Folge von Schüssen und Explosionen, die mehrere Stunden andauerte. Danach trat plötzlich eine relative Stille ein, in der die Leute in der Kirche auf einmal miteinander sprechen konnten, ohne schreien zu müssen. Und dann war da ein neuer Lärm, ein Brüllen, das auftoste und verebte und weiter und weiter wogte wie der Ozean, und als Rob J. einen konföderierten Helfer hinausschickte, damit er feststelle, was das war, kam der Mann kurz darauf zurück und berichtete gebrochen, es sei das Triumphgeheul der gottverdammten Yankees. Als Lanning Ordway einige Stunden später kam, stand Rob J. immer noch am Operationstisch. »Doc! Mein Gott, Doc! Sie kommen jetzt mit mir!« Von Ordway erfuhr Rob J., dass er fast zwei Tage in diesem Keller zugebracht hatte, und der Corporal berichtete ihm, wo das 119. Regiment bivakierte. Rob J. ließ sich von seinem guten Kameraden und schlimmsten Feind in einen unbenutzten Lagerraum führen, wo ein weiches Bett aus sauberem Heu für ihn aufgeschüttet worden war. Er legte sich hin und schlief sofort ein. Spät am folgenden Nachmittag weckten ihn das Stöhnen und die Schreie der Verwundeten, die man um ihn herum auf den Boden gelegt hatte. Andere Chirurgen hatten die Tische übernommen und kamen gut ohne ihn zurecht. Es hatte keinen Sinn zu versuchen, den Abort der Kirche zu benutzen, da dieser schon längst übergelaufen war. Also trat Rob J. hinaus in den strömenden Regen und entleerte seine Blase hinter einigen Fliederbüschen, die jetzt wieder der Union gehörten. Ganz Gettysburg gehörte wieder der Union. Er hatte vergessen, wo sein Regiment lagerte und fragte jeden, dem er begegnete. Schließlich fand er es südlich der Stadt, verstreut über mehrere Felder. Wilcox und Ordway begrüßten ihn mit einer Herzlichkeit, die ihn rührte. Sie hatten Eier. Während Lenning Ordway Zwieback zerkrümelte und die Bröckchen mit Eiern als Frühstück für den Doktor in Schweinefett briet, berichteten sie ihm, was sich ereignet hatte. Das Schlechte zuerst. Der beste Kornettbläser der Kapelle, Thad Bushman, war gefallen. Er hatte nur ein winziges Loch in der Brust, sagte Wilcox. Die Kugel muss direkt ins Schwarze getroffen haben. Loon Robinson hatte es als ersten von den Barenträgern erwischt. Wurde in den Fuß geschossen. Kaum, dass sie weg waren, erzählte Ordway. Und Lawrence wurde gestern von der Artillerie fast in zwei Stücke gerissen. Ordway stellte die Pfanne mit dem Eier-Zwieback-Gemisch vor Rob Jay, der mit aufrichtiger Trauer an den ungeschickten Trommler dachte. Doch zu seiner Beschämung konnte er dem Essen nicht widerstehen, und er stürzte sich gierig darauf. Oskar war zu jung. Er hätte eigentlich zu Hause bei seiner Ma bleiben sollen, sagte Wilcox bitter. Rob Jay verbrannte sich den Mund an dem Kaffee, der entsetzlich war und trotzdem herrlich schmeckte. Wir hätten eigentlich alle bei unseren Maas zu Hause bleiben sollen, meinte er und drülpste. Er aß etwas langsamer weiter und trank eine zweite Tasse Kaffee, während sie ihm schilderten, was in den beiden Tagen passiert war, die er im Keller der Kirche zugebracht hatte. Am ersten Tag drängten sie uns zurück auf die Anhöhe nördlich der Stadt, sagte Ordway. Das war das Beste, was uns passieren konnte. Am nächsten Tag standen wir in einer langen Linie, die zwischen zwei Hügelpaaren verlief, zwischen Cemetery Hill und Culps Hill im Norden, nahe der Stadt, sowie Round Top und Little Round Top ein paar Meilen weiter südlich. Die Kämpfe waren furchtbar. Furchtbar. Eine Unmenge Gefallener. Wir kamen gar nicht mehr nach mit dem Abtransportieren der Verwundeten. Aber wir haben es gut gemacht, warf Wurkox ein, wie sie es uns gezeigt haben. Davon bin ich überzeugt, Rob J. nickte. Am nächsten Tag sollten wir Howard's Chor verstärken. Gegen Mittag wurden wir von konfederierten Kanonen in die Mangel genommen, erzählte Ordway weiter. Unsere Vorposten stellten fest, dass, während die uns beschossen, eine Menge Konfederierte tief unter uns auf der anderen Seite der Straße im Wald verschwanden. Wir sahen hier und da Metall durch die Bäume blitzen. Das Kanonenfeuer dauerte noch eine Stunde oder länger, und wir bekamen einiges ab, aber wir waren die ganze Zeit über auf der Hut, weil wir wussten, dass sie angreifen wollten. Irgendwann am Nachmittag hörten ihre Kanonen aufzuschießen. Und unsere auch. Und dann schrie jemand. Sie kamen! Und 15.000 Rebellensträutchen in grauer Uniform kamen aus dem Wald. Lees' Jungs kamen Schulter an Schulter auf uns zu, Reihe hinter Reihe. Ihre Bayonette sahen aus wie ein langer Stahlzaun über ihren Köpfen, der in der Sonne glänzte. Man hörte keinen Kriegsschrei. Sie kamen ohne ein Wort mit schnellen, entschlossenen Schritten auf uns zu. Ordway legte eine kleine Pause ein. Robert E. Lee hat uns schon oft den Arsch versohlt, fuhr er dann fort. Und ich weiß, dass er ein gemeiner, hinterlistiger Hurensohn ist, aber hier in Gettysburg war er nicht hinterlistig. Wir trauten unseren Augen nicht, als die Rebellen da über offenes Gelände auf uns zukamen, wo wir doch auf der Anhöhe standen und sie uns schutzlos ausgeliefert waren. Wir wussten, dass sie in den Tod liefen. Und sie müssen's auch gewusst haben. Wir ließen sie fast eine Meile marschieren, ohne was zu tun. Colonel Simmons und die anderen Colonels entlang unserer Knie, die brüllten immer wieder, nicht schießen! Nicht schießen! Lasst sie näher rankommen! Nicht schießen! Und das müssen die Grauröcker auch gehört haben. Als sie so nah waren, dass wir ihre Gesichter erkennen konnten, eröffnete unsere Artillerie auf dem Little Round Top und dem Cemetery Hill das Feuer. Und viele von den Männern verschwanden einfach. Die, die übrig waren, kamen durch die Rauchwolken weiter auf uns zu. Schließlich schrie Colonel Simmons, Feuer! Und jeder von uns schoss einen Rebellen ab. Irgendjemand brüllte, Fredericksburg! Und dann schreien es plötzlich alle. Fredericksburg! 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 Es wurde nur noch geschossen und geladen, geschossen und geladen, geschossen und geladen. Sie kamen nur an einer Stelle bis zu der Steinmauer am Fuß unseres Hügels, und die es schafften, kämpften mit dem Mut der Verzweiflung. Aber sie wurden alle getötet oder gefangen genommen. Schloss Ordway. Rob J. nickte. Das musste der Zeitpunkt gewesen sein, als das Triumphgeschrei losbrach. Wilcox und Ordway hatten die ganze Nacht Verwundete transportiert, und jetzt begleitete Rob J. sie durch den nach wie vor strömenden Regen. Als sie das Schlachtfeld erreichten, stellte er fest, dass der Regen ein wahrer Segen war, da er den Leichengestank etwas milderte, der trotzdem entsetzlich war. Überall aufgedunsene Leiber. Und inmitten dieser Hinterlassenschaft menschlicher Grausamkeit suchten die Retter nach Überlebenden. Den restlichen Vormittag arbeitete Rob J. im Regen, legte Kompressen auf und half die Bahre tragen. Als sie die Verwundeten zu den Krankenhäusern brachten, sah er, warum seine Leute Eier zum Frühstück gehabt hatten. Überall wurden Mengen von Medikamenten und Narkosemitteln, Kompressen und Essen abgeladen. An den Operationstischen standen die Chirurgen in dreifacher Besetzung. Die dankbare Union hatte gehört, dass sie schließlich, wenn auch für einen schrecklichen Preis, doch noch einen Sieg errungen hatte, und beschlossen, bei denen, die das Inferno überlebt hatten, an nichts zu sparen. In der Nähe des Eisenbahndepots kam ein Zivilist auf Rob J. zu, der etwa in seinem Alter war, und ihn höflich fragte, ob er wisse, wo die Möglichkeit bestehe, einen Soldaten einbalsamieren zu lassen. Der Mann stellte sich als Winfield S. Walker vor, Farmer aus Maryland. Als er von der Schlacht hörte, habe eine innere Stimme ihm befohlen, hierher zu kommen und seinen Sohn Peter zu suchen, und jetzt habe er ihn unter den Toten entdeckt. Ich möchte ihn einbalsamieren lassen, damit ich ihn mit nach Hause nehmen kann. Verstehen Sie? Rob J. verstand. Ich habe gehört, dass im Washingtoner House Hotel Einbalsamierungen vorgenommen werden, Sir. Das stimmt, Sir. Aber dort sagte man mir, dass es schon eine ellenlange Warteliste gäbe, und deshalb wollte ich mich nach einer anderen Möglichkeit umsehen. Die Leiche seines Sohnes befand sich auf der Haralds Farm, in einem Farmlazarett etwas abseits der Emmitsburg Road. Ich bin Arzt, erklärte Rob J., ich kann es machen. Er holte die nötigen Dinge von seiner Ausrüstung beim 119. Regiment und traf sich mit Mr. Walker vor dem Farmhaus. Rob J. brachte ihm so schonend wie möglich bei, dass er einen Army-Sarg mit Zinkfutter beschaffen müsse, da aus dem Körper seines Sohnes Flüssigkeit austreten werde. Während der Vater unterwegs war, um diesen traurigen Auftrag auszuführen, kümmerte sich Rob J. in einem Raum, in dem etwa noch sechs andere Tote lagen, um die Leiche des Sohnes. Peter Walker war ein bildschöner junger Mann von etwa zwanzig Jahren, mit den feinen Gesichtszügen seines Vaters und dem gleichen vollen, dunklen Haar. Er war bis auf die Tatsache, dass ein Geschoss ihm das linke Bein in Höhe des Oberschenkels abgerissen hatte, unverletzt. Er war verblutet, und sein Körper schimmerte weiß wie eine Marmorstatue. Rob J. rührte 30 Gramm Chlorzinksalz in eine Mischung aus je einem Liter Alkohol und Wasser. Dann band er die Arterie in dem Beinstumpf ab, damit die Flüssigkeit nicht herauslaufen konnte, schnitt einen Schlitz in die Oberschenkelarterie des unverletzten Beines und injizierte die Einbalsamierungsflüssigkeit mit einer Spritze. Mr. Walker hatte keine Schwierigkeiten, von der Army einen Sarg zu bekommen. Er wollte für das Einbalsamieren bezahlen, doch Rob J. schüttelte den Kopf. Ein Vater hat einem anderen geholfen. Es regnete weiter. Nachdem einige kleine Flüsse über die Ufer getreten und mehrere Schwerverletzte ertrunken waren, ließ der Regen etwas nach. Rob J. kehrte auf das Schlachtfeld zurück und suchte bis zum Einbruch der Dämmerung nach Verwundeten. Dann hörte er auf, denn jüngere und kräftigere Männer waren mit Laternen und Fackeln erschienen, um das Gelände abzusuchen, und er war todmüde. Die Sanitary Commission hatte mitten in Gettysburg in einem Lagerhaus eine Küche eingerichtet, und Rob J. ging dorthin und aß eine Suppe, die das erste Rindfleisch enthielt, das er seit Wochen gegessen hatte. Er aß drei Schüsseln voll Suppe und sechs Scheiben Weißbrot dazu. Danach machte er sich auf den Weg zur presbyterianischen Kirche, ging durch die Reihen der Behelfsbetten und versuchte zu helfen, wo es nur ging, auch wenn er den Verwundeten oft nur einen Schluck Wasser geben oder den Schweiß vom Gesicht wischen konnte. War der Patient ein Konföderierter, stellte er ihm immer dieselbe Frage. Kennen Sie einen 23-jährigen blonden Jungen aus Holden's Crossing in Illinois, der Alexander Cole heißt? Doch die Antwort war immer ein Nein. Scharmütze Als der Regen sich wieder wie ein dichter Vorhang über das Land senkte, zog sich General Robert E. Lee mit seiner schwer angeschlagenen Armee langsam nach Maryland zurück. Meade hätte ihn nicht entkommen lassen müssen. Die Potomac Army war zwar ebenfalls stark dezimiert, 23.000 Mann Verlust, einschließlich der etwa 8.000 Toten oder Vermissten, aber die Nordstaatler waren von ihrem Sieg animiert und viel kräftiger als Lees Männer, die auch noch durch einen Wagenzug mit Verwundeten behindert wurden, den sie in einer Länge von 17 Meilen hinter sich her schleppten. Doch so wie Hooker in Virginia versagt hatte, versagte jetzt Meade in Pennsylvania, und Lee wurde nicht verfolgt. Unter welchen Steinen buddelt Mr. Lincoln nur seine Generäle aus? fragte Simmons Rob J. verächtlich. Doch während die Colonels der Müßiggang verdross, waren die Soldaten glücklich, sich ausruhen und erholen zu können und Zeit zu haben, ihren Angehörigen in Briefen die erstaunliche Tatsache mitzuteilen, dass sie noch am Leben waren. Ordway fand Louis Robinson in einem der Farmhauslazarette. Sein rechter Fuß war zehn Zentimeter über dem Knöchel amputiert worden. Er war dünn geworden und sah blass aus, schien jedoch ansonsten in guter Verfassung zu sein. Rob J. untersuchte den Stumpf und erklärte Robinson, dass die Wunde gut verheile und der Mann, der ihn operiert habe, sein Handwerk verstehe. Robinson war sichtlich froh, den Kriegsdienst hinter sich zu haben. Die Erleichterung leuchtete geradezu aus seinen Augen. Rob J. hatte das Gefühl, dass Robinson für die Verwundung geradezu prädestiniert gewesen war, weil er sie so sehr gefürchtet hatte. Er brachte ihm sein Cornett, Bleistifte und Papier. Dieser Mann würde mit seiner Behinderung einigermaßen leben können, schließlich brauchte man zum Komponieren oder Cornettblasen keine zwei gesunden Füße. Sowohl Ordway als auch Wilcox wurden zum Sergeant befördert und mit ihnen eine ganze Anzahl von Männern, als Simmons seine Listen durchforstete, die Überlebenden vermerkte und die Dienstgrade der Gefallenen an sie verteilte. Das 119. Indiana hatte 18 Prozent seiner Soldaten verloren, was einen im Verhältnis zu den anderen Regimentern geringer Prozentsatz war. Ein Regiment aus Minnesota hatte 86 Prozent seiner Männer verloren und war damit, wie manches andere auch, so gut wie ausgelöscht. Simmons und seine Stabsoffiziere verbrachten Tage damit, Überlebende der vernichteten Regimenter zu rekrutieren, und schließlich zählte das 119. Indiana wieder 771 Mann. Sichtlich verlegen teilte Simmons Rob J. mit, dass er auch einen Regimentsarzt gefunden habe. Dr. Gardner Coppersmith war als Captain bei einer der inzwischen aufgelösten Pennsylvania-Einheiten gewesen, und Simmons konnte ihn mit einer Beförderung ködern. Der Arzt hatte sein Medizinstudium in Philadelphia abgeschlossen und nun zwei Jahre Felderfahrung. »Wenn Sie kein Zivilist wären, Doc Cole, würde ich auf der Stelle Sie zum Regimentsarzt machen,« sagte Simmons, »aber der Posten muss mit einem Offizier besetzt werden. Es ist Ihnen klar, dass Dr. Coppersmith Ihr Vorgesetzter sein und das Sagen haben wird?« Rob J. versicherte ihm, dass ihm das klar sei. Für Rob J. war es ein komplizierter Krieg, der von einer komplizierten Nation geführt wurde. In der Zeitung las er, dass es bei der ersten Auslosung der Namen für die Aushebung Wehrpflichtiger in New York zu einem Aufstand gekommen war. Ein Mob von 50.000 hauptsächlich irisch-katholischen Arbeitern setzte das Einberufungsbüro in Brand, legte Feuer in den Räumen der New York Tribune und einem Waisenhaus für Schwarze, in dem sich zu diesem Zeitpunkt Gottlob keine Kinder befanden. Sie gaben offenbar den Schwarzen die Schuld an dem Krieg und zogen durch die Straßen, schlugen und beraubten jeden dunkelhäutigen Menschen, den sie finden konnten, und ermordeten und lünchten tagelang Schwarze, bis der Aufruhr von Unionstruppen niedergeschlagen wurde, die gerade von den Kämpfen gegen die Südstaatler aus Gattisburg zurückgekommen waren. Der Vorfall bestürzte Rob J. Tief. In Amerika geborene protestantische Christen verhöhnten und unterdrückten katholische Christen und Einwanderer, und Katholiken und Einwanderer verhöhnten und ermordeten Schwarze, als lebe jede Gruppe von ihrem Hass und brauche als Nährstoff das Knochenmarkt des Schwächeren. Als Rob J. sich noch auf die amerikanische Staatsbürgerschaft vorbereitete, hatte er die Verfassung des Landes gelesen und sich über die Bestimmungen gewundert. Jetzt erkannte er, dass die Genialität derer, die diese Verfassung festschrieben, darin gelegen hatte, dass sie die Charakterschwächen der Menschen und den Fortbestand des Bösen in der Welt einkalkulierten und versuchten, die Freiheit des Einzelnen zur gesetzlichen Realität zu machen, zu der diese Nation immer und immer wieder zurückkehren musste. Er war fasziniert von den Gründen, die Menschen dazu brachten, einander zu hassen. Und er studierte Lenning Ordway, als sei der hinkende Sergeant ein Käfer unter seinem Mikroskop. Hätte Ordway nicht dann und wann Hass versprüht wie ein überlaufender Kessel? Und hätte Rob J. nicht gewusst, dass über zwölf Jahre zuvor in seinem eigenen Wald in Illinois ein grässliches, ungeahndetes Verbrechen begangen wurde? Er hätte Ordway als einen der liebenswürdigeren jungen Männer des Regiments betrachtet. Jetzt sah er den Barenträger regelrecht aufblühen. Wahrscheinlich bescherte Ordway sein Dienst in der Armee mehr Erfolg, als er jemals gehabt hatte. Im ganzen Regiment herrschte Hochstimmung. Die Kapelle des 119. Indiana zeigte Schmiss und Elan, als sie von Lazarett zu Lazarett zog und für die Verwundeten spielte. Der neue Cornettbläser war nicht so gut wie Thad Bushman, aber die Musiker spielten voller Stolz, weil sich während des Kampfgeschehens gezeigt hatte, dass auch sie gebraucht wurden. »Wir sind miteinander durch die Hölle gegangen«, verkündete Wilcox eines Abends, als er zu viel getrunken hatte feierlich, und versuchte Rob J. mit seinen schielenden Augen zu fixieren. »Wir sind in den Rachen des Todes marschiert und wieder heraus und sind wie Wiesel durch das Tal der Schatten geflitzt. Wir haben der Bestie ins Auge gesehen. Wir haben den Kriegsschrei der Rebellen gehört und zurückgeschrien.« Die Männer behandelten einander äußerst behutsam. Sergeant Ordway, Sergeant Wilcox und sogar der schmuddelige Corporal Addison Perry wurden geehrt, weil sie ihre Kameraden von der Kapelle ins Schlachtgetümmel geführt hatten, um Verwundete zu bergen. Die Geschichte von Rob J.'s zweitägigem Operationsmarathon wurde in allen Zelten und Hütten immer und immer wieder erzählt, und die Männer wussten, dass er für die Einführung des Ambulanzdienstes in ihrem Regiment verantwortlich gewesen war. Sie grüßten ihn jetzt lächelnd, wenn sie ihn sahen, und niemand verlor mehr ein Wort über das Thema Latrinen. Seine neue Beliebtheit gefiel Rob J. sehr. Einer der Soldaten der B-Kompanie der zweiten Brigade, ein Mann namens Lyon, brachte ihm sogar ein Pferd. »Habt den Gaul reiterlos am Straßenrand gefunden,« erklärte er und übergab Rob J. die Zügel. Der Arzt war verlegen und hoch erfreut über einen solchen Beweis der Zuneigung. Das lehmfarbene Tier war ein magerer Hengst mit einem Hohlkreuz und hatte wahrscheinlich einem Gefallenen oder Verwundeten Rebellen gehört, denn sowohl Pferd als auch der blutbespritzte Sattel wiesen das Brandzeichen der Konföderierten auf. Obwohl der Gaul Kopf und Schwanz müde hängen ließ, stumpfe Augen hatte und seine Mähne und sein Schweif voller Kletten waren, sagte Rob J., »Soldat, das ist wirklich ein schönes Tier. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll.« »Na ja, 42 Dollar soll's Ihnen schon wert sein,« meinte Lyon. Rob J. lachte, mehr aus Verlegenheit über seinen Hunger nach Zuneigung als über die Situation. Nach ausführlichem Feilschen ging das Pferd für 4,85 Dollar in seinen Besitz über, wobei er dem Betrag noch das Versprechen hinzufügte, den Soldaten nicht wegen Plünderns zu melden. Er gab dem Hengst reichlich Futter, entfernte geduldig die Metten aus Mähne und Schweif, wusch das Blut vom Sattel und rieb das Pferd an den Stellen mit Öl ein, an denen das Leder das Fell abgescheuert hatte. Doch als all das erledigt war, sah das Pferd immer noch sehr traurig aus, und so taufte ihn Rob J. »Pretty Boy«, in der stillen Hoffnung, dass dieser Name dem hässlichen Tier wenigstens ein Mindestmaß an Freude und Selbstvertrauen schenken werde. Er ritt auf Pretty Boy, als das 119. Indiana-Regiment am 17. August Pennsylvania verließ. Kopf und Schweif ließ der Gaul zwar nach wie vor hängen, doch das Tier bewegte sich in der lockeren, gleichmäßigen Gangart eines Pferdes, das lange Strecken gewohnt ist. Falls irgendjemand dem Regiment nicht sicher war, in welche Richtung der Marsch führte, wurde er aufgeklärt, als Kapellmeister Warren Fitz in seine Pfeife blies, Kinn und Taktstock hob und die Kapelle »Maryland, my Maryland« intonierte. Das 119. Regiment überquerte den Potomac sechs Wochen nach Lees-Truppen und einen vollen Monat nach den ersten Einheiten der eigenen Armee. Sie folgten dem Spätsommer nach Süden, und der milde Herbst holte sie erst ein, als sie schon tief nach Virginia vorgedrungen waren. Sie waren alte Hasen, Chigger und kampferprobt, aber das Kriegsgeschehen konzentrierte sich momentan im Westen, und das 119. Indiana genoss die ruhige Phase. Lees Soldaten zogen durch das Shenandoah Valley, wo Unionsspäher sie auskundschafteten und berichteten, sie seien in guter Verfassung, wenn man von einem offensichtlichen Mangel an Versorgungsgütern, vor allem Schuhen, Absee. Als sie zum Rapper Hannock kamen und feststellten, dass die Konföderierten erst vor kurzem hier kampiert hatten, hingen schwere Herbstregenwolken am Himmel. Obwohl Rob J. protestierte, errichteten sie ihre Zelte auf dem ehemaligen Lagerplatz der Rebellen. Major Coppersmith war ein gebildeter und kompetenter Arzt, doch er hielt sich nicht damit auf, sich auch noch über Scheiße Gedanken zu machen, und er belästigte auch niemanden mit dem Ansinnen, Latrinen zu graben. Er teilte Rob J. mit schonungsloser Deutlichkeit mit, dass die Zeiten vorüber seien, da ein Zivilist die medizinischen Anordnungen für das Regiment traf. Der Major hielt seine Sprechstunden am liebsten allein ab, außer er fühlte sich schlecht, was allerdings nicht oft vorkam. Und er sagte, solange sich eine Schlacht nicht wieder zu Gettysburg-Dimensionen ausweite, reichten er und ein Freiwilliger aus, um in der Sanitätsstation Kompressen anzulegen. Rob J. schaute ihn lächelnd an. Und was bleibt für mich zu tun? Major Coppersmith runzelte die Stirn und glättete mit dem Zeigefinger seinen Schnurrbart. Nun, Sie können sich um die Bahrenträger kümmern, Dr. Cole, antwortete er. So wurde Rob J. Opfer seiner eigenen Schöpfung. Gefangen in dem von ihm selbst gesponnenen Netz. Er hätte Besseres gewusst, als sich um die Bahrenträger zu kümmern, doch nachdem ihre Belangen nun seine einzige Aufgabe waren, erschien es ihm ein Unding, sich darauf zu beschränken, die Trupps nur hinauszuschicken und zuzusehen, was mit ihnen geschah. Also stellte er einen eigenen Trupp zusammen. Zwei Musiker, den neuen Cornettbläser Alan Johnson und den Querpfeifer Lucius Wagner und als vierten Bahrenträger Corporal Amasa Decker, den Posthalter und Briefträger des Regiments. Die Trupps rückten abwechselnd aus. Er erklärte den neuen Männern, was er schon den ersten fünf Trägern erklärt hatte, von denen jetzt einer tot und der andere amputiert war, dass nämlich die Bergung von Verwundeten nicht gefährlicher sei als alles andere, was mit dem Krieg in Verbindung stehe. Wieder redete er sich ein, dass alles gut gehen werde, und er fügte seinen Trupp in den Wechseldienst ein. Das 119. Regiment und eine ganze Anzahl anderer Einheiten der Potomac Army folgten der Spur der Konföderierten entlang des Rappahannock zu seinem größten Nebenfluss, dem Rapidan. Sie marschierten Tag für Tag am Wasser entlang, in dem sich nur das Grau des Himmels spiegelte. Lee war, sowohl was die Truppenstärke als auch was die Versorgung betraf, unterlegen und nicht auf eine Konfrontation aus. Die Lage in Virginia spitzte sich erst zu, als das Kriegsglück im Westen die Union verließ. General Braxton Braggs Konföderierte führten am Chickamauga Creek bei Chattanooga einen schrecklichen Schlag gegen General William Rosencrantz Unionstruppen, der die Bundesarmee mehr als 60.000 Mann kostete. Lincoln und sein Kabinett hielten eine Krisensitzung ab und beschlossen, Hookers beide Kors von der Potomac Army in Virginia abzuziehen und per Eisenbahn nach Alabama zu schicken, um Rosencrantz zu unterstützen. Nachdem Meads Herr um zwei Kors ärmer war, hörte Lee auf, davon zu rennen. Er teilte seine Armee und versuchte, Mead in die Zange zu nehmen, indem er in westlicher und nördlicher Richtung auf Manassas und Washington zumarschierte. Damit begannen die Scharmötzel. Mead achtete darauf, zwischen Lee's Heer und Washington zu bleiben, doch die Unionsarmee fiel bei sporadischen Kämpfen immer wieder ein, zwei Meilen zurück, bis es schließlich vierzig Meilen waren. Rob J. bemerkte, dass jeder Bahrenträger anders an seine Aufgabe heranging. So legte Wilcox eine verbissene Entschlossenheit an den Tag, während Ordway mit sorgloser Tapferkeit vorging, wenn er wie eine große hinkende Krabbe zu einem Verwundeten eilte und ihn mit den anderen vorsichtig zurücktrug, indem er seine Ecke der Bahre hoch und gerade hielt und mit der Muskelkraft der Arme seinen unregelmäßigen Gangausglich. Rob J. hatte mehrere Wochen Zeit, um über den ersten Einsatz seiner Mannschaft nachzudenken, bis es soweit war. Leider hatte er ebenso viel Fantasie wie Robinson, vielleicht sogar noch mehr. Er konnte sich alle möglichen Arten und Umstände vorstellen, getroffen zu werden. In seinem Zelt fertigte er inzwischen beim Licht der Lampe eine Reihe von Zeichnungen an, die Wilcox' Mannschaft im Einsatz zeigten. Drei Männer, gebückt gegen einen möglichen Ansturm von Bleikugeln, der vierte im Rennen die Bahre als armseligen Schild vor sich haltend. Er zeichnete Ordway beim Zurückkommen, wie er hinten rechts die Bahre trägt. Während die anderen drei angespannte, furchtsame Gesichter zeigen, sind Ordways schmale Lippen zu einer Mischung aus Lächeln und Hohn verzogen, ein Mann ohne erkennbare Begabungen, der endlich etwas gefunden hat, dass er wirklich gut kann. Was wird Ordway tun, fragte sich Rob J., wenn der Krieg zu Ende ist und er keine Verwundeten mehr vom Schlachtfeld bergen kann. Von seiner eigenen Mannschaft machte Rob J. keine Zeichnungen. Sie war bisher noch nicht ausgerückt. Der erste Einsatz erfolgte am 7. November. Das 119. Indiana wurde in der Nähe eines Ortes namens Kelley's Fort über den Rappahannock geschickt. Das Regiment überquerte den Fluss am späten Vormittag, wurde jedoch durch intensiven Beschuss aufgehalten und innerhalb von zehn Minuten bekam der Sanitätstrupp die Nachricht, dass ein Verwundeter zu bergen sei. Rob J. und seine drei Helfer liefen zu einer Wiese, wo ein halbes Dutzend Männer hinter einer efeu bewachsenen Steinmauer kauerten und in den Wald feuerten. Auf dem ganzen Weg zur Mauer wartete Rob J. auf ein Geschoss, das sich in sein Fleisch bohrte. Die Luft schien dick wie Sirup zu sein und seine Nasenlöcher zu verstopfen. Er hatte das Gefühl, sich nur mit äußerster Anstrengung vorwärtskämpfen zu können, und seine Beine versagten ihm fast in Dienst. Den Soldaten hatte es an der Schulter erwischt. Die Kugel saß im Fleisch und musste herausgeholt werden, aber nicht unter Beschuss. Rob J. nahm eine Kompresse aus seinem Mee-Chaumet und verband die Wunde, um die Blutung zu stehlen. Dann legten sie den Verwundeten auf die Bahre und machten sich in schnellem Tempo auf den Rückweg. Rob J. war sich bewusst, welch ausgezeichnete Zielscheibe sein breiter Rücken am Ende der Bahre darstellte. Er hörte jeden Schuss, der abgegeben wurde, und das Geräusch der Kugeln, die vorbeiflogen, durch das Gras zischten und sich schließlich ganz in ihrer Nähe in die Erde gruben. Neben ihm stöhnte er Messer Decker. Getroffen? fragte Rob J. keuchend. Nein! Sie fielen in Laufschritt und erreichten, nach einer Ewigkeit, wie es ihnen vorkam, den flachen Schützengraben, in dem Major Coppersmith seine Sanitätsstation eingerichtet hatte. Als sie den Verwundeten dem Arzt übergeben hatten, fielen die vier Träger ins Gras und schnappten nach Luft, wie frisch gefangene Forellen. Diese Meniers hörten sich an wie Bienen, schnaufte Lucius Wagner. Ich dachte, unser letztes Stündlein habe geschlagen, jabste er Messer Decker. Sie nicht, Doc? Ich hatte Angst, aber ich habe mich auf meinen Schutz verlassen. Rob J. zeigte ihnen das Mäh-Schau-Mäh und erklärte ihnen, dass die Riemen, die Itze ihn, wie die Saug sagten, vor Verletzungen durch Geschosse schützen würden. Decker und Wagner hörten aufmerksam zu, Wagner leicht lächelnd. Am Nachmittag wurde nur noch ganz vereinzelt geschossen. Beide Seiten hatten einen toten Punkt, bis zum Einbruch der Dämmerung, als zwei Brigaden der Union den Fluss überquerten und am 119. Regiment vorbei in dem einzigen Bayonettangriff vorstürmten, den Rob J. im Laufe des Krieges sehen sollte. Die Infanterie des 119. Regiments pflanzte ebenfalls die Bayonette auf und schloss sich dem Angriff an, dessen Überraschungsmoment und geballte Kraft es der Union ermöglichten, den Feind zu überrollen und mehrere tausend Konföderierte zu töten oder gefangen zu nehmen. Die Verluste auf der Seite der Union waren leicht, doch Rob J. und seine Träger mussten vor Anbruch der Nacht noch ein halbes Dutzend Mal ausrücken. Die drei Soldaten waren zu der Überzeugung gelangt, dass Doc Cole und sein indianisches Medizinerbündel sie zu einer vom Glück begünstigten Mannschaft machten, und als sie zum siebten Mal heil zurückkamen, glaubte Rob J. genauso fest an die Macht seines Mäschomä wie seine Leute. An jenem Abend, nachdem die Verwundeten versorgt waren, sah Gardiner Coppersmith ihn im gemeinsamen Zelt mit leuchtenden Augen an. Das war ein wahrhaft glorreicher Bayonettangriff, finden Sie nicht, Cole? Rob J. dachte eine Weile nach. Es war wohl eher ein Gemäze, sagte er dann müde. Der Regimentsarzt betrachtete ihn voller Abscheu. Wenn Sie das so sehen, warum sind Sie dann hier? Weil hier Patienten sind, antwortete Rob J. Dennoch beschloss er, das 119. Indiana Ende des Jahres zu verlassen. Es stimmte ja, dass hier die Patienten waren, die Hilfe brauchten, und er war zur Army gegangen, um sie medizinisch zu betreuen, doch Major Coppersmith war nicht bereit, ihm das zu gestatten. Ein erfahrener Arzt, der kaum mehr zu tun hatte, als eine Bahre zu tragen, das war in seinen Augen eine Verschwendung, und als Atheist sah er keinen Sinn darin zu leben wie ein Märtyrer. Er wollte nach Hause zurückkehren, sobald sein Vertrag in der ersten Woche des Jahres 1864 auslief. Der Weihnachtsabend verlief traurig und gleichzeitig bewegend. Vor den Zelten wurden Gottesdienste abgehalten. Auf der einen Seite des Rapper Hanok spielten die Musiker des 119. Indiana Adeste Fidelis, und als sie geendet hatten, intonierte am anderen Ufer die konfederierten Kapelle »God rest you merry, gentlemen«. Die Melodie wehte geisterhaft über das dunkle Wasser, und dann folgte »Silent Night«. Kapellmeister Fitz hob seinen Taktstock, und die Unionskapelle und die konfederierten Musiker spielten gemeinsam, und an beiden Ufern sangen die Soldaten mit. Sie konnten die Lagerfeuer des Gegners deutlich sehen. Es wurde wirklich eine stille Nacht. Kein Schuss fiel. Als Festessen gab es zwar keinen Truthahn, doch die Army hatte für eine durchaus akzeptable Suppe gesorgt, die sogar Fleisch enthielt, das nach Rind schmeckte, und jeder Soldat des Regiments bekam einen Schluck Feiertags-Whisky. Das erwies sich als Fehler. Denn der Schluck weckte den Durst nach mehr. Als das Konzert vorbei war, traf Rob J. Wilcox und Ordway, die vom Flussufer herauf wankten. Sie hatten dort einen Krug Fusel geleert, den sie von einem Händler erworben hatten. Wilcox stützte Ordway, war jedoch selbst nicht sicher auf den Beinen. »Legen Sie sich schlafen, Abner«, sagte Rob J. zu ihm. »Ich bringe Ihren Kameraden zu seinem Zelt.« Wilcox nickte und entfernte sich schwankend, doch Rob J. tat nicht, was er angekündigt hatte. Vielmehr führte er Ordway von den Zelten weg und lehnte ihn an einen Felsen. »Lenny«, sagte er. »Lenny, mein Junge, lassen Sie uns reden. Ganz unter uns.« Ordway schaute ihn aus halbgeschlossenen Augen mit leicht schielendem Blick an. »Fröhliche Weihnachten, Doc.« »Fröhliche Weihnachten, Lenny. Reden wir über den Order of the Star-Spangled Banner«, schlug Rob J. vor. So kam er zu der Überzeugung, dass Whisky ein Wundermittel sei, das alles aus Lenning Ordway herauslocken würde, was der Barenträger wusste. Am 3. Januar, als Colonel Simmons mit einem neuen Vertrag zu ihm kam, beobachtete er Ordway, wie dieser seinen Rucksack sorgfältig mit frischen Kompressen und Morphium-Tabletten füllte. Rob J. zögerte nur einen Moment. Dann kritzelte er seine Unterschrift auf das Papier, womit er sich für drei weitere Monate verpflichtete. Wann haben Sie Elwood R. Patterson kennengelernt? Rob J. glaubte, bei der Befragung Ordways am Weihnachtsabend sehr behutsam und umsichtig vorgegangen zu sein. Das Ergebnis hatte seinen Eindruck von dem Mann und dem OSSB bestätigt. An den Zeltpfosten gelehnt, das Tagebuch auf den hochgezogenen Knien aufgeschlagen, schrieb er Folgendes. Lenning Ordway begann, bereits fünf Jahre ehe er das Wahlalter erreichte, zu Versammlungen der American Party in Vincent zu gehen. Er fragte mich, wo ich beigetreten sei, und ich sagte, in Boston. Er wurde zu den Treffen von seinem Vater mitgenommen. Weil er wollte, dass ich ein guter Amerikaner werde. Sein Vater, Nathaniel Ordway, fand als Besenbinder sein Auskommen. Die Zusammenkünfte wurden im ersten Stock über einem Gasthaus abgehalten. Sie mussten durch die Gaststube zur Hintertür hinaus und dann eine Treppe hoch. Oben klopfte sein Vater auf die vereinbarte Weise an die Tür. Er erinnert sich, dass sein Vater immer stolz war, wenn der Wächter des Tores sie nach einem Blick durch den Spion einließ. Weil wir gute Leute waren. Ein Jahr lang ging Lenning manchmal, wenn sein Vater betrunken oder krank war, allein zu den Treffen. Als Nathaniel Ordway starb, am Surf und an Rippenfellentzündung, ging Lenning nach Chicago und arbeitete dort in einem Saloon hinter dem Bahnhofsgelände in der Galena Street, wo ein Cousin seines Vaters Whisky ausschenkte. Er wischte hinter Säufern auf, wenn sie sich übergaben, streute jeden Morgen frisches Sägemehl, putzte die langen Spiegel, polierte das Messinggeländer, was ebenso anfiel. Es war ganz selbstverständlich für ihn, eine Zelle der Nichtswisserpartei in Chicago ausfindig zu machen. Es war, als setze er sich mit seiner Familie in Verbindung, denn er hatte mehr mit den Leuten von der American Party gemeinsam als mit dem Cousin seines Vaters. Ziel der Partei war es, öffentliche Ämter nur mit Leuten zu besetzen, die amerikanischen Arbeitern bei der Stellenvergabe den Vorzug vor Einwanderern gaben. Trotz seiner Gehbehinderung – nachdem ich mit ihm gesprochen und ihn lange beobachtet habe, glaube ich, dass er mit einem Hüftfehler geboren wurde – setzten ihn die Parteianhänger sehr bald ein, wenn sie jemanden brauchten, der jung genug für dringende Erledigungen war und alt genug, um den Mund zu halten. Es erfüllte ihn mit großem Stolz, als er bereits im Alter von siebzehn Jahren in den Supreme Order of the Star-Spangled Banner aufgenommen wurde. Er vertraute mir an, dass dies auch ein Quell der Hoffnung für ihn gewesen sei, weil er das Gefühl gehabt habe, dass ein armer und verkrüppelter, als Amerikaner geborener Junge die Unterstützung einer mächtigen Organisation brauche, wenn er es überhaupt zu etwas bringen wolle. Immerhin gab es genug ausländisches Katholikenpack, das bereit war, fast ohne Lohn zu arbeiten. Der Geheimbund tat Dinge, die die Partei nicht tun konnte. Als ich Ordway fragte, was er denn für den Geheimbund getan habe, antwortete er, dies und das, bin rumgereist, hierhin und dahin. Als ich wissen wollte, ob er hier einem Mann namens Hank Kau begegnet sei, blinzelte er verblüfft. Natürlich kenne ich den. Und Sie kennen den Mann auch? Stellen Sie sich das vor. Hank! Ich fragte ihn, wo Kau sich derzeit aufhalte, und er sah mich verwundert an. Bei der Army natürlich. Aber als ich auch erfahren wollte, welche Aufgabe sie gemeinsam erfüllt hätten, legte er den Zeigefinger unter das Auge und führte ihn abwärts an seiner Nase entlang. Und dann rappelte er sich unsicher auf und stolperte davon, und das Gespräch war zu Ende. Am nächsten Morgen ließ Ordway durch nichts erkennen, dass er sich an die Befragung des vergangenen Abends erinnere. Rob J. beschloss, ihm einige Tage Verschnaufpause zu gewähren, doch es vergingen Wochen, bis sich eine Gelegenheit zur Fortführung der Unterhaltung ergab. Die Whisky-Vorräte der Händler waren während der Urlaubszeit von den Truppen aufgekauft worden, und die Marketender, die mit den Unionstruppen zogen, hatten Angst, ihre Bestände in Virginia aufzufüllen, weil sie fürchteten, der Alkohol könne vergiftet sein. Doch der Herr Assistenzarzt verfügte über einen von der Regierung gestellten Vorrat an Whisky für medizinische Zwecke. Rob J. gab den Krug Wilcox. Er wusste, dass dieser ihn mit Ordway teilen würde. An diesem Abend hielt er lange Ausschau nach den beiden, und als sie endlich auftauchten, Wilcox in Hochstimmung, Ordway mit düsterer Miene, schickte er wie beim ersten Mal Wilcox zu Bett, um sich wieder Ordways anzunehmen. Wie damals führte er ihn weg von den Zelten zu der gleichen Stelle unter den Felsen. »Na, Lenny«, begann Rob J. »Lassen Sie uns weiterreden.« »Über was, Doc?« »Wann haben Sie Elwood R. Patterson kennengelernt?« Die Augen des Mannes wirkten wie eisige Nadeln, und seine Stimme klang völlig nüchtern, als er fragte. »Wer sind Sie?« Rob J. war bereit für die harte Wahrheit. Er hatte lange darauf gewartet. »Was glauben Sie denn, wer ich bin?« »Ich glaube, Sie sind ein verdammter katholischer Spion, und deshalb haben Sie diese ganzen Fragen gestellt.« »Ich habe noch mehr Fragen. Ich habe Fragen über die Indianerin, die Sie umgebracht haben.« »Was für eine Indianerin?«, fragte Ordway ehrlich entsetzt. »Wie viele Indianerinnen haben Sie denn umgebracht?« »Wissen Sie, wo ich herkomme, Lenny?« »Boston, haben Sie gesagt?«, erwiderte Ordway verdrießlich. »Ursprünglich ja. Aber ich habe jahrelang in Illinois gelebt, in der Nähe einer kleinen Stadt namens Holdens Crossing.« Ordway sah ihn schweigend an. »Die Indianerin, die ermordet wurde, war meine Freundin Lenny. Sie arbeitete für mich. Ihr Name war Makwa Ikwa, falls Sie das bisher nicht gewusst haben. Sie wurde auf meinem Land getötet.« »Die Indianerin?« »Mein Gott, lassen Sie mich zufrieden, Sie Verrückter! Ich weiß nicht, von was Sie reden. Ich warne Sie. Wenn Sie gescheit sind, wenn Sie wissen, was gut für Sie ist, Sie, Sohn eines verdammten Spions, dann vergessen Sie schleunigst alles, was Sie vielleicht über Albert R. Patterson zu wissen glauben!«, sagte Ordway noch, sprang auf und humpelte so schnell davon, als stehe er unter Beschuss. Am folgenden Tag beobachtete Rob ihn verstohlen. Er sah zu, wie er seine Trägermannschaft trainierte, hörte, wie er sie ermahnte, sparsam mit den Morphium-Tabletten umzugehen, da der Vorrat fast aufgebraucht sei. Lenny Ordway hatte sich zu einem gewissenhaften und fleißigen Mitglied der Sanitätsstaffel entwickelt. Am Nachmittag sah er Ordway in seinem offenen Zelt mit einem Bleistift in der Hand über einem Blatt Papier sitzen. Der Sergeant war stundenlang beschäftigt. Nach dem Zapfenstreich brachte er einen Briefumschlag zum Postzelt. Rob J. suchte ebenfalls das Postzelt auf. »Heute früh traf ich einen Händler, der richtigen Käse dabei hatte,« erklärte er ermessert Decker. »Ich habe ein Stück davon in ihr Zelt gebracht.« »Das ist aber nett, Doc,« freute sich Decker. »Ich muss doch für meine Barenträger sorgen, oder?« »Gehen Sie lieber und essen Sie ihn, bevor ihn ein anderer entdeckt. Ich vertrete Sie inzwischen gerne hier.« So einfach ging es also. Decker war kaum hinausgeeilt, als Rob J. sich schon den Kasten mit der ausgehenden Post vornahm. Er brauchte nicht lange, um den Umschlag zu finden und in sein Mechomé zu stecken. Als er wieder allein in seinem eigenen Zelt war, nahm er das Couvert heraus und öffnete es. Es war an Reverend David Goodenow, Bridgetown Street 237, Chicago, Illinois adressiert. Lieber Mr. Goodenow, Lenning Ordway, ich bin beim 119. Indiana, wenn Sie sich erinnern. Hier ist ein Mann, der einen Haufen Fragen stellt. Ein Doktor. Heißt Robert Cole. Will über Henry Bescheid wissen. Redet einen Haufen komisches Zeug. Hab ihn beobachtet. Lächert mich wegen Elwood Patson. Sagt, wir hätten das Indianermädel umgebracht, damals in Illinois. Hab ne Menge Möglichkeiten, ihn auszuschalten. Aber ich benutze meinen Kopf und lasse Sie es wissen, damit Sie rausfinden können, wie er was über uns rausgefunden hat. Ich bin Sergeant. Wenn der Krieg aus ist, werde ich wieder für'n Order arbeiten. Lenning Ordway. Über den Rapper Hanok Rob J. wurde sich quälend bewusst, dass es mitten im Krieg, wo es überall von Waffen wimmelte und selbst Massenmorden keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt wurde, für einen erfahrenen Killer wirklich viele Möglichkeiten und Gelegenheiten gab, ihn auszuschalten. Vier Tage lang bemühte er sich darauf zu achten, was hinter seinem Rücken vorging, und fünf Nächte döste er entweder nur oder blieb gänzlich wach. Er lag da und überlegte, wie Ordway wohl vorgehen würde. Er an seiner Stelle hätte gewartet, bis sie beide inmitten eines heftigen Scharmützels gewesen wären, wo viel geschossen wurde. Allerdings hatte er keine Ahnung, ob Ordway nicht vielleicht ein Messerstecher war. Hätte man Rob J. nach einer langen, dunklen Nacht, in der jeder nervöse Posten jeden Schatten für einen aus den Reihen der Konföderierten hielt, erstochen oder mit durchschnittener Kehle aufgefunden, hätte das kaum Überraschung hervorgerufen und sicher zu keinen intensiven Nachforschungen über den Hergang der Tat geführt. Die Lage änderte sich am 19. Januar, als die B-Kompanie der 2. Brigade zu einem Spionagevorstoß über den Rapper Hannock losgeschickt wurde, den sie schnell hinter sich bringen sollte. Das Vorhaben klappte jedoch nicht. Die Infanteriekompanie stieß nämlich auf starke, Konföderiertenstellungen, wo sie überhaupt keine Rebellen erwartet hatte, und wurde durch feindlichen Beschuss in offenem Gelände festgenagelt. Es war eine Wiederholung der Situation, in der sich das gesamte Regiment einige Wochen zuvor befunden hatte, doch diesmal stürmten keine 700 Mann mit aufgepflanzten Bayonetten durch den Fluss, um die Situation zu retten. Diesmal kam keine Unterstützung durch die Potomac Army. Die 107 Soldaten blieben, wo sie waren, und erwiderten den ganzen Tag so gut wie möglich das Feuer. Erst als die Dunkelheit hereinbrach, flohen sie über den Fluss zurück und brachten vier Gefallene und sieben Verwundete mit. Der erste Mann, den sie in das Sanitätszelt brachten, war Lenning Ordway. Ordways Mannschaftskameraden berichteten, er sei unmittelbar vor Einbruch der Nacht getroffen worden. Er hatte gerade in die Tasche gegriffen, um den harten Zwieback und das Stück gebratenes Schweinefleisch herauszuholen, das er morgens in Papier eingewickelt und eingesteckt hatte, als ihn kurz hintereinander zwei Miniergeschosse trafen. Eines davon hatte ein Loch in die Bauchdecke gerissen und eine Schleife gräulicher Eingeweide hing heraus. Rob J. machte sich daran, sie hineinzudrücken, um die Wunde wieder schließen zu können, doch dann sah er, dass Ordway nicht mehr zu retten war. Der zweite Einschuss lag etwas höher und hatte zweifellos große Zerstörung angerichtet. Rob J. wusste, wenn er den Bauch öffnete, würde er in der Bauchhöhle eine Blutansammlung vorfinden. Ordways Gesicht war weiß wie Milch. Möchten Sie irgendetwas, Lenny? fragte er sanft. Ordways Lippen bewegten sich. Sein Blick verfing sich in dem Rob's und die Gelassenheit, die aus ihm sprach und die Rob J. schon früher bei Sterbenden gesehen hatte, zeigte, dass der Sergeant Bescheid wusste. Wasser. Das war das Schlimmste, was man einem Mann mit einem Bauchschuss geben konnte, doch Rob J. wusste, es spielte keine Rolle mehr. Er nahm zwei Morphium-Tabletten aus seinem Mechomé und gab sie Ordway mit einem großen Glas Wasser. Der hatte sie kaum geschluckt, als er sich auch schon rötlich erbrach. Soll ich einen Priester holen lassen? fragte Rob J., während er ihm den Mund abwischte. Ordway antwortete nicht, er sah ihn nur an. Vielleicht wollen Sie mir erzählen, was damals mit Magua Ikua in meinem Wald genau passiert ist. Oder etwas anderes? Irgendwas? Gehen Sie … Verhelle, brachte der Todgeweihte mühsam hervor. Rob J. glaubte nicht, dass er je zur Hölle gehen würde. Er glaubte auch nicht, dass Ordway oder sonst jemand zur Hölle gehen würde, doch jetzt war nicht der richtige Zeitpunkt für eine solche Diskussion. Ich dachte, es würde Ihnen vielleicht helfen, jetzt darüber zu sprechen. Falls Sie sich etwas von der Seele reden wollen. Ordway schloss die Augen und Rob J. erkannte, dass es keinen Sinn hatte, noch weiter in ihn zu dringen. Es war stets schrecklich für ihn, jemanden an den Tod zu verlieren, aber es war besonders schrecklich für ihn, diesen Mann zu verlieren, der zwar bereit gewesen war, ihn umzubringen, in dessen Kopf aber das Wissen um etwas eingeschlossen war, das er all die Jahre hatte erfahren wollen. Und wenn dieser Verstand erlosch, dann war dieses Wissen auf immer verloren. Und außerdem fühlte er sich trotz allem von diesem komplizierten jungen Mann irgendwie angesprochen. Wie hätte Ordway sich entwickelt, wenn er ohne Behinderung geboren worden wäre, eine Schulbildung genossen, Fürsorge anstatt Hunger erfahren und einen Vater gehabt hätte, der kein Trunkenbold war? Rob J. war sich der Müßigkeit solcher Überlegungen durchaus bewusst, und als sein Blick zu der reglosen Gestalt zurückkehrte, sah er, dass Ordway sich allen Spekulationen entzogen hatte. Er hielt die Ättermaske, während Gardner Coppersmith geschickt ein Miniergeschoss aus der linken Hinterbacke eines Jungen entfernte, und kehrte dann zu Ordway zurück, band ihm das Kinn hoch und beschwerte seine Lieder mit Münzen. Dann legten sie ihn neben die vier anderen Toten, die die B-Kompanie zurückgebracht hatte, auf den Boden. Der Kreis schließt sich Am 12. Februar 1864 schrieb Rob J. in sein Tagebuch Zwei Flüsse meiner Heimat, der große Mississippi und der bescheidene Rock River, haben mein Leben mitgeprägt. Und jetzt habe ich in Virginia mit zwei ebenso ungleichen Flüssen intensive Bekanntschaft machen müssen, da ich an den Ufern des Rappahannock und des Rapidin Zeuge ständigen Mordens wurde. Die Potomac Army und die Northern Virginia Army hetzten vom späten Winter bis zum Frühling Infanterie und Kavalerie gegeneinander über den Rapidin. So selbstverständlich, wie ich in früheren Zeiten den Rock River überquerte, um einen kranken Nachbarn zu besuchen oder einem Kind ans Licht der Welt zu helfen, begleite ich jetzt die Truppen an allen möglichen Stellen über den Rapidin. Entweder auf dem Rücken von Pretty Boy oder zu Fuß durch eine seichte Furt oder mit dem Boot oder einem Floß über tiefes Wasser. In diesem Winter gab es keine Schlacht, in der Tausende umkamen, aber ich habe festgestellt, dass ich einen einzelnen Toten als viel tragischer empfinde als ein ganzes Schlachtfeld voller Leichen. Ich habe gelernt, nicht auf die Gesunden und die Gefallenen zu achten, sondern mich auf die Verwundeten zu konzentrieren und junge verdammte Narren zu bergen, meist unter Beschuss junger verdammter Narren aus den Reihen des Feindes. Die Soldaten auf beiden Seiten waren dazu übergegangen, Zettel an ihre Kleidung zu heften, auf denen ihr Name und ihre Adresse standen, weil sie hofften, dass ihre Angehörigen benachrichtigt würden, wenn sie im Krieg blieben. Doch weder Rob J. noch seine drei Warenträger machten sich diese Mühe. Sie rückten ohne Furcht ins Feld aus, denn Amessa Decker, Alan Johnson und Lucius Wagner waren inzwischen überzeugt davon, dass Magwa-Equas Magie sie tatsächlich beschützte. Und Rob J. ließ sich von ihrer Überzeugung anstecken. Es war, als gehe von dem Mechomé der Indianerin wirklich eine Kraft aus, die alle Kugeln abhielt und den Trupp unverwundbar machte. Manchmal schien es, als sei schon immer Krieg gewesen und als würde er ewig fortdauern. Doch dann las Rob J. eines Tages in einem zerfledderten Exemplar des Baltimore American, dass alle männlichen Südstaatler zwischen 17 und 50 zum Dienst in der Konföderierten Armee eingezogen worden seien. Das bedeutete, dass es inzwischen keinen Ersatz mehr für die Gefallenen gab und die gegnerische Armee zwangsläufig kleiner wurde. Rob J. sah auch, dass die Konföderierten, die gefangen genommen oder getötet wurden, allesamt zerfetzte Uniformen, und eben solches Schuhwerk trugen. Er fragte sich verzweifelt, ob Alex noch am Leben war und wenn ja, ob er Essen, Kleidung und Schuhe hatte. Colonel Simmons kündigte an, dass das 119. Indiana in Kürze eine große Anzahl Sharps-Karabiner bekomme, die mit Schnellfeuermagazinen ausgerüstet seien. Auch das deutete darauf hin, in welche Richtung sich der Krieg entwickelte. Der Norden stellte die besseren Waffen, die bessere Munition und die besseren Schiffe her und der Süden litt unter schwindenden Soldatenzahlen und einem entschiedenen Mangel an allem, was aus Fabriken kam. Doch die Konföderierten schienen nicht einsehen zu wollen, dass sie an einem extremen industriellen Rückstand litten und sie kämpften mit einer Besessenheit, die ihr Schicksal bald besiegeln sollte. Eines Tages, gegen Ende Februar, wurden die vier Bahrenträger zu einem Käpt'n namens Taney von der A-Kompanie der ersten Brigade gerufen, der in aller Ruhe eine Zigarre paffte, obwohl ihm eine Kugel das Schienbein durchschlagen hatte. Rob J. sah, dass es keinen Sinn hatte, eine Schiene anzulegen, da das Geschoss mehrere Zentimeter des Knochens und des Wadenbeins weggerissen hatte und das Bein unterhalb des Knies amputiert werden musste. Als er eine Kompresse aus seinem Mechon mehr nehmen wollte, stellte er fest, dass der Medizinbeutel nicht da war. Sein Magen krampfte sich zusammen, als ihm einfiel, wo er ihn gelassen hatte, vor dem Sanitätszelt im Gras. Die anderen wussten das auch. Er nahm Alan Johnson seinen Gürtel ab und legte ihn als Aderpresse an, und dann hoben sie den Käpt'n gemeinsam auf die Bahre und wankten mit ihm davon, als wären sie betrunken. »Gürtiger Gott«, sagte Lucius Wagner. Das sagte er stets, wenn er Angst hatte, in vorwurfsvollem Ton. Diesmal flüsterte er es immer und immer wieder, bis er den anderen damit auf die Nerven ging, aber keiner beschwerte sich oder befahl ihm, den Mund zu halten, denn alle warteten furchtsam darauf, dass eine Kugel ihren Körper treffen könnte, der ohne den Schutz der Magie den Gräueln des Krieges ausgeliefert war. Sie bewegten sich langsamer und unbeholfener als bei ihrem allerersten Einsatz. Immer wieder bellte Gewehrfeuer, doch die Warenträger blieben verschont. Endlich erreichten sie das Sanitätszelt, und nachdem sie den Patienten in Major Coppersmiths Obhut übergeben hatten, hob Amasa Dekker das Mäh-Schumme vom Boden auf und drückte es Rob J. in die Hand. »Hängen Sie es um, sofort!« Und Rob J. gehorchte. Die drei Träger berieten sich und kamen überein, gemeinsam darauf zu achten, dass der Dock jeden Morgen als erstes das Mäh-Schumme umhängte. Zwei Tage später war Rob J. sehr froh, das Medizinbündel dabei zu haben. Das 119. Indiana kam eine halbe Meile vor der Stelle, an der der Rapidan in den größeren Fluss mündete, um eine Straßenbiegung und sah sich plötzlich einer Brigade in grauen Uniformen gegenüber. Beide Seiten eröffneten sofort das Feuer, die vordersten Männer aus nächster Nähe. Die Luft war erfüllt von Flüchen und Rufen, dem Knallen der Musketen und den Schreien der Getroffenen, und dann verhackten sich die beiden Frontlinien ineinander. Offiziere droschen mit ihren Degen auf den Gegner ein oder schossen kleine Handfeuerwaffen ab. Soldaten setzten ihre Gewehre als Keulen ein und ihre Fäuste, Fingernägel und Zähne, da keine Zeit zum Nachladen blieb. Rechts von der Straße befand sich ein Eichenwald, links ein gedüngtes Feld, gepflügt, geeckt und für die Saat bereit, sodass es aussah wie weicher Samt. Einige Männer beider Seiten nahmen Deckung hinter den Bäumen, doch der Großteil verteilte sich auf dem Feld und zerstörte die makellose Fläche. Zwei unregelmäßige, lückenhafte Schützenlinien feuerten aufeinander. Für gewöhnlich hielt sich Robjay bei Gefechten im Hintergrund und wartete ab, bis er hinausbeordert wurde, doch in dem Durcheinander fand er sich auf dem Rücken seines völlig verängstigten Pferdes plötzlich mitten in dem Gemetzel. Der Hengst scheute, bäumte sich auf und brach dann unter ihm zusammen. Robjay konnte gerade noch abspringen, bevor das Tier zu Boden krachte und hufe schlagend und sich windend dort liegen blieb. Das kleine, schwarze Loch in Pretty Boys lehmfarbenem Hals blutete nicht, doch aus den geblähten Nüstern des im Todeskampf zuckenden Pferdes quoll ein roter Doppelstrom. Das Mäh-Schommäh enthielt auch eine Spritze mit einer Kupfernadel und Morphium, aber es herrschte noch immer ein großer Mangel an Opiaten, weshalb sie nicht an ein Tier verschwendet werden durften. Zehn Meter entfernt lag ein junger, gefallener, konföderierten Lieutenant, und Robjay ging zu ihm und zog den schweren, dunklen Navy-Revolver aus seinem Halfter. Dann kehrte er zu seinem armen Pferd zurück, drückte die Mündung der Waffe unter Pretty Boys Ohr und zog den Abzug durch. Er hatte sich erst ein paar Meter entfernt, als er einen brennenden Schmerz in seinem linken Oberarm spürte, als habe ihn eine überdimensionale Biene gestochen. Er machte noch drei Schritte, dann schien die umbrafarbene, süßlich nach Dung riechende Erde sich hochzuwölben, um ihn aufzunehmen. Sein Verstand arbeitete klar. Er wusste, dass er kurz das Bewusstsein verloren hatte und gleich wieder zu Kräften kommen würde, und währenddessen lag er da und betrachtete mit dem kritischen Auge eines Malers die ockerfarbene Sonne am rötlichen Himmel und hörte die Geräusche um sich herum leiser werden, als breite jemand eine Decke über den Rest der Welt. Er wusste nicht, wie lange er so dargelegen hatte, als er schließlich den Kopf zur Seite drehte, um einen Packen Kompressen aus seinem Medizinbündel zu nehmen und sich auf seine Wunde zu drücken. Das Méchomé war blutig, und Rob J. musste unwillkürlich darüber lachen, dass ein Atheist versucht hatte, aus einem alten, mit Wildschweinborsten verzierten Lederbeutel und ein paar bunten Riemen aus gegerbtem Leder einen Gott zu schaffen. Schließlich kam Wilcox' Mannschaft, um ihn zu holen. Der Sergeant, eine Kreatur, die ihn an Pretty Boy erinnerte, plapperte schielend und fürsorglich dieselben Nichtigkeiten, die er selbst in dem Bemühen, Trost zu spenden, tausendmal zu Patienten gesagt hatte. Die Südstaatler hatten erkannt, dass sie zahlenmäßig weit unterlegen waren und sich bereits zurückgezogen. Das Gelände war mit toten Soldaten und Pferden, kaputten Wagen und verstreuten Ausrüstungsgegenständen übersät, und Wilcox überlegte laut, dass der Farmer wohl eine Menge Arbeit haben würde, um das Feld wieder in Ordnung zu bringen. Rob J.'s Verletzung war nicht schwer, aber alles andere als ein bloßer Kratzer. Das Geschoss hatte zwar den Knochen verfehlt, jedoch Fleisch und Muskeln weggerissen. Coppersmith versorgte die Wunde sorgfältig und schien bei dieser Aufgabe große Befriedigung zu empfinden. Rob J. wurde mit 36 anderen Verwundeten in ein Lazarett in Fredericksburg gebracht, wo er zehn Tage blieb. Sie waren in einem ehemaligen Lagerhaus untergebracht, das sauberer hätte sein können, doch der diensthabende Sanitätsoffizier, ein Major namens Sparrow, der vor dem Krieg in Connecticut praktiziert hatte, war ein fähiger Mann. Rob J. erinnerte sich an Dr. Milton Ackessons Experimente mit Chlor, Chlorwasserstoff in Illinois, und Dr. Sparrow gestattete ihm, seine eigene Wunde von Zeit zu Zeit mit einer milden Chlorwasserstofflösung auszuwaschen. Es brannte, doch die Wunde heilte langsam ohne Infektion, und die beiden Ärzte kamen überein, dass es wahrscheinlich sinnvoll sei, dieses Verfahren auch bei anderen Patienten anzuwenden. Rob J. war in der Lage, seine Finger abzubiegen und seine linke Hand zu bewegen, obwohl es ziemlich schmerzte. Er war sich mit Dr. Sparrow einig, dass es noch zu früh sei, darüber zu urteilen, inwieweit der verletzte Arm schließlich wieder zu gebrauchen wäre. Colonel Simmons kam ihn nach einer Woche im Lazarett besuchen. »Fahren Sie heim, Dr. Cole. Wenn Sie sich erholt haben und zu uns zurückkommen wollen, sind Sie herzlich willkommen«, sagte er, obwohl beide wussten, dass Rob J. nicht zurückkommen würde. Simmons dankte ihm unbeholfen. »Falls ich überlebe und es Sie irgendwann einmal nach Fort Wayne in Indiana verschlägt, müssen Sie mich unbedingt in der Simmons-Lamb-Chimney-Factory besuchen. Und dann werden wir eine Menge essen und eine Menge trinken und endlos über die schlechten alten Zeiten reden.« Sie schüttelten einander bewegt die Hand, bevor der junge Colonel ging. Rob J. brauchte dreieinhalb Tage, um nach Hause zu kommen, und musste nach der Fahrt mit der Baltimore & Ohio Railway viermal auf andere Bahnlinien umsteigen. Alle Züge fuhren mit Verspätung, waren schmutzig und vollgestopft mit den unterschiedlichsten Reisenden. Rob's Arm hing in einer Schlinge, doch da er hier nur irgendein Zivilist mittleren Alters war, stand er mehrmals für fünfzig Meilen oder mehr auf dem Gang eines schwankenden Waggons. In Kenton, Ohio, wartete er einen halben Tag auf den Anschlusszug, und dann teilte er sich einen Doppelsitzplatz mit einem Vertreter namens Harrison, der für eine Handelsfirma arbeitete, die Tintenpulver an die Army verkaufte. Der Mann erzählte ihm, er sei mehrmals auf Hörweite am Kampfgeschehen gewesen und steckte voller unwahrscheinlicher Geschichten, die mit den Namen wichtiger militärischer und politischer Persönlichkeiten gespickt waren, doch Rob J. störte dies nicht, denn die Erzählungen ließen die Zeit schneller vergehen. Schließlich gab es in den heißen, überbesetzten Wagen kein Wasser mehr. Wie die anderen trank auch Rob J. aus, was er dabei hatte, und wurde dann von Durst geplagt. Schließlich hielt der Zug an einem Kleinbahnhof in der Nähe eines Armeelagers am Rande von Marion, um Brennstoff aufzunehmen, und die durstigen Passagiere drängten aus den Waggons, um sich aus einem kleinen Flusswasser zu holen. Auch Rob J. war unter ihnen, doch als er sich hinkniete, um seine Feldflasche zu füllen, entdeckte er etwas, das ihm den Magen umdrehte. Irgendjemand hatte benutzte Kompressen, blutige Verbände und anderen Krankenhausabfall in den Wasserlauf geworfen. Als Rob J. nach ein paar Schritten weitere Müllplätze entdeckte, schraubte er seine Feldflasche wieder zu und riet den anderen Passagieren, das Gleiche zu tun. Der Schaffner sagte ein Stückchen weiter in Lima, gebe es sauberes Wasser, und Rob J. kehrte auf seinen Platz zurück. Nachdem der Zug seine Fahrt fortsetzte, schlief er, und auch das Rattern und Schaukeln des Waggons weckte ihn nicht. Als er endlich aufwachte, erfuhr er, dass der Zug Lima gerade verlassen hatte. Ich wollte mir doch Wasser holen, sagte er verärgert. Machen Sie sich deswegen keine Gedanken, tröstete ihn Harrison. Ich habe welches. Und damit reichte er Rob J. seine Flasche, und der nahm dankbar einen großen Schluck. Gab es in Lima genug Wasser für alle? fragte er, während er die Flasche zurückgab. Oh, ich habe in Lima nichts gebraucht. Ich habe meinen Vorrat in Marion aufgefüllt, als wir Brennstoff einluden. Der Mann wurde leichenblass, als Rob J. ihm erzählte, was er in dem Fluss gesehen hatte. Dann werden wir jetzt krank? Das kann man nicht so genau sagen. Hinter Gettysburg hatte Rob J. eine ganze Kompanie vier Tage lang aus einer Quelle trinken sehen, in der, wie sich herausstellte, zwei tote Konföderierte lagen, und es hatte den Soldaten nichts geschadet. Er zuckte mit den Achseln. Aber es würde mich nicht wundern, wenn wir beide in ein paar Tagen einen ordentlichen Durchfall bekämen. Können wir nicht etwas dagegen tun? Whisky wäre nicht schlecht. Überlassen Sie das mir! Harrison machte sich auf die Suche nach dem Schaffner. Als er zurückkam, war wohl sein Geldbeutel leichter, dafür aber brachte er eine große Flasche mit, die noch zu zwei Dritteln voll war. Der Whisky sei so stark, meinte Rob J., nachdem er ihn probiert hatte, dass er eigentlich wirken müsse. Als die beiden sich in South Bend trennten, war jeder überzeugt, dass der andere ein feiner Kerl sei, und sie schüttelten einander zum Abschied herzlich die Hände. Rob J. war schon in Michigan City, als ihm einfiel, dass er Harrisons Vornamen gar nicht kannte. Er kam in der Kühle des frühen Morgens in Rock Island an. Ein frischer Wind wehte vom Fluss herauf. Rob J. verließ erleichtert den Zug und ging mit dem Koffer in der gesunden Hand durch die Stadt. Er wollte eigentlich Pferd und Wagen mieten, doch dann traf er auf der Straße George Clyburn, und der Futtermittelhändler begrüßte ihn freudig und bestand darauf, ihn mit seinem Fuhrwerk nach Hodens Crossing zu bringen. Als Rob J. durch die Tür des Farmhauses trat, wollte Sarah sich gerade zu ihrem Frühstücksei und einem Brötchen vom Vortag an den Tisch setzen. Sie sah ihn an, ohne ein Wort zu sagen, und dann fing sie an zu weinen. Lange Zeit hielten sie einander umschlungen. Bist du schwer verletzt? fragte sie schließlich. Er versicherte ihr, dass es nicht schlimm sei. Du bist dünn geworden. Sie wollte ihm ein Frühstück machen, doch er erklärte, er werde später etwas essen. Er begann sie zu küssen und wollte sie ungeduldig wie ein Junge gleich auf dem Tisch oder dem Fußboden haben, doch sie meinte, es sei an der Zeit, dass er endlich in sein Bett komme, und er folgte ihr eiligst die Treppe hinauf. Im Schlafzimmer überkam ihn plötzlich Befangenheit. Ich glaube, ich sollte erst einmal gründlich baden, meinte er nervös. Sie flüsterte, er könne auch danach baden. Die langen Monate der Trennung, seine Erschöpfung und der Schmerz im Arm fielen mit seinen Kleidern von ihm ab. Sie küßten und erforschten einander begieriger als damals nach ihrer Hochzeit bei der großen Erweckung in der Scheune des Farmers, denn jetzt wussten sie, was ihnen so gefehlt hatte. Seine gesunde Hand fand sie, und er ließ seine Finger sprechen. Nach einer Weile gaben Sarahs Knie nach, und er zuckte vor Schmerz zusammen, als sie gegen ihn sank. Sie sah sich die Wunde an, ohne zu erbleichen, half ihm dann, den Arm wieder in die Schlinge zu legen und zwang ihn, sich auf das Bett zu legen und die Initiative ihr zu überlassen. Rob J. schrie, während sie sich liebten, einmal, weil der Arm wehtat. Freude erfüllte ihn, nicht nur darüber, zu seiner Frau zurückgekehrt zu sein, sondern auch darüber, die Pferde im Stall mit Äpfeln füttern und feststellen zu können, dass sie sich an ihn erinnerten. Zu Orden zu gehen, der gerade Zäune reparierte, und die Herzlichkeit auf dem Gesicht des alten Mannes zu sehen. Den kurzen Weg durch den Wald zum Fluss zu nehmen und unterwegs anzuhalten und Unkraut von Makwa-Equas Grab zu entfernen. In der Nähe, wo das Hedonos-O-T gestanden hatte, an einen Baum gelehnt, einfach nur da zu sitzen und das Wasser friedlich vorbeifließen zu sehen, ohne dass vom anderen Ufer Soldaten mit schrecklichem Kriegsgeschrei heranstürmten und schossen. Später an diesem Nachmittag gingen er und Sarah auf dem langen Weg zu den Geigers. Auch Lilian weinte, als sie ihn sah, und küsste ihn auf den Mund. Der letzten Nachricht zufolge sei Jason bei guter Gesundheit, erzählte sie, und habe einen Posten als Verwalter eines großen Krankenhauses am James River. Dann war ich ganz in seiner Nähe, sagte Rob J., nur ein paar Stunden entfernt. Lilian nickte. So Gott will, kommt er bald nach Hause. Sie konnte den Blick kaum von Rob J.'s Arm wenden. Sarah lehnte die Einladung zum Abendessen ab. Sie wollte ihren Mann ganz für sich allein haben. Doch das war ihr nur zwei Tage lang gegönnt, denn am dritten Morgen hatte es sich herumgesprochen, dass Rob J. zurück war. Die Leute kamen, einige nur, um ihn zu begrüßen, doch der größte Teil, um das Gespräch wie zufällig auf einen Verrunkel am Bein oder einen schlimmen Husten oder Bauchschmerzen zu bringen, die nicht vergehen wollten. Sarah kapitulierte. Orden sattelte Boss für ihn, und Rob J. ritt zu einem halben Dutzend Farmen, um alte Patienten zu besuchen. Tobias Barr hatte zwar fast jeden Mittwoch in Holdens Crossing Sprechstunde gehalten, doch die Leute waren nur in Notfällen hingegangen, und Rob J. stand vor derselben Aufgabe wie damals, als er neu nach Holdens Crossing gekommen war. Unbehandelte Leistenbrüche, verfaulte Zähne und chronische Bronchitis. Bei den Schröders sagte er, er sei erleichtert, dass Gustav nicht noch mehr Finger bei irgendwelchen Unfällen auf der Farm verloren habe, was wirklich stimmte, obwohl er es scherzhaft sagte. Alma servierte ihm Zichorien-Kaffee und Mandelbrot und erzählte ihm die lokalen Neuigkeiten, von denen einige ihn sehr betrübten. Paul Gruber war im letzten August auf seinem Weizenfeldtod umgefallen. Wahrscheinlich das Herz, meinte Gus. Und Susie Gilbert, die immer darauf bestanden hatte, Rob J. schwere Kartoffelpfannkuchen vorzusetzen, war einen Monat zuvor im Kindbett gestorben. Es gab Neuzugänge in der Stadt, Familien aus Neuengland und aus dem Staat New York, sowie drei katholische Familien, die frisch aus Irland eingewandert waren. Er könne kein Wort verstehen, was die redeten, sagte Gus mit starkem deutschem Akzent, und Rob J. konnte nicht umhin zu lächeln. Am Nachmittag ritt er an einer inzwischen umfangreichen Ziegenherde vorbei zum Konvent der Franziskanerinnen. Miriam Ferocia begrüßte ihn strahlend. Er setzte sich in den Bischofssessel und erzählte ihr, was er erlebt hatte. Als er von Lenning Ordway und dessen Brief von Reverend David Goodnow berichtete, hing sie gespannt an seinen Lippen. Sie bat ihn, Goodnows Namen und Adresse notieren zu dürfen. Es gibt Menschen, für die diese Information sehr wertvoll sein wird, sagte sie. Und dann erzählte sie ihm von ihrer Welt. Der Konvent blühte. Vier neue Nonnen und zwei Novizinnen waren dazugekommen, und neuerdings fanden sich auch Leute zum Sonntagsgottesdienst ein. Wenn weiterhin Siedler zuzögen, meinte sie, werde bald eine katholische Kirche gebaut. Er hatte den Verdacht, dass sie seinen Besuch erwartet hatte, denn er war noch gar nicht lange da, als Schwester Mary Peter Celestine eine Platte mit frisch gebackenen, dünnen, knusprigen Salzkeksen und ausgezeichnetem Ziegenkäse brachte. Und richtigen Kaffee. Den ersten, den er seit mehr als einem Jahr getrunken hatte, mit sahniger Ziegenmilch. Wollen Sie mich mästen? fragte er scherzhaft. Es ist schön, dass Sie wieder zu Hause sind, erwiderte die grimmige Miriam lächelnd. Mit jedem Tag fühlte er sich kräftiger. Er ließ sich aber mit allem noch Zeit, schlief lange, genoss Saras gute Küche und schlenderte über die Farm. Und jeden Nachmittag behandelte er ein paar Patienten. Er musste sich an das gute Leben erst wieder gewöhnen. Am siebten Tag taten ihm Arme, Beine und der Rücken weh. Er lachte darüber und erklärte Sarah, er sei wohl nicht mehr gewohnt, in einem Bett zu schlafen. Und dann spürte er eines Morgens, als er noch im Bett lag, ein Grummeln in seinem Bauch, versuchte es aber zu ignorieren, weil er noch nicht aufstehen wollte. Doch dann konnte er den Drang nicht mehr hinausschieben, und er war erst halb die Treppe hinunter, als er anfing zu rennen, wovon Sarah aufwachte. Er schaffte es nicht bis zum Aborthäuschen, sondern hockte sich neben den Weg ins Unkraut wie ein betrunkener Soldat und brummte und stöhnte, als es aus ihm herausbrach. Sarah war ihm gefolgt, und es war ihm sehr peinlich, dass sie ihn so sah. Was ist los? fragte sie. Wasser im Zug, keuchte er. Im Laufe der Nacht kamen noch drei Schübe. Am Morgen schluckte er Rizinusöl, um seinen Körper ganz zu reinigen, und als er sich am Abend immer noch elend fühlte, nahm er Bittersalz. Am Tag darauf bekam er hohes Fieber und wurde von schrecklichen Kopfschmerzen geplagt, und er wusste, was ihm fehlte, noch bevor Sarah ihn an diesem Abend zum Waschen auszog und die roten Flecken auf seinem Bauch sah. Wir haben schon genug Leute mit Typhus behandelt und durchgebracht, erklärte Sarah resolut. Du musst mir nur sagen, was ich dir zu Essen geben soll. Der bloße Gedanke an Essen verursachte ihm Übelkeit, doch er erklärte es ihr trotzdem. Fleischbrühe, mit Gemüse, wenn du welches bekommen kannst, Fruchtsäfte, aber zu dieser Jahreszeit … In einem Fass im Keller seien noch Äpfel, sagte sie, und Orden werde sie zerstampfen. Sie entwickelte eine eifrige Geschäftigkeit, denn es war besser zu arbeiten, als sich zu sorgen. Doch nach weiteren vierundzwanzig Stunden erkannte sie, dass sie Hilfe brauchen würde, denn die Reinigung der Bettpfannen, das ständige Umziehen und Baden, um das Fieber zu drücken, das Auskochen der Wäsche hatten ihr kaum Zeit zum Schlafen gelassen. Sie schickte Orden zum Konvent, um die Nonnen zu bitten, ihr zu helfen. Sie kamen zu zweit, wie Sarah es erwartet hatte, da sie wusste, dass sie immer paarweise arbeiteten. Eine junge Nonne mit einem Babygesicht namens Schwester Mary Benedicta und eine ältere Frau, hochgewachsen und mit einer langen Nase, die sich als Marta Miriam Ferocia vorstellte. Als sie in sein Zimmer traten, öffnete Rob J. die Augen. Er lächelte, nachdem er erkannt hatte, wer gekommen war, und Sarah verschwand in das Zimmer der Jungen und schlief sechs Stunden lang. Die Nonnen waren gute Krankenschwestern. Das Zimmer des Patienten sah stets ordentlich aus, und es roch nie schlecht darin. Nach drei weiteren Tagen sank Rob J.'s Fieber. Zuerst freuten sich die drei Frauen, doch dann zeigte Marta Miriam Ferocia Sarah, dass der Stuhl blutig wurde, und sie schickten Orden nach Rock Island, um Dr. Barr zu holen. Als der Arzt eintraf, bestand der Stuhl fast nur noch aus Blut, und Rob J. war sehr blass. Seit der ersten krampfartigen Darmentleerung waren acht Tage vergangen. »Die Krankheit ist sehr schnell vorangeschritten,« stellte Dr. Barr fest, als befände er sich auf einem Treffen der Ärztegesellschaft. »Manchmal tut sie das,« erwiderte Rob J. »Vielleicht sollten wir Chinin oder Kalomil einsetzen,« meinte Dr. Barr. »Manche glauben, die Krankheit sei so ähnlich wie Malaria.« Rob J. widersprach. »Typhus hat nichts mit Malaria zu tun,« sagte er mühsam. Tobias Barr hatte nicht so viel in der Anatomie gearbeitet wie Rob J., doch auch er wusste, was die schweren Blutungen bedeuteten. Der Darm war durch den Typhus siebartig durchlöchert worden, und der Zustand würde nur noch schlimmer werden. Rob J. würde nicht mehr lange durchhalten. »Ich könnte Ihnen etwas Dovers Powder dalassen,« schlug Dr. Barr vor. Dovers Powder war eine Mischung aus Brechwurz und Opium. Rob J. schüttelte den Kopf, und der Arzt begriff, dass sein Patient so lange wie möglich bei Bewusstsein bleiben wollte. Für Dr. Barr war es natürlich leichter, wenn ein Patient ahnungslos war und er Hoffnung vortäuschen konnte, indem er eine Medizin verabreichte und Vorschriften für die weitere Einnahme gab. Er tätschelte Rob J.'s Schulter und ließ seine Hand kurz dort liegen. »Ich schaue morgen wieder vorbei,« sagte er mit erzwungener Gefasstheit. Doch in seinen Augen stand tiefes Bedauern. »Können wir Ihnen nicht auf eine andere Weise helfen,« warnte sich Miriam Ferocia an Sarah. Sarah sagte, sie sei Baptistin, doch die drei Frauen knieten sich im Flur vor dem Krankenzimmer auf den Boden und beteten gemeinsam. An diesem Abend dankte Sarah den Nonnen und schickte sie fort. Rob J. blieb bis gegen Mitternacht ruhig. Dann verlor er etwas Blut. Er hatte Sarah verboten, einen Priester kommen zu lassen, doch jetzt fragte sie ihn noch einmal, ob er nicht doch mit Reverend Blackmer sprechen wolle. »Nein, ich schaffe es genauso gut wie Ordway,« sagte er laut und deutlich. »Wer ist Ordway?« fragte sie, doch Rob J. schien zu müde zu sein, um zu antworten. Sie setzte sich an sein Bett. Er streckte die Hand aus und sie nahm sie, dann fielen beide in einen leichten Schlaf. Kurz vor zwei Uhr nachts wachte sie auf und spürte sofort, wie kühl seine Hand war. Eine Zeit lang blieb sie bei ihm sitzen, dann zwang sie sich aufzustehen. Sie schraubte die Lampen hoch und wusch ihn zum letzten Mal, um die Spuren der letzten großen Blutung zu tilgen, die sein Leben fortgeschwemmt hatte. Sie rasierte ihn und tat all die Dinge, die er ihr bei anderen so oft gezeigt hatte, und dann zog sie ihm seinen besten Anzug an. Er war ihm jetzt zu groß, doch das spielte keine Rolle mehr. Als gewissenhafte Arztfrau wickelte sie die Tücher, die zu blutig waren, um noch ausgekocht zu werden, in ein Laken, um sie später zu verbrennen. Dann erhitzte sie Wasser für ein Bad und schrubbte sich mit Kernseife ab. Ihre Tränen vermischten sich mit der schaumigen Brühe. Bei Tagesanbruch saß sie in ihren Sonntagskleidern in einem Sessel neben der Küchentür. Als sie hörte, wie Orden das Scheunentor aufstieß, ging sie hinaus, um ihm zu sagen, dass ihr Mann gestorben sei, und ihn mit einer Nachricht zum Telegrafenbüro zu schicken, in der sie ihren Sohn Schämmen bat, nach Hause zu kommen. Sechster Teil Der Landarzt 2. Mai 1864 Ratgeber Als Schämmen aufwachte, wurde er von zwei sehr gegensätzlichen Empfindungen bewegt, der Trauer über den Tod seines Vaters und dem Gefühl der Geborgenheit. Es war, als habe man ihm hier einen Platz freigehalten, den er jetzt so selbstverständlich wieder einnahm, als wäre er nie weg gewesen. Das leichte Erbeben des Hauses, wenn ein plötzlich aufkommender Wind von der Prärie hereinfegte, war ihm ebenso vertraut wie der raue Stoff der Bettwäsche auf seiner Haut, die Frühstücksdüfte, die die Treppe heraufstiegen und ihn nach unten lockten, und das Glitzern der heißen gelben Sonne in den Tautropfen auf dem Gras. Als er das Aborthäuschen verließ, überlegte er kurz, ob er zum Fluss hinuntergehen solle, doch es würde noch mehrere Wochen dauern, bis das Wasser warm genug zum Schwimmen war. Als er zum Haus zurückkehrte, kam Orden aus der Scheune und hielt ihn auf. »Wie lange wirst du bleiben, Schämmen?« »Ich weiß es noch nicht, Orden.« »Ich frage, weil eine Menge Reihenhecken zu pflanzen sind. Dark Panfield hat die Ränder schon gepflügt, aber nachdem, was alles passiert ist, sind wir mit den Frühlingslämmern und einem Dutzend anderer Arbeiten in Verzug. Ich könnte deine Hilfe beim Dornheckenpflanzen brauchen. Würde vielleicht vier Tage dauern.« Schämmen schüttelte den Kopf. »Nein, Orden, ich kann nicht.« Als er die Verärgerung auf dem Gesicht des alten Mannes sah, fühlte er sich verpflichtet, eine Erklärung für seine Weigerung zu geben, doch er ließ es sein. Orden betrachtete ihn noch immer als den jüngeren Sohn vom Boss, dem man Aufträge erteilte, als den Tauben, der kein so guter Farmarbeiter war wie Alex. Schämmens Ablehnung signalisierte eine Veränderung in ihrem Verhältnis, und er versuchte, das abzumildern. »Vielleicht kann ich in ein paar Tagen etwas auf der Farm tun. Wenn nicht, musst du mit Dark allein zurechtkommen.« Orden sah ihn verstimmt an und stapfte davon. Schämmen und seine Mutter tauschten ein bedeutsames Lächeln aus, als er sich an den Frühstückstisch setzte. Sie hatten sich angewöhnt, über unverfängliche Themen zu sprechen, er machte ihr Komplimente über die Würstchen und die Eier, die sie genau richtig gebraten hatte, ein Frühstück, das er seit seinem Weggang nicht mehr bekommen hatte. Sie erzählte, dass sie gestern auf dem Weg in die Stadt drei Blaureiher gesehen habe. Es gibt in diesem Jahr mehr davon als sonst, vielleicht sind sie durch den Krieg aus anderen Gegenden vertrieben worden. Er hatte am Abend zuvor lange im Tagebuch seines Vaters gelesen und hätte ihr gerne viele Fragen gestellt, doch er wusste, dass sie dies traurig machen würde. Nach dem Frühstück nahm er sich die Patientenberichte seines Vaters vor. Niemand hatte genauere Protokolle geführt als Robert Judson Cole. Selbst wenn er todmüde war, hatte er vor dem Zubettgehen die Aufzeichnungen vervollständigt, und so war Schämmen jetzt in der Lage, eine Liste all jener Leute aufzustellen, die sein Vater in den Tagen nach seiner Heimkehr behandelt hatte. Er fragte seine Mutter, ob er Boss und den Wagen nehmen könne. Ich möchte nach den Leuten sehen, die Pa besucht hat. Typhus ist eine sehr ansteckende Krankheit. Sie nickte. Eine gute Idee. Wie sieht's mit dem Mittagessen aus? Ich werde mir ein paar von deinen Brötchen mitnehmen. Das hat er auch oft getan, sagte sie leise. Ich weiß. Ich werde dir etwas Richtiges zu essen einpacken, wenn es dir nicht zu viel Mühe macht. Er trat zu ihr und küsste sie auf die Stirn. Sarah blieb reglos sitzen, nahm aber die Hand ihres Sohnes und drückte sie. Wieder einmal fiel Schämmen auf, wie schön seine Mutter war. Seine erste Station war die Farm von William Bamis, der sich bei der Geburt eines Kalbes den Rücken verletzt hatte. Der Mann humpelte gebückt herum, sagte jedoch, sein Befinden habe sich gebessert. Allerdings habe ich kaum noch was von der stinkenden Tinktur, die mir Ihr Vater dagelassen hat. Hatten Sie Fieber, Mr. Bamis? Teufel nein! Warum sollte ich Fieber kriegen, wenn ich mir das Kreuz verrenkt habe? Es sah Schämmen misstrauisch an. Wollen Sie mir was für den Besuch berechnen? Ich habe nicht nach einem Doktor geschickt. Nein, Sir, ich berechne nichts dafür. Ich freue mich, dass es Ihnen besser geht. Schämmen füllte etwas von der stinkenden Tinktur in die fast leere Flasche und verabschiedete sich. Er beschloss auch dort vorbeizuschauen, wo sein Vater nur gewesen war, um alte Freunde zu begrüßen. Kurz nach Mittag kam er zu den Schröders. Genau richtig zum Essen, freute sich einmal und schürzte missbilligend die Lippen, als er ihr eröffnete, dass er seine eigene Verpflegung dabei habe. Na, dann kommen Sie rein und verspeisen Sie die, während wir essen, sagte sie, und er folgte der Einladung, frohe Gesellschaft zu haben. Sarah hatte ihm aufgeschnittenen Lammbraten, eine gebackene Süßkartoffel und drei Brötchen mit Honig eingepackt. Alma brachte eine Platte mit gebratenen Wachteln und Pfirsichtaschen aus der Küche. Sie werden doch nicht die Taschen verschmähen, die ich mit meiner letzten Marmelade gefüllt habe, sagte sie, und er aß zwei und ein Stück Wachtelbrust. Ihr Vater hat sich nie was mitgebracht, wenn er um die Essenszeit herkam, erklärte einmal. Dann sah sie ihm geradewegs in die Augen. »Werden Sie jetzt in Holden's Crossing bleiben? Als unser Doktor?« Er blinzelte verdutzt. Es war eine naheliegende Frage, eine Frage, die er sich eigentlich schon selbst hätte stellen müssen, was er jedoch vermieden hatte. »Wissen Sie, Alma, ich habe noch nicht darüber nachgedacht,« antwortete er lahm. Gus Schröder beugte sich zu ihm hinüber und sagte flüsternd, als vertraue er ihm ein Geheimnis an, »Warum denken Sie da nicht jetzt darüber nach?« Gegen drei Uhr traf Shaman bei den Snows ein. Edwin Snow baute am Nordrand der Stadt Weizen an, an der am weitesten von der Kohlfarm entfernten Ecke. Er war einer derjenigen, die nach Doc Cole geschickt hatten, als ich herumgesprochen hatte, dass er wieder da sei, denn Ed hatte eine schlimm entzündete Zehe. Nun sah Shaman den Mann ohne das geringste Hinken auf sich zukommen. »Oh, dem Fuß geht's gut,« sagte er fröhlich. »Ihr Vater hat Tilda den Fuß festhalten lassen, während er die Zehe mit dem Messer aufschnitt. Ich habe sie in Salzlösung gebadet, wie er es mir empfohlen hat, um den Dreck rauszuziehen. Aber es passt gut, dass Sie vorbeikommen. Tilda fühlt sich nicht wohl.« Mrs. Snow fütterte gerade die Hühner, doch schienen sie sich kaum auf den Beinen halten zu können. Das Gesicht der großen, schweren Frau war hochrot, und sie gab zu, dass ihr ein bisschen warm sei. Shaman erkannte sofort, dass sie hohes Fieber hatte und spürte ihre Erleichterung, als er ihr Bettruhe verordnete, obwohl sie den ganzen Weg zum Haus protestierte. Sie sagte, sie habe seit ein, zwei Tagen einen dumpfen Schmerz im Rücken und keinen Appetit. Shaman war alarmiert, zwang sich jedoch zu einem gelassenen Ton und befahl, ihr sich hinzulegen. Mr. Snow könne die Hühner und die anderen Tiere versorgen. Er ließ eine Flasche mit Tropfen da und versprach, am nächsten Tag wieder vorbeizukommen. Snow versuchte, ihm ein Honorar aufzudrängen, doch Shaman blieb fest. »Keine Bezahlung! Ich bin nicht Ihr Hausarzt! Ich komme ja nur so vorbei!« Es war ihm nicht möglich, Geld für die Behandlung einer Krankheit anzunehmen, die sich die Frau vielleicht von seinem Vater geholt hatte. Die letzte Station an diesem Tag sollte der Konvent der Franziskanerinnen sein. Martha Miriam Ferocher freute sich, sichtlich ihn zu sehen. Als sie ihm einen Platz anbot, entschied er sich für den Holzstuhl mit der geraden Rückenlehne, auf dem er schon gesessen hatte, als er seinen Vater hierher begleitete. »So«, sagte sie, »Sie sehen sich also in der alten Heimat um?« »Heute tue ich mehr als das. Ich versuche festzustellen, ob mein Vater irgendjemanden in Holden's Crossing mit Typhus angesteckt hat. Haben Sie oder eine Ihrer Schwestern irgendwelche Symptome?« Mutter Miriam schüttelte den Kopf. »Nein, und ich rechne auch nicht damit. Wir sind daran gewöhnt, Menschen mit allen möglichen Krankheiten zu pflegen. Wie Ihr Vater. Wahrscheinlich geht es Ihnen genauso.« »Ja, ich denke schon. Ich glaube, Gott hält seine schützende Hand über Menschen wie uns.« Schämmen lächelte. »Ich hoffe, Sie haben recht.« »Hatten Sie es in Ihrem Krankenhaus oft mit Typhus zu tun?« »Nicht gerade selten. Patienten mit ansteckenden Krankheiten sind dort getrennt von den übrigen in einem anderen Gebäude untergebracht.« »Sehr vernünftig.« »Erzählen Sie mir von Ihrem Krankenhaus.« Er kam der Aufforderung nach und begann mit dem Pflegepersonal, weil er meinte, dass sie das besonders interessiere. Dann ging er zum internistischen, zum chirurgischen Stab und zu den Pathologen über. Sie stellte intelligente, gezielte Fragen. Er berichtete ihr von seiner Arbeit mit dem Chirurgen Dr. Berwin und dem Pathologen Barnett McGowan. »Demnach haben Sie eine gute Ausbildung genossen und viel Erfahrung gesammelt.« »Und was jetzt? Werden Sie in Cincinnati bleiben?« Er erzählte ihr, dass Alma in derselbe gefragt habe und wie unangenehm es ihm gewesen sei. Marta Miriam sah ihn neugierig an. »Und warum fällt Ihnen die Antwort so schwer?« »Als ich noch hier lebte, fühlte ich mich immer unvollkommen. Ein tauber Junge, der unter Hörenden aufwuchs. Ich liebte und bewunderte meinen Vater und wollte sein wie er. Mein größter Wunsch war, Arzt zu werden, und so arbeitete und kämpfte ich für dieses Ziel, obwohl alle, auch mein Vater, meinten, ich könne es nicht schaffen. Der Traum, Arzt zu werden, hat sich erfüllt. Ja, mehr noch. Viel mehr. Nun bin ich nicht mehr unvollkommen, und ich bin wieder an dem Ort, den ich liebe. Für mich wird Holden's Crossing immer nur einem Arzt gehören. Meinem Vater.« Marta Miriam nickte. »Aber er ist nicht mehr da, Schämen.« Er schwieg. Sein Herz klopfte so heftig, als erfahre er diese traurige Nachricht zum ersten Mal. »Ich hätte eine Bitte«, sie deutete auf den Ledersessel, »setzen Sie sich dorthin, wo er immer saß.« Widerstreben stand er auf und gehorchte. Sie wartete einen Augenblick. »Der Sessel ist sicher nicht so unbequem wie der Holzstuhl.« »Er ist sehr bequem«, bestätigte er mit fester Stimme. »Und Sie passen gut hinein?« Sie lächelte leicht und gab ihm dann einen Rat, der fast wörtlich wie der von Gass Schröder lautete. »Denken Sie darüber nach!« Auf dem Heimweg hielt er bei Howard an und kaufte einen Krug Whisky. »Tut mir leid, wegen Ihrem Vater«, murmelte Julian Howard unbehaglich. Schämen nickte. Mehr hatten sie sich nicht zu sagen. Molly Howard meinte, dass Mel und Alex es wohl geschafft hätten, in die Konföderierten Army aufgenommen zu werden, denn sie hätten nichts von Mel gehört, seit die Jungen weggelaufen seien. »Wenn Sie irgendwo auf dieser Seite der Front wären, hätte doch einer von beiden wohl mal ein Wort hören lassen.« Und Schämen sagte, er teile diese Ansicht. Nach dem Abendessen brachte er den Whisky zur Orden in die Hütte, als Friedensangebot. Er goss sich sogar selbst etwas in eines der Marmeladengläser, weil er wusste, dass Orden nicht gern allein trank, wenn jemand bei ihm war. Er wartete, bis Orden ein paar ordentliche Schlucke genommen hatte, bevor er die Sprache auf die Farm brachte. »Warum habt ihr, du und Doug Penfield, in diesem Jahr so große Schwierigkeiten, mit der Arbeit zur Rande zu kommen?« Die Antwort sprudelte nur so heraus. »Das hat sie schon seit Langem angekündigt. Wir verkaufen kaum mal ein Tier, höchstens zu Ostern, einen oder zwei Frühlingslämmer an einen Nachbarn. Und so wird die Herde jedes Jahr größer. Und es sind immer mehr Tiere zu waschen und zu scheren und immer mehr Weiden einzuzäunen. Ich wollte ja mit einem Paar drüber reden, bevor er zur Army ging, aber er wollte einfach nicht einsehen, dass es so nicht weitergehen kann.« »Dann reden jetzt wir darüber.« »Was bekommen wir für ein Pfund Wolle?« fragte Schämen und zog sein Notizbuch und einen Bleistift aus der Tasche. Fast eine Stunde lang sprachen sie über Wollqualitäten und Preise, stellten Vermutungen an, wie sich der Markt nach dem Krieg entwickeln werde und errechneten, wie viel Platz jedes Schaf als Lebensraum braucht, sowie die nötige Arbeitszeit und die Kosten pro Tag. Als sie fertig waren, hatte Schämen sein ganzes Notizbuch vollgeschrieben. Orden war besänftigt. »Wenn du mir versprechen könntest, dass Alex bald nach Hause kommt, sähe die Sache anders aus. Der Junge ist ein Schwerarbeiter. Aber wie die Dinge liegen, kann er irgendwo da unten gefallen sein. Du weißt, dass das so ist, Schämen.« »Ja, so ist es.« »Aber bis ich das Gegenteil höre, ist er für mich am Leben.« »Ja, klar. Aber du solltest nicht mit ihm rechnen, wenn du deine Pläne machst.« Schämen seufzte und stand auf. »Ich sage dir was, Orden. Ich muss morgen Nachmittag wieder Hausbesuche machen. Aber vormittags werde ich Osage-Dorn anpflanzen.« Am nächsten Morgen ging er schon ganz früh hinaus. Es war ein guter Tag, um im Freien zu arbeiten, trocken und windig, mit einem hohen Himmel über den pralle Schönwetterwolken segelten. Er hatte sich schon lange nicht mehr körperlich betätigt und spürte bereits Muskelverspannungen, bevor das erste Loch fertig ausgehoben war. Er hatte erst drei Pflanzen gesetzt, als seine Mutter auf Boss angeritten kam, dicht gefolgt von einem schwedischen Rote-Bete-Farmer namens Paar Svensson, den Schämen flüchtig kannte. »Es geht um meine Tochter,« rief der Mann schon von Weitem. »Ich glaube, sie hat sich das Genick gebrochen.« Schämen schwang sich in den Sattel. Der Ritt zu den Swansons dauerte etwa zehn Minuten. Nach der kurzen Beschreibung fürchtete er sich vor dem, was ihn erwarten würde. Doch dann stellte sich heraus, dass das Mädchen lebte, auch wenn es schlimme Schmerzen hatte. Selma Swansons war ein Blondschopf von noch nicht drei Jahren. Sie fuhr mit Vorliebe auf dem Jauchefass mit. An diesem Morgen hatte das Gespann des Fuhrwerks einen großen Habicht aufgescheucht, der auf dem Feld saß und eine Maus vertilgte. Als er plötzlich aufflog, scheuten die Pferde, worauf Selma das Gleichgewicht verlor und vom Kutschbock stürzte. Ihr Vater, der Mühe hatte, die Pferde wieder unter Kontrolle zu bringen, sah, dass seine Tochter im Fallen gegen das Jauchefass schlug. »Für mich sah's aus, als hätte sie sich das Genick gebrochen,« sagte er. Das kleine Mädchen presste seinen linken Arm mit der rechten Hand an die Brust. Ihre linke Schulter war vorgeschoben. »Nein,« sagte Schämmen, nachdem er sie untersucht hatte, »es ist das Schlüsselbein.« »Gebrochen?« fragte die Mutter. »Nun, vielleicht ein wenig angeknackst. Machen Sie sich keine Sorgen. Es wäre ernster, wenn das Ihnen oder Ihrem Mann passiert wäre. Aber in diesem Alter biegen sich die Knochen noch wie grüne Zweige und heilen ganz schnell.« Das Schlüsselbein war nicht weit von der Stelle entfernt verletzt, wo es mit dem Schulterblatt und dem Brustbein zusammentraf. Mit Tüchern, die Mrs. Swanson brachte, machte er eine Schlinge für Selmas linken Arm und band diesen mit einem weiteren Tuch am Körper fest, um das Schlüsselbein ruhig zu stellen. Während er den dampfenden Kaffee austrank, den Mrs. Swanson ihm aus einer auf dem Ofen stehenden Kanne eingegossen hatte, wurde das Kind schon ruhiger. Er war in der Nähe einiger Leute, die er an diesem Tag aufsuchen wollte, und fand es unsinnig, den ganzen Weg nach Hause zu reiten und später wieder aufzubrechen. Also fing er gleich damit an, seine Hausbesuche zu machen. Die Frau eines neuen Siedlers servierte ihm zu Mittag Fleischpastete. Als er auf die Schaffarm zurückkam, war es bereits später Nachmittag. Im Vorbeireiten sah er, dass sich auf dem Feld, auf dem er an diesem Morgen zu arbeiten angefangen hatte, eine Reihe grüner Heckenschößlinge bis weit in die Prärie hinaus erstreckte. Das Geheimnis des Vaters »Gott behüte«, flüsterte Lilian. »Keiner der Geigers habe Anzeichen von Typhus«, sagte sie. Schemann fiel auf, wie abgearbeitet sie aussah. Die Führung der Farm, der Haushalt und die Belange der Familie, lagen seit dem Weggang ihres Mannes allein auf ihren Schultern. Während die Medikamentenherstellung brach lag, führte sie, so gut es ging, Jasons pharmazeutischen Handel fort, indem sie für Tobias Barr und Julius Barton Arzneimittel besorgte. »Früher bekam Jay viel von der Firma seiner Eltern in Charleston geliefert. Aber jetzt ist South Carolina durch den Krieg natürlich von uns abgeschnitten«, klagte sie Schemann, während sie im Tee eingoss. »Hast du in letzter Zeit von Jason gehört?« »In letzter Zeit nicht«. Es schien ihr unangenehm zu sein, nach Jason gefragt zu werden. Er konnte verstehen, dass sie nicht viel über ihren Mann sprechen wollte, um nicht versehentlich etwas auszuplaudern, das ihm Schaden oder die Familie gefährden könnte. Es war problematisch für eine Frau, in einem Unionsstaat zu leben, während ihr Mann in Virginia für die Konföderierten kämpfte. Bedeutend wohler war ihr, als sie über Schemanns medizinische Laufbahn sprachen. Sie kannte seine Erfolge im Krankenhaus und die Versprechen, die ihm dort gemacht worden waren. Offenbar hatte Sarah sie an den Neuigkeiten teilhaben lassen, die er ihr schrieb. »Cincinnati ist eine so weltoffene Stadt«, sagte Lilian. »Es wird wunderbar für dich sein, dich dort niederzulassen, an der medizinischen Fakultät zu lehren und dir eine elegante Praxis einzurichten. Jay und ich sind sehr, sehr stolz auf dich.« Sie schnitt, ohne zu bröseln, Teekuchen in dünne Scheiben und achtete darauf, dass sein Teller nicht leer wurde. »Weißt du schon, wann du zurückgehen wirst?« »Noch nicht.« »Sherman«, sie beugte sich vor und legte eine Hand auf seine. »Du bist zurückgekommen, als dein Vater starb, und du hast dich gut um alles gekümmert. Aber jetzt musst du anfangen, an dich selbst zu denken. Weißt du, was dein Vater von dir erwarten würde?« »Weißt du es?« »Er würde wollen, dass du nach Cincinnati zurückkehrst und deine Laufbahn verfolgst. Du musst so bald wie möglich wieder dorthin.« Er wusste, dass sie recht hatte. Wenn er gehen wollte, dann sollte er es bald tun. Jeden Tag wurde er zu neuen Familien gerufen, da die Menschen jetzt wieder einen Arzt hatten, an den sie sich wenden konnten. Jedes Mal, wenn er einen Patienten behandelte, war es, als werde er durch einen weiteren feinen Faden gefesselt. Natürlich konnte man solche Fäden zerreißen. Wenn er fortginge, könnte Dr. Barr alle Patienten übernehmen, die noch eine Behandlung brauchten. Doch verstärkte jeder Faden sein Gefühl, dass es Dinge gab, die er nicht unerledigt lassen wollte. Sein Vater hatte ein Adressenverzeichnis geführt, und das ging Schemmen sorgfältig durch. Er gab Wendell Holmes in Boston schriftlich Nachricht vom Tod seines Vaters und seinem Onkel in Schottland, den er nie kennengelernt hatte, und der sich jetzt keine Sorgen mehr zu machen brauchte, dass sein älterer Bruder nach Hause kommen und sein Land beanspruchen könnte. Jede freie Minute verbrachte Schemmen damit in den Tagebüchern Rob Jays zu lesen, gefangen genommen von jenen Zügen seines Vaters, die aufregend und unbekannt waren. Rob J. hatte voller Besorgnis und Zärtlichkeit über die Taubheit seines Sohnes geschrieben, und Schemmen spürte beim Lesen die Wärme seiner Liebe. Die kummervolle Beschreibung von Magua Ikwas Tod und dem späteren Tod von Der singend einhergeht und Mons ließ in Schemmen verschüttete Gefühle neu erwachen. Er las immer wieder den Bericht seines Vaters über Magua Ikwas Autopsie, weil er nichts übersehen wollte, und er versuchte dann festzustellen, ob seinem Vater bei der Untersuchung etwas entgangen sein könnte und ob er selbst etwas anders gemacht hätte, wenn er die Leiche seziert hätte. In dem Band, der das Jahr 1853 umfasste, las er Verblüffendes. In der Schreibtischschublade seines Vaters fand er den Schlüssel zu dem verschlossenen Schuppen hinter der Scheune, und er ging hin, öffnete das große Schloss und trat ein. Hunderte Male war er schon hier gewesen. Auf Wandregalen standen Medikamente, Flaschen mit Toniken, Tinkturen, und von den Balken hingen Bündel getrockneter Kräuter herab, Magua Ikwas Nachlass. Da stand der alte Holzofen, nicht weit entfernt von dem hölzernen Seziertisch, wo er seinem Vater so viele Male assistiert hatte. Nierenschalen und Eimer hingen an der Wand. An einem Nagel, der in einen Pfosten eingeschlagen war, entdeckte er den alten braunen Pullover seines Vaters. Der Schuppen war jahrelang nicht sauber gemacht worden, alles war voller Spinnenweben, doch Schämen ließ sich nicht stören. Er suchte die Stelle an der Nordwand, die er für die richtige hielt, und zog an dem Brett. Es rührte sich nicht. In der Scheune gab es eine Brechstange, aber es war unnötig, sie zu holen, denn als er an dem nächsten Brett zog, ließ es sich ganz leicht wegnehmen, ebenso die angrenzenden. Es war, als blickte man in den Eingang zu einer Höhle. Das einzige Tageslicht im Schuppen kam durch ein kleines, verstaubtes Fenster. Schämen öffnete die Schuppentür so weit wie möglich, doch es half nicht viel, und so nahm er die Laterne herunter, die noch ein wenig Öl enthielt, und zündete sie an. Gleich darauf erhellte flackernder Lichtschein die Nische. Schämen koch hinein. Sein Vater hatte sie sauber hinterlassen. Sie enthielt noch immer eine Schüssel, eine Tasse und eine alte, ordentlich zusammengefaltete Decke, die Schämen noch aus seiner Kindheit kannte. Der Raum war klein, und Schämen hatte die Körpergröße seines Vaters. Bestimmt waren einige der entflohenen Sklaven auch große Menschen gewesen. Er blies die Laterne aus, und Dunkelheit umfing ihn. Er stellte sich vor, dass der Eingang verschlossen war und die Welt draußen ein blutrünstiger Hund, der ihn jagte. Er hatte also die Wahl, ein Arbeitstier zu sein oder ein gejagtes Tier. Als er nach einer Weile wieder hinauskroch, nahm er den Pullover vom Nagel und zog ihn an, obwohl es warm war. Das Kleidungsstück hatte noch den Geruch seines Vaters an sich. All die Zeit, dachte er, all die Jahre, während deren er und Alex in dem Haus gelebt, gestritten und krakeelt hatten und in ihren eigenen Bedürfnissen und Wünschen aufgegangen waren, hatte sein Vater dieses Geheimnis mit sich herumgetragen, und er war ganz allein mit ihm fertig geworden. Shaman hatte plötzlich den übermächtig starken Wunsch, mit Rob J. zu sprechen, seine Erlebnisse zu teilen, ihm Fragen zu stellen und ihm seine Liebe und Bewunderung zu zeigen. In seinem Zimmer im Krankenhaus hatte er geweint, als er die telegrafische Nachricht vom Tod des Vaters erhielt. Doch auf der Bahnfahrt war er teilnahmslos, während und nach der Beerdigung dann seiner Mutter zuliebe beherrscht gewesen. Jetzt lehnte er sich an die Holzwand neben der Nische und glitt an den Brettern hinunter, bis er wie ein Kind auf dem Erdboden saß. Und wie ein verlassenes Kind überließ er sich der grauenvollen Gewissheit, dass die Stille, die ihn umgab, in Zukunft noch einsamer sein würde als früher. Unverhofftes Wiedersehen Sie hatten Glück. Es gab keinen weiteren Typhusfall in Holden's Crossing. Zwei Wochen waren vergangen, doch es hatten sich keine roten Flecken auf Tilda Snows Körper gezeigt. Ihr Fieber war schnell gesunken, ohne Durchfall oder auch nur die Andeutung einer Blutung, und als Shaman eines Tages erneut zur Snowfarm kam, fütterte sie schon wieder Schweine. Es war eine schlimme Grippe, sagte er zu ihrem Mann, aber sie hat sie überwunden. Wenn Snow ihn jetzt hätte bezahlen wollen, wäre er nicht abgeneigt gewesen, doch der Farmer gab ihm statt des Geldes zwei Gänse, die er eigens für Shaman geschlachtet, gerupft und ausgenommen hatte. Ich habe einen alten Leistenbruch, der mir Ärger macht, sagte Snow. Ich möchte aber nichts dran machen lassen, bis ich das erste Heuer eingefahren habe. Und wann wird das sein? In sechs Wochen? So ungefähr. Kommen Sie dann in meine Sprechstunde. Was? Sind Sie denn dann noch da? Ja, antwortete Shaman lächelnd. Er fragte sich verdutzt, wann er den Entschluss gefasst hatte, für immer zu bleiben. Und als er in sich hineinhorchte, erkannte er, dass ihn die Entscheidung weder mit Unruhe noch mit Zweifeln erfüllte, und da begriff er, dass sie die einzig Richtige war. Er gab die beiden Gänse seiner Mutter und schlug vor, Lilian Geiger und ihre Söhne zum Essen einzuladen, aber Sarah meinte, es sei nicht der richtige Zeitpunkt dafür, und sie finde es besser, die Vögel allein zu essen. Nur sie beide und die zwei Farmarbeiter. An diesem Abend schrieb Shaman Briefe an Barnett McGowan und Lester Burwyn, in denen er seine Dankbarkeit für all das ausdrückte, was sie in der Medical School und in der Polyklinik für ihn getan hatten. Und er erklärte, dass er seine Stellung im Krankenhaus aufgebe, um die Praxis seines Vaters in Holden's Crossing weiterzuführen. Außerdem schrieb er an Tobias Bar in Rock Island und bedankte sich dafür, dass dieser immer den Mittwoch für Holden's Crossing freigehalten hatte. Er teilte ihm mit, dass er von jetzt an ganztägig in Holden's Crossing praktizieren werde und bat den Kollegen, seine Aufnahme in die Rock Island County Medical Society zu unterstützen. Als er die Briefe beendet hatte, unterrichtete er seine Mutter von seinem Entschluss. Sie war von seiner Entscheidung sichtlich angetan und erleichtert, dass sie nicht allein bleiben würde. Sie küsste ihn auf die Wange. »Ich werde es den Frauen von der Kirchengemeinde sagen«, erklärte sie eifrig und Schämmen lächelte. »Wenn die es wussten, musste er von sich aus niemanden mehr in Kenntnis setzen.« Sie setzten sich zusammen und machten Pläne. Er wollte die Gepflogenheit seines Vaters übernehmen, morgens Sprechstunde abzuhalten und jeden Nachmittag Hausbesuche zu machen. Und er wollte auch dasselbe Honorar verlangen. Es war nicht übertrieben hoch, hatte ihnen jedoch ein angenehmes Leben ermöglicht. Er hatte auch über die Probleme mit der Farm nachgedacht, und seine Mutter hörte aufmerksam seine Vorschläge an und nickte zustimmend. Am nächsten Morgen suchte er Orden in seiner Hütte auf, trank mit ihm entsetzlichen Kaffee und eröffnete ihm, dass sie beschlossen hätten, den Schafbestand zu reduzieren. Orden ließ Schämmen nicht aus den Augen, während er an seiner kalten Pfeife zog und sie dann wieder entzündete. »Du bist dir schon im Klaren, was du da sagst, oder? Du weißt, dass der Wollpreis hoch bleiben wird, solange der Krieg dauert, und eine kleine Herde auch weniger Gewinn bringt.« Schämmen nickte. »Meine Mutter und ich wissen, dass die einzige andere Möglichkeit darin bestünde, den Betrieb zu vergrößern, was die Einstellung zusätzlicher Arbeitskräfte und eine aufwändigere Verwaltung erfordern würde, und das wollen wir beide nicht. Ich bin Arzt und nicht Schafzüchter. Aber wir wollen natürlich nicht, dass die Schafe jemals vom Kohlland verschwinden. Deshalb bitten wir dich, die Herde durchzusehen und die Tiere, die die beste Wolle bringen, auszusuchen. Die behalten wir dann für die Weiterzucht. Wir werden die Herde jedes Jahr sorgfältig sortieren, um immer bessere Wolle zu bekommen, damit wir auch in Zukunft gute Preise erzielen. Wir behalten nur so viele Schafe, wie du mit Doug Panfield bewältigen kannst. Ordens Augen leuchteten. »Nun, das nenne ich mal eine kluge Entscheidung,« sagte er hochbefriedigt, und goss Schämmen noch einen Becher von seinem scheußlichen Gebräu ein. Manchmal war es sehr schmerzlich für Schämmen, die Aufzeichnungen seines Vaters zu lesen, sich in seine Gefühle und Denkweise hineinzuversetzen. Es gab Zeiten, da legte er den Band, bei dem er gerade war, für eine ganze Woche beiseite, doch er kehrte immer wieder zur Lektüre zurück. Er musste weiterlesen, denn die Tagebücher waren die letzte Verbindung zu seinem Vater. Wenn er sie ausgelesen hatte, gab es keine Möglichkeit mehr, etwas über Rob J. Cole zu erfahren. Nur noch Erinnerungen. Es war ein verregneter Juni und ein seltsamer Sommer, in dem alles zu früh dran war, die Ernte, das Obst und auch die Waldfrüchte. Feldhasen und Kaninchen vermehrten sich ungeheuer. Die Tiere schienen allgegenwärtig zu sein, kamen bis nah ans Haus und knabberten dort das Gras ab und fraßen den Salat, ja sogar die Blumen in Sarahs Garten. Die Nässe machte die Heuernte schwierig. Das Gras mehrerer gemähter Wiesen verfaulte, weil es nicht trocknen konnte, und lockte Schwärme von Insekten an, die sich auf Schemmen stürzten, wenn er zu seinen Hausbesuchen ritt. Dennoch fand er es wunderbar, der Arzt von Holdens Crossing zu sein. Auch in der Polyklinik von Cincinnati hatte er gern gearbeitet. Wenn er dort Hilfe oder die Bestätigung einer Diagnose brauchte, stand der gesamte Stab zu seiner Verfügung. Hier aber war er völlig auf sich allein gestellt, und er wusste morgens nie, was im Lauf des Tages auf ihn zukommen würde. Das war medizinische Praxis in Rheinkultur, und er fand großen Gefallen daran. Tobias Barr schrieb ihm, dass die Medical Society nicht mehr bestehe, weil die meisten Mitglieder im Krieg seien. Er schlug vor, dass Schemmen, Julius Barton und er sich einmal im Monat zum Essen und Fachsimpeln treffen sollten, bis die Gesellschaft sich wieder etablierte. Die drei genossen den ersten gemeinsamen Abend sehr und sprachen vor allem über die Masern, die sich in Rock Island ausbreiteten, in Holdens Crossing jedoch nicht. Sie waren einer Meinung, dass man den Jugendlichen und erwachsenen Patienten einschärfen müsse, die Pustel nicht aufzukratzen, wie schlimm der Juckreiz auch sein mochte, und dass die Krankheit mit lindernden Salben, fiebersenkenden Getränken und Seidlitzpuder behandelt werden müsse. Interessiert lauschten die beiden anderen Männer, als Schemmen ihnen berichtete, dass in der Polyklinik von Cincinnati auch das Gurgeln mit Alaun angeordnet werde, wenn die Atmungsorgane in Mitleidenschaft gezogen sind. Beim Dessert kam das Gespräch auf die Politik. Dr. Barr, einer der vielen Republikaner, die das Gefühl hatten, Lincoln gehe zu sanft mit dem Süden um, begrüßte die Wade Davis Reconstruction Bill, die schwere Strafmaßnahmen für den Süden forderte, sobald der Krieg zu Ende sei, und die das Repräsentantenhaus trotz Lincolns Protest ratifiziert hatte. Von Horace Greeley ermutigt, hatten sich abtrünnige Republikaner in Cleveland versammelt und waren übereingekommen, ihren eigenen Präsidentschaftskandidaten zu nominieren, General John Charles Freeman. »Halten Sie es für möglich, dass der General Lincoln aus dem Feld schlägt?«, fragte Schemmen. Dr. Barr schüttelte traurig den Kopf. »Nicht, wenn dann immer noch Krieg ist. Es gibt keine bessere Voraussetzung für eine Wiederwahl als den Krieg.« Im Juli hörten die Regenfälle endlich auf. Doch die Sonne stand wie eine Kupferscheibe am Himmel und die Prärie dampfte und wurde dürr und braun. Die Masernepidemie erreichte nun Holdens Crossing und Schemmen wurde immer öfter nachts aus dem Bett zu einem Patienten geholt, obwohl die Krankheit weniger schlimm wütete als in Rock Island. Seine Mutter erzählte, dass die Masern im Vorjahr in Holdens Crossing ein halbes Dutzend Todesopfer gefordert hätten, darunter mehrere Kinder. Schemmen meinte, dass ein massives Auftreten der Erkrankung vielleicht in den folgenden Jahren eine partielle Immunität hervorrufe. Er trug sich mit dem Gedanken an Harold Mikes, seinen ehemaligen Lehrer in Cincinnati, zu schreiben, um ihn zu fragen, was er von dieser Theorie halte. An einem windstillen Abend, als die Schwüle sich in einem Gewitter entlud, spürte Schemmen die Vibrationen der heftigen Donnerschläge und riss jedes Mal im Bett die Augen auf, wenn die Blitze sein Zimmer taghell erleuchteten. Schließlich gewann seine Müdigkeit dennoch die Oberhand und er schlief ein, und zwar so fest, dass seine Mutter ihn sekundenlang an der Schulter rütteln musste, bis er zu sich kam. Sarah hielt die Lampe vor ihr Gesicht, damit er ihre Lippen sehen konnte. Du musst aufstehen. Jemand mit Masern? fragte er und fuhr in seine Kleider. Nein, Lionel Geiger ist hier, um dich zu holen. Inzwischen war er auch in seine Schuhe geschlüpft und ging hinaus. Was ist los, Lionel? Der kleine Junge meiner Schwester. Er hat einen Erstickungsanfall. Versucht immer Luft zu holen und macht dabei ein unheimliches Geräusch, wie eine Pumpe, die kein Wasser ansaugt. Es wäre zu zeitraubend gewesen, über den langen Weg durch den Wald zu gehen und zu zeitraubend ein Pferd vor den Wagen zu spannen oder zu satteln. Ich nehme dein Pferd, erklärte Sherman Lionel, und schon war er aufgesprungen und galoppierte, die Arzttasche fest an sich gepresst, den Weg hinunter. Nach einer halben Meile die Straße entlang bug er zu den Geigers ab. Lilien Geiger erwartete ihn an der Haustür. Hier rein! Rachel. Sie saß in ihrem alten Zimmer auf dem Bett und hatte ein Kind auf dem Schoß. Der Kleine war blau angelaufen. Immer wieder versuchte er, Luft zu holen. Tu etwas! Er wird sterben! Wie es aussah, glaubte Sherman, dass der Junge dem Tod tatsächlich sehr nahe war. Er öffnete den Mund des Kindes und schaute hinein. Der Gaumen und der Kehldeckel waren von einer Schleimschicht bedeckt, einer tödlichen Schleimschicht, dick und grau. Sherman riss sie mit Zeige und Mittelfinger weg. Sofort holte der Junge tief und zittrig Luft. Seine Mutter drückte ihn weinend an sich. Oh Gott, Joshua, geht es dir besser? Sie hatte schon geschlafen und roch deshalb aus dem Mund und ihre Haare waren zerzaust. Doch es war wirklich Rachel. Unglaublich. Eine ältere, fraulichere Rachel, die nur Augen für ihr Kind hatte. Der Kleine sah schon bedeutend besser aus. Die ungesunde Blautönung wich der normalen Hautfärbung, als der Sauerstoff durch seine Lunge strömte. Sherman legte die Hand auf die Brust des Jungen, um die Stärke des Herzschlages zu fühlen, prüfte dann den Puls und umschloss für einen Moment die kleinen Hände mit seinen großen. Der Junge fing an zu husten. Lilien kam ins Zimmer und Sherman wandte sich an sie. Wie hört sich der Husten an? Hohl, wie ein, ein Bellen. Und hört man auch ein Pfeifen? Ja, am Ende von jedem Huster, Sherman nickte. Er hat einen erkältungsbedingten Krupp. Ihr müsst Wasser kochen und in den Rest der Nacht immer wieder heiß baden, damit sich die Atmungsmuskulatur in der Brust wieder entspannt. Und er muss inhalieren. Er nahm eines von Magua Iquas Heilmitteln aus der Arzttasche, eine Teemischung aus schwarzer Schlangenwurzel und Ringelblumen. Brüht das auf, süßt es und lasst ihn den Tee so heiß wie möglich trinken. Das hält seinen Hals offen und lindert den Husten. Danke, Sherman, Lilien drückte ihm die Hand. Rachel schien ihn gar nicht wahrzunehmen. Ihre blutunterlaufenden Augen blickten irre. Das Kleid war mit dem Auswurf des Jungen beschmiert. Als er das Haus verließ, kamen seine Mutter und Lionel den langen Weg herunter. Lionel trug eine Laterne, die Schwärme von Insekten angezogen hatte. Lionels Lippen bewegten sich und Schämen konnte erraten, was er fragte. Ich glaube, es geht ihm bald wieder gut, sagte er. Mach die Laterne aus und achte darauf, dass du keine Mücke und keine Nachtfalter mit ins Haus bringst. Dann ging er auf dem langen Weg nach Hause, eine Strecke, die er schon so oft gegangen war, dass er sich auch im Dunkeln zurechtfand. Ab und zu leuchteten die letzten Blitze des Unwetters auf und tauchten den schwarzen Wald zu beiden Seiten des Pfades in gleißendes Licht. Wieder in seinem Zimmer zog er sich aus wie ein Schlafwandler. Doch als er in seinem Bett lag, konnte er nicht einschlafen. Halb betäubt und verwirrt ließ er den Blick über die von vereinzelten Blitzen erhellte Decke und die Wände wandern, doch wohin er auch schaute. Er sah immer wieder dasselbe Gesicht. Ein offenes Gespräch Als er am nächsten Morgen zum Anwesen der Geigers kam, öffnete ihm Rachel in einem neu aussehenden blauen Hauskleid. Ihr Haar war ordentlich frisiert. Er roch ihren leichtwürzigen Duft, als sie seine Hände nahm. Hallo, Rachel. Ich danke dir, Shaman. Ihre Augen waren wieder leuchtend und tief, aber er bemerkte noch Reste von Erschöpfung in ihnen. Wie geht es meinem Patienten? Besser, wie es scheint. Der Husten ist nicht mehr so beängstigend. Sie führte in die Treppe hinauf. Lilian saß mit einigen bogenbraunen Papiers und einem Bleistift am Bett ihres Enkels, um ihn mit Strichmännchen und Geschichten zu unterhalten. Der Kleine, den Shaman in der letzten Nacht nur als schwerkranke Kreatur gesehen hatte, präsentierte sich ihm heute als ein dunkeläugiger Junge mit braunem Haar und Sommersprossen, die auf dem blassen Gesichtchen ganz dunkel wirkten. Er musste an die zwei Jahre alt sein. Am Fuß des Bettes saß ein Mädchen, das einige Jahre älter, aber ihrem Bruder sehr ähnlich war. Das sind meine Kinder, sagte Rachel. Joshua und Hattie Regensberg. Und dies ist Dr. Cole. Guten Tag, sagte Shaman. Tag. Der Junge beäugte ihn misstrauisch. Guten Tag, begrüßte Hattie ihn artig. Mama sagt, Sie können uns nicht hören und wir müssen Sie ansehen, wenn wir reden und deutlich sprechen. Ja, das stimmt. Warum hören Sie uns nicht? Ich bin taub, weil ich als kleiner Junge einmal sehr krank war, antwortete Shaman leicht hin. Wird Joshua auch taub? Nein, ganz bestimmt nicht. Ein paar Minuten später hatte er sich davon überzeugt, dass es dem Kleinen wirklich viel besser ging. Die Bäder und das Inhalieren hatten das Fieber gesenkt, sein Puls war stark und regelmäßig, und als Shaman das Stethoskop ansetzte und Rachel erklärte, worauf sie achten solle, konnte sie kein Rasseln feststellen. Shaman steckte die Stöpsel in Joshuas Ohren und ließ ihn seinen eigenen Herzschlag hören. Dann durfte Hattie das Stethoskop auf den Bauch ihres Bruders setzen, worauf sie verkündete, es gurgle darin. Das kommt, weil er hungrig ist, erklärte Shaman und wies Rachel an, ihren Sohn ein, zwei Tage auf eine leichte, aber nahrhafte Diät zu setzen. Er erzählte den Kindern, dass ihre Mutter einige sehr gute Angelplätze am Fluss kenne und lud sie ein, auf der Kohlfarm mit den Lämmern zu spielen. Dann verabschiedete er sich von ihnen und ihrer Großmutter. Rachel brachte ihn zur Tür. »Du hast reizende Kinder.« »Ja, das sind sie wirklich.« »Es tut mir leid wegen deines Mannes, Rachel.« »Danke, Shaman.« »Und ich wünsche dir viel Glück für deine bevorstehende Hochzeit.« Rachel sah ihn erschrocken an. »Was für eine bevorstehende Hochzeit?«, fragte sie. In diesem Augenblick kam ihre Mutter die Treppe herunter. Lilien durchquerte die Halle schweigend, doch ihr hochrotes Gesicht sprach Bände. »Da bist du falsch unterrichtet,« erklärte Rachel ihm so laut, dass ihre Mutter es hören konnte. »Ich habe keine Heiratspläne.« Sie war sehr blass geworden. Als er an diesem Nachmittag auf dem Heimweg war, sah er vor sich eine einsame weibliche Gestalt und beim Näherkommen erkannte er das blaue Hauskleid. Rachel trug feste Wanderschuhe und einen alten Hut als Schutz gegen die Sonne. Er rief ihren Namen, und sie drehte sich um und begrüßte ihn ruhig. »Darf ich ein Stück mitgehen?«, fragte er. »Das wäre nett.« Also stieg er ab und führte Boss am Zügel. »Ich weiß nicht, was in meine Mutter gefahren ist, dass sie dir erzählt hat, ich würde wieder heiraten.« »Joes Cousin macht mir zwar den Hof, aber wir werden nicht heiraten. Ich glaube, meine Mutter möchte mich mit ihm verkuppeln, weil sie findet, dass die Kinder wieder einen Vater brauchen.« »Hier scheint eine Verschwörung der Mütter stattzufinden. Meine hat mir bis heute nicht gesagt, dass du wieder da bist. Sicherlich mit Absicht.« »Ich finde es so kränkend von den beiden,« klagte Rachel, und er sah Tränen in ihren Augen glänzen. »Sie halten uns für dumm. Als ob ich nicht wüsste, dass ich einen Sohn und eine Tochter habe, die einen jüdischen Vater brauchen. Und ganz bestimmt ist das Letzte, worauf du aus bist, eine jüdische Frau in Trauer mit zwei Kindern.« Er lächelte sie an. »Es sind sehr nette Kinder. Und sie haben eine sehr nette Mutter.« »Aber es stimmt. Ich bin kein fünfzehnjähriger mehr, der vor Liebe blind ist.« »Ich habe nach meiner Heirat oft an dich gedacht. Es hat mir so leid getan, dass ich dir Kummer bereitet habe.« »Ich habe ihn schnell überwunden,« log er. »Wir waren Kinder, die in schwierigen Zeiten zusammenhielten.« Mir graute schrecklich vor dem Heiraten. »Und du warst ein so guter Freund.« Sie lächelte. »Du warst mein tapferer Ritter. Als du noch ein Junge warst, versprachst du mir, für mich zu töten, um mich zu schützen. Jetzt sind wir erwachsen, und du hast meinem Sohn das Leben gerettet.« Sie legte die Hand auf seinen Arm. »Ich hoffe, dass wir für immer treue Freunde bleiben, Schemann, solange wir leben.« Er räusperte sich. »Oh, da bin ich mir sicher, dass wir das bleiben,« sagte er verlegen. Eine Weile gingen sie schweigend nebeneinander her, dann fragte er sie, ob er sie ein Stück mitnehmen soll. »Nein, ich gehe lieber zu Fuß.« »Dann reite ich jetzt weiter. Ich habe noch eine Menge zu tun bis zum Abendessen.« »Auf Wiedersehen, Rachel.« »Auf Wiedersehen, Schemann.« Er stieg in den Sattel und ritt davon. Rachel ging mit entschlossenen Schritten ihres Weges. Er sagte sich, dass sie eine starke und vernünftige Frau sei, die den Mut hatte, die Dinge zu sehen, wie sie sind, und er beschloss, sich ein Beispiel an ihr zu nehmen. Tatsache war, dass er eine Gefährtin brauchte. Einer der Hausbesuche galt Roberta Williams, die unter Frauenbeschwerden litt und angefangen hatte, zu viel zu trinken. Er riss seinen Blick von der Schneiderpuppe mit den Elfenbeinhinterbacken los, fragte Roberta nach ihrer Tochter und erfuhr, dass Lucille drei Jahre zuvor einen Postangestellten geheiratet habe und in Davenport lebe. »Kriegt jedes Jahr ein Kind. Kommt nur zu mir, wenn sie Geld braucht.« »So eine ist das,« beschwerte sich die erboste Mutter. Im Augenblick tiefster Unzufriedenheit wurde er auf der Hauptstraße von Tobias Barr angehalten, der mit zwei Damen in seinem Wagen saß. Die eine war seine zierliche blonde Frau Frances und die andere deren Nichte, die aus St. Louis zu Besuch gekommen war. Evelyn Flagg war 18 Jahre alt, größer als Frances, aber ebenso blond und hatte das schönste weibliche Profil, das Sherman je gesehen hatte. »Wir zeigen Evie ein bisschen die Gegend,« erklärte Dr. Barr. »Ich dachte, sie würde sich vielleicht für Holdens Crossing interessieren.« »Haben Sie Romeo und Julia gelesen, Sherman?« »Ja, das habe ich.« »Warum?« »Sie sagten doch mal, wenn Sie ein Stück kennen, sehen Sie es sich auch gerne auf der Bühne an. In Rock Island gastiert diese Woche ein Tonnetheater und wir wollen die Vorstellung besuchen. Kommen Sie mit?« »Das tue ich sehr gerne,« antwortete Sherman und lächelte Evelyn zu, die ihn bezaubernd anstrahlte. »Kommen Sie um fünf zu uns,« sagte Frances Barr, »zu einem leichten Abendessen vor der Aufführung.« Er kaufte sich ein weißes Hemd und eine schwarze, schmale Krawatte und las das Stück noch einmal. Die Bars hatten auch Julius Barton und seine Frau eingeladen. Evelyn trug ein blaues Kleid, das gut zu ihrem blonden Haar passte. Es dauerte einen Moment, bis Sherman sich daran erinnerte, wo er dieses Blau kürzlich gesehen hatte. Bei Rachels Hauskleid. Frances' leichtes Abendessen bestand aus sechs Gängen. Sherman fand es schwierig, eine Unterhaltung mit Evelyn zu führen. Wenn er ihr eine Frage stellte, antwortete sie mit einem flüchtigen, nervösen Lächeln, das jeweils von einem Nicken oder Kopfschütteln begleitet wurde. Sie sprach nur zweimal aus eigenem Antrieb, einmal um ihrer Tante zu versichern, dass der Braten ausgezeichnet schmecke, und das zweite Mal beim Dessert, um Sherman anzuvertrauen, sie esse Birnen und Pfirsiche gleich gern und sei froh, dass sie zu verschiedenen Zeiten reiften, weil sie sich so nie zwischen ihnen entscheiden müsse. Das Theater war bis auf den letzten Platz besetzt und der Abend so heiß, wie ein Abend gegen Ende des Sommers nur sein konnte. Sie betraten den Saal kurz bevor der Vorhang aufging, denn die sechs Gänge hatten einige Zeit beansprucht. Tobias Barr hatte beim Kartenkauf an Sherman gedacht. Sie saßen in der Mitte der dritten Reihe. Kaum hatten sie Platz genommen, als die Vorstellung auch schon begann. Sherman verfolgte die Vorgänge auf der Bühne durch sein Theaterglas, das ihm half, von den Lippen der Schauspieler abzulesen, und die Darbietung gefiel ihm sehr gut. Während der ersten Pause begleitete er Dr. Barr und Dr. Barton nach draußen, und während sie vor der Toilette hinter dem Theater in der Schlange standen, sprachen sie über die Aufführung. Sie fanden sie alle drei interessant. Dr. Barton meinte, die Darstellerin der Julia sei möglicherweise schwanger, und Dr. Barr sagte, der Romeo trage ein Bruchband unter seiner Strumpfhose. Sherman hatte sich auf die Lippen der Schauspieler konzentriert, doch während des zweiten Akts musterte er Julia kritisch, fand aber keinerlei Bestätigung für Dr. Bartons Vermutung. Zweifellos jedoch trug Romeo ein Bruchband. Am Ende des zweiten Akts wurden die Türen geöffnet, um frische Luft hereinzulassen, und die Lampen wurden angezündet. Sherman und Evelyn blieben auf ihren Plätzen sitzen und versuchten, sich zu unterhalten. Sie erzählte, sie gehe in St. Louis häufig ins Theater. »Ich finde es anregend, Schauspiele zu besuchen. Sie nicht?« »Doch, aber ich tue es nur selten«, erwiderte Sherman geistesabwesend. Er hatte das merkwürdige Gefühl, beobachtet zu werden, und musterte mithilfe seines Opernglases die Zuschauer auf den Balkonen, zuerst auf der linken Seite und dann auf der rechten. Auf dem zweiten Rang rechts entdeckte er Lilian und Rachel. Lilian trug ein braunes Leinenkleid mit großen, glockenförmigen Ärmeln aus Spitze. Rachel saß direkt unter einer Lampe, weshalb sie immer wieder Insekten verscheuchen musste, die das Licht anzog. Doch das erlaubte ihm, sie genauer anzusehen. Ihr Haar war sorgfältig zu einem schimmernden Knoten zusammengefasst, und sie trug ein schwarzes Kleid, das aussah, als sei es aus Seide. Er fragte sich, wie lange sie wohl noch Trauer tragen werde. Das Kleid war kragenlos und hatte kurze Puffärme. Er betrachtete ihre runden Arme und fülligen Brüste, doch immer wieder kehrte sein Blick zu ihrem Gesicht zurück. Während er sie noch anschaute, wandte sie sich von ihrer Mutter ab und sah zu ihm herunter. Einige Sekunden beobachtete sie ihn dabei, wie er sie musterte. Dann löschten die Platzanweiser die Lampen. Der dritte Akt kam ihm endlos lang vor. Gerade als Romeo zu Mercutio sagte, sei guten Muts, Freund, die Wunde kann nicht beträchtlich sein, merkte er, dass Evelyn Flagg versuchte ihm etwas zu sagen. Er spürte ihren leichten, warmen Atem an seinem Ohr, während Mercutio antwortete, nein, nicht so tief wie ein Brunnen, noch so weit wie eine Kirchentüre. Aber es reicht eben hin. Er ließ sein Theaterglas sinken und wandte sich dem Mädchen zu, das neben ihm im Dunkeln saß. Warum waren kleine Kinder wie Joshua und Hetty Regensberg fähig, sich zu merken, sagen, dass er von den Lippen ablesen musste, und diese junge Frau nicht? Ich kann sie nicht hören. Er war nicht gewohnt zu flüstern. Zweifellos hatte er zu laut gesprochen, denn der Mann, der direkt vor ihm saß, drehte sich um und schaute ihn empört an. Es tut mir leid, flüsterte Shaman. Er hoffte, dass er diesmal tatsächlich geflüstert hatte, und hob das Glas wieder an die Augen, ohne weiter auf seine Nachbarin zu achten. Angeln Shaman wollte herausfinden, was Männer wie seinen Vater und George Clyburn dazu befähigte, jegliche Gewalt abzulehnen und dementsprechend zu handeln, während andere das nicht konnten. Nur wenige Tage nach dem Theaterbesuch ritt er wieder nach Rock Island, diesmal um mit Clyburn über Gewaltlosigkeit zu sprechen. Er konnte die Enthüllungen aus dem Tagebuch kaum glauben, dass Clyburn der kaltblütige und mutige Mann war, der entlaufene Sklaven zu seinem Vater gebracht und später wieder abgeholt hatte, um sie zu ihrem nächsten Versteck zu schaffen. Der dicke, allmählich kahl werdende Futtermittelhändler sah nicht im Entferntesten aus wie ein Held und schien auch kaum der Mensch zu sein, der für ein Prinzip alles riskiert. Shaman war voller Bewunderung für den harten, geheimen Kämpfer, der in Clyburns behäbigem Körper wohnte. Als er ihm seine Bitte im Geschäft vortrug, nickte Clyburn. »Ja, natürlich können Sie mir Fragen über Gewaltlosigkeit stellen und wir werden uns unterhalten. Aber ich fände es gut, wenn Sie sich zunächst mit dem Thema vertraut machen und einige Bücher darüber lesen«, meinte er, »und sagte seinem Angestellten, dass er bald zurück sei.« Shaman ritt hinter ihm her zu seinem Haus und kurz darauf hatte Clyburn aus seiner Bibliothek einige Werke ausgewählt. »Vielleicht möchten Sie einmal zu einem Treffen der Freunde mitkommen.« Shaman bezweifelte das zwar, dankte Clyburn jedoch für die Einladung und ritt mit den Büchern heim. Sie erwiesen sich als Enttäuschung, da sie hauptsächlich vom Quäkertum handelten. Die Society of Friends war im 17. Jahrhundert in England gegründet worden, von einem Mann namens George Fox, der daran glaubte, dass Gottes inneres Licht in den Herzen aller Menschen wohne. Clyburns Büchern zufolge unterstützten die Quäker einander in ihrer einfachen Lebensweise in Liebe und Freundschaft. Sie hielten nichts von Dekreten und Dogmen, betrachteten das ganze Leben als ein Sakrament und kannten keine spezielle Liturgie. Sie hatten keine geistlichen, sondern vertraten die Ansicht, dass Laien fähig seien, den Heiligen Geist zu empfangen, und die Basis ihrer Glaubenslehre bestand darin, dass sie den Krieg ablehnten und sich für den Frieden einsetzten. Die Freunde wurden in England verfolgt, und ihr Name war ursprünglich eine Beleidigung. Als Fox vor den Richter gezerrt wurde, riet er diesem, vor dem Wort Gottes zu erzittern, woraufhin der Richter ihn einen Quaker schimpfte, einen Zitterer. William Penn gründete in Pennsylvania seine Kolonie als Zufluchtshafen für die verfolgten englischen Freunde, und ein Dreivierteljahrhundert lang gab es in Pennsylvania keine Soldaten und nur ein paar Polizisten. Schemann fragte sich, wie sie wohl mit den Trunkenbolden zurechtgekommen sein mochten. Als er Kleiberns Bücher beiseite legte, hatte er weder etwas über die Gewaltlosigkeit erfahren, noch fühlte er das innere Licht in sich. Die ersten Septembertage waren warm, aber die Luft war klar und frisch. Er ritt, so oft er konnte, auf dem Weg zu seinen Hausbesuchen am Fluss entlang, und er freute sich an dem in der Sonne glitzernden, träge dahinziehenden Wasser und der stelzweinigen Grazie der Wartvögel, die jedoch nicht mehr sehr zahlreich waren, da viele schon den Weg in den Süden angetreten hatten. Eines Abends sah er auf dem Heimweg am Flussufer unter einem Baum drei bekannte Gestalten setzen. Rachel entfernte gerade den Haken aus dem Maul eines Fisches, während ihr Sohn die Angelrute hielt, und als sie das zappelnde Tier wieder ins Wasser warf, erkannte Schemann an Hatties Miene, dass die Kleine sich ärgerte. Er lenkte Boss in ihrer Richtung. »Hallo!« »Hallo!«, sagte Hattie. »Sie lässt uns keinen einzigen Fisch behalten!«, beschwerte sich Joshua. »Ich wette, es waren alles Wälse!«, erwiderte Schemann. Rachel hatte nie Wälse mit nach Hause bringen dürfen, weil sie schuppenlos und daher nicht koscher waren. Er wusste, dass aber für ein Kind das Schönste am Angeln ist, die Familie dabei zu beobachten, wie sie den Fang verspeist. »Ich muss zurzeit täglich zu Jack Damon reiten, weil es ihm sehr schlecht geht.« »Kennst du die Stelle, wo der Fluss bei seinem Haus eine scharfe Biegung macht?«, fragte er Rachel. Sie lächelte ihn an. »Die, wo die vielen Felsbrocken liegen?« »Ja. Ich habe neulich gesehen, wie ein paar Jungen prächtige kleine Barsche dort rausgeholt haben.« »Danke für den Hinweis. Ich werde morgen mit den Kindern dort hingehen.« Er betrachtete Hatties Gesicht. Ihr Lächeln ähnelte auffällig dem ihrer Mutter. »Es war schön, euch zu sehen.« »Es war schön, sie zu sehen,« antwortete Hattie. Er tippte grüßend an seinen Hut und wendete Boss. »Sherman!« Rachel machte einen Schritt auf das Pferd zu und schaute zu ihm auf. »Wenn du morgen gegen Mittag zu Jack Damon reiten würdest, könntest du danach mit uns Picknick machen.« »Gerne, wenn ich es schaffe.« Am nächsten Tag beeilte er sich mit der Behandlung von Jack Damons Atembeschwerden und als er zu der Flussbiegung kam, entdeckte er den braunen Backbord der Geiger sofort. Die graue Stute war im Schatten angebunden und graste. Rachel und die Kinder hatten von den Felsen aus geangelt und Joshua nahm Shammons Hand und führte ihn zu einem kleinen Tümpel, in dem sechs Schwarzbarsche nebeneinander schwammen. Sie waren mit einer durch die Kiemen gezogenen Angelschnur zusammengebunden, die an einem tiefhängenden Ast befestigt war. Rachel hatte, sobald sie seiner ansichtig wurde, ein Stück Seife genommen und schrubbte sich die Hände. »Das Essen wird nach Fisch schmecken,« sagte sie fröhlich. »Das stört mich nicht im geringsten,« antwortete er, »und das entsprach der Wahrheit.« Es gab gefüllte Eier und eingelegte Gurken dazu und hinterher Limonade und Milassegebäck. Nach dem Essen verkündete Hetty mit ernster Miene, es sei Schlafenszeit und legte sich mit ihrem Bruder auf eine Decke, um ein Mittagsschläfchen zu machen. Rachel räumte zusammen und verstaute alles in einer großen Tasche. »Du kannst ja eine der Angelruten nehmen und ein bisschen fischen,« meinte sie. »Nein.« Er wollte viel lieber ihre Lippen im Auge behalten als eine Angelschnur. Sie nickte und schaute auf das Wasser hinaus. Flussabwärts wogte ein Schwarm Schwalben elegant auf und nieder. Sie kamen wahrscheinlich aus dem Norden und flogen so dicht beieinander, dass es aussah, als seien sie ein einziger großer Vogel, der im Flug kurz das Wasser berührte, bevor er davonschoss. »Ist es nicht wunderschön hier, Schämen? Ist es nicht gut, wieder zu Hause zu sein?« »Ja, das ist es, Rachel.« Eine Weile unterhielten sie sich über das Leben in der Stadt. Er erzählte ihr von Cincinnati und beantwortete ihre Fragen über die Medical School und die Polyklinik. »Und was ist mit dir? Hat dir Chicago gefallen?« »Es war schön, jederzeit ins Theater oder Konzert gehen zu können. Ich habe jeden Donnerstag in einem Quartett Violine gespielt. Joe war zwar nicht musikalisch, aber er wollte, dass ich spiele. Er war ein sehr lieber Mann,« sagte sie. »Er ging sehr behutsam mit mir um, als ich im ersten Jahr unserer Ehe ein Kind verlor.« Schämen nickte. Aber dann kam Hattie und der Krieg. Der Krieg beanspruchte alle Zeit, die meine Familie nicht brauchte. Es gab fast tausend Juden in Chicago. Vierundachtzig junge Männer traten in eine jüdische Kompanie ein, und wir sammelten Spenden und staffierten sie aus. Sie bildeten die C-Kompanie der zweiundachtzigsten Illinois Infantry. Sie haben sich bei Gettysburg und an anderen Orten verdient gemacht, und ich war stolz auf sie. »Aber du bist doch die Tochter von Judah Benjamins Cousin, und dein Vater ist ein glühender Südstaatenanhänger.« »Ich weiß.« »Aber Joe war das nicht. Und ich bin es auch nicht. An dem Tag, als der Brief meiner Mutter kam, in dem sie mir schrieb, dass er sich den Konföderierten angeschlossen hat, hatte ich die Küche voll mit Frauen der Hebrew Ladies Soldiers Aid Society, die Binden für die Union aufwickelten.« Sie zuckte mit den Achseln. »Und dann kam Joshua.« »Und dann starb Joe.« »Das ist meine ganze Geschichte.« »Bis jetzt«, sagte Schämmen, und sie sah ihn an. Er hatte den zarten Schwung ihrer Wangen unter den hohen Backenknochen vergessen, die Üppigkeit ihrer Unterlippe und die Lichter und Schatten in ihren dunklen Augen. Er hatte nicht vorgehabt, die Frage zu stellen, sie brach einfach aus ihm heraus. »Warst du glücklich in deiner Ehe?« Sie starrte auf den Fluss. Einen Augenblick dachte er, er habe ihre Antwort übersehen, doch dann wandte sie sich ihm wieder zu. »Ich würde lieber sagen, zufrieden. Im Grunde hatte ich resigniert.« »Ich bin noch nie zufrieden gewesen, und ich habe auch noch nie resigniert,« antwortete er verwundert. »Du gibst nie auf. Du kämpfst immer weiter. Das macht deine Persönlichkeit aus, Schämmen. Du musst mir versprechen, Schämmen, dass du es dir niemals gestatten wirst, zu resignieren.« Hattie wachte auf, kam zu ihrer Mutter und kuschelte sich in ihren Schoß. »Versprich es mir,« bedrängte ihn Rachel. Schämmen lächelte. »Ich verspreche es.« »Warum reden Sie so komisch?«, wollte Hattie wissen. »Rede ich komisch?«, fragte er eher Rachel als das Kind. »Ja,« Hattie nickte. »Du sprichst guturaler als vor meinem Weggang,« sagte Rachel vorsichtig, »und du scheinst deine Stimmen nicht mehr so gut kontrollieren zu können.« Er nickte und erzählte ihr von seiner Schwierigkeit, als er im Theater versucht hatte, zu flüstern. »Machst du noch deine Übungen?«, fragte sie, und er sah, wie bestürzt sie war, als er zugab, dass er seit seinem Abschied von Holden's Crossing kaum noch daran gedacht hatte, weil sein Studium ihn so sehr in Anspruch nahm. »Ich hatte keine Zeit für Sprachübungen. Ich war zu sehr damit beschäftigt, Arzt zu werden.« »Aber jetzt darfst du die Zügel nicht mehr schleifen lassen. Du musst mit den Übungen wieder anfangen. Wenn du sie nicht immer wieder machst, vergisst du, wie man spricht. Wenn du willst, arbeite ich wieder mit dir, wie wir es früher gemacht haben.« Ihre Augen verrieten Besorgnis. Die Flussbrise spielte mit ihren offenen Haaren, und das kleine Mädchen, das ihre Augen und ihr Lächeln hatte, lehnte sich lächelnd an ihre Brust. Rachel hielt den Kopf sehr hoch, und die kräftige, edle Linie ihres Nackens, erinnerte Shemmon an das Bild einer Löwin, das er einmal gesehen hatte. »Ich weiß, dass ich es kann, Miss Burnham.« Er erinnerte sich an das junge Mädchen, das sich bereit erklärt hatte, einem kleinen, tauben Jungen beim Sprechen zu helfen. Wie sehr er sie geliebt hatte. »Ich wäre dir sehr dankbar, Rachel«, sagte er mit fester Stimme, wobei er darauf achtete, die erste Silbe von »dankbar« zu betonen und am Ende des Satzes mit der Stimme herunterzugehen. Sie hatten verabredet, sich für die Übungen auf halber Strecke zwischen ihren Häusern auf dem langen Weg zu treffen. Er war sicher, dass sie Lilian nichts davon erzählt hatte und sah keine Veranlassung, es seiner Mutter gegenüber zu erwähnen. Am ersten Tag erschien Rachel pünktlich um drei Uhr in Begleitung ihrer Kinder, denen sie den Auftrag gab, entlang des Pfades Haselnüsse zu sammeln. Rachel setzte sich auf die mitgebrachte Decke und lehnte sich mit dem Rücken an eine Eiche. Er ließ sich ihr gegenüber nieder. Die Übung, die sie ausgewählt hatte, bestand darin, dass sie ihm einen Satz vorsprach, den er von ihren Lippen ablas und mit der richtigen Lautstärke und Betonung wiederholen musste. Um ihm zu helfen, hielt sie seine Finger und drückte sie jeweils, um ihm zu zeigen, wann ein Wort oder eine Silbe betont werden sollte. Ihre Hand war trocken und warm und vermittelte so wenig Gefühle, als hielte sie ein Bügeleisen. Seine eigene erschien ihm dagegen heiß und schweißnaß, doch er verlor seine Befangenheit, als er sich auf die Aufgaben konzentrierte, die sie ihm stellte. Seine Sprache hatte sich mehr verschlechtert, als er befürchtet hatte, und sich damit auseinanderzusetzen war kein Vergnügen. Er war erleichtert, als schließlich die Kinder zurückkamen, die einen Eimer schleppten. Er war fast zur Hälfte mit Nüssen gefüllt, und Rachel sagte, sie werde sie zu Hause mit einem Hammer zerschlagen, die Kerne herausnehmen und dann ein Nussbrot backen, von dem Shaman auch etwas abbekommen werde. Sie verabredeten sich für den nächsten Tag zu einer weiteren Übungsstunde, doch als er nach seiner Sprechstunde mit den Hausbesuchen begann, stellte er beim ersten fest, dass Jack Damon den Kampf gegen die Tuberkulose verloren hatte. Er blieb bei dem Sterbenden und versuchte, ihn zu beruhigen. Als das Ende kam, war es zu spät, um Rachel zu treffen, und er ritt bedrückt nach Hause. Der folgende Tag war ein Samstag. Im Haushalt der Geigers wurde der Schabbat strikt eingehalten, und so gab es keine Übungsstunde mit Rachel. Doch nach der Sprechstunde ging Shaman seine Stimmübungen alleine durch. Er fühlte sich wurzellos und unzufrieden mit seinem Leben, was jedoch nichts mit seiner Arbeit zu tun hatte. Am Nachmittag nahm er sich wieder Clyburns Bücher vor und las weitere Ausführungen über die Gewaltlosigkeit und die Quäkerbewegung, und am Sonntag stand er früh auf und ritt nach Rock Island. Der Futtermittelhändler beendete gerade sein Frühstück, als Shaman eintraf. George stellte die Bücher ins Regal, bot ihm eine Tasse Kaffee an und nickte ohne erkennbare Überraschung, als Shaman ihn fragte, ob er zu dem Quäkertreffen mitkommen dürfe. George Clyburn war Witwer. Er hatte zwar eine Haushälterin, doch Sonntag war ihr freier Tag. Clyburn war ein ordentlicher Mann. Shaman wartete, bis er das Frühstücksgeschirr abgewaschen hatte und bekam die Erlaubnis abzutrocknen. Sie ließen Boss im Stall und fuhren mit Clyburns Wagen und auf dem Weg erzählte Clyburn ihm einiges über das Treffen. »Wir betreten das Versammlungshaus, ohne zu sprechen, und setzen uns. Die Männer auf die eine, die Frauen auf die andere Seite. Ich denke, das ist so geregelt, damit die Teilnehmer nicht abgelenkt werden. Die Leute sitzen schweigend da, bis Gott einem die Last der Leiden dieser Welt aufbürdet, und dann steht diese Person auf und spricht.« Clyburn gab Shaman den Rat, sich in die Mitte oder den hinteren Teil des Versammlungsraums zu setzen. Sie würden nicht beieinander sitzen. »Es ist Brauch, dass die Ältesten, die schon viele, viele Jahre für die Society of Friends gearbeitet haben, vorne sitzen.« Er beugte sich vertraulich zu schämen. »Es gibt Quäker, die uns da vorne einflussreiche Freunde nennen.« Er lachte. Das Versammlungshaus war klein und schmucklos, ein weißer Kasten mit Flachdach, weißgetünchten Wänden und grauem Boden. Dunkelgebeizte Bänke waren in U-Form aufgestellt, was allen ermöglichte, einander anzusehen. Vier Männer saßen bereits da. Shaman nahm auf einer rückwärtigen Bank nahe bei der Tür Platz, wie jemand, der vorsichtig eine Zehe ins Wasser hält, um die Temperatur zu prüfen. Ihm gegenüber saßen ein halbes Dutzend Frauen, und es hatten sich acht Kinder eingefunden. Die Ältesten waren wirklich alle in fortgeschrittenem Alter. George und fünf seiner einflussreichen Freunde saßen im vorderen Teil des Raumes auf einer Bank, die auf einer dreißig Zentimeter hohen Empore stand. Es herrschte eine Stille wie in Shammens Tauberwelt. Von Zeit zu Zeit kamen neue Leute und ließen sich schweigend nieder. Schließlich kam niemand mehr. Shaman zählte elf Männer, vierzehn Frauen und zwölf Kinder. Und alle saßen in tiefem Schweigen da. Es war erholsam. Er dachte an seinen Vater und hoffte, dass er seinen Frieden gefunden hatte. Und er dachte an Alex. Bitte schickte er ein Gebet in die vollkommene Stille, die er mit den Übrigen teilte. Bitte lass meinen Bruder nicht bei den Hunderttausenden sein, die den Tod gefunden haben. Bitte schick mir den lieben, verrückten Ausreißer gesund zurück. Und dann dachte er an Rachel. Doch in diesem Zusammenhang wagte er nicht zu beten. Er dachte an Hattie, die die Augen und das Lächeln ihrer Mutter hatte, und viel redete. Er dachte an Joshua, der kaum sprach, ihn aber immer anzusehen schien. Ein Mann in den mittleren Jahren erhob sich von einer Bank ganz in Shammens Nähe. Er war mager und wirkte zerbrechlich. »Dieser schreckliche Krieg geht endlich dem Ende zu«, sagte er. »Sehr langsam zwar, aber wir wissen, dass er nicht ewig fortdauern kann. Viele Zeitungen machen sich für die Wahl von General Freeman zum Präsidenten stark. Sie sagen, Präsident Lincoln werde den Süden zu sanft behandeln, wenn der Frieden kommt. Sie sagen, es sei keine Zeit für Nachsicht und Verzeihen, sondern Zeit für Rache an der Bevölkerung der Südstaaten.« Er räusperte sich. Jesus sagt, »Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.« Und er sagt, »Wenn dein Feind hungert, dann gib ihm zu essen, und wenn ihn dürstet, gib ihm zu trinken.« Wir müssen die Sünden vergeben, die beide Seiten in diesem entsetzlichen Krieg begangen haben und dafür beten, dass bald die Worte des Psalms wahr werden, dass Gnade und Wahrheit Hand in Hand gehen und Rechtschaffenheit und Frieden einander küssen. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie werden getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen.« Er setzte sich hin und wieder herrschte tiefe Stille. Eine Frau, die Schämen fast genau gegenüber saß, stand auf und sagte, sie bemühe sich darum, einem Menschen zu verzeihen, der ihrer Familie schlimmes Unrecht zugefügt habe. Sie wünsche sich, dass ihr Herz von Hass frei werde und sie Barmherzigkeit und verzeihende Liebe üben könne, doch sie liege mit sich selbst im Kampf, weil sie den Wunsch zu verzeihen nicht stark genug verspüre. Sie bat ihre Freunde zu beten, damit ihr die nötige Kraft gegeben werde. Als sie sich hinsetzte, stand eine andere Frau auf, die in der entgegengesetzten Ecke saß, und so konnte Schämen ihre Lippen nicht gut genug sehen, um zu verstehen, was sie sagte. Nach einer Weile ließ auch sie sich wieder nieder und es herrschte schweigen, bis ein Mann in der Nähe des Fensters sich erhob. Er war in den Zwanzigern und hatte ein ernstes Gesicht. Er sagte, er müsse eine wichtige Entscheidung fällen, die sich auf den Rest seines Lebens auswirken werde. »Ich brauche die Hilfe Gottes und die eurer Gebete,« sagte er und setzte sich. Danach meldete sich niemand mehr zu Wort. Die Zeit verging und schließlich sah Schämen, wie George Clyburn seinem Nachbarn die Hand schüttelte. Das war das Zeichen für die Beendigung der Versammlung. Mehrere Leute in Schämens Nähe gaben ihm die Hand und dann strebten alle dem Ausgang zu. Es war der merkwürdigste Gottesdienst gewesen, dem Schämen je beigewohnt hatte. Auf dem Rückweg zu Clyburns Haus war er sehr nachdenklich. »Wird von einem Quäker erwartet, dass er jedes Verbrechen vergibt? Und was ist mit der Befriedigung, wenn das Recht über das Böse siegt?« »Oh, wir glauben sehr wohl an die Gerechtigkeit,« antwortete Clyburn, »aber wir glauben nicht an Rache und Gewalt.« Schämen wusste, dass sein Vater sich danach gesehnt hatte, Magwa-Ikwas Tod zu rächen, und auch er wünschte es sich. »Würden Sie gewalttätig werden, wenn Sie miterlebten, wie jemand Ihre Mutter erschießt?«, fragte er und war befremdet, als Clyburn kicherte. »Früher oder später stellt diese Frage jeder, der sich mit Gewaltlosigkeit beschäftigt. Meine Mutter ist schon lange tot, aber sollte ich jemals in eine ähnliche Situation kommen, werde ich darauf vertrauen, dass Gott mir den richtigen Weg weist.« Schauen Sie, Schämen, nichts, was ich sage, wird Sie dazu bringen, Gewalt abzulehnen. »Es kommt nicht von hier«, er deutete auf seine Lippen, »und es kommt nicht von hier«, er berührte Schämens Stirn. »Wenn es geschieht, dann kommt es von hier«, und er tippte Schämen auf die Brust. »Und bis es soweit ist, müssen Sie weiterhin Ihr Schwert umgürten«, sagte er, als sei Schämen ein Römer oder ein Westgote und nicht ein tauber Mann, den man nicht zum Kriegsdienst zugelassen hatte. »Wenn Sie eines Tages Ihr Schwert ablegen und es fortwerfen. Werden Sie es tun, weil Sie erkennen, dass Sie keine andere Wahl haben«, sagte Kleibern, schnalzte mit der Zunge und gab seinem Pferd die Zügel. Das Ende des Tagebuchs »Wir sind heute bei den Geigers zum Tee eingeladen«, erzählte Schämens Mutter ihrem Sohn. »Rachel sagte, wir müssten unbedingt kommen. Es habe etwas mit den Kindern und Haselnusssträuchern zu tun.« Also gingen sie am Nachmittag auf dem langen Weg zu den Geigers und nahmen im Esszimmer Platz. Rachel brachte ein neues Herbstkep aus tannengrüner Wolle herein, um es Sarah zu zeigen. »Gesponnen aus Kohlwolle!« »Ihre Mutter habe es für sie angefertigt, da ihr Trauerjahr vorüber sei«, sagte sie, und alle machten Lillian Komplimente über die schöne Arbeit. Rachel meinte, sie werde das Kip am nächsten Montag auf ihrer Reise nach Chicago tragen. »Wirst du lange fort sein?«, fragte Sarah. »Nur ein paar Tage.« »Geschäftlich«, erklärte Lillian mit deutlicher Missbilligung. Als Sarah, um das Thema zu wechseln, hastig das Aroma des englischen Tees lobte, seufzte Lillian und sagte, sie sei sehr froh, ihn zu haben. »Es gibt im ganzen Süden kaum Kaffee und keinen anständigen Tee. Jay schreibt, Kaffee und Tee kosten in Virginia fünfzig Dollar das Pfund.« »Dann hast du also von ihm gehört?« »Ja. Es geht ihm gut. Gott sei Dank.« Hattie strahlte, als ihre Mutter mit dem noch ofenwarmen Nussbrot hereinkam. »Wir haben es gemacht«, verkündete sie. »Mama hat die Zutaten in eine Schüssel getan und umgerührt, und dann haben ich und Joshua die Nüsse reingestreut.« »Joshua und ich«, korrigierte sie die Großmutter. »Omi, du warst ja gar nicht in der Küche.« »Die Nüsse sind köstlich«, sagte Sarah zu dem kleinen Mädchen. »Ich und Hattie haben sie gesammelt«, erklärte Joshua stolz. »Hattie und ich«, korrigierte ihn Lillian. »Nein, Omi, du warst nicht dabei. Wir waren auf dem langen Weg und ich und Hattie haben die Nüsse gesammelt, während Mama und Shaman auf der Decke saßen und sich an den Händen hielten.« Ein kurzes Schweigen senkte sich über den Raum. »Shaman hat Schwierigkeiten mit seiner Sprache«, sagte Rachel dann. »Er braucht wieder etwas Übung und ich helfe ihm, wie ich es früher getan habe. Wir trafen uns auf dem Waldweg und die Kinder machten sich derweil mit Begeisterung ans Nüsse suchen. Aber in Zukunft wird er hierher kommen, damit wir für die Übungen das Klavier benutzen können.« Sarah nickte. »Es wird gut für Robert sein, an seiner Sprache zu arbeiten.« Auch Lillian nickte, allerdings etwas steif. »Ja.« »Was für ein Glück, dass du wieder zu Hause bist, Rachel«, sagte sie und goss Shaman Tee nach. Am nächsten Tag nahm er nach seinen Hausbesuchen den langen Weg und er sah Rachel kommen, obwohl er nicht mit ihr verabredet war. »Wo sind meine Freunde?« »Sie haben beim herbstlichen Hausputz geholfen und ihren Mittagsschlaf versäumt, und deshalb habe ich sie jetzt noch ins Bett geschickt.« Er kehrte um und ging neben ihr her. Der Wald war voller Vögel und auf einem Baum in der Nähe entdeckte er einen Kardinal, der herausfordernd für ihn aber unhörbar trillerte. »Ich habe mich mit meiner Mutter gestritten. Sie wollte, dass wir für die Feiertage nach Peroria fahren, aber ich bin nicht bereit, dort vor heiratswilligen Junggesellen und Witwer an Spießrouten zu laufen. Also werden wir die Feiertage zu Hause verbringen.« »Gut«, sagte er, und sie lächelte. »Es habe noch eine Auseinandersetzung gegeben,« erzählte sie, »weil Joe Regensbergs Cousin eine andere Frau heirate und das Angebot gemacht habe, die Regensberg Tin Company zu kaufen, nachdem er sie nicht durch Heirat in seinen Besitz habe bringen können.« »Das«, vertraute sie »Ich weiß, dass sie das tut.« »Wollen wir eine Übungsstunde abhalten?« »Warum nicht?« Er streckte ihr die Hand hin. Diesmal spürte er ein leichtes Zittern, als sie seine Finger in den Ehren hielt. Vielleicht hatte der Hausputz sie so angestrengt oder der Streit. Doch er wagte zu hoffen, dass mehr dahinter steckte, und plötzlich lag eine Innigkeit in ihrer Berührung, die ihn veranlasste, seine Hand ganz in die Irre zu schieben. Sie arbeiteten an der Atemkontrolle, die nötig war, um die kleinen Explosionen des Buchstaben P zu bewerkstelligen, und er wiederholte gerade mit ernstem Gesicht einen unsinnigen Satz über den Postboten Peter, der pausenlos Postpakete packte, als sie den Kopf schüttelte. »Nein! Fühl mal, wie ich es mache!« Sie legte seine Finger an ihren Kehlkopf. Doch alles, was er fühlte, war Rachels warme, weiche Haut. Er hatte es nicht geplant. Hätte er darüber nachgedacht, er hätte es nicht getan. Er ließ seine Hand aufwärts wandern, legte sie an ihre Wange und beugte sich vor, um Rachel zu küssen. Der Kuss war unendlich süß. Der oft geträumte und ersehnte Kuss zwischen einem fünfzehnjährigen Jungen und dem Mädchen, in das er hoffnungslos verliebt war. Doch bald wurden sie zu einem Mann und einer Frau, die sich küssten, und ihr beiderseitiger Hunger erschreckte ihn dermaßen, stand so im Widerspruch zu der Absicht, eine lebenslange Freundschaft aufrechtzuerhalten, die sie ihm angeboten hatte, dass er Angst bekam, das alles für real zu nehmen. »Rachel«, sagte er, als sie sich voneinander losrissen. »Nein! Oh Gott!« Doch als sich ihre Gesichter wieder näherten, bedeckte sie seines mit kleinen, leichten Küssen, mit lauter heißen Regentropfen. Er küsste sie auf die Lider, die Mundwinkel und die Nase und spürte, wie ihr Körper sich an ihn drängte. Auch Rachel war über sich selbst erschrocken. Sie legte eine zitternde Hand auf seine Wange und er drehte den Kopf, bis er seine Lippen in ihrer Handfläche drücken konnte. Er sah sie die Worte sprechen, die ihm aus alter Zeit vertraut waren, weil sie Dorothy Burnham am Ende jedes Schultag sagte. »Ich denke, das reicht für heute«, sagte Rachel atemlos und wandte sich ab. Shaman stand da und sah ihr nach, wie sie mit schnellen Schritten davonging und um eine Biegung verschwand. An diesem Abend machte er sich daran, die letzten Tagebucheintragungen seines Vaters zu lesen. Mit großer Traurigkeit sah er dem Ende Rob J. Coles entgegen und er ließ sich von dem schrecklichen Krieg am Ufer des Rapper Hannock gefangen nehmen, den der Vater in seiner großen, klaren Handschrift beschrieben hatte. Als Shaman bei Rob J.'s Entdeckung von Lanning Ordway anlangte, saß er eine ganze Weile da, ohne weiterzulesen. Es fiel ihm schwer zu glauben, dass sein Vater nach so vielen Jahren vergeblichen Suchens schließlich Kontakt zu einem der Männer bekommen hatte, die für Magua Ikwas Tod verantwortlich waren. Er blieb die ganze Nacht auf. Ordways Brief an Good Now las er wieder und wieder. Kurz vor Anbruch der Dämmerung kam er zu den letzten Eintragungen des Tagebuchs kurz vor dem Tod seines Vaters. Eine einsame Stunde lang lag er angezogen auf seinem Bett. Als er wusste, dass seine Mutter in der Küche war, ging er zur Scheune hinüber und bat Alden, ins Haus zu kommen. Dann zeigte er beiden den Brief und erzählte ihnen, wo er ihn gefunden hatte. »Aus seinem Tagebuch? Du hast sein Tagebuch gelesen?«, fragte Sarah. »Ja.« »Möchtest du es auch lesen?« Sie schüttelte den Kopf. »Das brauche ich nicht. Ich war seine Frau. Ich kannte ihn.« Die beiden bemerkten, dass Alden einen bösen Kater hatte und Sarah goss für alle drei Kaffee ein. »Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll.« Schämmen ließ seine Mutter und Alden den Brief lesen. »Was glaubst du denn, dass du noch tun kannst?«, fragte Alden irritiert. Er alterte rapide, bemerkte Schämmen. Entweder trank er mehr als früher oder sein Körper konnte den Whisky nicht mehr so gut vertragen. Zitternd löffelte er sich Zucker in seine Tasse. »Dein Paar hat alles versucht, um die Sache mit der Saugfrau vor Gericht zu bringen. Meinst du, die werden jetzt mehr interessiert daran sein, nur weil du in dem Brief eines Toten einen Namen entdeckt hast?« »Robert, wann wird das ein Ende finden?«, fragte seine Mutter verbittert. »Dein Vater hat nie aufgehört, die Täter zu suchen. Und du willst jetzt weitermachen? Die Gebeine dieser Frau liegen nun schon so viele Jahre unter der Erde. Findest du nicht, dass die Tote Anspruch auf ihren Frieden hat? Kannst du den Brief nicht einfach zerreißen, den alten Schmerz vergessen, sie zur Ruhe kommen lassen? Und mich auch?« Orden schüttelte den Kopf. »Ich will nicht respektlos erscheinen, Mrs. Cole. Aber dieser Junge wird nie vernünftig sein, wenn es um die Indianer geht. Genauso wenig, wie es der Doc war.« Er pustete auf seinen Kaffee, hob die Tasse mit beiden Händen an den Mund und trank einen Schluck, der ihm sicher den Mund verbrannte. »Nein, er wird sich darin verbeißen wie ein Hund in seine Beute. Wie sein Vater.« Er sah Marta Miriam war nicht dieser Meinung. Als Schemann an diesem Nachmittag zum Konvent kam und ihr den Brief zeigte, nickte sie. »Ihr Vater hat mir von David Goodnow erzählt«, sagte sie ruhig. »Wenn dieser Mann tatsächlich Reverend Patterson war, sollte er dann nicht für Makwa Ikwas Tod zur Rechenschaft gezogen werden.« Sie seufzte. »Schemann, Sie sind Arzt und kein Polizist. Können Sie die Bestrafung dieses Mannes nicht Gottes Richterspruch überlassen? Wir brauchen Sie dringend als guten Arzt, der Sie sind.« Sie beugte sich vor und sah ihn beschwörend an. »Ich habe großartige Neuigkeiten. Unser Bischof hat mich wissen lassen, dass er uns Geld schicken wird, damit wir ein Krankenhaus in Holdens Crossing einrichten.« »Ehrwürdige Mutter, das ist ja wundervoll.« »Ja, das ist es.« Ihr Lächeln lässt ihr Gesicht geradezu erstrahlen, dachte Schemann. Er erinnerte sich, im Tagebuch gelesen zu haben, dass sie nach dem Tod ihres Vaters eine Erbschaft gemacht und diese der Kirche überlassen hatte, und er fragte sich, ob es vielleicht ihr eigenes Geld war, das der Bischof ihr jetzt schickte, oder wenigstens ein Teil davon. Doch Miriam Ferocious Freude ließ keinen Raum für solch zynische Betrachtungen. »Die Leute in dieser Gegend werden ein Krankenhaus haben,« sagte sie. »Die Schwestern des Konvents werden im Hospital des heiligen Franz von Assisi arbeiten.« »Und ich werde ein Krankenhaus haben, in das ich meine Patienten schicken kann. Nun, wir hoffen, sie werden mehr tun als das. Die Schwestern sind zu einem einstimmigen Beschluss gekommen. Wir möchten, dass sie der medizinische Leiter des Krankenhauses werden.« Es dauerte einen Moment, bis er seiner Überraschung Herr werden konnte. »Das ehrt mich sehr,« sagte er schließlich. »Aber ich würde vorschlagen, diese Stelle einem Arzt mit mehr Erfahrung anzubieten, einem älteren Mann. Und außerdem wissen Sie doch, dass ich nicht katholisch bin. Wenn ich früher wagte, davon zu träumen, hoffte ich, dass Ihr Vater diese Stelle einnehmen würde. Gott hat ihn uns als Freund und Arzt geschickt, aber jetzt ist er nicht mehr unter uns. Dafür hat Gott uns Sie geschickt. Sie haben eine gute Ausbildung, viel Geschick und bereits umfassende Erfahrung. Sie sind der Arzt von Holden's Crossing und Sie sollten auch der Leiter des Krankenhauses dieser Stadt werden.« Sie lächelte. »Und was Ihr Alter angeht, so glauben wir, dass Sie der älteste junge Mann sind, den wir je kennengelernt haben. Es wird nur ein kleines Krankenhaus sein, mit 25 Betten, und wir werden alle mit unseren Aufgaben wachsen. Ich möchte Ihnen gerne einen Rat geben. Sträuben Sie sich nicht dagegen, sich selbst hoch einzuschätzen, denn andere tun es. Und scheuen Sie sich nicht, ein Ziel anzustreben. Sie können alles erreichen, denn Gott hat Sie aufs Großzügigste mit Gaben ausgestattet. Schemmen war zutiefst verlegen, doch er lächelte mit der Selbstsicherheit, die einem Mann zukam, dem man gerade die Leitung eines Krankenhauses angetragen hat. Wie könnte ich es wagen, an Ihren Worten zu zweifeln, ehrwürdige Mutter. Chicago Schemmen vertraute das Gespräch mit der Oberen nur seiner Mutter an, und ihr Stolz wärmte ihm das Herz. »Es wird wunderbar für die Leute sein, ein Krankenhaus hier zu haben und für dich es zu leiten. Wie glücklich, dass Deinen Vater gemacht hätte!« Er dämpfte ihre Begeisterung, indem er ihr sagte, dass das Geld von der katholischen Erzdiözese erst fließen werde, wenn Pläne für den Bau gemacht und genehmigt wären. »Marta Miriam hat mich gebeten, verschiedene Krankenhäuser zu besuchen und mich über deren Einrichtung zu informieren.« Er wusste, wohin er fahren und welchen Zug er nehmen würde. Am Montag ritt er nach Mulline und stellte Boss dort unter. Der Zug nach Chicago hielt um zwanzig nach drei in Mulline, aber nur so lange, bis die Fracht der John Deere-Pflugfabrik eingeladen war. Viertel vor drei wartete Schemmen auf dem hölzernen Bahnsteig. Als der Zug kam, stieg er in den letzten Waggon und machte sich von dort aus auf den Weg nach vorne. Er wusste, dass Rachel nur Minuten vorher in Rock Island eingestiegen war und fand sie im dritten Wagen. Der Platz neben ihr war frei. Er hatte beabsichtigt, sie unbefangen zu begrüßen und einen Scherz über ihre zufällige Begegnung zu machen, doch als sie ihn sah, wich alle Farbe aus ihrem Gesicht. »Schemen! Ist etwas mit den Kindern?« »Nein, nein, überhaupt nicht. Ich fahre auch geschäftlich nach Chicago,« antwortete er und ärgerte sich darüber, dass ihm nicht klar gewesen war, dass sie so reagieren würde. »Darf ich mich zu dir setzen?« »Natürlich.« Doch als er seinen Koffer neben dem Ihren untergebracht und sich auf dem Platz am Gang niedergelassen hatte, waren beide verlegen und verkrampft. »Neulich auf dem Waldweg, Schemmen …« »Ich fand es wunderbar,« erklärte er entschieden. »Ich möchte nicht, dass du dir falsche Vorstellungen machst.« »Wieder«, dachte er verzweifelt. »Ich habe geglaubt, du hättest es auch wunderbar gefunden,« versetzte er und spürte, wie er errötete. »Darum geht es nicht. Wir dürfen uns nicht in so etwas hineinsteigern, denn das hat nur zur Folge, dass uns die Realität dann umso grausamer erscheint.« »Und was ist die Realität?« »Ich bin eine jüdische Witwe mit zwei Kindern.« »Und?« »Ich habe mir geschworen, nie wieder meine Eltern einen Ehemann für mich aussuchen zu lassen. Aber das heißt nicht, dass ich bei meiner Wahl nicht Vernunft werde walten lassen.« Es schmerzte. Aber diesmal würde er sich nicht abweisen ohne alles zu sagen, was ihm auf der Seele lag. »Ich habe dich fast mein ganzes Leben lang geliebt. Ich habe nie eine Frau getroffen, deren Erscheinung oder Verstand mich mehr angezogen hätte. Du hast eine Güte in dir, die ich brauche.« »Schämen, bitte!« Sie wandte sich von ihm ab und starrte aus dem Fenster. Doch er fuhr fort. »Du hast mich dir versprechen lassen, dass ich nie im Leben resignieren werde. Und ich werde mich nicht damit abfinden, dich noch einmal zu verlieren. Ich möchte dich heiraten und Hattie und Joshua ein Vater sein.« Sie blieb abgewandt und betrachtete die vorbeigleidende Landschaft. Er hatte gesagt, was er sagen wollte, und so nahm er jetzt eine Fachzeitschrift aus der Tasche und begann, eine Abhandlung über Symptomatik und Behandlung von Keuchhusten zu lesen. Rachel zog einen Beutel unter der Sitzbank hervor und nahm ihr Strickzeug heraus. Er sah, dass sie an einem kleinen blauen Pullover arbeitete. »Für Hattie?« »Für Joshua.« Sie sahen sich an, und es dauerte eine Weile, bis sie ihre Blicke voneinander lösen konnten. Dann wandte sich Rachel mit einem leichten Lächeln wieder ihrer Handarbeit zu. Sie waren noch keine fünfzig Meilen gefahren, da wurde es dunkel, und der Schaffner kam herein, um die Lampen zu entzünden. Gegen fünf Uhr bekamen sie Hunger. Shaman hatte ein Essenspaket dabei, das Brathühnchen und Apfelkuchen enthielt, während Rachels Verpflegung aus Brot, Käse, hartgekochten Eiern und vier kleinen Birnen bestand. Sie teilten sich den Kuchen und die Eier und Früchte und tranken Brunnenwasser aus einer Korbflasche. Nachdem der Zug in Joliet gehalten hatte, drehte der Schaffner die Lampen herunter und Rachel schlief ein. Als sie aufwachte, lag ihr Kopf an Shams Schulter, und er hielt ihre Hand. Sie entzog sie ihm, ließ den Kopf jedoch liegen. Kurz darauf tauchte der Zug aus der Dunkelheit der Prärie in ein Lichtermeer. Rachel setzte sich auf und richtete ihre Frisur, wobei sie die Haarnadeln zwischen ihre kräftigen weißen Zähne klemmte. Als sie fertig war, erklärte sie, sie seien in Chicago. Vom Bahnhof nahmen sie eine Kutsche zum Palmas Illinois House Hotel, wo Rachels Anwalt ein Zimmer für sie hatte reservieren lassen. Shaman quartierte sich ebenfalls dort ein und bekam Zimmer Nummer 508 im fünften Stock zugewiesen. Er brachte Rachel zu ihrem Zimmer Nummer 306 und gab dem Pagen ein Trinkgeld. Möchtest du noch etwas? Kaffee vielleicht? Ich glaube nicht, Shaman. Es ist schon spät und ich habe morgen viel zu erledigen. Sie wollte auch nicht mit ihm frühstücken. Wie wär's, wenn wir uns um drei Uhr hier in der Halle treffen und ich dir dann Chicago zeige? Er fand, das sei eine gute Idee und verließ sie, ging in sein Zimmer hinauf, verstaute seine Sachen in Kleiderschrank und Kommode und lief dann die fünf Stockwerke wieder hinunter, um die Toilette hinter dem Hotel aufzusuchen, die erfreulich sauber und gepflegt war. Auf dem Rückweg nach oben verweilte er einen Augenblick am Treppenabsatz zum dritten Stock und schaute den Korridor entlang zu ihrem Zimmer. Dann setzte er seinen Weg fort. Am Morgen machte er sich gleich nach dem Frühstück auf die Suche nach der Bridgeton Street, die, wie sich herausstellte, in einem Arbeiterviertel mit hölzernen Reihenhäusern lag. Als er an die Tür von Nummer 237 klopfte, öffnete ihm eine verhärmt aussehende junge Frau mit einem Kind auf dem Arm, an deren Rockzipfel ein Junge hing. Als Shaman nach Reverend David Goodenow fragte, schüttelte sie den Kopf. »Der wohnt schon seit über einem Jahr nicht mehr hier. Er ist sehr krank, wie ich gehört habe.« »Wissen Sie, wo er sich jetzt aufhält?« »Ja. Er ist in einem, in einer Art Krankenhaus. Wir haben ihn noch nie gesehen. Die Miete schicken wir jeden Monat dorthin. Das hat sein Anwalt so mit uns vereinbart.« »Könnten Sie mir den Namen des Krankenhauses sagen? Es ist sehr wichtig, dass ich mit ihm spreche.« Sie nickte. »Ich habe ihn aufgeschrieben.« Sie verschwand, kam jedoch gleich darauf, gefolgt von ihrem kleinen Sohn, mit einem Zettel in der Hand zurück. »Es ist das Dearborn Asylum,« sagte sie, »in der Sable Street.« Das Schild wirkte bescheiden und vornehm und bestand aus einer Bronzeplatte, die in die mittlere Säule des Portikos eingelassen war. »Dearborn Asylum für Trinker und Geisteskranke.« Es war ein dreistöckiges, rotes Ziegelgebäude, und die schweren Eisengitter vor den Fenstern passten zu den aufgereihten Eisenspitzen auf der den Bau umgebenden Ziegelmauer. Hinter der Mahagonitür lag eine kleine, düstere Eingangshalle mit zwei Rosshaarsesseln. In dem angrenzenden Büro saß ein Mann mittleren Alters an einem Schreibtisch und machte Eintragungen in ein großes Journal. Als Shaman sein Anliegen vortrug, nickte er. »Mr. Goodenow hat schon seit Ewigkeiten keinen Besuch bekommen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass überhaupt mal jemand da war. Bitte tragen Sie sich in die Besucherliste ein. Ich hole inzwischen Dr. Burgess.« Wenige Minuten später erschien der Arzt, ein kleiner Mann mit schwarzen Haaren und einem schütteren Schnurrbart. »Gehören Sie zur Familie oder sind Sie ein Freund, Dr. Cole? Oder ist Ihr Besuch beruflicher Natur?« »Ich kenne Leute, die Mr. Goodenow kennen,« antwortete Shaman vage. »Ich bin nur kurze Zeit in Chicago und dachte, ich könnte mal vorbeischauen.« Dr. Burgess nickte. »Besuchszeit ist zwar am Nachmittag, aber für einen vielbeschäftigten Arzt können wir eine Ausnahme machen. Wenn Sie mir bitte folgen wollen.« Sie stiegen eine Treppe hinauf, und dort klopfte der Arzt an eine verschlossene Tür, die von einem kräftigen Pfleger geöffnet wurde. Der gedrungene Mann führte sie einen langen Gang hinunter, an dessen Wänden Frauen saßen, die Selbstgespräche führten oder ins Nichts starrten. Sie umgingen eine Urinfütze und Shaman sah verschmierte Exkremente auf dem Boden. In manchen der offenen Zimmer, die von dem Flur abgingen, waren Frauen an die Wand angekettet. Shaman hatte während seines Studiums vier deprimierende Wochen im Ohio State Asylum für Geisteskranke gearbeitet und war nicht überrascht von dem, was er hier sah und roch. Dies war einer der seltenen Momente, in denen er es begrüßte, nicht hören zu können. Der Pfleger sperrte eine weitere Tür auf und geleitete sie durch einen Korridor zur Männerabteilung, die nicht besser aussah als die der Frauen. Schließlich wurde Shaman in einen kleinen Raum komplimentiert, der einen Tisch und mehrere Holzstühle enthielt, und gebeten zu warten. Kurz darauf kamen der Arzt und der Pfleger zurück und brachten einen Mann um die vierzig mit, der eine Arbeitshose, an deren Schlitz mehrere Knöpfe fehlten und eine schmierige Jacke über der Unterwäsche trug. Er hätte dringend einen Haarschnitt gebraucht und sein grauer Bart wucherte. Ein kleines Lächeln spielte um seine Lippen, doch sein Blick war abwesend. »Das ist Mr. Goodenow«, stellte Dr. Burgess ihn vor. »Mr. Goodenow, ich bin Dr. Cole.« Das Lächeln blieb. Die Augen sahen ihn nicht. »Er kann nicht sprechen«, erklärte Dr. Burgess. Trotzdem stand Shaman von seinem Stuhl auf und trat nah an den Mann heran. »Mr. Goodenow«, nannten Sie sich früher Elwood R. Patterson? »Er hat seit mehr als einem Jahr kein Wort mehr gesagt«, erklärte Dr. Burgess geduldig. »Mr. Goodenow, haben Sie die Indianerin getötet, die Sie in Holden's Crossing vergewaltigt haben, als Sie für den Supreme Order of the Star-Spangled Banner dorthin kamen?« Dr. Burgess und der Pfleger starrten Shaman verblüfft an. »Wissen Sie, wo ich Hank Cow finden kann?« Keine Antwort. Noch einmal in schärferem Ton. »Wo kann ich Hank Cow finden?« »Er hat Syphilis.«, »Ein Teil seines Gehirns ist durch Parese zerstört«, unterbrach Dr. Burgess das Verhör. »Woher wissen Sie, dass er nicht simuliert?« »Wir haben ihn unter ständiger Beobachtung, und wir wissen es. Warum sollte jemand simulieren, um so leben zu können?« »Vor Jahren war dieser Mann an einem unmenschlichen, gräßlichen Verbrechen beteiligt. Es widerstrebt mir zutiefst, mich damit abzufinden, dass er der Bestrafung entgehen wird«, sagte Shaman bitter. Speichel tropfte aus David Goodenows Mund. Dr. Burgess sah ihn an und schüttelte den Kopf. »Ich glaube nicht, dass er der Bestrafung entgangen ist.« Shaman wurde durch die Stationen zur Eingangstür begleitet, wo Dr. Burgess sich höflich von ihm verabschiedete und nebenbei bemerkte, dass die Anstalt Einweisungen von Ärzten aus West-Illinois begrüße. Als Shaman auf die Straße trat, blendete ihn zunächst das helle Sonnenlicht. Die Gerüche der Stadt erschienen ihm auf einmal wie Pfeilchenduft. Mehrere Häuserblocks wanderte er tief in Gedanken entlang. Er hatte das Gefühl, am Ende eines Weges angelangt zu sein. Einer der Männer, die Magua Iqua umgebracht hatten, war tot. Der zweite, wie er sich gerade überzeugt hatte, in einer Hölle gefangen, und der Verbleib des dritten war unbekannt. Er kam zu dem Schluss, dass Miriam Ferocher recht hatte. Es war an der Zeit, Maguas Mörder dem göttlichen Richterspruch zu überlassen und sich auf die Medizin und sein eigenes Leben zu konzentrieren. Er fuhr mit einer Pferdebahn ins Zentrum der Stadt und von dort mit einer anderen zum Chicago Hospital, das ihn stark an die Polyklinik in Cincinnati erinnerte. Es war ein gutes Krankenhaus und mit fast 500 Betten ein großes. Als er um ein Gespräch mit dem Direktor bat und sein Anliegen vorbrachte, wurde er mit ausgesuchter Höflichkeit behandelt. Der diensthabende Arzt brachte ihn zu einem der Oberärzte und die beiden Männer berieten Schermen hinsichtlich der Ausrüstung und Einrichtung, die ein kleines Krankenhaus brauchen würde. Der Einkäufer des Krankenhauses empfahl ihm Firmen, die zuverlässigen Service und vernünftige Preise boten, und erkundigte sich beim Verwalter über die Menge der Wäsche, die nötig war, um jedes Bett stets sauber bezogen halten zu können. Schermen machte sich eifrig Notizen. Als er kurz vor drei ins Pormus Illinois House Hotel zurückkam, saß Rachel schon wartend in der Halle. An ihrem Gesichtsausdruck erkannte er, dass der Tag zu ihrer Zufriedenheit verlaufen war. Es ist alles erledigt. Um die Firma brauche ich mich nicht mehr zu kümmern, sagte sie. Sie erzählte ihm, dass der Anwalt bereits alle notwendigen Dokumente vorbereitet gehabt habe und der größte Teil des Verkaufserlöses für Hattie und Joshua treuhänderisch angelegt worden sei. Das müssen wir feiern. Die düstere Stimmung, die ihn seit der Begegnung mit David Goodenow umfangen hatte, war gebannt. Sie nahmen die erste der prächtigen Kutschen, die aufgereiht vor dem Hotel standen. Schermen wollte weder die Konzerthalle noch die neue Börse sehen, ihn interessierte nur eines an Chicago. Zeig mir die Orte, die dir wichtig waren, als du hier gelebt hast. Aber das wird schrecklich langweilig. Bitte. Also beugte Rachel sich vor, gab dem Kutscher Anweisung und das Pferd setzte sich in Bewegung. Zuerst war sie verlegen, als sie ihm die Musikalienhandlung zeigte, in der sie Seiten und einen neuen Bogen für ihre Geige gekauft und die Wirbel hatte reparieren lassen. Doch dann entspannte sie sich allmählich und hatte Spaß, als sie die Läden wieder sah, in denen sie ihre Schuhe und Hüte gekauft hatte, und das Geschäft des Schneiders, bei dem sie zu einem Geburtstag ihres Vaters mehrere Frackhemden in Auftrag gegeben hatte. Dann kamen sie zu einem imposanten Gebäude, das, wie sie ihm erklärte, die Sinai Congregation beherbergte. Hier habe ich donnerstags im Streichquartett gespielt, und an den Freitagabenden wurde Gottesdienst gehalten. Aber Joe und ich sind nicht hier getraut worden, sondern in der Kehillat Anshe Marib Synagoge, deren prominentestes Mitglied Joes Tante Harriet war. Vor vier Jahren traten Joe und mehrere andere aus der Synagoge aus und gründeten die Sinai Congregation als Gemeinschaft des reformierten Judaismus. Sie schafften eine Menge Rituale und Traditionen ab und verursachten damit einen großen Skandal. Tante Harriet war außer sich, aber ihr Groll hatte keinen dauerhaften Bruch zur Folge, und wir standen uns auch danach noch nahe. Als sie ein Jahr später starb, nannten wir Hattie nach ihr. Sie dirigierte den Kutscher zu einem Viertel mit kleinen, hübschen Häusern, und in einer Straße namens Tyler Street deutete sie auf ein schindelgedecktes braunes Haus. »Da haben wir gewohnt!« Sherman erinnerte sich, wie sie früher ausgesehen hatte, und beugte sich vor, um sich das Mädchen von damals in diesem Haus vorzustellen. Fünf Blocks weiter kamen sie zu einer Ansammlung von Geschäften. »Oh, wir müssen anhalten!« rief Rachel. Sie stiegen aus und betraten einen Lebensmittelladen, in dem es nach Gewürzen duftete. Ein rotwangiger alter Mann mit einem weißen Bart und einer Statur wie Sherman kam auf sie zu und wischte sich strahlend die Hände an seiner Schürze ab. »Mrs. Regensberg, wie schön, Sie wiederzusehen!« »Vielen Dank, Mr. Freudenthal. Ich freue mich auch, Sie wiederzusehen. Ich möchte meiner Mutter einige Dinge mitbringen.« Sie kaufte mehrere Sorten von geräuchertem Fisch, schwarze Oliven und ein großes Stück Mandelpastete. Der Lebensmittelhändler musterte Sherman mit einem prüfendem Blick. »Er ist nicht saidische,« bemerkte er zu ihr. »Nein,« bestätigte sie und setzte hinzu, als habe sie das Gefühl, eine Erklärung abgeben zu müssen. »Er ist eine gute Freund!« Ohne die Sprache zu verstehen, begriff Sherman, was gesagt worden war. Für einen Augenblick fühlte er sich gekränkt, doch gleich darauf erkannte er, dass die Frage des alten Mannes zu ihrem Leben gehörte wie Hattie und Joshua. Als er und Rachel noch Kinder gewesen waren, hatten solche Unterschiede keine Rolle gespielt, doch jetzt waren sie beide erwachsen und mussten ihnen ins Gesicht sehen. Und so lächelte er den Lebensmittelhändler, der ihm die Tüten in die Hand drückte freundlich an. »Auf Wiedersehen, Mr. Freudenthal,« sagte er und folgte Rachel aus dem Laden. Sie brachten die Einkäufe ins Hotel. Es war inzwischen Zeit fürs Abendessen und Sherman schlug vor, es im Hotel einzunehmen, doch Rachel erklärte, sie wisse ein besseres Lokal und brachte ihn in ein kleines Restaurant, das Parkman Café hieß und das sie bequem zu Fuß erreichen konnten. Es war schlicht und nicht zu teuer, aber Essen und Bedienung waren gut. Als er sie nach der Mahlzeit fragte, was sie als nächstes unternehmen wolle, schlug sie einen Spaziergang am Mischigensee vor. Eine frische Brise kam vom Wasser herein, doch die Luft war sommerlich warm. Helle Sterne und die fast runde Scheibe des Mondes standen am Himmel, doch das Licht reichte nicht aus, um ihren Mund zu sehen, und so sprachen sie nicht. Bei einer anderen Frau hätte ihn das mit Unbehagen erfüllt, doch er wusste, dass Rachel sein Schweigen als selbstverständlich nahm, wenn es dunkel war. Sie gingen den Uferweg entlang, bis Rachel unter einer Straßenlaterne stehen blieb und nach vorne auf eine gelbe Lichtquelle deutete. »Ich höre eine verrückte, lustige Musik!« Als sie den erleuchteten Platz erreichten, bot sich ihnen ein merkwürdiger Anblick, eine geräumige, runde Plattform, so groß wie der Melkplatz in einem Stall, auf der bemalte Holztiere befestigt waren. Neben einer großen Kurbel stand ein Mann mit wettergegabtem Gesicht. »Ist das eine Drehorgel?«, fragte Rachel. »Oh, non, das ist ein Karussell. Man sucht sich ein Tier aus und reitet darauf.« »Très drôle, très plaisant«, erklärte der Mann. »Eine Fahrt kostete zwanzig Cent, mein Erd!« Schemmen setzte sich auf einen Braunbären. Rachel wählte ein leuchtend rotes Pferd. Der Franzose drehte ächzend die Kurbel und sofort setzte sich das Karussell in Bewegung. In der Mitte hing an einem Pfosten ein Messingring, unter dem ein Schild angebracht war, worauf stand, dass jeder mit einer Freifahrt belohnt werde, der den Ring zu fassen bekomme, während er auf einem Tier sitze. Zweifellos war er für die meisten Fahrgäste außer Reichweite, doch Schemmen streckte sich, soweit er konnte. Als der Franzose sah, dass er versuchte, den Ring zu fassen, drehte er die Kurbel schneller, woraufhin auch das Karussell rascher lief, doch beim zweiten Versuch erwischte Schemmen den Ring. Er gewann mehrere Freifahrten für Rachel. Nach kurzer Zeit wurde der Karussellbesitzer müde, und Schemmen stieg von seinen Braunbären und übernahm die Kurbel. Er drehte schneller und schneller, und das rote Pferd wechselte von Trab in Galopp. Rachel warf den Kopf zurück und kreischte vor Vergnügen wie ein Kind, wenn sie an ihm vorbeikam. Ihre weißen Zähne blitzten, doch ihr Reiz hatte nichts Kindliches. Nicht nur Schemmen war bezaubert, auch der Franzose musterte sie verstohlen. fasziniert. »Sie sind die letzten Clients für 1864«, sagte er. »Für diese Saison ist fini. Bald kommt die Kälte.« Rachel blieb zwölf Fahrten lang auf dem roten Pferd sitzen. Der Franzose wurde allmählich ungeduldig. Schemmen gab ihm zum Fahrpreis ein großzügiges Trinkgeld, und der Mann schenkte Rachel einen weißen Glaskrug, auf dem ein gemalter Rosenstrauch prangte. Wind zerzaust und lachend kehrten sie ins Hotel zurück. »Ich fand es herrlich«, sagte sie vor der Tür zu Zimmer Nummer 306. »Ich auch.« Bevor er noch etwas hinzufügen konnte, hatte sie ihn leicht auf die Wange geküsst und die Tür hinter sich geschlossen. Eine Stunde lang lag er angekleidet auf seinem Bett. Dann stand er auf und ging in den dritten Stock hinunter. Es dauerte ein Weilchen, bis sie auf sein Klopfen reagierte. Schon hatte ihn der Mut verlassen, und er wollte gerade wieder gehen, als die Tür endlich aufging und Rachel im Nachthemd vor ihm stand. Lange sahen sie einander an. »Kommst du rein, oder soll ich rauskommen?«, fragte sie schließlich. Er sah, dass sie nervös war. Er trat ins Zimmer und schloss die Tür. »Rage«, begann er. Doch sie legte ihm die Hand auf den Mund. »Als ich ein junges Mädchen war, ging ich oft den langen Weg und machte an einer Stelle halt, wo der Wald sich bis zum Fluss hinunterzieht, direkt an der Grenze zwischen unserem und eurem Land. Ich sagte mir, du würdest schnell erwachsen werden und dort ein Haus bauen und mich davor bewahren, einen alten Mann mit schlechten Zähnen heiraten zu müssen. Ich stellte mir unsere Kinder vor, einen Sohn wie dich und drei Töchter, mit denen du liebevoll und geduldig umgehst und ihnen erlauben würdest, die Schule zu besuchen und so lange zu Hause zu wohnen, bis sie bereit wären zu gehen.« »Ich habe dich immer geliebt.« »Ich weiß«, antwortete sie, und als er sie küßte, fingerte sie an seinen Hemdknöpfen herum. Sie ließen die Lampe brennen, damit sie einander sehen und miteinander sprechen konnten. Nachdem sie sich geliebt hatten, schlief sie ein wie eine zufriedene Katze, und er lag da und sah ihr beim Atmen zu. Nach einer Weile wachte sie wieder auf und ihre Augen leuchteten, als sie ihn sah. »Auch, als ich Joes Frau war, sogar als ich schon Mutter war, träumte ich von dir.« »Ich habe das irgendwie gespürt, und das hat alles noch schlimmer gemacht.« »Ich fürchte mich, Schemmen.« »Wovor?« »Jahrelang habe ich die Hoffnung auf dich tief in mir begraben.« »Weißt du, was eine orthodoxe Familie tut, wenn ein Mitglied jemanden anderen Glaubens heiratet? Sie verhängen die Spiegel mit Tüchern, ziehen Trauerkleidung an und sprechen die Totengebete?« »Keine Angst. Wir werden mit ihnen reden, bis sie es verstehen.« »Und wenn sie es nie verstehen?« Auch er fühlte Unbehagen und Furcht, doch er musste sich mit dieser Frage auseinandersetzen. »Wenn das der Fall ist, wirst du eine Entscheidung treffen müssen.« Sie sahen einander an. »Keine Resignation mehr. Bei uns beiden nicht, richtig?« Rachel lächelte wieder. »Richtig.« Sie begriffen, dass sie ein Bekenntnis füreinander abgelegt hatten, das ernster war als jeder Schwur. Und sie umarmten sich und klammerten sich aneinander, als sei der andere ein Rettungsanker. Im Zug auf der Fahrt nach Westen sprachen sie am nächsten Tag über ihre Zukunft. »Ich werde Zeit brauchen,« sagte Rachel. Als er sie fragte, wie viel Zeit, sagte sie, sie wolle es ihrem Vater persönlich mitteilen, nicht in einem geschmuggelten Brief. »Das dürfte nicht mehr lange dauern. Alle meinen, dass der Krieg bald vorbei sein wird.« »Ich habe so lange auf dich gewartet, da kann ich jetzt auch noch länger warten,« antwortete er. »Aber ich bin nicht bereit, mich heimlich mit dir zu treffen. Ich möchte dich zu Hause besuchen können und etwas mit dir unternehmen. Und ich möchte viel Zeit mit Hattie und Joshua verbringen, um sie richtig kennen zu lernen.« Rachel nickte lächelnd und nahm seine Hand. In Rock Island wurde sie von Lillian abgeholt. Shaman stieg schon in Moline aus und holte sein Pferd aus dem Mietstall. Dann ritt er dreißig Meilen flussaufwärts und nahm die Fähre über den Mississippi nach Clinton in Iowa. Die Nacht verbrachte er im Randall Hotel, in einem schönen Zimmer mit einer Kamineinfassung aus Marmor und fließend warmem und kaltem Wasser. Das Hotel besaß einen eindrucksvollen fünfstöckigen Toilettenturm, der von allen Etagen aus zugänglich war. Als Shaman am nächsten Tag das Inman Hospital aufsuchte, um sich dort umzusehen, erlebte er eine Enttäuschung. Es war ein kleines Krankenhaus, wie das für Hodens Crossing geplante, aber schmuddelig und schlecht geführt. Eine Lektion, wie man es nicht machen durfte. Shaman verließ das Inman Hospital sehr schnell wieder und gab dem Kapitän eines Flachbootes Geld, damit er ihn und Boss flussabwärts nach Rock Island brachte. Auf dem Ritt nach Hodens Crossing begann ein kalter Regen zu fallen, doch die Gedanken an Rachel und ihre gemeinsame Zukunft hielten Shaman warm. Als er endlich zu Hause angekommen war und sein Pferd versorgt hatte, ging er in die Küche, wo seine Mutter aufrecht und kerzengerade auf ihrem Stuhl saß. Offensichtlich hatte sie ungeduldig auf seine Rückkehr gewartet. Sobald er eintrat, sprudelten die Worte nur so aus ihr heraus. »Dein Bruder lebt! Er ist in Kriegsgefangenschaft«, sagte sie. Ein Telegramm Am Tag zuvor hatte Lillian Geiger von ihrem Mann einen Brief erhalten. Jason schrieb, dass er den Namen eines Corporal Alexander Bledsoe auf einer Liste konföderierter Kriegsgefangener gesehen habe. Er sei am 11. November 1862 in Perryville, Kentucky von den Truppen der Union gefangen genommen worden. Deshalb hat man in Washington nicht geantwortet, als wir anfragten, ob sie einen Gefangenen namens Alexander Cole hätten, sagte Sarah. Er hat den Namen meines ersten Mannes benutzt. Shaman freute sich sehr. Wenigstens können wir hoffen, dass er noch am Leben ist. Ich werde gleich schreiben und versuchen herauszufinden, wo sie ihn gefangen halten. Das würde Monate dauern. Wenn er noch am Leben ist, dann ist er schon fast drei Jahre lang Gefangener. Jason schreibt, dass die Gefangenenlager auf beiden Seiten der Front entsetzlich sind. Er meint, wir sollten versuchen, Alex so schnell wie möglich zu holen. Dann fahre ich selber nach Washington. Aber seine Mutter schüttelte den Kopf. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass Nick Holden nach Rock Island und Holdens Crossing kommt, um für Lincolns Wiederwahl zu werben. Du gehst zu ihm und bittest ihn, uns bei der Suche nach deinem Bruder zu helfen. Shaman war verwundert. Warum sollten wir uns an Nick Holden wenden, statt an unseren Kongressabgeordneten oder Senator? Pa hat Holden verachtet, weil er an der Vernichtung der Socks beteiligt war.« »Nick Holden ist wahrscheinlich Alex' Vater«, erwiderte sie ruhig. Einige Augenblicke lang brachte Shaman vor Überraschung kein Wort heraus. »Ich habe immer geglaubt«, »Das heißt, Alex glaubt, dass sein leiblicher Vater ein Mann namens Will Mosby ist.« Seine Mutter sah ihn an. Sie war sehr blass, doch ihre Augen waren trocken. »Ich war siebzehn Jahre alt, als mein erster Mann starb. Ich war ganz allein in einer Hütte mitten in der Prärie, auf dem Land, das jetzt zur Schröder Farm gehört. Ich habe versucht, den Besitz alleine zu bewirtschaften, aber ich hatte einfach nicht die Kraft dazu. Das Land hat mich kaputt gemacht. Ich hatte kein Geld. Eine Anstellung bekam ich nirgends. Es gab ja damals noch kaum Leute in der Gegend. Will Mosby ist als erster zu mir gekommen. Er war ein Gauner und immer lange Zeit verschwunden, aber wenn er kam, hatte er immer eine Menge Geld. Und dann ist Nick aufgekreuzt. Sie waren beide attraktive, charmante Männer. Am Anfang habe ich geglaubt, dass keiner vom anderen etwas weiß, aber als ich dann schwanger wurde, hat sich gezeigt, dass beide Bescheid wussten, und jeder hat behauptet, der andere sei der Vater.« Schemann hatte Mühe, etwas zu erwidern. »Haben sie dir denn überhaupt nicht geholfen?« Sie lächelte dünn. »Gemerkt habe ich auf jeden Fall nichts davon. Ich glaube, Will Mosby hat mich geliebt, und er hätte mich wahrscheinlich irgendwann einmal auch geheiratet, aber er hat ein gefährliches, riskantes Leben geführt und ist genau damals getötet worden. Nick ließ sich nicht mehr sehen, obwohl ich mir schon damals ziemlich sicher war, dass er Alex' Vater ist. Alma und Gas waren inzwischen hier und hatten mein Land übernommen, und ich glaube, er hat gewusst, dass die Schröders mich durchfüttern würden.« Sarah schien nachzudenken. Bei der Niederkunft war Alma dabei, aber in einem Ernstfall dreht die Arme ja immer durch, und ich musste ihr fast bei jedem Handgriff sagen, was sie tun solle. Nach Alex' Geburt hatte ich ein paar sehr schlimme Jahre. Zuerst machten die Nerven nicht mehr mit, dann der Magen, und das führte zu den Blasensteinen. Sie schüttelte den Kopf. »Dein Vater hat mir das Leben gerettet. Bis ich ihn kennenlernte, habe ich nicht geglaubt, dass es so etwas wie einen liebenswürdigen, gütigen Mann überhaupt gibt. Das Schlimme war, ich hatte gesündigt. Als du dein Gehör verloren hast, wusste ich, dass ich bestraft wurde und dass es meine Schuld war, und ich habe mich kaum in deine Nähe getraut. Ich habe dich so sehr geliebt, aber ich hatte doch ein solch schlechtes Gewissen.« Sie strich ihm über das Gesicht. »Es tut mir leid, dass du so eine schwache und sündige Mutter gehabt hast.« Schäme nahm ihre Hand. »Nein, du bist nicht schwach und sündig. Du bist eine starke Frau, die wirklichen Mut brauchte, nur um zu überleben. Und was das angeht, es war auch sehr mutig von dir, mir diese Geschichte überhaupt zu erzählen. Für meine Taubheit kannst du nichts mehr. Gott will dich nicht bestrafen. Ich war noch nie so stolz auf dich wie jetzt, und ich habe dich noch nie so geliebt.« »Danke, Schämen«, sagte sie, und als er sie küsste, war ihre Wangen nass. Fünf Tage vor Nick Holdens geplanter Rede in Rock Island gab Schämen dem Vorsitzenden des Republikanischen Komitees einen Brief für ihn. Darin hieß es, dass Dr. Robert Jefferson Cole den Kommissar Holden in einer äußerst drängenden, wichtigen Angelegenheit um eine Unterredung bitte. Am Tag des ersten Wahlkampfauftritts ging Schämen zu Nicks großem Holzhaus in Holdens Crossing, wo ein Sekretär ihn empfing und nickte, als er seinen Namen hörte. »Der Kommissar erwartet Sie«, sagte der Mann und führte Schämen ins Büro. Holden hatte sich verändert, seit Schämen ihn das letzte mal gesehen hatte. Er war jetzt stämmig, die grauen Haare wurden immer lichter und rote Äderchen überzogen seine Wangen, aber er war noch immer ein gutaussehender Mann, der seine Selbstsicherheit wie einen gut geschnittenen Anzug trug. »Mein Gott, Sie sind der Kleine, der jüngere Sohn, nicht? Und jetzt sind Sie Arzt. Ich freue mich wirklich, Sie zu sehen. Wissen Sie was? Ich brauche mal wieder eine vernünftige ländliche Mahlzeit. Sie begleiten mich zu Anna Wileys Restaurant und ich spendiere Ihnen ein richtiges Holdens Crossing Essen.« Schämens Erinnerung an das Tagebuch seines Vaters war noch so frisch, dass er Nick mit Rob J. Coles Augen sah, und so hätte er alles andere lieber getan, als mit ihm das Brot zu brechen. Aber er wusste, warum er hier war, und ließ deshalb die Fahrte Nicks Kutsche zum Restaurant an der Hauptstraße über sich ergehen. Natürlich mussten sie unterwegs an der Gemischtwarenhandlung anhalten, wo Nick, ganz der kluge Politiker, der er war, allen Männern auf der Veranda die Hand schüttelte und dafür sorgte, dass jeder »Meinen guten Freund, den Doktor« kennenlernte. Im Restaurant machte Anna Wiley viel Wirbel um die beiden, und Sherman kam in den Genuss ihres Schmorbratens, der gut war, und ihres Apfelkuchens, der ziemlich durchschnittlich war. Und schließlich kam er dazu, Nick Holden von Alex zu erzählen. Holden hörte ihm zu, ohne ihn zu unterbrechen, und nickte dann. »Seit drei Jahren ist er also schon gefangen?« »Ja, Sir.« »Wenn er noch am Leben ist.« Nick zog eine Zigarre aus der Innentasche seiner Jacke und bot sie Schämmen an. Als der sie ablehnte, biss er das Ende ab, zündete sie sich selbst an und blies nachdenklich den Rauch in Schämmens Richtung. »Warum sind Sie zu mir gekommen?« »Meine Mutter meinte, es würde Sie interessieren«, antwortete Schämmen. Holden sah ihn an und nickte. Dann lächelte er. »Ihr Vater und ich. Wissen Sie, als junge Männer waren wir dicke Freunde. Haben unseren Spaß gehabt damals.« »Ich weiß«, erwiderte Schämmen knapp. Offensichtlich brachte sein Ton Nick dazu, nicht weiter auf das Thema einzugehen. Er nickte noch einmal. »Richten Sie Ihrer Mutter die besten Grüße von mir aus. Und sagen Sie ihr, dass ich mich persönlich um die Sache kümmern werde.« Schämmen dankte ihm. Doch als er wieder zu Hause war, schrieb er trotzdem an seinen Kongressabgeordneten und seinen Senator und bat die beiden um ihre Hilfe bei der Suche nach Alex. Einige Tage nach ihrer Rückkehr aus Chicago sagten Schämmen und Rachel ihren Müttern, dass sie beschlossen hatten, zusammenzubleiben. Sarah kniff die Lippen zusammen, als sie es hörte, doch sie nickte, ohne überrascht zu wirken. »Du wirst ihren Kindern ein guter Vater sein, so wie dein Paar Alex ein guter Vater war.« »Was ist, wenn du eigene Kinder hast? Wirst du sie taufen lassen?« »Ich weiß es nicht, Ma. So weit sind wir noch nicht.« »Ich würde mit ihr darüber reden, wenn ich du wäre.« Mehr hatte sie zu diesem Thema nicht zu sagen. Rachel hatte weniger Glück. Sie und ihre Mutter stritten sich mehrere Male. Lillian war höflich zu schämen, wenn er in ihr Haus kam, aber sie brachte ihm keine Herzlichkeit entgegen. So oft es ihm möglich war, fuhr er mit Rachel und den Kindern aus. Aber die Natur arbeitete gegen ihn, denn das Wetter wurde schlecht. So wie der Sommer früh und heiß und fast ohne vorhergehenden Frühling über das Land hereingebrochen war, kam auch der Winter in diesem Jahr vor der Zeit. Der Oktober war eiskalt. Schämen fand im Stall die Schlittschuhe seines Vaters. Er kaufte den Kindern in Haskens Laden Doppelkufen und ging mit ihnen zum Eislaufen auf den gefrorenen Büffelsumpf, doch es war zu kalt für ein längeres Vergnügen. Es schneite am Tag der Wahl, bei der Lincoln mit großer Mehrheit wiedergewählt wurde, und am achtzehnten des Monats fickte ein Schneesturm über Hordens Crossing hinweg. Die weiße Decke, unter der er das Land begrub, sollte bis zum Frühjahr liegen bleiben. »Hast du bemerkt, wie Orden zittert?«, fragte seine Mutter eines Morgens Schämen. Er hatte den Knecht schon eine ganze Weile beobachtet. »Er hat die Parkinson'sche Krankheit, Ma.« »Was ist denn das?« »Ich weiß nicht, was das Zittern verursacht, aber die Krankheit beeinträchtigt seine Muskelkontrolle.« »Wird er daran sterben?« »Manchmal verläuft die Krankheit tödlich, aber nicht sehr oft. Höchstwahrscheinlich wird sie langsam immer schlimmer werden. Vielleicht macht sie ihn zum Krüppel.« Sarah nickte. »Die alte Haut wird langsam zu alt und zu krank, um die Farm zu leiten. Wir müssen uns überlegen, ob wir nicht Doug Penfield die Verantwortung übertragen und einen anderen als Aushilfe einstellen sollen. Können wir uns das leisten?« Sie bezahlten Orden 22 Dollar im Monat und Doug Penfield 10. Schämen rechnete es schnell durch und nickte dann. »Und was wird dann aus Orden?«, fragte Sarah. »Na ja, er bleibt natürlich in seiner Hütte und wir kümmern uns um ihn. Aber es wird schwierig werden, ihn zu überreden, die schwere Arbeit anderen zu überlassen.« »Am besten, wir decken ihn mit Arbeit ein, die keine große Anstrengung verlangt,« sagte sie scharfsinnig und Schämen nickte. »Ich glaube, da habe ich gleich etwas für ihn,« sagte er. An diesem Abend ging Schämen mit Rob J.'s Skalpell zu Orden. »Muss nachgeschliffen werden, was?« fragte Orden und nahm es ihm aus der Hand. Schämen lächelte. »Nein, Orden, ich sorge selber dafür, dass es scharf bleibt. Es ist ein chirurgisches Messer, das seit Jahrhunderten im Besitz unserer Familie ist. Mein Vater hat mir erzählt, dass es im Haus seiner Mutter in einer kleinen Glasvitrine an der Wand hing. Ich habe mich gefragt, ob du mir ein solches Kästchen machen könntest.« »Ich wüsste nicht, wieso nicht.« Orden drehte das Skalpell in der Hand hin und her. »Guter Stahl, das Ding.« »Eher. Es lässt sich wunderbar schärfen.« »Ich könnte dir auch ein solches Messer machen, falls du ein neues brauchst.« Schämen heuchte auf. »Würdest du das versuchen? Könntest du mir eins mit einer längeren und schmaleren Klinge machen als das da?« »Dürfte kein Problem sein.« Schämen versuchte, das Zittern seiner Hände zu übersehen, als Orden ihm das Messer zurückgab. Es war sehr schwer, Rachel so nahe zu sein und doch so weit von ihr entfernt. Nirgends gab es einen Ort, wo sie sich lieben konnten. Sie stapften durch tiefen Schnee in den Wald, wo sie sich umarmten wie zwei Bären und eisige Küsse und dicke, polsterte Zärtlichkeiten austauschten. Schämen wurde launisch und mürrisch, und er bemerkte, dass Rachel dunkle Ringe unter ihren Augen hatte. Immer wenn er sie verließ, unternahm er ausgedehnte Spaziergänge. Eines Tages marschierte er den kurzen Weg entlang und bemerkte, dass der Teil der Holzplatte auf Magwa-Iguas Grab, der aus dem Schnee herausragte, gesprungen war. Die rohnenähnlichen Zeichen, die sein Vater von Orden hatte ins Holz ritzen lassen, waren fast vollständig verwittert. Er spürte Magwas Zorn aus der Erde und dem Schnee aufsteigen. Wie viel davon war Einbildung? Wie viel sein schlechtes Gewissen? »Ich habe getan, was ich kann. Was soll ich denn noch tun? Es gibt Wichtigeres in meinem Leben als die Tatsache, dass du keine Ruhe findest«, sagte er gereizt im Stillen zu ihr, drehte sich um und stapfte durch den Schnee zum Haus zurück. An diesem Nachmittag ritt er zum Haus von Betty Cummings, die an heftigem Räumer in beiden Schultern litt. Er band sein Pferd an und wollte eben zur Hintertür gehen, als er im Schnee hinter dem Stall eine Doppelspur und eine Reihe eigenartiger Markierungen entdeckte. Er wartete durch eine Schneeverwehung und ging bei den Spuren in die Knie, um sie zu untersuchen. Die Markierungen waren dreieckige Löcher im Schnee. Sie waren durchschnittlich etwa 15 Zentimeter tief, aber je nach Tiefe unterschiedlich im Durchmesser. Diese dreieckigen Wunden im Schnee waren blutlos. Und es waren viel mehr als elf. Er blieb auf den Knien und starrte sie an. »Dr. Cole?« Mrs. Cummings war aus dem Haus gekommen und beugte sich mit besorgtem Gesicht über ihn. Sie sagte, die Löcher stammten von den Skistöcken ihres Sohnes. Er hatte sich Ski und Stöcke aus Hickoryholz gemacht und die Enden der Stöcke angespitzt. Die Löcher waren zu groß. »Ist etwas nicht in Ordnung, Dr. Cole?« Sie fror und zog sich ihren Schal enger um die Schultern und erschämte sich plötzlich, dass er eine rheumatische alte Frau in der Kälte stehen ließ. »Alles in bester Ordnung, Mrs. Cummings«, sagte er, stand auf und folgte ihr in die warme Küche. Orden hatte für Rob J. Skalpell ein wundervolles Kästchen aus Eichenholz geschreinert und zum Auskleiden von Sarah einen Rest hellblauen Samts erbeten. »Habe allerdings nirgends ein Stück altes Glas finden können. Musste bei Heskin Neues kaufen. Ich hoffe, das ist in Ordnung.« »Das ist mehr als in Ordnung.« Schemmen gefiel das Kästchen sehr. »Ich werde es in der Dealer aufhängen,« sagte er. Er freute sich noch mehr, als er das Skalpell sah, das Orden nach seinen Anweisungen angefertigt hatte. »Ich habe es aus einem alten Brandeisen geschmiedet. Es ist noch genug guter Stahl für zwei oder drei solche Messer übrig, falls du welche brauchst.« Schemmen nahm Papier und Bleistift zur Hand und zeichnete eine Wundsonde sowie eine Amputationszange. »Glaubst du, du kannst das auch machen?« »Sicher doch.« Schemmen sah ihn nachdenklich an. »Wir werden hier bald ein Krankenhaus bekommen, Orden. Das bedeutet, wir werden Instrumente, Betten, Stühle, alles Mögliche brauchen. Wie wär's, wenn du dir jemanden suchst, der dir hilft, das alles zu machen?« »Na ja. Freuen würde mich das schon. Aber ich glaube nicht, dass ich die Zeit dafür aufbringen kann.« »Da hast du natürlich recht. Aber mal angenommen, wir stellen jemanden ein, der sich zusammen mit Doug um die Farm kümmert, und du setzt dich nur ein paar mal pro Woche mit ihnen zusammen und sagst ihnen, was sie tun sollen.« Orden dachte einen Augenblick nach und nickte dann. »Das könnte gehen.« Schemmen zögerte. »Orden, wie gut ist dein Gedächtnis?« »So gut wie Qua equa, getötet wurde. Jeder einzelne war.« Orden seufzte tief und verdrehte die Augen. »Das spukte er also immer noch im Kopf herum.« Doch mit ein wenig gutem Zureden brachte Schemmen ihn zum Erzählen. »Na, dann fangen wir mal mit dir an. Du hast in dem Wäldchen geschlafen, soweit ich weiß.« »Dein Paar war unterwegs zu Hausbesuchen. Ich war bei Paul Gruber und hab ihm beim Schlachten geholfen, weil er uns seine Ochsen zum Mist ausfahren geliehen hat. Mal sehen, wer ist denn da noch übrig?« »Alex, meine Mutter, Mond und der singend einhergeht.« »Also, Alex war irgendwo unterwegs, beim Fischen oder Spielen, was weiß ich. Deine Mutter und Mond, jetzt weiß ich's wieder, die haben das Kühlhaus geputzt, weil wir anschließend selber schlachten und das Fleisch drin aufhängen wollten. Der große Indianer hat bei der Schafferde gearbeitet und später im Wald.« Er strahlte Schemmen an. »Nicht schlecht, mein Gedächtnis, was?« »Es war doch Jason, der Magua gefunden hat. Was hat der an diesem Tag gemacht?« Orden sah ihn entrüstet an. »Woher soll ich denn das wissen? Wenn du wissen willst, was Geiger gemacht hat, musst du schon seine Frau fragen.« Schemmen nickte. »Ich glaube, das werde ich auch tun«, sagte er. Doch kaum war er wieder im Haus, war dieser Gedanke wie weggeblasen, denn seine Mutter sagte ihm, dass Carol Wilkinson vom Telegrafenamt in Rock Island eine Nachricht für ihn mitgebracht habe. Seine Finger zitterten so heftig wie die Ordens, als er den Umschlag auffriss. Die Nachricht war knapp und geschäftsmäßig. »Corporal Alexander Bledsoe, 28. Louisiana Mounted Rifles, gegenwärtig als Kriegsgefangener interniert im Gefangenenlager Elmira, Elmira, New York. Bitte wenden Sie sich an mich, wenn ich Ihnen anderweitig behilflich sein kann. Viel Glück!« Nicholas Holden, Kommissar für Indianerangelegenheiten. Das Gefangenenlager in Elmira In seinem Büro las Bankdirektor Charlie Anderson den Betrag auf dem Abhebungsformular und spitzte die Lippen. Obwohl es Schemmens eigenes Geld war, das er abheben wollte, nannte er Anderson ohne Zögern den Grund für die Entnahme, denn er wusste, dass er sich dem Direktor anvertrauen konnte. Ich habe keine Ahnung, was Alex alles brauchen wird, aber was es auch ist, ich werde eine Menge Geld brauchen, um ihm zu helfen. Anderson nickte und verließ sein Büro. Einige Minuten später kam er mit einem Bündelscheine in einem kleinen Ledersäckchen zurück. In der anderen Hand hatte er einen Geldgurt, den er Schemmens gab. Ein kleines Geschenk der Bank für einen geschätzten Stammkunden. Zusammen mit unseren aufrichtigen Glückwünschen und einem Rat, wenn Sie gestatten. Bewahren Sie Ihr Geld in dem Gurt auf und tragen Sie ihn unter der Kleidung auf der Haut. Haben Sie eine Pistole? Nein. Sie sollten sich eine kaufen. Sie haben eine weite Reise vor sich und es laufen viele gefährliche Burschen herum, die sie ohne Zögern töten würden, um an so viel Geld zu bekommen. Schemmen dankte dem Bankdirektor und steckte Geld und Gurt in die kleine Tasche, die er mitgebracht hatte. Er ritt noch die Hauptstraße entlang, als ihm einfiel, dass er doch eine Waffe besaß, den 44er Colt Texas Navy Revolver, den sein Vater einem toten Konföderierten abgenommen hatte, um sein Pferd zu töten und den er aus dem Krieg mitgebracht hatte. Normalerweise wäre Schemmen nie auf den Gedanken gekommen, bewaffnet zu reisen, aber er wollte nicht riskieren, dass ihm auf dem Weg zu Alex irgendetwas in die Quere kam, und so wendete er sein Pferd und ritt zu Haskins Laden, wo er sich eine Schachtel Munition für den 44er kaufte. Die Patronen und der Revolver wogen schwer und nahmen viel Platz weg in dem Koffer, den er neben seiner Arzttasche als einziges Gepäck mitnahm, als er am folgenden Morgen Holdens Crossing verließ. Mit einem Dampfer fuhr er flussabwärts bis nach Cairo und von dort aus mit der Eisenbahn weiter in den Osten. Es war eine beschwerliche Reise, die vier Tage und vier Nächte dauerte. Der Schnee verschwand, als er Illinois verließ, nicht aber der Winter, und die eisige Kälte, die in den schorkelnden Eisenbahnwaggons herrschte, Kochschämen in die Knochen. Er war müde und erschöpft, als er in Amira ankam, doch er nahm sich nicht einmal die Zeit zu baden und sich umzuziehen, bevor er sich auf die Suche nach Alex machte. Der unbändige Drang, sich davon zu überzeugen, dass sein Bruder noch am Leben war, trieb ihn vorwärts. Am Droschkenstand vor dem Bahnhof ging er an einem Handsome vorbei und nahm stattdessen einen Buggy, damit er neben dem Kutscher sitzen und sehen konnte, was der sagte. Der Kutscher erzählte stolz, dass die Stadt bereits 15.000 Einwohner zähle. Sie fuhren durch freundliche Straßen mit kleinen Einfamilienhäusern bis in die Außenbezirke und dann die Water Street hinunter und an einem Fluss entlang, den der Mann Chamon River nannte. Bald darauf kam ein hoher Bretterzaun an sich, der das Gefangenenlager umgab. Der Kutscher war auch stolz auf dieses Schmuckstück der Stadt und hatte es wohl schon sehr oft erläutert. Er berichtete Schämmen, dass der Zaun vier Meter hoch sei, aus einheimischen Brettern bestehe und über dreißig Morgen umschließe, auf denen zehntausend gefangene Konföderierte lebten. »Waren auch schon zwölftausend Rebellen da drin«, sagte er. Er wies besonders darauf hin, dass an der Außenseite der Wand einen guten Meter unterhalb der Oberkante ein Steg verlaufe, auf dem bewaffnete Wachen patrouillierten. Sie fuhren die Westwater Street hinunter, wo geschäftstüchtige Einheimische aus dem Lager einen Menschenzoo gemacht hatten. Ein dreistöckiger Holzturm, in dem eine Treppe zu einer mit einem Geländer umgebenen Aussichtsplattform führte, gestattete es jedem, der dafür fünfzehn Cent bezahlte, dem Treiben der Männer im Lager zuzusehen. Früher waren es zwei Türme und jede Menge Erfrischungsstände, haben Kuchen, Cracker, Erdnüsse, Limonade und Bier an die Leute verkauft, die den Gefangenen zugucken wollten. Aber die blöde Army hat sie geschlossen. Schlimm. Ja. Soll ich anhalten, damit Sie raufsteigen und sich die Sache ansehen können? Schemmen schüttelte den Kopf. Bitte setzen Sie mich einfach am Haupteingang ab, sagte er. Ein sehr kriegerisch wirkender Schwarzer bewachte den Eingang. Anscheinend waren die meisten der Wachen dunkelhäutig. Schemmen folgte einem ebenfalls schwarzen gemeinen Soldaten in eine Schreibstube, wo er sich einem Sergeant vorstellte und um Erlaubnis bat, den Gefangenen Alexander Bladsoe zu besuchen. Der Sergeant beriet sich mit einem Lieutenant, der in einem winzigen Büro hinter einem Schreibtisch saß, kam dann wieder heraus und murmelte, dass aus Washington ein Empfehlungsschreiben zugunsten von Dr. Cole vorliege, ein Umstand der Schemmen freundlicher über Nicholas Holden denken ließ. Besuchszeit höchstens neunzig Minuten. Er erfuhr, dass der Gemeine ihn zu seinem Bruder im Zelt 8C führen werde und er folgte dem Schwarzen über gefrorene Wurzeln tief in das Lager hinein. Wohin er auch sah, schlaffe, elende, schlecht gekleidete Gefangene. Er begriff sofort, dass sie alle halb verhungert waren. An einem umgestürzten Fass sah er zwei Männer stehen, die eine Ratte häuteten. Sie gingen an einer Anzahl niederer Holzbaracken vorbei. Hinter den Baracken standen Reihen von Zelten und hinter den Zelten sah man einen langen, schmalen Teich, der offensichtlich als Abwassergrube benutzt wurde, denn je näher Schemmen ihm kam, desto stärker wurde der Gestank. Schließlich blieb der Schwarze vor einem Zelt stehen. »Das ist 8C, Sir«, sagte er, und Schemmen dankte ihm. Im Inneren fand er drei ausgehungerte, frierende Männer. Er kannte sie nicht und befürchtete zunächst, dass einer von ihnen bloß ein Namensvetter von Alex sei und er aufgrund einer Verwechslung den langen Weg auf sich genommen habe. »Ich suche Corporal Alexander Bledsoe.« Einer der Gefangenen, ein halber Junge noch, dessen dunkler Schnurrbart in seinem knochigen Gesicht viel zu groß wirkte, deutete auf etwas, das aussah wie ein Haufen Lumpen. Schemmen ging vorsichtig darauf zu, als lauere ein wildes Tier unter dem schmutzigen Bündel, das aus zwei Futtersäcken, einem Stück Teppich und etwas, das früher einmal ein Mantel gewesen sein mochte, bestand. »Wir decken ihn wegen der Kälte bis übers Gesicht zu«, sagte der mit dem dunklen Schnurrbart, bückte sich und zog einen Futtersack beiseite. Es war sein Bruder und doch auch wieder nicht. Auf der Straße wäre Schemmen wahrscheinlich an ihm vorübergegangen, ohne ihn zu erkennen, denn Alex hatte sich sehr verändert. Er war sehr dünn und Erlebnisse über die Schemmen lieber nicht nachdachte, hatten tiefe Altersfurchen in sein Gesicht gegraben. Schemmen nahm die Hand seines Bruders. Nach einer Weile öffnete Alex die Augen und starrte ihn an, ohne ihn zu erkennen. »Bäcker«, sagte Schemmen, doch mehr brachte er nicht heraus. Alex blinzelte ihn verwundert an. Die Erkenntnis kroch in sein Gesicht wie eine Flutwelle, die langsam von einer Wüstenküste Besitz ergreift, und er begann zu weinen. »Ma und Pa«. Es waren die ersten Worte, die Alex sagte, und Schemmen log, ohne lange zu überlegen. »Sie sind beide wohl auf.« Die Brüder saßen nebeneinander und hielten sich bei den Händen. Es gab so viel zu sagen, so viel zu fragen und zu erzählen, dass ihnen anfangs die Worte fehlten. Und als Schemmen dann zu reden begann, merkte er, dass Alex nicht in der Lage war, zuzuhören. Trotz seiner Aufregung nickte er immer wieder ein, und daran erkannte Schemmen, wie krank sein Bruder war. Er stellte sich den anderen vier Männern vor und erfuhr ihren Namen. Barry Womack aus Spartanburg in South Carolina, klein und eindringlich, mit langen, aschblonden Haaren. Fox J. Bird aus Charlottesville in Virginia, der ein verschlafenes Gesicht und eine schlaffe Haut hatte, als sei er früher fett gewesen. James Joseph Waldron aus Van Burren in Arkansas, stämmig, dunkel und der Jüngste im Zelt, kaum älter als siebzehn, wie Schemmen vermutete. Und schließlich Barton O. Westmoreland aus Richmond in Virginia, der Junge mit dem großen Schnurrbart der Schemmen heftig die Hand schüttelte und ihn bat, ihn Buttons zu nennen. Während Alex schlief, untersuchte Schemmen ihn. Sein linker Fuß war nicht mehr da. Wurde er angeschossen? »Nein, Sir«, erwiderte Buttons. »Ich war dabei. Am 16. Juli letzten Jahres wurde ein ganzer Haufen von uns mit dem Zug aus einem gefangenen Lager in Maryland hierher gebracht. Ja, und in Pennsylvania kam es zu einem schrecklichen Zugunglück. Ein Schollerla. 48 Kumpel und 17 Wachen wurden getötet. Man hat sie einfach auf einem Feld neben den Schienen begraben, wie nach einer Schlacht. 85 von uns waren verletzt. Alex' Fuß war so zerquetscht, dass sie ihn abschneiden mussten. Ich hatte Glück, hatte mir nur die Schulter ausgerenkt.« »Eine Zeit lang hat sich ihr Bruder recht gut gehalten«, sagte Barry Womack. »Jimmy Joe hat ihm Krücken gemacht, und er war recht geschickt mit ihnen. Er hat in unserem Zelt den Krankenpfleger gespielt und sich gut um uns alle gekümmert. Hätte ihrem Vater ein bisschen was abgeschaut,« hat er gesagt. »Wir nennen ihn deshalb Doc«, ergänzte Jimmy Joe Waldron. Als Shaman Alex' Bein anhob, sah er, dass hier die Ursache seiner Probleme steckte. Die Amputation war schlecht ausgeführt. Das Bein war zwar noch nicht brandig, aber die eine Hälfte des ausgefransten Stumpfes war nicht verheilt, und unter dem Narbengewebe des verheilten Teils hatte sich Eiter gesammelt. »Sind Sie wirklich ein Doktor?«, fragte Waldron, als er das Stethoskop sah. Shaman drückte Alex die Schallmuschel auf die Brust und war froh, aus den Angaben der Männer schließen zu können, dass die Lunge frei war. Aber Alex hatte Fieber. Sein Puls war schwach und fadenförmig. »Hier im Lager gibt's alle möglichen Seuchen, Sir«, sagte Buttons. »Pocken, verschiedene Fieber, Malaria und Schüttelfrost. Was glauben Sie, was ihm fehlt?« »Sein Bein stirbt ab«, erwiderte Shaman seufzend. Es war offensichtlich, dass Alex darüber hinaus an Unterernährung und Unterkühlung litt, wie die anderen Männer im Zelt auch. Sie erzählten Shaman, dass einige Zelte Blechöfen und Decken hätten, doch in den meisten gab es keins von beidem. »Was essen Sie?« »Am Morgen bekommt jeder ein Stück Brot und ein kleines Stück schlechtes Fleisch,« sagte Buttons Westmoreland. »Am Abend bekommt jeder ein Stück Brot und eine Tasse mit einer Brühe, die Sie Suppe nennen. Das Wasser, in dem das schlechte Fleisch gekocht wurde.« »Kein Gemüse?« Alle drei schüttelten den Kopf, doch er kannte die Antwort bereits. Schon beim Betreten des Lagers hatte er überall die Anzeichen von Skorbut bemerkt. »Als wir hier ankamen, waren wir zehntausend,« sagte Buttons. »Es kommen zwar immer neue Gefangene dazu, aber von den ersten zehntausend sind nur noch fünftausend übrig. Die Leichenhalle ist immer überfüllt, und gleich hinter dem Lager ist ein riesiger Friedhof. Jeden Tag sterben man die fünfundzwanzig Männer.« Shaman setzte sich auf den kalten Boden, hielt Alex Hände und betrachtete sein Gesicht. Alex schlief weiter, einen ungesunden, tiefen Schlaf. Augenblicke später steckte die Wache den Kopf durch die Zeltluke und sagte, die Besuchszeit sei vorüber. In der Schreibstube hörte der Sergeant teilnahmslos zu, als Shaman sich als Arzt auswies und ihm die Symptome seines Bruders schilderte. »Ich hätte gern die Erlaubnis, ihn mit nach Hause zu nehmen. Wenn er hierbleiben muss, stirbt er.« Der Sergeant stöberte in einem Karteikasten, zog eine Karte heraus und las sie. »Ihr Bruder hat keinen Anspruch auf Strafaussetzung. Er hat hier den Ingenieur gespielt. So nennen wir einen Gefangenen, der versucht, einen Tunnel aus dem Lager zu graben.« »Einen Tunnel?«, rief Shaman verwundert. »Wie konnte er denn graben? Er hat doch nur noch einen Fuß.« »Er hatte zwei Hände.« »Und bevor er hierherkam, ist er schon aus einem anderen Lager ausgebrochen, ehe er wieder eingefangen wurde.« Shaman versuchte es mit einem Appell an den gesunden Menschenverstand. »Hätten Sie das nicht auch versucht, würde das nicht jeder vernünftige Mensch versuchen?« Doch der Sergeant schüttelte nur den Kopf. »Wir haben unsere Vorschriften.« »Darf ich ihm ein paar Sachen bringen?« »Keine scharfen Gegenstände und nichts aus Metall.« »Gibt es hier in der Nähe eine Pension?« »Es gibt so ein Haus. Acht Meilen westlich vom Haupttor. Die vermieten Zimmer.«, erwiderte der Sergeant. Shaman dankte ihm und nahm sein Gepäck. Sobald Shaman in seinem gemieteten Zimmer alleine war, nahm er 150 Dollar aus dem Geldgurt und steckte die Scheine in seine Rocktasche. Der Hausknecht war sofort bereit, den neuen Gast gegen ein Entgelt in die Stadt zu fahren. Im Telegrafenamt schickte Shaman eine Nachricht an Nicodan in Washington. »Alex, schwer krank. Müssen für seine Freilassung sorgen, sonst stirbt er. Bitte helfen Sie.« In einem Mietstall liehe sich ein Pferd und einen Pritschenwagen. »Für'n Tag oder für die Woche?«, fragte ihn der Stallbesitzer. Shaman mietete für die ganze Woche und zahlte im Voraus. Die gemischtwaren Handlung war größer als die der Haskins und Shaman belud den Pritschenwagen mit Dingen für die Männer in Alex' Zelt. Feuerholz, Decken, ein kochfertiges Huhn, eine frische Speckseite, sechs Laib Brot, zwei Schäffel Kartoffeln, einen Sack Zwiebeln, eine Kiste Kohlköpfe. Der Sergeant riss erstaunt die Augen auf, als er die angekündigten paar Sachen sah, die Shaman für seinen Bruder gebracht hatte. »Die täglichen neunzig Minuten, die Ihnen zustehen, haben Sie schon aufgebraucht. Also laden Sie das Zeug ab und verschwinden Sie!« Als Shaman vor dem Zelt anhielt, schlief Alex noch immer. Aber für die anderen war es wie Weihnachten in besseren Zeiten. Sie riefen ihren Nachbarn herbei, worauf Männer aus einem Dutzend Zelten kamen und Holz und Gemüse erhielten. Eigentlich hatte Shaman mit dem Proviant die Lage der Männer im Zelt 8C verbessern wollen, doch die zogen es vor, fast alles, was er gebracht hatte, mit den anderen zu teilen. »Haben Sie einen Topf?« fragte er Buttons. »Ja, Sir!« Buttons präsentierte ihm eine große, zerbeulte Blechdose. »Kochen Sie eine Suppe aus Hühnerfleisch, Zwiebeln, Kohl, Kartoffeln und Brot. Ich verlasse mich auf Sie, dass Sie ihm so viel heiße Suppe einflößen wie möglich.« »Ja, Sir, das werden wir«, sagte Buttons. Shaman zögerte. Eine beängstigende Menge der Nahrungsmittel war bereits verschwunden. »Morgen bringe ich noch mehr. Sie müssen versuchen, etwas für die Leute in diesem Zelt zurückzubehalten.« West Morland nickte melancholisch. Sie kannten beide die unausgesprochene Bedingung für diese Hilfslieferungen, dass zuerst und vor allem Alex versorgt wurde. Immer wieder füllte der Vermieter Shammans Wasserglas nach und drängte ihn mit so vergnügter Stimme zu trinken, als biete er ihm Wein an. Das Wasser schmeckte gut, war aber ansonsten, soweit Shaman das beurteilen konnte, ganz gewöhnlich. Sogar die Quellen im Gefangenenlager haben ausgezeichnetes Wasser. War ihr Bruder vielleicht in Maryland, wie so viele hier in diesem Lager? Shaman nickte. »Dann wird er ihnen erzählen, dass das Wasser in Maryland das reinste Gift war.« Shaman konnte den Hinweis nicht unterdrücken, dass trotz des wunderbaren Wassers im Lager in Amaira viele Kriegsgefangene starben. Sein Vermieter nickte. »Von Wasser alleine wird man nicht satt. Die Regierung kümmert sich vor allem um die Kriegsführung, nicht um die Ernährung der Gefangenen.« Er seufzte und vertraute Dr. Cole an, es sei allgemein bekannt, dass der Lagerarzt ein trauriges Beispiel für den Berufsstand und besessen von Dämonen sei, die ihn dazu verführten, einen Großteil der Betäubungsmittel, die die Regierung für seine Patienten bereitstelle, selbst zu konsumieren. »Sie müssen versuchen, ihren Bruder so schnell wie möglich da rauszubekommen.« Als Shaman am nächsten Morgen ins Zelt kam, schlief Alex, und Jimmy Joe hielt Wache an seinem Lager. Jimmy Joe sagte, Alex habe eine gute Portion Suppe zu sich genommen. Als Shaman die Decken zurechtstrich, fuhr Alex erschrocken auf, und Shaman klopfte ihm beruhigend auf die Schulter. »Ist schon gut, Bigger. Bin doch nur ich dein Bruder.« Alex schloss wieder die Augen, doch kurz darauf begann er zu sprechen. »Ist der alte Orden noch am Leben?« »Ja, freilich.« »Gut«, Alex schlug die Augen auf, und sein Blick fiel auf das Stethoskop, das aus der Arzttasche herausragte. »Was machst du mit Paars Tasche?« »Hab sie mir nur ausgeliehen,« erwiderte Shaman heiser. »Ich bin jetzt selber Arzt.« »Bist du nicht,« sagte Alex, als wären sie noch Kinder, die sich Lügengeschichten auftischen. »Bin ich doch,« erwiderte Shaman, und die beiden lächelten sich an, bevor Alex wieder in tiefen Schlaf sank. Shaman maß Alex den Puls, und der gefiel ihm ganz und gar nicht, aber im Augenblick konnte er nichts dagegen tun. Alex war ungewaschen und stank am ganzen Körper, doch als Shaman den Stumpf aufdeckte und sich darüber beugte, um ihn zu riechen, verließ ihn der Mut. Die Lehrjahre bei seinem Vater und dann bei Lester Berwyn und Barnett McGowan hatten ihn gelehrt, dass nichts Gutes an dem war, was weniger aufgeklärte Ärzte als löblichen Eiter begrüßten. Shaman wusste, dass Eiter in einem Schnitt oder einer Wunde auf den Beginn einer Blutvergiftung einen Abszess oder den Brand anzeigte. Er wusste, was getan werden musste, aber er wusste auch, dass dies im Gefangenenlager nicht getan werden konnte. Er deckte seinen Bruder mit zwei der neuen Decken zu, hielt dann seine Hände und betrachtete sein Gesicht. Als der Soldat Shaman nach eineinhalb Stunden aus dem Lager warf, kutschierte er mit seinem Mietwagen auf der Straße entlang des Chemung Richtung Südosten. Das Land war hügeliger als Illinois und waldreicher. Etwa fünf Meilen außerhalb der Stadtgrenze stieß er auf eine Gemischtwarenhandlung, deren Schild verriet, dass der Eigentümer Barnard hieß. Shaman kaufte sich als Mittagessen einige Cracker und ein Stück Käse und danach zwei Stücke von einem guten Apfelkuchen sowie zwei Tassen Kaffee. Als er den Besitzer nach Unterkunftsmöglichkeiten in der Umgebung fragte, verwies ihn der Mann an eine Mrs. Pauline Clay, die am Rand des etwa eine Meile entfernten Dorfes Wellsburg ein Haus besaß. Das Haus war, wie sich zeigte, klein und ungetüncht und von Wald umgeben. Im Vorgarten standen vier Rosenbüsche, die gegen den Frost mit Mehlsäcken umwickelt und verschnürt waren. Auf einem kleinen Schild am Zaun stand, Zimmer zu vermieten. Mrs. Clay war eine Frau mit offenem, freundlichem Gesicht. Sie zeigte Mitgefühl, als Shaman von seinem Bruder erzählte, und führte ihn dann durchs Haus. Das Wort Zimmer auf dem Schild meinte den Singular, denn sie hatte nur ein Zimmer zu vermieten. Ihr Bruder könnte das Gästezimmer haben und sie meins. Ich schlafe oft auf der Couch, sagte sie. Sie war deutlich bestürzt, als er ihr sagte, er wolle das ganze Haus mieten. Oh, ich fürchte … Doch dann riss sie überrascht die Augen auf, als er ihr sagte, was er zu zahlen bereit sei. Sie gestand ihm freimütig, dass eine Witwe, die seit Jahren ums nackte Überleben kämpfe, ein solch großzügiges Angebot nicht ausschlagen könne, und wollte zu ihrer Schwester ins Dorf ziehen, solange die Coles in ihrem Haus wohnten. Shaman fuhr noch einmal zu Barnard und belud den Wagen mit Proviant und anderen Dingen, und während er die Sachen ins Haus schaffte, zog Mrs. Clay aus. Am folgenden Morgen war der Sergeant mürrisch und ausgesprochen kühl, aber offensichtlich war eine Anweisung von Nicolden gekommen oder vielleicht auch von einem seiner Freunde. Der Sergeant gab Shaman ein bedrucktes Blatt Papier, eine formelle Ehrenerklärung, in der Alex als Gegenleistung für seine Freilassung versprechen musste, nie wieder gegen die United States Army Waffen zu tragen. Lassen Sie Ihren Bruder das unterschreiben, dann können Sie ihn mitnehmen. Shaman hatte seine Zweifel. Vielleicht ist er nicht kräftig genug, um das zu unterschreiben. Die Vorschrift verlangt, dass er diese Ehrenerklärung abgeben muss, sonst wird er nicht entlassen. Mir ist es gleichgültig, wie krank er ist. Wenn er nicht unterschreibt, geht er nicht. Also brachte Shaman Tinte und eine Feder zum Zelt 8C und unterhielt sich leise mit Buttons vor dem Eingang. Glauben Sie, dass Alex das Ding unterschreibt? Westmoreland kratzte sich am Kinn. Naja, einige sind bereit, es zu unterschreiben, nur um hier rauszukommen. Andere freilich betrachten es als Schande. Ich weiß nicht, wie Ihr Bruder darüber denkt. Die Kiste, in der er die Kohlköpfe gebracht hatte, stand neben dem Zelt auf dem Boden. Shaman drehte sich um, legte das Formular darauf und öffnete den Stöpsel des Tintenfässchens. Dann tauchte er die Feder ein und schrieb schnell auf den unteren Rand des Blattes, Alexander Bledsoe. Buttons nickte zustimmend. Rechts, Herr Dr. Kohl. Sehen Sie zu, dass Sie ihn aus diesem Dreckloch rausbringen. Shaman forderte Alex Zeitgenossen auf, Namen und Adresse ihrer Angehörigen auf ein Blatt Papier zu schreiben, und er versprach, den Familien die Nachricht zukommen zu lassen, dass die Männer noch am Leben seien. »Glauben Sie, dass Sie die Briefe durch die Fronten bringen können?« fragte Buttons Westmoreland. »Wenn ich erst wieder zu Hause bin, schon, glaube ich.« Schemmel beeilte sich. Er gab die Ehrenerklärung beim Sergeant ab und eilte dann in die Pension, um seinen Koffer zu holen. Er bezahlte den Hausknecht, damit der den Pritschenwagen mit lockerem Stroh auspolsterte und fuhr dann ins Lager zurück. Ein Sergeant und ein schwarzer Gemeiner überwachten die Zeltgenossen, die Alex auf den Wagen luden und ihn mit Decken zudeckten. Die Männer von Zelt 8C gaben Shaman die Hand und riefen Alex zum Abschied Glückwünsche zu. »Mach's gut, Doc!« »Leb wohl, alter Bledsoe.« »Lass dich nicht unterkriegen!« »Na, und werd wieder gesund!« Alex, der während der ganzen Zeit die Augen nicht öffnete, zeigte keine Reaktion. Der Sergeant gab den Befehl zum Aufbruch und der Gemeine kletterte auf den Bock und nahm die Zügel. Während er den Wagen zum Haupttor lenkte, musterte Shaman das dunkle, ernsthafte Gesicht, und auf einmal musste er lächeln, denn ihm war eine Stelle aus dem Tagebuch seines Vaters eingefallen. »Jubilee Day«, sagte er. »Ein Freudentag!« Der Soldat sah ihn zuerst überrascht an, dann lachte er und entblößte seine kräftigen weißen Zähne. »Ich glaub, so ist es, Sir!« sagte er und übergab Shaman die Zügel. Die Federung des Pritschenwagens war schlecht und Alex wurde im Stroh hin und her geworfen. Er schrie vor Schmerz auf und stöhnte, als Shaman durch das Haupttor auf die Straße hinausfuhr. Das Pferd zog den Wagen geduldig am Aussichtsturm vorbei und entlang des hohen Holzzaunes, der das Lager umgab. Vom Wachsteg aus sah ein Soldat mit einem Gewehr ihnen argwöhnisch nach. Shaman nahm das Pferd fest an die Kandare. Er konnte nicht schneller fahren, ohne Alex Schmerzen zuzufügen, aber er entschied sich auch deshalb für das gemächliche Tempo, weil er keine Aufmerksamkeit auf sich lenken wollte. So unbegründet diese Angst auch sein mochte, so hatte er doch das Gefühl, dass der lange Arm der United States Army jeden Augenblick nach seinem Bruder greifen und ihn zurückholen könnte, und sein Atem ging erst wieder normal, als sie den Holzzaun des Gefangenenlagers und die Stadtgrenze von Almira hinter sich gelassen hatten. Das Haus in Wellsburg Mrs. Clays Haus verströmte eine freundliche Atmosphäre. Es war sehr klein, sodass man nicht lange brauchte, um sich darin zurechtzufinden, und bald war es Shaman so vertraut, als hätte er schon viele Jahre darin gelebt. Er heizte kräftig ein, und der eiserne Feuerkasten im Herd glühte bald dunkelrot. Dann erhitzte er Wasser in Mrs. Clays größten Kochtöpfen und goss es in die Badewanne, die er vor den Herd gestellt hatte. Als er Alex wie ein Baby in die Wanne setzte, weiteten sich dessen Augen vor Freude. »Wie lange ist es her, dass du das letzte Mal richtig gebadet hast?« Alex schüttelte langsam den Kopf. Shaman wusste, es war schon so lange her, dass er sich nicht mehr daran erinnern konnte. Er wagte es nicht, Alex lange in der Wanne sitzen zu lassen, aus Angst der Bruder könne sich erkälten, wenn das Wasser abkühlte. Also wusch er ihn sofort mit einem eingeseiften Lappen ab, wobei er versuchte, nicht darauf zu achten, dass Alex Rippen sich unter dem Lappen anfühlten wie ein Waschbrett, und er gab sich Mühe, das abgestorbene linke Bein so behutsam wie möglich zu behandeln. Anschließend setzte er seinen Bruder auf eine Decke vor den Herd, trocknete ihn ab und zog ihm dann ein Flanellnachthemd über. Noch vor wenigen Jahren hätte er die größte Mühe gehabt, Alex die Treppe hinaufzutragen, doch Bigger hatte so viel Gewicht verloren, dass dies jetzt kein Problem mehr für ihn war. Sobald er Alex im Gästezimmer ins Bett gelegt hatte, machte er sich an die Arbeit. Er wusste genau, was getan werden musste. Es hatte keinen Sinn, noch länger zu warten, denn jede Verzögerung hätte die Gefahr nur vergrößert. Er räumte die Küche bis auf den Tisch und einen Stuhl leer und verstaute die anderen Stühle und die Spülschüssel im Wohnzimmer. Dann bearbeitete er Wände, Boden, Decke, Tisch und Stuhl mit heißem Wasser und kräftiger Seife. Er wusch seine chirurgischen Instrumente und legte sie so auf dem Stuhl zurecht, dass er sie vom Tisch aus leicht erreichen konnte. Zum Abschluss schnitt er sich die Fingernägel und schrubbte sich die Hände. Als er Alex dann wieder hinuntertrug und auf den Tisch legte, sah sein Bruder so verletzlich aus, dass ihn einen Augenblick lang der Mut verließ. Er hatte sich alles genau überlegt, bis auf diesen Teil. Das Chloroform lag bereit, aber er war sich nicht sicher, wie viel er benutzen sollte, da die Verletzung und die Unterernährung Alex stark geschwächt hatten. Was ist denn, murmelte Alex benommen und verwirrt von dem hinauf- und hinuntergetragen werden. »Tiefer atmen, Bigger!« Er tröpfelte Chloroform auf die Maske und hielt sie Alex so lange vors Gesicht, wie er glaubte, es ohne Risiko tun zu können. »Bitte Gott, steh mir bei!«, dachte er. »Alex!« »Kannst du mich hören?« Schermann kniff ihn in den Arm, schlug ihm leicht auf die Wange, doch sein Bruder schlief tief. Schermann brauchte nur nicht mehr nachzudenken oder zu planen. Er hatte das bereits lange getan. Er zwang jedes Gefühl aus seinem Bewusstsein und konzentrierte sich. Er wollte so viel wie möglich von dem Bein erhalten und gleichzeitig genug wegschneiden, um sicher sein zu können, dass alle infizierten Knochen und Gewebeteile entfernt waren. Den ersten ringförmigen Schnitt setzte er 15 Zentimeter unterhalb des Ansatzes der Achillessehne, wobei er darauf achtete, dass ein wohlproportionierter Hautlappen zur Abdeckung des späteren Stumpfes entstand. Immer wieder hielt er beim Schneiden inne, um die große und die kleine Wadenvene, die Venen des Schienbeins und die übrigen Blutgefäße abzubinden. Das Schienbein durchsägte er gleichmäßig, wie ein Mann, der Feuerholz sägt. Abschließend durchtrennte er das Wadenbein. Jetzt war der infizierte Teil des Beines abgelöst, eine saubere, ordentliche Arbeit. Mit sauberen Binden legte Schermann einen festen Verband an, damit der Stumpf später eine gute Form bekäme. Zum Abschluss küsste er seinen noch immer bewusstlosen Bruder und trug ihn wieder hinauf in sein Zimmer. Eine Zeit lang saß er am Bett und beobachtete Alex, aber nichts sprach für irgendeine Komplikation, keine Übelkeit, kein Erbrechen, keine Äußerung von Schmerzen. Alex schlief wie ein Arbeiter, der seine Ruhe verdient hat. Nach einer Weile wickelte Schermann das abgetrennte Beinstück in ein Handtuch und trug es zusammen mit einem Spaten, den er im Keller gefunden hatte, in das Waldstück hinter dem Haus. Dort versuchte er, es zu vergraben, doch der Boden war hart gefroren und der Spaten schlitterte über die eisige Oberfläche. Schließlich suchte Schermann dürres Holz zusammen und schichtete einen Scheiterhaufen auf, um das Beinstück nach Wikingerart zu bestatten. Er legte den blutigen Klumpen auf den Stoß, bedeckte ihn mit Holz und spritzte ein wenig Lampenöl darüber. Als er ein Streichholz anriss und an das Holz hielt, loderte das Feuer sofort auf. An einen Baum gelehnt stand er da und sah den Flammen zu, mit trockenen Augen, aber einem schrecklichen Gefühl im Herzen, denn er fragte sich, was für eine Welt das denn ist, in der ein Mann seinem eigenen Bruder das Bein abschneiden und es verbrennen muss. Der Sergeant in der Schreibstube des Gefangenenlagers kannte sich aus in der Unteroffiziershierarchie der Region, und er wusste, dass dieser fette, tonnenförmige Sergeant Major nicht in Elmira stationiert war. Normalerweise hätte er einen Soldaten, der fremd war, aufgefordert, die Einheit zu nennen, zu der er gehörte. Doch das Auftreten dieses Mannes und vor allem seinen Blick verrieten deutlich, dass er hier war, um etwas zu erfahren, nicht um Auskunft zu geben. Der Sergeant wusste zwar, dass ein Sergeant Major kein Gott war, aber er wusste auch, dass solche Dienstränge die Armee am Laufen hielten. Diese geringe Anzahl von Männern im höchsten Unteroffiziersrang konnten einem Soldaten eine günstige Stationierung verschaffen oder für eine Strafversetzung in ein einsames Vorsorgen. Sie konnten einen Mann in dienstliche Schwierigkeiten bringen oder ihm heraushelfen. Sie konnten Karrieren fördern oder zerstören. In der Welt der Sargenten war ein Sergeant Major furchteinflößender als jeder Offizier, und er beeilte sich deshalb, ihm gefällig zu sein. »Ja, Sir«, sagte er schneidig nach einem Blick in die Unterlagen. »Sie haben ihn um etwas mehr als einen Tag verpasst. Dieser Kerl ist wirklich krank, hat nur noch ein Bein, wissen Sie? Sein Bruder ist Arzt. »Cole«, heißt er, hat ihn gestern Vormittag in einem Wagen weggebracht. »In welche Richtung sind Sie gefahren?« Der Sergeant sah ihn an und hob die Schultern. Der Dicke brummte und spuckte auf den frisch geputzten Boden. Dann verließ er die Schreibstube, bestieg seine wundervolle braune Kavallerie-Stute und ritt durch das Haupttor aus dem Gefangenenlager. Ein Tag Vorsprung bedeutete nichts, wenn der Bruder einen Invaliden mit sich schleppte. Es gab nur eine einzige Straße, sie konnten also nur in die eine oder in die andere Richtung gefahren sein. Er entschied sich für die nordwestliche. So oft er an einem Laden, einem Farmhaus oder einem anderen Reisenden vorbeikam, hielt er an und fragte nach den Fremden. Auf diese Art ließ er die Dörfer Horseheads und Big Flats hinter sich, doch wen er auch fragte, niemand hatte das Fuhrwerk gesehen, nachdem er suchte. Der Sergeant Major war ein erfahrener Schnüffler. Er wusste, wenn eine Spur so unergiebig ist, dann handelt es sich höchstwahrscheinlich um die falsche Fährte. Also wendete er sein Pferd und ritt in die andere Richtung. Er ritt am Gefangenenlager vorbei und durch die Stadt Amara. Zwei Meilen außerhalb der Stadt traf er einen Farmer, der sich an den Pritschenwagen erinnerte. Einige Meilen hinter der Ortsgrenze von Wellsburg kam er zu einer Gemischtwarenhandlung. Der Besitzer lächelte, als er sah, dass der massige Soldat sich fröstelnd vor seinen Ofen stellte. »Kalt, nicht?« Der Sergeant Major verlangte Kaffee und der Ladenbesitzer nickte und brachte ihm welchen. Er nickte noch einmal, als der Mann seine Frage stellte. »Aber natürlich. Die wohnen bei Mrs. Pauline Clay. Ich werde Ihnen sagen, wie Sie dahin kommen. Netter Mensch, dieser Dr. Cole. Kauft öfters bei mir ein. Freunde von Ihnen?« Der Sergeant Major nickte. »Gut, dass ich Sie gefunden habe,« sagte er. Die Nacht nach der Operation verbrachte Shaman in einem Sessel neben dem Bett seines Bruders. Alex schlief, doch sehr unruhig. Offensichtlich hatte er Schmerzen. Gegen Morgen döste Shaman kurz ein. Als er die Augen im grauen Licht des Morgens wieder aufschlug, sah Alex ihn an. »Bigger!« »Was ist?« Alex leckte sich die trockenen Lippen und Shaman holte Wasser und stützte ihm den Kopf, damit er trinken konnte, gestattete ihm allerdings nur wenige kleine Schlucke. »Ich hab mich was gefragt,« sagte Alex schließlich. »Was?« »Wie kann ich dir je wieder einen Tritt in den Arsch geben, ohne auf die Schnauze zu fallen?« »Wie wohl,« das Shaman tat, dieses schiefe Grinsen wiederzusehen. »Du hast mir noch mehr von dem Bein weggeschnippelt, nicht?« Alexs vorwurfsvoller Blick verletzte den erschöpften Shaman. »Ja. Aber ich glaube, ich habe etwas anderes retten können.« »Was denn?« »Dein Leben.« Alex überlegte und nickte dann. Einen Augenblick später war er wieder eingeschlafen. Am ersten Tag nach der Operation wechselte Shaman zweimal den Verband. Er roch an dem Stumpf und untersuchte ihn, immer in Angst, den Gestank oder andere Kennzeichen von Fäulnis wahrzunehmen, denn er hatte schon so manchen wenige Stunden nach der Amputation an einer Infektion sterben sehen. Aber er roch nichts, und das rosige Gewebe des Stumpfes schien gesund zu sein. Alex war praktisch fieberfrei, aber sehr kraftlos, und Shaman hatte wenig Vertrauen in die Reserven seines Bruders. Also machte er sich in Mrs. Clays Küche an die Arbeit. Vormittags gab er Alex eine kleine Portion Haferschleim zu essen und mittags ein weichgekochtes Ei. Am frühen Nachmittag begann es in dicken Flocken zu schneien. Bald bedeckte der Schnee den Boden, und Shaman überprüfte besorgt seine Vorräte. Er beschloss, noch einmal mit dem Wagen zur Gemischwarenhandlung zu fahren, für den Fall, dass sie eingeschneit würden. Als Alex das nächste Mal aufwachte, erklärte er ihm, was er vorhabe, und sein Bruder nickte zum Zeichen des Einverständnisses. Es war schön, durch die stille, verschneite Welt zu fahren. Eigentlich hatte Shaman sich ein Suppenhuhn besorgen wollen. Zu seiner Enttäuschung hatte Barnard kein Huhn. Er bot ihm dafür aber ein Stück ordentliches Rindfleisch an, das eine nahrhafte Suppe ergeben würde, und Shaman entschied sich für dieses. »Hat ihr Freund sie gefunden?« fragte der Ladenbesitzer, während er das Fett wegschnitt. »Welcher Freund?« »Dieser Soldat. Ich hab ihm den Weg zu Mrs. Clays Haus beschrieben.« »Oh. Wann war denn das?« »Gestern. Ein paar Stunden nach Ladenschluss.« »Mordskerl. Ziemlich dick. Schwarzer Bart.« »Einige Streifen«, sagte er und deutete auf seinen Arm. »Ist er nicht gekommen?« Er sah Shaman mit zusammengekniffenen Augen an. »Ich hoffe, es war kein Fehler, dass ich ihm gesagt habe, wo Sie wohnen.« »Aber nein, Mr. Barnard. Ich weiß zwar nicht, wer das gewesen sein könnte, aber vermutlich hat er gemerkt, dass ihm doch keine Zeit für einen Besuch blieb, und so ist er einfach weitergeritten.« »Was will denn die Armee jetzt noch?« dachte Shaman, als er den Laden verließ. Auf halbem Weg nach Hause überkam ihn plötzlich das Gefühl, beobachtet zu werden. Er widerstand dem Drang, sich einfach umzudrehen und nachzusehen, doch einige Minuten später brachte er das Pferd zum Stehen und stieg ab, um das Zaumzeug zu richten. Dabei sah er sich unauffällig, aber gründlich um. Es war schwierig, in dem dichten Schneetreiben etwas zu erkennen, doch plötzlich wirbelte eine heftige Böe die Flocken hoch, und Shaman sah, dass ihm in einiger Entfernung ein Reiter folgte. Alex ging es gut, als Shaman zu Hause ankam. Nachdem das Pferd ausgespannt und im Stall versorgt war, stellte Shaman in der Küche Wasser auf den Herd, um aus Fleisch, Kartoffeln, Karotten, Zwiebeln und weißen Rüben eine kräftige Suppe zu kochen. Shaman machte sich Sorgen. Er überlegte, ob er Alex anvertrauen solle, was er erfahren hatte, und setzte sich schließlich an das Bett seines Bruders, um es ihm zu erzählen. »Das heißt, wir bekommen vielleicht Besuch von der Army,« schloss er. Doch Alex schüttelte den Kopf. »Wenn er wirklich von der Army wäre, hätte er gleich an die Tür geklopft. Jemand wie du, der einen Verwandten aus dem Lager holt, hat doch zwangsläufig Geld bei sich. Es ist wahrscheinlicher, dass er hinter dem her ist.« »Ich nehme nicht an, dass du eine Waffe hast?« »Doch.« Shaman ging hinaus und holte den Kolt aus seinem Koffer. Alex bestand darauf, dass er ihn vor seinen Augen reinigte und mit frischen Patronen lud. Als er ihn dann auf den Nachttisch legte, war er noch besorgter als zuvor. »Warum wartet dieser Mann und beobachtet uns nur?« Er forscht uns aus, um sicherzugehen, dass wir alleine hier hausen, um zu sehen, welche Fenster in der Nacht erleuchtet sind, in welchem Zimmer wir uns aufhalten und Ähnliches. »Ich glaube, wir machen zu viel Aufhebens um die ganze Sache,« sagte Shaman schließlich. »Ich glaube, der Mann, der nach uns gefragt hat, ist wahrscheinlich ein Kundschafter der Army, der nur feststellen will, ob wir nicht auch noch andere Gefangene aus dem Lager holen wollen. Vermutlich werden wir nie wieder etwas von ihm hören.« Alex zuckte mit den Achseln und nickte. Aber Shaman fiel es schwer, seinen eigenen Worten zu glauben. Falls sie wirklich in Gefahr waren, konnte er sich eine günstigere Ausgangsposition vorstellen, als mit seinem frisch operierten Bruder hier eingesperrt zu sein. An diesem Nachmittag gab er Alex warme Milch mit Honig. Am liebsten hätte er ihn mit üppigen, nahhaften Speisen vollgestopft, damit Alex wieder Fleisch auf die Rippen bekam, aber er wusste, dass das Zeit brauchte. Danach schlief Alex ein, und als er einige Stunden später wieder aufwachte, wollte er reden. Und so erfuhr Shaman, wie es Bigger seit seiner Flucht von zu Hause ergangen war. Bis nach New Orleans haben Mel Howard und ich auf einem Kahn gearbeitet. Wir bekamen Streit wegen eines Mädchens, und er ist alleine nach Tennessee weitergezogen, um sich dort zu melden. Alex hielt inne und sah seinen Bruder an. »Weißt du, was mit Mel passiert ist?« Seine Leute haben nie etwas von ihm gehört. Alex nickte. Es schien ihn nicht zu überraschen. »Ich wäre damals beinahe wieder heimgekommen.« »Hätte ich's bloß getan.« Aber da unten wimmelte es nur so von Werbern der Konföderierten, und ich hab mich gemeldet. Hab mir gedacht, du kannst reiten und schießen, also bin ich zur Kavalerie gegangen.« »Warst du oft im Einsatz?« Alex nickte trübsinnig. »Zwei Jahre lang. Ich hatte vielleicht eine Wut auf mich, als sie mich in Kentucky gefangen nahmen. Sie haben uns in ein Lager gesperrt, aus dem sogar ein Baby hätte ausbrechen können. Ich hab nur auf den richtigen Augenblick gewartet und bin dann getürmt. Drei Tage lang war ich frei und hab mich von dem ernährt, was ich in Gärten und so stehlen konnte. Dann kam ich zu diesem Farmhaus, wo ich um etwas zu essen gebettelt habe. Eine Frau hat mir ein Frühstück vorgesetzt, und ich hab ihr gedankt wie ein Gentleman und nichts Unanständiges versucht, was wahrscheinlich ein Fehler war. Eine halbe Stunde später hab ich dann schon die Hunde gehört, die sie hinter mir hergehetzt haben. Ich bin sofort in ein riesiges Maisfeld gerannt. Hohe grüne Stängel, so dicht beieinander, dass ich nicht zwischen den Reihen durchschlüpfen konnte. Ich musste die Stängel niedertrampeln, und das sah natürlich aus, als wäre da ein Bär drin. Fast den ganzen Vormittag war ich in dem Feld, immer auf der Flucht vor den Hunden. Ich hab schon gedacht, ich komm da gar nicht mehr raus. Und als ich dann endlich auf der anderen Seite ins Freie gelangt bin, standen diese zwei Yankees da, grinsten mich an und zielten mit ihren Gewehren auf mich. Diesmal schickten sie mich nach Maryland. Das war das schlimmste Lager. Schlechtes Essen oder gar keins. Fauliges Wasser. Und wenn du dem Zaun zu nahe kommst, schießen sie dich tot. Ich war wirklich froh, als sie mich von dort fortgeschafft haben. Aber dann passierte eben dieses Zugunglück. Er schüttelte den Kopf. Ich kann mich nur noch an ein lautes Knirschen erinnern und an Schmerzen im Fuß. Ich war eine Weile bewusstlos, und als ich aufwachte, hatten sie mir den Fuß schon abgeschnitten. Und ich war in einem anderen Zug nach Amira. Wie hast du es denn nach der Amputation geschafft, einen Tunnel zu graben? Alex grinste. Das war einfach. Ich hatte gehört, dass ein Trupp durch einen Tunnel raus wollte. Ich hab mich damals noch ziemlich stark gefühlt und hab einfach mitgegraben. Siebzig Meter hatten wir geschafft, direkt unter der Mauer durch. Mein Stumpf war noch nicht ganz verheilt, und beim Buddeln bekam ich immer wieder Dreck in die Wunde. Wahrscheinlich hatte ich deshalb solche Probleme mit meinem Bein. Ich konnte natürlich nicht mit ihnen raus, aber zehn Mann haben's geschafft, und ich hab nie gehört, dass sie wieder festgenommen wurden. Ich bin jeden Abend glücklich und zufrieden eingeschlafen, weil ich immer an die zehn freien Männer gedacht hab.« Schemmen atmete tief durch. »Bigger«, sagte er dann. »Paar ist tot.« Alex schwieg eine Weile, dann nickte er. »Ich glaube, mir war das schon klar, als ich dich mit seiner Tasche gesehen hab. Hätte er noch gelebt, hätte er nicht dich geschickt, sondern wäre selber gekommen.« Schemmen lächelte. »Ja, das stimmt.« Er erzählte seinem Bruder, wie es Rob J. Cole bis zu seinem Tod ergangen war. Während seines Berichts begann Alex leise zu weinen und fasste nach Schemmens Arm. Danach schwiegen sie beide, Hand in Hand. Auch nachdem Alex eingeschlafen war, saß Schemmen noch lange da, ohne die Hand des Bruders loszulassen. Es schneite bis zum späten Nachmittag. Nach Einbruch der Dunkelheit ging Schemmen von einem Fenster zum anderen und spähte hinaus. Auf allen vier Seiten des Hauses glänzte das Mondlicht auf unberührtem Schnee, ohne eine Spur. Inzwischen hatte er sich auch eine Erklärung zurechtgelegt. Er vermutete, dass der dicke Soldat nach ihm gesucht hatte, weil jemand einen Arzt brauchte. Vielleicht war der Patient inzwischen gestorben, oder er hatte sich wieder erholt. Oder vielleicht hatte der Mann auch einen anderen Arzt gefunden. Es klang einigermaßen einleuchtend, und es beruhigte ihn. Zum Abendessen gab er Alex eine Schüssel nahrhafter Suppe mit einem eingeweichten Cracker darin. Sein Bruder schlief unruhig. Eigentlich hatte Schemmen in dieser Nacht in dem Bett im anderen Zimmer schlafen wollen, doch er döste im Sessel neben Alex' Bett ein. Sehr früh am Morgen, auf seiner Uhr, die neben dem Revolver auf dem Nachttisch lag, sah er, dass es zwei Uhr dreißig war, wurde er von Alex geweckt. Sein Bruder hatte sich halb aus dem Bett gestemmt und sah, die Augen weit aufgerissen, verstört umher. »Unten schlägt jemand ein Fenster ein«, formte er mit den Lippen. Schemmen nickte. Er stand auf und nahm den Revolver vom Tisch. Die Waffe lag schwer in seiner linken Hand, ein unvertrauter Gegenstand. Die Augen auf Alex' Gesicht gerichtet, wartete Schemmen. Hatte Alex es sich nur eingebildet? Oder geträumt? Die Gästezimmertür war geschlossen. Hatte Alex vielleicht nur einen Eiszapfen zersplittern hören? Doch während Schemmen so dastand, wurde sein ganzer Körper zur Hand auf dem Klavier, und er spürte die schleichenden Schritte. »Jemand ist im Haus«, flüsterte er. Jetzt spürte er immer deutlicher Schritte auf der Treppe, wie Töne einer aufsteigenden Tonleiter. »Er kommt die Treppe hoch. Ich werde die Lampe ausblasen.« Er sah, dass Alex verstand. Sie kannten sich in dem Gästezimmer aus, der Eindringling jedoch nicht, für sie war deshalb die Dunkelheit ein Vorteil. Schemmen bekam trotzdem Angst, denn ohne Licht konnte er Alex' Lippen nicht sehen. Er nahm die Hand seines Bruders und legte sie auf seinen Oberschenkel. »Wenn du hörst, dass er das Zimmer betritt, gib ein Zeichen«, sagte er, und Alex nickte. Alex' einzelner Stiefel stand auf dem Boden. Schemmen nahm die Waffe in die rechte Hand, hob den Stiefel mit der linken auf und blies die Lampe aus. Es schien unendlich lange zu dauern. Sie konnten nichts anderes tun, als bewegungslos in der Dunkelheit zu warten. Schließlich wurden die gelben Ritzen zwischen Tür und Rahmen schwarz. Der Eindringling hatte die Lampe im Gang gelöscht, damit sich seine Silhouette nicht im Türrahmen abzeichnete. Gefangen in der vertrauten Welt vollkommener Stille spürte Schemmen einen Luftzug, als der Mann die Tür öffnete. Und Alex' Hand drückte auf sein Bein. Er warf den Stiefel quer durchs Zimmer an die gegenüberliegende Wand. Er sah das zweifache gelbe Aufblitzen, eins nach dem anderen, und versuchte mit dem schweren Navy-Revolver rechts neben die Flammenzungen zu zählen. Als er am Abzug zog, bäumte sich der Revolver in seiner Hand auf, und er nahm ihnen beide Hände, bevor er wieder und wieder schoss. Die Erschütterung der Explosionen in seinen Händen und Armen, die Feuerblitze in seinen Augen, den Atem des Teufels in seiner Nase. Dann war die Munition verbraucht. Er stand da, nackt und verletzlich wie nie in seinem Leben, und wartete auf den stechenden Schmerz einer Kugel. »Bist du in Ordnung, Becker?« rief er schließlich wie ein Narr, konnte er doch die Antwort nicht hören. Er tastete auf dem Tisch nach den Streichhölzern und zündete mit unsicheren Händen die Lampe wieder an. »Bist du in Ordnung?« fragte er Alex noch einmal, doch der deutete nur auf den Mann am Boden. Shaman war ein armseliger Schütze. Hätte der Mann andere Bedingungen gehabt, hätte er sie vermutlich beide erschossen, doch er hatte sie nicht gehabt. Shaman ging vorsichtig auf ihn zu wie auf einen erlegten Bären, dessen Tod nicht ganz sicher ist. Überall sah er Spuren seines ungeübten Schießens. Löcher in der Wand, zersplitterte Bodendielen. Die beiden Schüsse des Eindringlings hatten den Schuh verfehlt, aber den Aufsatz von Mrs. Clay's Ahornkommode zerstört. Der Mann lag wie schlafend auf der Seite. Ein fetter Soldat mit einem schwarzen Bart, einen überraschten Ausdruck im leblosen Gesicht. Ein Schuss hatte ihn ins linke Bein getroffen, genau an der Stelle, an der Shaman Alex amputieren musste. Eine andere Kugel steckte in der Brust direkt über dem Herzen. Als Shaman die Halsschlagader befühlte, war zwar die fleischige Kehle noch warm, aber von einem Puls war nichts mehr zu spüren. Alex' Kräfte schienen restlos erschöpft. Er brach zusammen. Shaman saß auf dem Bett und wiegte seinen weinenden und zitternden Bruder wie ein kleines Kind in den Armen. Alex war überzeugt, dass er wieder ins Gefangenenlager kam, wenn der Tote entdeckt würde. Er flehte Shaman an, den dicken Soldaten in den Wald zu schleppen und ihn dort zu verbrennen, so wie er es mit seinem Beinstumpf getan hatte. Shaman tröstete ihn und klopfte ihm beruhigend auf den Rücken, behielt dabei aber einen kühlen Kopf. Ich habe ihn getötet, nicht du. Wenn jemand Schwierigkeiten bekommt, dann bestimmt nicht du. Der Mann wird sicher vermisst werden. Der Ladenbesitzer weiß, dass er herkommen wollte. Andere vielleicht auch. Das Zimmer ist demoliert und wir brauchen Handwerker, die darüber reden werden. Wenn ich die Leiche verstecke oder verbrenne, riskiere ich, dass sie mich aufhängen. Wir werden die Leiche nicht anrühren. Alex beruhigte sich ein wenig. Shaman saß bei ihm und redete mit ihm, bis das graue Licht des Morgens ins Zimmer kroch und er die Lampe löschen konnte. Er trug seinen Bruder hinunter ins Wohnzimmer und bettete ihn unter warmen Decken aufs Sofa. Dann legte er Holz im Ofen nach und lud den Revolver neu, den er neben Alex auf einen Stuhl legte. Ich komme mit Leuten von der Army zurück. Also schieß um Gottes Willen erst, wenn du dir ganz sicher bist, dass nicht wir es sind. Er sah seinen Bruder in die Augen. Sie werden uns verhören, immer und immer wieder, getrennt und gemeinsam. Es ist wichtig, dass du bei all dem die reine Wahrheit sagst, denn nur so können sie uns nicht das Wort im Mund umdrehen. Hast du mich verstanden? Alex nickte und Shaman streichelte ihm die Wange. Dann verließ er das Haus. Der Schnee war kniehoch und Shaman konnte den Wagen nicht nehmen. Stattdessen legte er dem Pferd ein Halfter um, das er im Stall fand, und tritt es ohne Sattel. Bis weit hinter Barnards Laden war der Weg tief verschneit und er kam nur langsam vorwärts. Doch innerhalb der Stadtgrenze von Amira hatte man den Schnee mit Walzen platt gedrückt, sodass er schneller reiten konnte. Shaman fühlte sich wie erstarrt, doch nicht vor Kälte. Er hatte schon Patienten verloren, obwohl er der Meinung gewesen war, sie retten zu können, und es hatte ihn immer tief bekümmert. Aber noch nie zuvor hatte er einen Menschen getötet. Er war zu früh am Telegrafenamt und musste warten, bis es um sieben Uhr geöffnet wurde. Dann schickte er eine Nachricht an Nick Holden ab. Habe einen Soldaten in Notwehr getötet. Bitte verbürgen Sie sich bei den zivilen und militärischen Behörden von Amira für meinen Charakter und den von Alex Bladsoe Cole. In Dankbarkeit Robert J. Cole. Danach ritt er direkt zum Büro des Sheriffs und meldete die Tat. Zappeln im Netz In kürzester Zeit war Mrs. Clays Haus überfüllt. Der Sheriff, ein untersetzter, grauhaariger Mann, litt an morgendlichen Verdauungsstörungen. Er runzelte gelegentlich die Stirn und rübste häufig. Begleitet wurde er von zwei Deputies. Seine Benachrichtigung der Army hatte fünf Soldaten auf den Plan gerufen, einen Lieutenant, zwei Sergeanten und zwei Gemeinen. Eine halbe Stunde später kam Major Oliver P. Poole, ein dunkelhäutiger Offizier mit einer Brille und einem dünnen, schwarzen Schnurrbart. Alle richteten sich nach ihm. Es war offensichtlich, dass er das Sagen hatte. Zunächst vertrieben sich Zivilisten und Soldaten die Zeit damit, die Leiche zu betrachten, im Haus ein- und auszugehen, in ihren schweren Stiefeln die Treppe hinauf- und hinunterzupoltern und mit zusammengesteckten Köpfen zu tuscheln. Sie ließen alle Wärme, die im Haus war, entweichen und trugen Schnee und Eis herein, was auf Mrs. Clays gewachsenen Holzböden ein Chaos anrichtete. Der Sheriff und seine Männer waren vorsichtig, die Soldaten sehr ernst und der Major auf eine kalte Art höflich. Oben im Schlafzimmer untersuchte Major Poole die Einschussstellen im Boden, in den Wänden, der Kommode und der Leiche des Soldaten. »Sie können ihn nicht identifizieren, Dr. Cove?« »Ich habe ihn noch nie gesehen.« »Glauben Sie, dass er Sie berauben wollte?« »Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich weiß nur, dass ich im dunklen Zimmer einen Stiefel an die Wand geworfen habe, er auf das Geräusch hin geschossen hat und ich auf ihn geschossen habe.« »Haben Sie in seine Taschen gesehen?« »Nein, Sir.« Der Major tat es und legte den Inhalt der Taschen des fetten Soldaten auf die Decke am Fußende des Bettes. Viel war es nicht. Eine Dose Clock-Time-Schnupftabak, ein zusammengeknülltes, schmutziges Taschentuch, 17 Dollar und 38 Cent sowie ein Urlaubsschein der Armee, den Poole las und dann Schämmen gab. »Sagt Ihnen der Name irgendetwas?« Der Urlaubsschein war ausgestellt für »Sergeant Major Henry Bowman Cove, Headquarters US Army Eastern Quartermaster Command, Elizabeth, New Jersey.« Schämmen las den Schein und schüttelte den Kopf. »Ich habe den Namen noch nie gelesen oder gehört«, konnte er aufrichtig sagen. Aber als er dann einige Minuten später die Treppe hinunterging, merkte er, dass dieser Name in ihm unerfreuliche Erinnerungen wachrief. Auf halbem Weg nach unten wusste er, warum. Nie wieder würde er nun darüber nachgrübeln müssen, wie es sein Vater bis zu seinem Tod getan hatte, was mit dem dritten Mann geschehen war, der an dem Morgen, als Magua Ikua vergewaltigt und getötet wurde, aus Holdens Crossing geflohen war. Nun musste er nicht mehr nach einem Fettwanst namens Hank Cow suchen. Hank Cove hatte ihn gefunden. Kurze Zeit später kam der Coroner und erklärte den Verstorbenen offiziell für tot. Er begrüßte Schämmen sehr kühl. Alle Männer zeigten offen oder versteckt Distanz, ja Feindschaft, und Schämmen verstand auch weshalb. Alex war ihr Kriegsgegner. Er hatte gegen sie gekämpft und wahrscheinlich einige Nordstaatler getötet, und bis vor wenigen Tagen war er ihr Kriegsgefangener gewesen. Jetzt aber hatte Alex Bruder einen Soldaten des Nordens in Uniform getötet. Schämmen war erleichtert, als sie den gewichtigen Toten auf eine Bahre luden und untermühen die Treppe hinunter und aus dem Haus trugen. Nun begannen die Verhöre. Der Major saß in dem Gästezimmer, in dem die Schießerei stattgefunden hatte. Neben ihm hockte auf einem Küchenschemel einer der Sergeants und schrieb mit. Schämmen saß auf der Bettkante. Major Poole fragte ihn nach seinen politischen und anderen Verbindungen, und Schämmen erwiderte, er sei in seinem Leben nur zwei Organisationen beigetreten, der Society for the Abolition of Slavery während der Collegezeit und der Rock Island County Medical Society. Sind Sie ein Copperhead, Dr. Cole? Nein, das bin ich nicht. Und Sie haben auch nicht den kleinsten Funken Sympathie für den Süden? Ich bin gegen die Sklaverei. Ich will, dass der Krieg zu Ende geht, ohne noch mehr Leid anzurichten. Und ich unterstütze den Süden nicht. Warum ist Sergeant Major Corfe in dieses Haus gekommen? Ich habe keine Ahnung. Schämmen war entschlossen, den lange zurückliegenden Mord an einer Indianerfrau in Illinois und die Tatsache, dass drei Männer und ein politischer Geheimbund in die Vergewaltigung und den Tod dieser Frau verwickelt waren, nicht zu erwähnen. Das war alles zu weit entfernt, zu mysteriös. Er wusste, wenn er es zur Sprache brachte, würde er nur den Argwohnen dieses unfreundlichen Armeeoffiziers herausfordern und sich und seinen Bruder noch mehr gefährden. Sie verlangen von uns zu akzeptieren, dass ein Sergeant Major der United States Army bei einem versuchten Raubüberfall getötet wurde. Nein, ich verlange nicht, dass Sie irgendetwas akzeptieren, Major Poole. Glauben Sie, dass ich diesen Mann eingeladen habe, in einem von mir gemieteten Haus ein Fenster einzuschlagen, das Haus unbefugt um zwei Uhr morgens zu betreten und im Krankenzimmer meines Bruders eine Waffe abzufeuern? Warum hat er es dann getan? Ich weiß es nicht, erwiderte Shaman, und der Major runzelte die Stirn. Während Poole Shaman verhörte, befragte der Lieutenant im Wohnzimmer Alex. Gleichzeitig durchsuchten die Gemeinen und die Deputies des Sheriffs den Stall und das Haus. Sie öffneten Shaman's Gepäck und leerten Schubladen und Schränke. Von Zeit zu Zeit unterbrachen die beiden Offiziere die Verhöre, um sich zu besprechen. Warum haben Sie mir nicht gesagt, dass Ihre Mutter eine Südstaatlerin ist? fragte Major Poole Shaman nach einer solchen Pause. Meine Mutter wurde in Virginia geboren, hat aber mehr als ihr halbes Leben in Illinois verbracht. Ich habe es Ihnen nicht gesagt, weil Sie mich nicht danach gefragt haben. Das haben wir in Ihrer Arzttasche gefunden. Was ist das, Dr. Cole? Poole breitete vier Zettel auf dem Bett aus. Auf jedem stehen Name und Adresse einer Person, eines Südstaatlers. Es sind die Adressen von Angehörigen der Zeltkollegen meines Bruders im Gefangenenlager von Elmira. Diese Männer haben sich um meinen Bruder gekümmert und ihn gepflegt. Wenn der Krieg vorbei ist, werde ich mich mit ihnen in Verbindung setzen, um herauszufinden, ob sie es geschafft haben. Und wenn sie es geschafft haben, werde ich ihnen danken. Die Verhöre zogen sich in die Länge. Oft wiederholte Poole Fragen, die er schon einmal gestellt hatte, und Shaman wiederholte dann seine Antworten. Mittags gingen die Männer zum Essen zu Barnard und ließen nur die beiden Gemeinen und einen Sergeant im Haus zurück. Shaman ging in die Küche, kochte Haferschleim und brachte Alex, der bedrohlich erschöpft aussah, eine Schüssel davon. Alex sagte, er könne nichts essen. Du musst essen, das ist deine Art zu kämpfen, sagte Shaman energisch, worauf Alex nickte und das mehlige Zeug auszulöffeln begann. Nach dem Mittagessen wurden die Plätze getauscht. Der Major verhörte nun Alex und der Lieutenant Shaman. Gegen drei Uhr nachmittags verlangte Shaman zur Verärgerung der Offiziere eine Unterbrechung und wechselte vor Publikum den Verband an Alex Stumpf. Shaman war sehr erstaunt, als Major Poole ihn bat, drei seiner Soldaten zu jener Stelle im Wald zu führen, wo er das amputierte Stück von Alex Bein verbrannt hatte. Er zeigte ihnen den Ort, und sie schaufelten den Schnee beiseite und wühlten in den Ascheresten, bis sie verkohlte Fragmente von Schien und Wadenbein fanden, die sie in ein Taschentuch legten und mitnahmen. Am späten Nachmittag gingen die Männer. Das Haus war nun wieder angenehm leer, aber es herrschte auch eine Atmosphäre der Unsicherheit und des Verletztseins. Eine Decke hing vor dem zerbrochenen Fenster, die Böden waren schmutzig, und in der Luft hing der Körper- und Pfeifengeruch der Männer. Shaman erhitzte die Fleischsuppe. Zu seiner freudigen Überraschung hatte Alex plötzlich wirklich Hunger, und er gab ihm zur Suppe auch eine reichliche Portion Rindfleisch und Gemüse. Auch Shams Appetit wurde dadurch angeregt, und nach der Suppe aßen sie Butterbrot mit Marmelade und Apfelmus, und Shaman brühte frischen Kaffee auf. Dann trug er Alex nach oben und legte ihnen Mrs. Clay's Bett. Er versorgte seinen Bruder und saß lange bei ihm, doch schließlich ging er in das Gästezimmer, wo er erschöpft aufs Bett fiel, und sich bemühte, die Blutflecken auf dem Boden zu vergessen. In dieser Nacht schlief er ein wenig. Am nächsten Morgen kamen weder der Sheriff noch seine Leute, aber die Soldaten waren schon da, ehe Shaman das Frühstücksgeschirr aufgeräumt hatte. Zunächst sah es so aus, als würde dieser Tag genauso verlaufen wie der vorangegangene, doch dann klopfte ein Mann an die Tür, der sich als George Hamilton Crockett, stellvertretender Kommissar für Indianerangelegenheiten aus Albany, vorstellte. Er unterhielt sich lange mit Major Poole und überreichte ihm einen Stapel Papiere, in denen sie im Verlauf des Gesprächs immer wieder blätterten. Dann packten die Soldaten ihre Sachen zusammen und zogen ihre Mäntel an. Angeführt von dem mürrischen Major Poole verließen sie das Haus. Mr. Crockett blieb noch eine Weile und unterhielt sich mit den Cole-Brüdern. Er erzählte ihnen, dass sein Büro mit Telegrammen aus Washington förmlich bombardiert worden sei. Der Vorfall ist etwas unglücklich. Die Army hat schwer daran zu schlucken, dass einer der Iren im Haus eines Konföderierten getötet worden ist. Üblicherweise töten sie die Konföderierten, die ihre Männer töten. Das haben sie mit ihren Fragen und ihrer Beharrlichkeit ziemlich deutlich gemacht, sagte Shemmon. Sie haben nichts zu befürchten. Die Beweislage ist zu eindeutig. Sergeant Major Koffs Pferd wurde im Wald angebunden gefunden. Die Fußabdrücke des Mannes im Schnee führten vom Pferd zum Fenster an der Rückwand des Hauses. Das Glas war zerbrochen, das Fenster wurde offengelassen. Als sie seine Leiche untersuchten, hielt er noch die Waffe in der Hand, aus der zwei Schüsse abgegeben worden waren. Wenn in Kriegszeiten die Gemüter erhitzt sind, kann es schon passieren, dass bei einer nicht allzu sorgfältigen Ermittlung in einem solchen Fall die Eindeutigkeit der Beweislage übersehen wird. Aber nicht, wenn einflussreiche Kreise sich für den Fall interessieren und eingehend mit ihm beschäftigen. Crockett lächelte und richtete herzliche Grüße des Honorable Nicholas Holden aus. Der Kommissar hat mich gebeten, Ihnen zu versichern, dass er persönlich nach Elmira kommt, falls er gebraucht wird. Ich bin froh, ihm nun versichern zu können, dass eine solche Reise unnötig ist, sagte er. Am nächsten Morgen schickte Major Poole einen seiner Sargenten mit der Nachricht, die Cole-Brüder würden gebeten, Elmira bis zum offiziellen Abschluss der Untersuchung nicht zu verlassen. Auf die Frage, wann das der Fall sein werde, antwortete der Sergeant nicht unhöflich, dass er das nicht wisse. Also blieben sie weiter in dem kleinen Haus. Mrs. Clay hatte sofort erfahren, was passiert war, und kam vorbei, um sich den Schaden anzusehen. Blass und wortlos starrte sie das zerbrochene Fenster an. Entsetzt wanderte ihr Blick über die Einschussstellen und den blutbesudelten Boden. Als sie den ruinierten Kommodenaufsatz sah, stiegen ihr die Tränen in die Augen. Die Kommode stammt noch von meiner Mutter. Ich kümmere mich darum, dass sie repariert und das Haus wieder in Ordnung gebracht wird, sagte Shemmon. Können Sie mir einen Schreiner empfehlen? Noch am selben Nachmittag schickte sie jemanden vorbei, einen hageren, schon etwas älteren Mann namens Bert Clay, den Cousin ihres verstorbenen Gatten. Er wickte missbilligend den Kopf, machte sich aber unverzüglich an die Arbeit. Als erstes besorgte er eine Glasscheibe mit den richtigen Abmessungen, um das Fenster zu reparieren. Die Beschädigungen im Gästezimmer waren komplizierter. Die zersplitterten Bodendielen mussten ersetzt. Die blutbesudelten Stellen abgeschliffen und neu eingelassen werden. Die Löcher in der Wand könne er mit Gips ausfüllen und das Zimmer neu streichen, meinte Bert. Doch als er sich die Kommode ansah, schüttelte er den Kopf. Ich weiß nicht. Das ist Vogelaugen, Ahorn. Kann sein, dass ich irgendwo ein Stück davon finde, aber das wird teuer. Besorgen Sie es, sagte Shemmon entschlossen. Es dauerte eine Woche, bis Bert die Reparaturen ausgeführt hatte. Als er fertig war, kam Mrs. Clay und sah sich alles sehr genau an. Sie nickte, dankte Bert und meinte, es sei alles in Ordnung, auch die Kommode. Doch Shemmon gegenüber verhielt sie sich sehr kühl, und er sah ein, dass ihr Haus für sie nie wieder dasselbe sein würde wie früher. Alle, denen er begegnete, verhielten sich kalt ihm gegenüber. Mr. Barnard lächelte und plauderte nicht mehr, wenn er in seinen Laden kam, und er merkte, dass Leute auf der Straße ihn ansahen und dann die Köpfe zusammensteckten. Die allgemeine Feindseligkeit zerrte an seinen Nerven. Major Poole hatte gleich zu Anfang den Colt konfisziert, und Shemmon und Alex fühlten sich schutzlos. Nachts ging Shemmon mit dem Schürhaken und einem Küchenmesser ins Bett, lag dann wach und versuchte, die Schwingungen eines Eindringlings zu erspüren, dabei war es nur der Wind, der am Haus rüttelte. Nach drei Wochen hatte Alex Gewicht zugelegt. Er sah jetzt besser aus, konnte es aber kaum mehr erwarten, wegzukommen, und so waren sie beide erleichtert, als Poole sie endlich wissen ließ, dass sie abreisen könnten. Shemmon hatte Alex Zivilkleidung gekauft. Er half ihm beim Anziehen und steckte ihm das linke Hosenbein hoch, damit es ihn nicht störte. Alex versuchte, mithilfe seiner Krücken zu gehen, hatte aber Schwierigkeiten. »Ich komme mir ganz einseitig vor, weil jetzt so viel von dem Bein weg ist«, sagte er, doch Shemmon erwiderte, er werde sich daran gewöhnen. Bei Barnard kaufte Shemmon einen großen Leib Käse und legte ihn als Entschädigung für Mrs. Clay auf den Tisch. Mit dem Mietstallbesitzer hatte er vereinbart, Pferd und Wagen am Bahnhof zurückzugeben, und deshalb konnte Alex auf Stroh gebettet dorthin fahren, so wie er zuvor das Gefangenenlager verlassen hatte. Als der Zug hielt, trug Shemmon Alex auf den Armen in ein Abteil und setzte ihn auf einen Fensterplatz, während die anderen Reisenden sie angafften oder verlegen wegsahen. Die beiden sprachen kaum etwas, doch als der Zug anfuhr und Elmira verließ, legte Alex seinem Bruder die Hand auf den Arm. Sie fuhren auf einer nördlicheren Route nach Hause, als auf der die Shemmon nach Elmira geführt hatte. Shemmon zog es vor über Chicago, anstatt über Cairo zu reisen, denn er glaubte nicht, dass der Mississippi bei ihrer Ankunft in Illinois schon eisfrei sein würde. Es war eine beschwerliche Reise. Das unaufhörliche Rütteln der Waggons bereitete Alex starke Schmerzen. Unterwegs mussten sie häufig umsteigen, und jedes Mal musste Shemmon seinen Bruder auf den Armen von einem Zug zum anderen tragen. Außerdem waren die Züge fast nie pünktlich. Mehrmals wurde der Zug, in dem sie fuhren, auf einem Nebengleis abgestellt, um einen Truppentransport vorbeizulassen. Einmal schaffte es Shemmon, für etwa fünfzig Meilen Polstersessel in einem Salonwagen zu ergattern, doch meistens saßen sie auf den harten Holzbänken der gewöhnlichen Abteile. Als sie Eerie in Pennsylvania erreichten, hatte Alex weiße Flecken in den Mundwinkeln, und Shemmon wusste, dass sein Bruder nicht mehr weiterreisen konnte. Er mietete ein Hotelzimmer, damit Alex sich eine Weile in einem weichen Bett ausruhen könnte. Beim Verbandwechseln an diesem Abend begann er Alex einiges von dem zu erzählen, was er aus dem Tagebuch seines Vaters erfahren hatte. Er berichtete ihm von dem Schicksal der drei Männer, die Makua Ikua vergewaltigt und ermordet hatten. Ich glaube, es war meine Schuld, dass Henry Corfe hinter uns her war. Damals in dem Asyl in Chicago, in dem David Guldnau verwahrt wird, habe ich zu viel über die Mörder gesagt. Ich habe nach dem Supreme Order of the Star-Spangled Banner gefragt und nach Hank Kao, und ich habe wohl den Eindruck hinterlassen, als wäre ich hinter ihnen her. Wahrscheinlich war einer vom Personal ein Mitglied des Geheimbunds, vielleicht mehrere. Zweifellos hat man Corfe gewarnt, und der hat beschlossen, uns zu beseitigen. Alex schwieg einen Augenblick und sah dann seinen Bruder mit besorgtem Gesicht an. Aber Shaman? Corfe wusste, wo er uns suchen musste. Das bedeutet, jemand in Holden's Crossing muss ihm verraten haben, dass du nach Amaira abgereist bist. Shaman nickte. Das geht mir auch schon lange im Kopf herum, sagte er leise. Eine Woche nachdem sie Amaira verlassen hatten, erreichten sie Chicago. Shaman schickte seiner Mutter ein Telegramm und teilte ihr mit, dass er Alex nach Hause bringe. Er verheimlichte ihr nicht, dass Alex sein Bein verloren hatte, und bat sie, sie vom Bahnhof abzuholen. Als der Zug mit einer Stunde Verspätung in Rock Island einlief, wartete Sarah mit Doug Penfield am Bahnsteig. Shaman trug Alex die Wagonstufen hinunter, und Sarah warf die Arme um ihren Sohn und weinte wortlos. »Lass mich ihn absetzen, er ist zu schwer«, beklagte sich Shaman schließlich und hob Alex auf den Sitz des Backboard. Auch Alex hatte geweint. »Du siehst gut aus, Ma«, sagte er schließlich. Seine Mutter setzte sich neben ihn und hielt seine Hand. Shaman ergriff die Zügel, während Doug auf seinem Pferd tritt, das hinten am Wagen angebunden gewesen war. »Wo ist Alden?«, fragte Shaman. »Er hat sich ins Bett gelegt.« »Er wird immer schwächer, Shaman. Die Anfälle werden immer schlimmer. Und als sie vor ein paar Wochen am Fluss Eis hackten, ist er ausgerutscht und schwer gestürzt«, sagte Sarah. Unterwegs verschlang Alex die Landschaft mit den Augen. Shaman ebenfalls, doch er hatte ein eigenartiges Gefühl dabei. So wie für Mrs. Clay ihr Haus nicht mehr dasselbe sein würde, so war auch sein Leben nicht mehr das alte. Seit seiner Abreise von hier hatte er einen Mann getötet. Die Welt war aus den Fugen. Es dämmerte bereits, als sie das Haus erreichten. Sie legten Alex in sein eigenes Bett, wo er mit geschlossenen Augen dalag, nichts als Freude in seinem Gesicht. Sarah kochte zur Feier der Rückkehr ihres verlorenen Sohnes etwas Besonderes. Es gab Brathühnchen mit Kartoffel- und Karottenbrei. Sie hatten noch kaum zu Ende gegessen, als Lilian mit einer terrine Eintopf über den langen Weg dahergeeilt kam. »Deine Hungertage sind vorbei«, rief sie, nachdem sie Alex geküsst und ihn willkommen geheißen hatte. Rachel sagte, sie müsse bei ihren Kindern bleiben, werde ihn aber gleich am nächsten Morgen besuchen. Die beiden Frauen saßen so nah bei Alex, wie die Stühle es gestatteten, und Shaman ließ sie mit ihm alleine. Er ging zur Ordenshütte. Der alte Knecht schlief, als er eintrat, und die Hütte stank nach Whisky. Shaman schlich sich wieder hinaus und schlug den langen Weg ein. Der Schnee war platt getreten und überfroren, an einigen Stellen war er sehr glatt. Durch das Fenster des Geigerhauses sah er Rachel vor dem Kamin sitzen und lesen. Sie ließ das Buch sofort sinken, als er an die Scheibe klopfte. Sie küssten sich, als läge einer von ihnen im Sterben. Rachel nahm ihn bei der Hand und führte ihn hinauf in ihr Zimmer. Unten schliefen die Kinder. Ihr Bruder Lionel reparierte im Stall Pferdegeschirre, und ihre Mutter konnte jeden Augenblick zurückkommen, doch sie liebten sich trotzdem. In ihren Kleidern auf Rachels Bett, zärtlich aber entschlossen und mit einer verzweifelten Dankbarkeit. Als er später den langen Weg zurückging, war die Welt für ihn wieder im Lot. Alex Familienname Shaman gab es einen Stich, als er sah, wie mühsam Orden sich über die Farm schleppte. Sein Hals und seine Schultern waren steifer, als sie es bei Shams Abreise gewesen waren, und sein Gesicht wirkte wie eine starre, geduldige Maske, auch dann, wenn ihn schwere Anfälle quälten. Er tat alles langsam und bewusst, wie ein Mann, der sich zitternd unter Wasser bewegt. Aber sein Verstand war klar. Er fand Shaman im Stall und gab ihm die kleine Vitrine, die er für Rob J. Scalpell geschreinert hatte, und das neue Bisturi, um das Shaman ihn gebeten hatte. Dann bat er Shaman, sich zu setzen, und er berichtete ihm in knappen Worten, wie die Farm den Winter überstanden hatte, die Anzahl der Tiere, die Menge des verbrauchten Futters und die Aussichten für den Lämmerwurf im Frühling. »Ich lasse Doug trockenes Holz ins Zuckerhaus bringen, damit wir Sirup kochen können, sobald die Baumsäfte fließen.« »Gut«, sagte Shaman. Er zögerte einen Augenblick und machte Orden dann das unangenehme Geständnis, dass er Doug aufgetragen habe, sich für die im Frühjahr anfallenden Arbeiten nach einem guten Handlanger umzusehen. Orden nickte langsam. Er räusperte sich lange und spuckte dann umständlich aus. »Bin nicht mehr so frisch, wie ich's mal war«, sagte er, als wolle er Shaman das schonend beibringen. »Soll diesen Frühling doch ein anderer pflügen? Ist auch nicht nötig, dass der Vormann einer Farm die schwere Arbeit tut, wenn wir junge Kerle bekommen können, die ihre Muskeln spielen lassen wollen«, sagte Shaman, und Orden nickte noch einmal, bevor er den Stall wieder verließ. Shaman sah, dass er einige Zeit brauchte, um in Bewegung zu kommen. Wie ein Mann, der beschlossen hat zu pinkeln, aber nicht kann. Doch hatte er dann den ersten Schritt gemacht, bewegten sich seine Füße gleichmäßig und wie aus eigenem Antrieb, und der Rest von Orden ließ sich von ihnen einfach davontragen. Es tat Shaman gut, wieder in seiner Praxis zu sein. So sehr die Nonnen sich auch bemüht hatten, für seine Patienten zu sorgen, einen Arzt konnten sie nicht ersetzen. Einige Wochen lang arbeitete er sehr schwer. Er holte aufgeschobene Operationen nach und erledigte pro Tag mehr Hausbesuche als früher. Als er eines Tages beim Konvent vorbeischaute, begrüßte Martha Miriam Ferocia ihn freundlich und hörte mit stiller Freude seinem Bericht von Alex' Rückkehr zu. Auch sie hatte Neuigkeiten zu berichten. »Die Erzdiözese hat uns mitgeteilt, dass unser vorläufiger Haushaltsplan bewilligt ist, und man fordert uns auf, mit dem Bau des Krankenhauses zu beginnen.« Der Bischof hatte sich die Pläne persönlich angesehen und sie für gut befunden, den Nonnen aber davon abgeraten, das Hospital auf Klostergrund zu bauen. »Er meint, der Konvent sei zu schwierig zu erreichen, zu weit vom Fluss und von den Hauptstraßen entfernt. Jetzt müssen wir uns einen Bauplatz suchen.« Sie griff hinter ihren Stuhl und reichte Schämen zwei schwere, cremefarbene Ziegel. »Was halten Sie davon?« Sie waren hart und klirrten beinahe, als er sie aneinander stieß. »Ich verstehe zwar nicht viel von Ziegeln, aber die sehen wunderbar aus.« »Die ergeben Mauern wie für eine Burg,« sagte die Oberin. »Das Krankenhaus wird im Sommer kühl und im Winter warm sein. Es sind sehr dicht gebrannte Ziegel, die nehmen kein Wasser mehr auf. Und sie sind hier in der Gegend erhältlich, bei einem Mann namens Roswell, der neben der Lehmgrube auf seinem Grund eine Ziegelbrennerei errichtet hat. Er hat so viel vorrätig, dass wir mit dem Bau beginnen können, und er ist ganz erpicht darauf, noch mehr für uns zu brennen. Er sagt, wenn wir eine dunklere Farbe wünschen, kann er die Ziegel räuchern.« Schämen hob die Ziegel, die sich solide und konkret anfühlten, als halte er bereits die Wände des Krankenhauses in der Hand. »Ich finde, diese Farbe passt ausgezeichnet.« »Das finde ich auch,« erwiderte Martha Miriam Ferocia, und die beiden lachten sich fröhlich an, wie zwei Kinder, die sich eine Süßigkeit teilen. Spät an diesem Abend saß Schämen in der Küche und trank mit seiner Mutter Kaffee. »Ich habe Alex von seiner Verwandtschaft mit Nick Holden erzählt,« sagte sie. »Und wie hat Alex es aufgenommen?« Sarah hob die Schultern. »Er hat es einfach akzeptiert.« Sie lächelte schwach. »Er könne genauso gut Nick Holden zum Vater haben wie einen toten Verbrecher,« hat er gesagt. Sie schwieg einen Augenblick, doch dann wandte sie ihr Gesicht wieder schämen zu, und er sah, dass sie nervös war. »Reverend Blackmer verlässt Holdens Crossing,« sagte sie. »Der Pfarrer der Baptistenkirche in Davenport ist nach Chicago berufen worden, und die Kongregation hat Sidney die freie Stelle angeboten.« »Das tut mir leid. Ich weiß, wie sehr du ihn schätzt, und jetzt muss die Kirche hier sich wieder nach einem neuen Priester umschauen.« »Shermen«, sagte sie, »Sidney hat mich gebeten, mit ihm zu gehen, ihn zu heiraten.« Er nahm ihre Hand. Sie war kalt. »Und was willst du tun, Mutter?« »Wir sind einander sehr nahe gekommen, seit seine Frau gestorben ist, und als ich dann Witwe wurde, war er für mich ein Turm der Kraft.« Sie drückte fest Shamans Hand. »Ich habe deinen Vater wirklich und aufrichtig geliebt. Ich werde ihn immer lieben.« »Ich weiß.« »In ein paar Wochen ist es ein Jahr seit seinem Tod.« »Hättest du etwas dagegen, wenn ich noch einmal heirate?« Er stand auf und ging zu ihr. »Ich bin eine Frau, die nur als Ehefrau leben kann.« »Ich will einzig, dass du glücklich bist«, sagte er und legte seine Arme um sie. Sie musste sich beinahe mit Gewalt aus seiner Umarmung lösen, damit er ihre Lippen sehen konnte. »Ich habe Sidney gesagt, wir können nicht heiraten, solange Alex mich noch braucht.« »Ma, es ist besser für ihn, wenn du ihn nicht mehr hinten und vorne bedienst.« »Wirklich?« »Wirklich«, ihr Gesicht strahlte. Einen Augenblick sah er, wie sie wohl als junges Mädchen ausgesehen haben musste, und das Herz blieb ihm beinahe stehen. »Danke, mein lieber Schermann. Ich werde Sidney sagen«, rief sie freudig. Der Stumpf seines Bruders verheilte wunderbar. Alex war in der beständigen Obhut seiner Mutter und der Kirchendamen. Obwohl er zunahm und seine knochige Gestalt allmählich wieder kräftig wurde, lächelte er selten, und sein Blick blieb überschattet. In Rock Island schuf sich eben ein Mann namens Wallace einen Ruf als Hersteller falscher Gliedmaßen, und nach langem Drängen ließ Alex sich dazu überreden, mit Schämmen zu ihm zu fahren. An einer Wand von Wallace's Werkstatt hing eine faszinierende Sammlung von holzgeschnitzten Händen, Füßen, Armen und Beinen. Der Prothesenmacher war von einer Rundlichkeit, die einen dazu verleitete, auf einen fröhlichen, heiteren Charakter zu schließen, doch dieser Mann nahm seine Arbeit sehr ernst. Mehr als eine Stunde lang vermaß er Alex, der dazu stehen, sitzen, sich strecken, gehen, erst ein Knie und dann beide beugen, sich hinknien und sich hinlegen musste. Zum Schluss kündigte er ihnen an, sie könnten das falsche Bein in sechs Wochen abholen. Alex war nur einer aus einer ganzen Armee von Krüppeln. Schämmen sah sie, so oft er in die Stadt fuhr, ehemalige Soldaten mit fehlenden Gliedmaßen und viele von ihnen mit verstümmelter Seele. Stephen Hume, der alte Freund seines Vaters, kehrte hochdekoriert zurück. Doch drei Tage nach seiner Ernennung zum Brigadegeneral anlässlich der Schlacht bei Wicksburg hatte ihn eine Kugel knapp unterhalb des rechten Ellbogens getroffen. Er hatte den Arm zwar nicht verloren, aber durch die Verletzung waren die Nerven zerstört, so dass er nur noch ein nutzloses Anhängsel wie einen dauerhaft gebrochenen Arm in einer schwarzen Schlinge trug. Zwei Monate vor Humes Heimkehr war der Honorable Daniel P. Allen gestorben und der Gouverneur ernannte den Kriegshelden zu dessen Nachfolger als Richter am Bezirksgericht. Richter Tume hatte seine Arbeit bereits aufgenommen, woran Schämmen sah, dass einige der ehemaligen Soldaten ohne Anpassungsschwierigkeiten ins Zivilleben zurückkehrten, während andere Probleme hatten, die sie plagten und lähmten. Er versuchte alle Entscheidungen, die die Farm betrafen, mit Alex zu besprechen. Noch immer gab es kaum Männer für die Farmarbeit, doch Doug Penfield hatte einen gewissen Billy Edwards aufgetrieben, der in Iowa bereits mit Schafen zu tun gehabt hatte. Schämmen sprach mit ihm und sah, dass er kräftig und arbeitswillig war. Zudem hatte George Clyburn ihn empfohlen. Schämmen fragte Alex, ob er auch mit Edwards reden wolle. Nein, keine Lust. Aber wäre es denn nicht besser, wenn du es tätest? Schließlich wird der Mann für dich arbeiten, wenn du dich wieder um die Farm kümmerst. Ich glaube nicht, dass ich mich je wieder um die Farm kümmern werde. Was? Vielleicht arbeite ich mit dir. Ich kann doch dein Gehör sein, wie dieser Mann im Krankenhaus in Cincinnati, von dem du mir erzählt hast. Schämmen lächelte. Aber ich brauche doch kein Vollzeitgehör. Es ist fast immer jemand da, der mir seine Ohren leidt, wenn ich sie brauche. Nein, ernsthaft, hast du schon eine Vorstellung, was du machen willst? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Na, du hast ja Zeit, es dir zu überlegen, sagte Schämmen und war froh, nicht weiter auf das Thema eingehen zu müssen. Billy Edwards war ein guter Arbeiter, aber wenn er zu arbeiten aufhörte, war er ein Quassler. Er redete über Bodenqualität und Schafzucht, von den Getreidepreisen und von den Vorteilen, die ein Eisenbahnanschluss mit sich bringen würde. Doch eines Tages redete er über die Rückkehr der Indianer nach Iowa und sofort horchte Schämmen auf. Was soll das heißen? Sie sind zurückgekehrt. Eine gemischte Truppe aus Sauks und Mesquakis. Sie haben das Reservat in Kansas verlassen und sind nach Iowa zurückgekommen. Die Makua-Ikwas-Leute, dachte Schämmen. Gibt es Schwierigkeiten mit den Leuten in der Gegend? Edwards kratzte sich am Kopf. Nein, es kann ihnen eigentlich keiner mehr Schwierigkeiten machen. Die Indianer sind schlau. Sie haben sich ihr eigenes Land gekauft, ganz legal, mit guten amerikanischen Dollars. Er grinste. Natürlich ist das Land, das sie gekauft haben, wahrscheinlich das Schlechteste im ganzen Staat. Eine Menge gelber Erde. Aber sie haben Felder angesät und sich Hütten gebaut. Eine richtige kleine Stadt. Sie nennen sie Tama, nach einem ihrer Häuptlinge, soweit ich weiß. Wo liegt diese Indianerstadt? Ungefähr hundert Meilen westlich von Ravenport. Und ein bisschen nördlich davon. Schämmen wusste sofort, dass er die Stadt sehen musste. Ein paar Tage später kam Nick Holden in einem großartigen neuen Wagen mit Kutscher auf die Kohlfarm gefahren. In weiser Voraussicht vermied es Schämmen, den Kommissar für Indianer-Angelegenheiten nach den Sauks und Mesquakis in Iowa zu fragen. Er und seine Mutter dankten Holden für seine Hilfe, und er war höflich und freundlich, doch es war offensichtlich, dass er wegen Alex gekommen war. Den ganzen Vormittag saß er bei ihm am Bett. Als Schämmen gegen Mittag seine Praxis schloss, sah er überrascht, dass Nick und dessen Kutscher Alex in den Wagen halfen. Sie blieben den ganzen Nachmittag und einige Abendstunden weg. Bei der Rückkehr halfen Nick und der Kutscher Alex ins Haus, wünschten allen höflich eine gute Nacht und fuhren weg. Alex erzählte nicht viel von den Ereignissen des Tages. »Wir sind ein bisschen herumgefahren und haben geredet«, er lächelte. »Das heißt, vorwiegend hat er geredet, und ich habe zugehört. Wir hatten ein gutes Abendessen bei Anna Wiley«, er. Er zuckte mit den Achseln. Alex wirkte nachdenklich und ging früh zu Bett, denn der Tag hatte ihn angestrengt. Am nächsten Morgen waren Nick und die Kutsche wieder da. Diesmal nahm Nick Alex mit nach Rock Island, und am Abend berichtete Alex von zwei erlesenen Mahlzeiten im dortigen Hotel. Am dritten Tag fuhren sie nach Davenport. Alex kam früher nach Hause als an den beiden anderen Tagen, und Shaman hörte, wie er Nick eine angenehme Rückreise nach Washington wünschte. »Ich melde mich mal wieder, wenn ich darf«, sagte Nick. »Aber natürlich, Sir«. Als Shaman an diesem Abend zu Bett ging, winkte Alex ihn in sein Zimmer. »Nick will mich adoptieren«, sagte er. »Was?« Alex nickte. Am ersten Tag hat er mir erzählt, dass Präsident Lincoln ihn um den Rücktritt gebeten hat, damit er einen anderen ernennen kann. Nick meint, es sei Zeit, dass er hierher zurückkommt und sich zur Ruhe setzt. »Heiraten will er nicht, aber er hätte gern einen Sohn.« Sagt, er habe die ganze Zeit gewusst, dass er mein Vater ist. »Die drei Tage lang sind wir nur durch die Gegend gefahren und haben uns seine Besitztümer angesehen. Außerdem hat er in West Pennsylvania noch eine gutgehende Bleistiftfabrik und wer weiß, was sonst noch alles. Er will, dass ich sein Erbe werde und meinen Namen in Holden ändere.« Shaman fühlte sich traurig und zornig. »Na, du hast ja gesagt, dass du kein Farmer mehr sein willst.« Ich habe Nick versichert, dass es für mich keinen Zweifel daran gibt, wer mein Vater war. Mein Vater war der Mann, der meine jugendliche Unvernunft und meine Schandtaten geduldig ertragen, mir Disziplin beigebracht und Liebe geschenkt hat. Ich habe zu ihm gesagt, mein Name ist Cole. Shaman berührte seinen Bruder an der Schulter. Er brachte kein Wort heraus, sondern nickte nur. Dann küßte er seinen Bruder auf die Wange und ging zu Bett. Am vereinbarten Tag holten sie die Prothese ab. Wallace hatte den Fuß so geschnitzt, dass man Strumpf und Schuh darüber ziehen konnte. Alex Stumpf wurde in die Muffe eingepasst und das Ganze mit Lederriemen unter und oberhalb des Knies befestigt. Alex hasste das Ding vom ersten Augenblick an. Das Tragen bereitete ihm große Schmerzen. »Das kommt daher, dass Ihr Stumpf noch ganz empfindlich ist,« sagte Wallace. »Je öfter Sie die Prothese tragen, desto eher bilden sich Schwielen, und bald spüren Sie überhaupt nichts mehr.« Sie bezahlten den Holzfuß und nahmen ihn mit nach Hause. Aber Alex stellte ihn in den Schrank im Gang und weigerte sich, ihn anzulegen. Wenn er ging, schleppte er sich auf den Krücken vorwärts, die Jimmy Joe ihm im Gefangenenlager angefertigt hatte. Eines Morgens, Mitte März, manövrierte Billy Edwards eine Wagenladung Stämme über den Hof und versuchte eben das Ochsengespann, das er sich vom jungen Gruber geliehen hatte, zu wenden. Orden stand, auf seinen Stock gestützt, hinter dem Fuhrwerk und rief ihm Anweisungen zu. »Rückwärts, Junge, zurück mit dem Ding!« Billy gehorchte. Es war nur vernünftig anzunehmen, dass Orden, da er ihm befohlen hatte, rückwärts zu fahren, aus dem Weg gehen werde. Ein Jahr zuvor hätte Orden das auch ohne weiteres getan, doch jetzt sagte sein Verstand ihm zwar, dass er aus dem Weg gehen müsse, seine Krankheit aber verhinderte, dass der Befehl schnell genug die Beine erreichte. Ein hinten herausragender Stamm prallte mit der Kraft eines Rambocks auf Ordens rechte Brustseite und warf ihn ein gutes Stück weit nach hinten, wo er regungslos im schlammigen Schnee liegen blieb. Billy platzte in die Praxis, als Shaman eben die neu angekommene Molly Thornwell untersuchte, deren Schwangerschaft durch die lange Reise aus Maine nicht gelitten hatte. »Es ist Orden! Ich glaube, ich habe ihn getötet!« rief Billy. Sie trugen den Alten ins Haus und legten ihn auf den Küchentisch. Shaman schnitt seine Kleidung auf und untersuchte ihn eingehend. Mit blassem Gesicht schleppte sich Alex humpelnd die Treppe herunter und sah Shaman fragend an. »Einige Rippen sind gebrochen. In seiner Hütte können wir ihn nicht pflegen. Ich werde ihn ins Gästezimmer legen und ich ziehe wieder zu dir in unser altes Zimmer.« Alex nickte. Er trat beiseite und sah zu, wie Shaman und Billy Orden nach oben trugen. Bald darauf erhielt Alex doch noch Gelegenheit, Shamans gehört zu sein. Er horchte konzentriert an Ordensbrust und berichtete Shaman, was er hörte. »Wird er wieder gesund?« »Ich weiß nicht«, erwiderte Shaman. »Seine Lunge scheint nicht verletzt zu sein. Einem gesunden, kräftigen Menschen machen ein paar gebrochene Rippen nicht allzu viel aus. Aber in seinem Alter und mit seiner Krankheit«, Alex nickte, »ich werde bei ihm bleiben und ihn pflegen.« »Bist du sicher? Ich kann Martha Miriam um Krankenschwestern ersuchen.« »Ich würde es gerne tun«, sagte Alex. »Ich habe genug Zeit.« So hatte Shaman zusätzlich zu den Patienten, die sich auf ihn verließen, auch noch zwei Mitglieder seines Haushalts, die ihn brauchten. Obwohl er ein sehr mitfühlender Arzt war, merkte er, dass die Behandlung ihm nahestehender nicht das Gleiche war wie die Behandlung anderer Patienten. Er fühlte noch mehr Verantwortung und sorgte sich mehr. Wenn er am Ende des Tages nach Hause eilte, schienen die Schatten länger und dunkler zu sein. Doch es gab auch heitere Augenblicke. Eines Nachmittags besuchten ihn zu seiner freudigen Überraschung Joshua und Hattie alleine. Es war das erste Mal, dass sie ohne Begleitung den langen Weg gehen durften, und sie waren sehr würdevoll und ernst, als sie Shaman fragten, ob er vielleicht Zeit habe, mit ihnen zu spielen. Er freute sich, und es war ihm eine Ehre, mit ihnen eine Stunde lang im Wald spazieren zu gehen, wo sie die Blüten der ersten Porzellansternchen und deutliche Spuren eines Hirsches im Schnee sahen. Orden hatte Schmerzen. Shaman gab ihm Morphium, doch das Betäubungsmittel, das Orden vorzog, wurde aus Getreide destilliert. Also gut, gib ihm Whisky, sagte Shaman zu Alex. Aber in Maßen, verstanden. Alex nickte und hielt sein Wort. Das Krankenzimmer bekam nun bald den für Orden typischen Whisky-Geruch, auch wenn ihm nur zwei Unzen am Mittag und noch einmal zwei Unzen am Abend gestattet waren. Manchmal löste Sarah oder Lilian Alex ab. Eines Abends übernahm Shaman die Krankenwache. Er setzte sich neben das Bett und las in einer medizinischen Zeitschrift, die er aus Cincinnati erhalten hatte. Orden war unruhig, wachte immer wieder auf und schlief dann wieder ein. Im Halbschlaf murmelte er und unterhielt sich mit unsichtbaren Personen, wiederholte Arbeitsbesprechungen mit Doug Penfield oder fluchte auf Raubzeug, das hinter den Schafen her war. Shaman betrachtete das alte, faltige Gesicht, die müden Augen, die große, rote Nase mit den haarigen Löchern, und er dachte an Orden, wie er ihn früher gekannt hatte. Stark und tüchtig. Der ehemalige Jahrmarktsboxer, der den Cole-Jungen beigebracht hatte, ihre Fäuste zu gebrauchen. Allmählich beruhigte sich Orden und schlief eine Weile lang tief. Shaman beendete den Artikel über Knickbrüche und wollte gerade den über den grauen Starr beginnen, als er den Kopf hob und merkte, dass Orden ihn ruhig und mit klarem, festem Blick ansah. »Ich wollte nicht, dass er dich umbringt. Ich wollte doch nur, dass er dich einschüchtert«, sagte Orden. Die Reise nach Nauvau Da Shaman und Alex sich nun wieder ein Zimmer teilten, kamen sie sich manchmal vor, als wären sie noch die kleinen Jungen von einst. Als Alex eines Morgens bei Tagesanbruch schlaflos in seinem Bett lag, zündete er die Lampe an und beschrieb seinem Bruder die Geräusche des beginnenden Frühlings. Das Trillern und Jubilieren der Vögel, das ungeduldige Plätschern der Bäche, die ihre alljährliche Reise zum Meer begannen, das dräunende Rauschen des Flusses, das knirschende Krachen, wenn zwei riesige Eisschollen aufeinanderprallten. Aber Shaman war mit seinen Gedanken nicht beim Wesen der Natur. Er dachte über das Wesen des Menschen nach. Er erinnerte sich an Dinge und fügte Geschehnisse zusammen, die in der Verbindung plötzlich neue Bedeutung erhielten. Mehr als einmal stand er mitten in der Nacht auf und ging auf kalten Böden durch das stille Haus, um in den Tagebüchern seines Vaters etwas nachzulesen. Und er beobachtete Orden mit besonderer Sorgfalt und einer eigenartigen, faszinierten Sanftmut, einer neuen, kühlen Wachsamkeit. Manchmal betrachtete er den alten Mann, als sähe er ihn zum ersten Mal. Alden verbrachte die Tage in einem ruhelosen Halbschlaf. Doch eines Abends riss Alex, als er ihn mit dem Stethoskop abhörte, die Augen auf. Da ist ein neues Geräusch, als würde man zwei Haarsträhnen mit den Fingern aneinander reiben. Shaman nickte. Das sind Rasselgeräusche. Und was bedeuten sie? Dass mit seiner Lunge etwas nicht stimmt, sagte Shaman. Am 9. April heirateten Sarah Cole und Sidney Blackmore in der First Baptist Church von Holden's Crossing. Die Trauung vollzog Reverend Gregory Bushman, dessen Stelle Sidney in Davenport einnehmen sollte. Sarah trug ihr bestes graues Kleid, das Lillian an Kragen und Manschetten mit von Rachel erst am Tag zuvor fertiggestellter Spitze verschönert hatte. Mr. Bushman predigte sehr schön. Es machte ihm offensichtlich Freude, einen Kollegen zu verheiraten. Alex erklärte Shaman, dass Sidney seine Gelübde mit der kräftigen, selbstsicheren Stimme eines Geistlichen ablegte. Sarah dagegen, dass ihre leise und in zitterndem Ton. Als das Paar sich nach der Zeremonie der Gemeinde zuwandte, sah Shaman, dass seine Mutter unter ihrem kurzen Schleier lächelte. Nach dem Gottesdienst zog die Gemeinde zum Farmhaus der Coles. Die meisten Gäste brachten einen zugedeckten Teller mit Speisen mit, obwohl die ganze Woche zuvor Sarah, Alma Schröder und Lillian gekocht und gebacken hatten. Die Leute aßen und aßen, und Sarah freute sich sehr darüber. »Wir haben alle Schinken und Würste aus dem Kühlhaus aufgebraucht. Ihr werdet noch im Frühjahr schlachten müssen,« sagte sie zu Doug Penfield. »Aber mit Vergnügen, Mrs. Blackmore,« erwiderte Doug galant, als erster, der sie bei diesem Namen nannte. Nachdem der letzte Gast gegangen war, nahm Sarah ihren gepackten Koffer und küsste ihre Söhne. Sidney fuhr sie in seinem Buggy zu dem Fahrhaus, das sie schon wenige Tage später wieder verlassen würde, um mit ihm nach Davenport zu ziehen. Kurze Zeit später holte Alex seinen falschen Fuß aus dem Schrank im Gang und schnallte ihn sich ohne fremde Hilfe an. Schemann hatte es sich im Arbeitszimmer bequem gemacht und las in medizinischen Fachzeitschriften. Immer und immer wieder stapfte Alex an der geöffneten Tür vorbei, während er mit vorsichtigen Schritten im Gang auf- und abging. Schemann merkte an der Stärke der Erschütterungen, dass sein Bruder das Bein mit der Prothese viel zu hoch hob, und er wusste, welche Schmerzen Alex jeder Schritt bereiten musste. Als Schemann in ihr gemeinsames Schlafzimmer kam, war Alex bereits eingeschlafen. Die Prothese steckte noch im Strumpf und Schuh und stand neben Alex rechtem Schuh, als gehöre sie dorthin. Am nächsten Vormittag trug Alex die Prothese in der Kirche als Hochzeitsgeschenk für Sarah. Die Brüder waren zwar keine Kirchgänger, aber ihre Mutter hatte sie gebeten, zur Feier ihrer Verehelichung an diesem Sonntag am Gottesdienst teilzunehmen, und nun konnte sie den Blick nicht von ihrem Erstgeborenen lösen, als der den Mittelgang entlang zur vordersten Bank ging, die für die Familie des Pfarrers reserviert war. Alex stützte sich auf einen Stock aus Eschenholz, den Rob Jay in seiner Praxis aufbewahrt hatte, um ihn an Patienten auszuleihen. Manchmal zog er den falschen Fuß etwas nach, manchmal hob er ihn zu hoch. Aber er strauchelte nicht und ging mit festem Schritt auf seine Mutter zu. Sie saß zwischen ihren Söhnen und erlebte, wie ihr Gatte mit der Gemeinde andächtig betete. Die Predigt begann er damit, allen zu danken, die mit ihm seine Hochzeit gefeiert hatten. Er sagte, dass Gott ihn nach Holdens Crossing geführt habe und ihn nun wieder wegführe. Und er dankte allen, die seine Amtszeit hier so bedeutungsvoll für ihn gemacht hatten. Er war eben dabei, diejenigen beim Namen zu nennen, die ihm geholfen hatten, das Werk des Herrn zu tun, als plötzlich Lärm durch die halb geöffneten Kirchenfenster drang. Zuerst war es nur ein schwaches jubeln, das aber sehr schnell anschwoll. Eine Frau kreischte und heisere Schreie waren zu hören. Auf der Hauptstraße feuerte jemand einen Schuss ab und eine ganze Salve folgte. Die Kirchentür sprang auf und Paul Williams stürzte herein. Er lief zum Pfarrer und flüsterte ihm ins Ohr. »Brüder und Schwestern«, sagte Sidney dann und offensichtlich hatte er Mühe zu sprechen, »In Rock Island ist ein Telegramm eingetroffen. Robert E. Lee hat sich gestern mit seiner Armee General Grant ergeben.« Ein Raunen ging durch die Gemeinde. Einige standen auf. Schemann sah, dass sein Bruder sich mit geschlossenen Augen in der Bank zurücklehnte. »Was bedeutet das, Schemann?« fragte seine Mutter. »Das bedeutet, dass es endlich überstanden und vorbei ist«, antwortete Schemann. Schemann kam es so vor, als wären die Leute, wohin er in den nächsten Tagen auch kam, vor Frieden und Hoffnung trunken. Sogar die Schwerkranken lächelten und sprachen davon, dass nun bessere Tage angebrochen seien, und überall herrschten Freude und Lachen, doch auch Trauer, denn jeder kannte einen, der dem Krieg zum Opfer gefallen war. Als Schemann am Donnerstag nach seinen Hausbesuchen zurückkehrte, wartete Alex hoffnungsvoll und zugleich ängstlich auf ihn, denn Orden zeigte verwirrende Symptome. Seine Augen waren offen und er war bei Bewusstsein, aber die Rasselgeräusche in seiner Lunge, sagte Alex, seien stärker geworden. Außerdem fühlte er sich heiß an. »Hast du Hunger, Orden?« fragte ihn Alex. Orden sah ihn an, sagte aber nichts. Schemann und Alex stützten ihn und fütterten ihn mit Suppe, aber es war schwierig, weil er immer stärker zitterte. Seit Tagen gaben sie ihm nur Suppe oder Haferschleim, da Schemann Angst hatte, er könne feste Nahrung in die Luftröhre bekommen. Schemann goss Terpentine in einen Kübel mit heißem Wasser, ließ Orden den Kopf über den Dampf halten und breitete ein Handtuch darüber. Lange atmete Orden die Dämpfer ein, bekam aber schließlich einen so heftigen Hustenanfall, dass Schemann den Kübel entfernte und diese Behandlung nicht noch einmal versuchte. In Wirklichkeit hatte er kein Mittel mehr, dass Orden noch helfen konnte. Die bittersüße Freude dieser Woche schlug am Freitagnachmittag in Entsetzen um. Als Schemann die Hauptstraße entlang ritt, sah er sofort, dass die Nachricht von einer entsetzlichen Katastrophe die Runde machen musste. Die Leute standen in kleinen Gruppen beisammen und redeten. Er sah Anna Wiley, die weinend auf der Veranda ihrer Pension an einem Pfosten lehnte. Simeon der Mann von Dorothy Burnham Cowan, saß auf seinem Backbord, die Augen halb geschlossen, die Lippen zwischen Zeigefinger und rissigem Daumen eingeklemmt. Was ist denn los? fragte Schemann Simeon und war überzeugt davon, dass man den Frieden widerrufen hatte. Abraham Lincoln ist tot. Er wurde gestern Abend in einem Theater in Washington von dem verdammten Schauspieler Booth erschossen. Schemann weigerte sich, einer solchen Nachricht Glauben zu schenken, doch sie wurde ihm von allen Seiten bestätigt, als er abstieg und die Leute fragte. Obwohl niemand etwas Genaues wusste, war doch offensichtlich, dass die Geschichte stimmte, und er rät heim, um Alex die Neuigkeit zu berichten. Der Vizepräsident wird an seine Stelle treten, sagte Alex. Andrew Johnson ist bestimmt schon vereidigt, dann saßen sie lange schweigend im Wohnzimmer. Unser armes Land, sagte Schemann schließlich, als wäre Amerika ein Patient, der lange und heftig gegen die entsetzlichste aller Krankheiten angekämpft hatte und jetzt von einer Klippe gestürzt war. Eine graue Zeit zog herauf. Wenn Schemann Hausbesuche machte, sah er nur traurige, ernste Gesichter, und abends läutete immer die Kirchenglocke. Eines Tages half Schemann Alex auf Trude, damit er ausreiten konnte. Es war das erste Mal seit seiner Gefangennahme, dass Alex auf einem Pferd saß. Bei seiner abendlichen Rückkehr erzählte er Schemann, dass der Klang der Glocke weit über die Prärie hinausgetragen werde. Ein trostloser, verlorener Klang. Wieder einmal wachte Schemann bei Orden, und als er irgendwann nach Mitternacht den Kopf von seiner Lektüre hob, sah er, dass der alte Mann ihn anblickte. Willst du etwas, Orden? Der Knecht schüttelte fast unmerklich den Kopf. Schemann beugte sich über ihn. Orden, erinnerst du dich noch an den Abend, als vor dem Stall auf meinen Vater geschossen wurde, und du im Wald nachgesehen und niemanden gefunden hast? Orden zuckte nicht einmal mit der Wimper. Du hast auf meinen Vater geschossen. Orden leckte sich die Lippen, wollte ihn nicht treffen, ihm nur Angst einjagen, damit er Ruhe gibt. Willst du Wasser? Orden antwortete nicht, doch etwas später fragte er, wie hast du das herausgefunden? Während du krank warst, hast du etwas gesagt, das mich eine Menge Dinge hat verstehen lassen. Zum Beispiel, weshalb du mich gedrängt hast, nach Chicago zu fahren und David Goodenow zu suchen. Du hast gewusst, dass er hoffnungslos debil und stumm ist, dass ich von ihm nichts erfahren würde. Was weißt du sonst noch? Ich weiß, dass du in dieser Sache drinsteckst, und zwar über beide Ohren. Orden nickte, auch das fast unmerklich. Ich hab's sie nicht umgebracht. Ich. Ein langer, entsetzlicher Hustenanfall schüttelte Orden, und Shaman hielt ihm eine Schüssel hin, damit er ausspucken konnte, grauen, rosa gefleckten Schleim. Danach war er bleich und erschöpft und erschloss die Augen. Orden, warum hast du Korf verraten, wohin ich wahre? Du wolltest die Sache nicht auf sich beruhen lassen. Hast in Chicago für ziemlichen Wirbel gesorgt. Korf hat jemand zu mir geschickt, nachdem du weg warst. Ich hab ihm gesagt, wo du hin willst. Ich hab mir gedacht, er will nur mit dir reden. Dir Angst machen, so wie er mir Angst gemacht hat. Orden keuchte. Shaman lag noch eine Unmenge Fragen auf der Zunge, aber er wusste, wie krank Orden war. Er saß da und war hin- und hergerissen zwischen seinem Zorn und dem Eid, den er geleistet hatte. Am Ende schluckte er seine Fragen hinunter und sah Orden nur an, der mit geschlossenen Augen dalag und ab und zu ein wenig Blut hustete oder von Anfällen geschüttelt wurde. Fast eine halbe Stunde später fing Orden von selbst wieder zu reden an. Ich war der Anführer der American Party hier in der Gegend. An diesem Morgen hab ich Gruber beim Schlachten geholfen, bin früh wieder weg, um die drei zu treffen. In unserem Wald, als ich hinkam, hatten sie die Frau bereits gehabt, ist auf dem Boden gelegen und hat gehört, wie ich mit denen geredet hab. Ich hab angefangen zu schreien, wie ich denn jetzt noch hierbleiben könnte. Sie würden ja wieder verschwinden, aber mich würde die Indianerin in furchtbare Schwierigkeiten bringen. Korf hat kein Wort gesagt, hat einfach nur das Messer genommen und sie umgebracht. Schemann konnte ihm in diesem Augenblick keine Frage stellen. Er spürte, dass er vor Wut zitterte. Am liebsten hätte er geschrien wie ein Kind. Sie haben mir eingeschärft, nur ja nichts zu sagen, und sind fortgeritten. Ich hab gleich ein paar Sachen in eine Kiste gepackt, hab mir ausgerechnet, dass ich würde fliehen müssen. Wussten wir nicht, wohin. Aber nachdem sie sie gefunden haben, hat kein Mensch sich um mich gekümmert oder mir auch nur Fragen gestellt. Und du hast sogar geholfen, ihr Grab zu schaufeln, du elender Kerl, sagte Schemann. Er konnte sich nicht mehr beherrschen. Vielleicht traf der Ton seiner Worte Orden mehr als der Inhalt. Der Alte schloss die Augen und begann zu husten. Und diesmal ließ der Husten nicht mehr nach. Schemann holte Chinin und etwas Schwarzwurzeltee, doch als er versuchte, Orden etwas einzuflößen, wirkte und spuckte der und durchnässte sein Nachthemd, sodass es gewechselt werden musste. Einige Stunden später saß Schemann wieder an Ordensbett und erinnerte sich an den Knecht, wie er ihn sein Leben lang gekannt hatte. Der geschickte Handwerker, der Angelruten und Schlittschuhe angefertigt hatte, der Kundige, der ihnen Jagen und Fischen beigebracht hatte, der jähzornige Säufer. Der Lügner. Der Mann, der bei Vergewaltigung und Mord Beihilfe geleistet hatte. Schemann stand auf, holte die Lampe und hielt sie Orden über das Gesicht. »Orden! Hör mir zu! Mit was für einem Messer hat Korf sie erstochen? Mit welcher Waffe, Orden!« Aber die Lieder blieben geschlossen. Orden Kimball war nicht anzusehen, ob er Schemanns Stimme gehört hatte. Gegen Morgen bekam Orden hohes Fieber. Er war bewusstlos. Wenn er hustete, war der Auswurf übel riechend und das Sputum färbte sich immer mehr rot. Schemann legte den Zeigefinger auf Ordens Handgelenk. Der Puls lief ihm davon, 108 Schläge pro Minute. Er zog Orden aus und trieb ihn gerade mit Alkohol ab, als er bemerkte, dass der Tag schon angebrochen war. Alex spähte zur Tür herein. »Mein Gott! Er sieht ja schrecklich aus! Hat er Schmerzen?« »Ich glaube nicht, dass er noch etwas spürt.« Es fiel ihm schwer, Alex alles zu erzählen. Und für Alex war es noch schwerer, dies alles zu hören, aber Schemann ließ trotzdem nichts aus. Alex hatte lange mit Orden eng zusammengearbeitet, hatte sich die anstrengende und schmutzige tägliche Farmarbeit mit ihm geteilt, hatte von ihm unzählige Handgriffe und Kniffe gelernt und hatte bei ihm Zuspruch und Aufmunterung gefunden, als er sich wie ein vaterloser Bastard vorkam und gegen Rob Jays Autorität rebellierte. Schemann wusste, dass Alex Orden liebte. »Wirst du es den Behörden melden?« Alex wirkte äußerlich ruhig. Nur sein Bruder wusste, wie sehr er litt. »Es wäre zwecklos. Er hat eine Lungenentzündung, die sich sehr schnell verschlimmert.« »Stirbt er?« Schemann nickte. »Um seinetwillen bin ich froh«, sagte Alex. Sie saßen beisammen und überlegten, ob es eine Möglichkeit gab, irgendwelche Angehörigen zu benachrichtigen. Niemand wusste, wo sich die Mormonenfrauen mit ihren Kindern aufhielten, die der Knecht verlassen hatte, bevor er auf Rob Jays Farm gekommen war. Schemann bat Alex, in Ordenshütte nachzuforschen, und der machte sich sofort daran. Doch als er zurückkam, schüttelte er nur den Kopf. »Drei Krüge Whisky, zwei Angelruten, eine Flinte, Werkzeug, ein Pferdegeschirr, das er reparierte, schmutzige Wäsche. Und das da.« Er hielt ein Blatt Papier in der Hand. »Eine Liste mit den Namen von Männern aus der Umgebung. Ich glaube, es ist die Mitgliederliste der American Party in dieser Region.« Schemann wollte sie nicht sehen. »Du verbrennst sie am besten.« »Bist du sicher?« Schemann nickte. »Ich werde den Rest meines Lebens hier verbringen und mich um die Leute kümmern. Wenn ich als Arzt in ihre Häuser gehe, will ich nicht wissen, wer von ihnen ein Nichtswisser ist,« sagte er, und Alex nickte und steckte die Liste weg. Schemann schickte Billy Edwards mit den Namen der Patienten, die zu Hause behandelt werden mussten, in den Konvent und ließ Martha Miriam Ferocia bitten, die Hausbesuche zu übernehmen. Er schlief, als Alden im Laufe des Vormittags starb. Noch ehe er aufwachte, hatte Alex Alden bereits die Augen geschlossen und ihm frische Kleidung angezogen. Als sie Doug und Billy den Tod des alten Mannes mitteilten, kamen die beiden ins Haus und standen ein paar Augenblicke vor dem Bett. Dann gingen sie in den Stall, um einen Sarg zu zimmern. »Ich will nicht, dass er hier auf der Farm begraben wird,« sagte Schemann. Alex schwieg einen Augenblick, doch dann nickte er. »Wir können ihn nach Nauwo bringen. Ich glaube, er hatte unter den Mormonen dort Freunde,« schlug er vor. Der Sarg wurde mit dem Backbord nach Rock Island gebracht und dort auf ein Flachboot verfrachtet. Die Kohlbrüder setzten sich in der Nähe auf eine Kiste Pflugscharen, und während an diesem Tag die Leiche Abraham Lincolns in einem Eisenbahnzug auf die lange Reise nach Westen ging, fuhr die Leiche des Knechtes den Mississippi hinunter. In Nauwo wurde der Sarg am Dampfschiff Kai ausgeladen, und Alex wartete bei ihm, während Schemann in ein Lagerhaus ging und dort einem Angestellten namens Perley Robinson erklärte, was sie in die Stadt geführt habe. »Orden Kimball?« »Kenn ich nicht.« »Sie müssen Mrs. Biddemann um Erlaubnis bitten, wenn Sie ihn hier begraben wollen.« »Erwarten Sie, ich werde Sie fragen.« Kurz darauf war er schon wieder zurück. Die Witwe des Propheten Joseph Smith hatte gesagt, sie kenne Orden Kimball als Mormonen und ehemaligen Siedler in Nauwo, und er könne auf dem Friedhof der Stadt begraben werden. Der kleine Friedhof lag weiter landeinwärts. Der Fluss war nicht zu sehen, aber Bäume spendeten Schatten, und jemand, der mit einer Sense umgehen konnte, hielt das Gras kurz. Zwei kräftige junge Männer schaufelten das Grab, und Perley Robinson, der zum Ältestenrat gehörte, las endlos aus dem Buch Mormonen, während die Nachmittagsschatten immer länger wurden. Danach rechnete Shaman ab. Die Begräbniskosten beliefen sich auf sieben Dollar, einschließlich der viereinhalb Dollar für die Grabstelle. »Für zwanzig Dollar sorge ich dafür, dass er einen schönen Stein bekommt,« sagte Robinson. »Gut,« erwiderte Alex schnell. »In welchem Jahr wurde er geboren?« Alex schüttelte den Kopf. »Das wissen wir nicht,« »Lassen Sie einfach Alden Kimball, gestorben 1865, einmeißeln.« »Wissen Sie was? Wir könnten Heiliger darunter setzen.« Aber Shaman sah ihn an und schüttelte den Kopf. »Nur den Namen und das Todesjahr,« sagte er. Perley Robinson sagte, dass in Kürze ein Boot vorbeifahre. Er zog die rote Fahne auf, damit es anlegte, und bald saßen die Brüder auf Deck, während die Sonne aus einem blutenden Himmel auf Iowa niedersank. »Was hat ihn wohl zu den Nichtswissern gebracht?«, fragte Shaman nach einer Weile. Alex erwiderte, ihn habe das nicht überrascht. Er hatte einen starken Hass in sich, und er war wegen vieler Dinge verbittert. Er hat mir oft erzählt, dass sein Vater als ein in Amerika geborener in Vermont als Knecht gestorben sei, und dass auch er als Knecht sterben werde. Es ärgerte ihn, wenn er sah, dass Ausländer sich Farmen kauften. »Warum hat er es denn selber nicht getan? Paar hätte ihm doch sicher geholfen, sich etwas Eigenes zu schaffen.« Etwas war in ihm. »Wir haben die ganzen Jahre mehr von ihm gehalten als er selber von sich,« erwiderte Alex. »Kein Wunder, dass er trank. Denk doch nur, womit der arme Kerl die ganze Zeit leben musste.« Shaman schüttelte den Kopf. »Wenn ich über ihn nachdenke, habe ich ihn als einen Mann vor Augen, der insgeheim über Paar lacht, und der mich an einen Mann verraten hat, von dem er wusste, dass er ein Mörder war.« »Das hätte ich aber nicht davon abgehalten, ihn fürsorglich zu pflegen, auch nachdem du es wusstest,« bemerkte Alex. »Naja«, sagte Shaman bitter, »im Grunde war es das zweite Mal in meinem Leben, dass ich einen Menschen töten wollte.« »Aber du hast es nicht getan. Stattdessen hast du versucht, ihn zu retten,« sagte Alex. Er sah Shaman an. »Im Lager in Elmira, da habe ich mich um die Männer in meinem Zelt gekümmert. Wenn sie krank waren, habe ich mir überlegt, was Paar tun würde, und dann habe ich es getan. Es hat mich glücklich gemacht.« Shaman nickte. »Glaubst du, dass ich auch Arzt werden könnte?« Die Frage verblüffte Shaman. Er zwang sich dazu, gründlich zu überlegen, bevor er antwortete. Dann nickte er. »Ich glaube schon, Alex.« »Aber ich bin bei weitem kein so gelehriger Schüler wie du.« »Du bist viel intelligenter, als du zugeben willst. In der Schule hattest du keine große Lust zu lernen, aber wenn du jetzt hart arbeitest, glaube ich, dass du es schaffst. Du könntest bei mir in die Lehre gehen.« »Ich möchte so lange bei dir arbeiten, bis ich mich in Chemie und Anatomie und in allem anderen, was ich deiner Meinung nach brauche, genügend vorbereitet habe. Dann möchte ich lieber in eine Medical School gehen, wie ihr, du und Paar es getan habt. Ich möchte gern in den Osten. Vielleicht bei Paars Freund in Boston studieren, bei Dr. Holmes. Du hast ja bereits ganz genaue Pläne. Du hast wohl schon sehr lange darüber nachgedacht.« »Ja. Und ich hatte noch nie solche Angst,« erwiderte Alex. Und die beiden lächelten zum ersten Mal seit Tagen. Familiengeschenke Auf dem Rückweg von Nauwo machten die Brüder in Davenport Halt und besuchten ihre Mutter, der in dem kleinen, ziegelgemauerten Pfarrhof neben der Kirche hilflos zwischen unausgepackten Schachteln und Kisten saß. Sidney war bereits seelsorgerisch unterwegs. Schemann sah, dass Sarahs Augen gerüttet waren. »Stimmt etwas nicht, Ma?« »Nein. Sidney ist ein äußerst gütiger Mann, und wir lieben uns sehr. Ich will nirgendwo anders sein als hier, aber es ist eben eine große Veränderung. Alles ist neu und erschreckend, und ich lass mich davon verrückt machen.« Aber sie war froh, ihre Söhne zu sehen. Sie fing wieder an zu weinen, als sie ihr von Orden erzählten, und es sah aus, als wolle sie nicht mehr aufhören. »Ich weine nicht nur wegen Orden,« sagte sie, als sie versuchten, sie zu trösten. »Ich weine auch aus schlechtem Gewissen. Ich habe Makua Ikwani gemocht, und ich war nicht nett zu ihr, aber ...« »Ich glaube, ich weiß, wie ich dich auf andere Gedanken bringen kann,« sagte Alex. Er begann, ihre Kisten auszupacken, und Schermann ebenfalls. Nach wenigen Minuten waren ihre Tränen getrocknet, und sie half ihnen. »Ihr wisst ja gar nicht, wo die Sachen alle hingehören.« Beim Auspacken erzählte er Alex von seinem Entschluss, Medizin zu studieren, und Sarah hieß diesen respektvoll und erfreut gut. Darüber wäre Rob J. sehr glücklich gewesen. Sie führte sie durch das kleine Haus. Die Einrichtung war in einem schlechten Zustand und zu spärlich. »Ich werde Sidney bitten, ein paar Möbelstücke in den Schuppen zu bringen, und wir holen uns dann einige von meinen Sachen aus Holden's Crossing.« Sarah kochte Kaffee und schnitt einen Apfelkuchen an, den eine ihrer Gemeindedamen gebracht hatte. Während sie ihn aßen, kritzelte Schermann Ziffern auf die Rückseite einer alten Rechnung. »Was machst du denn da?«, fragte Sarah. »Ich habe eine Idee.« Er sah die beiden an, weil er nicht genau wusste, wie er anfangen sollte, doch dann fragte er sie direkt. »Was würdet ihr davon halten, wenn ich dem neuen Krankenhaus eine Viertelparzelle unseres Landes schenke?« Alex wollte sich eben eine Gabel voll Kuchen in den Mund schieben, doch jetzt hielt er inne, um etwas zu sagen. Schemann drückte die Hand, die die Gabel hielt, nach unten, damit er den Mund seines Bruders sehen konnte. »Ein Achtel der Farm?«, fragte Alex noch einmal. »Nach meiner Rechnung könnte das Hospital, wenn wir das Land stiften, dreißig statt fünfundzwanzig Betten haben.« »Aber Schemann? Fünfundzwanzig morgen?« »Wir haben doch die Herde bereits verkleinert, und es wäre immer noch Land zur Bewirtschaftung übrig, auch wenn wir die Herde wieder vergrößern sollten.« Seine Mutter runzelte die Stirn. »Du musst darauf achten, dass das Krankenhaus nicht zu nah an unserem Haus gebaut wird.« Schemann holte tief Atem. »Das Haus steht auf der Viertelparzelle, die ich dem Krankenhaus stiften will. Damit hätte das Krankenhaus eine eigene Anlegestelle am Fluss und Wegrecht zur Überlandstraße.« Die beiden anderen sahen ihn nur an. »Du wirst ja jetzt hier wohnen,« sagte er zu seiner Mutter. »Ich möchte für Rachel und die Kinder ein neues Haus bauen.« »Und du,« sagte er zu Alex, »wirst während des Studiums und der Ausbildung einige Jahre von zu Hause weg sein.« »Ich würde aus dem Haus eine Ambulanz machen. Eine Stätte, wo Patienten, die nicht so krank sind, dass sie im Krankenhaus liegen müssen, behandelt werden können. Es ließen sich dort auch zusätzliche Untersuchungsräume einrichten und Wartezimmer. Vielleicht auch die Krankenhausverwaltung und eine Apotheke. Wir könnten das Ganze die Robert Judson Cole Memorial Clinic nennen.« »Ach, das würde mir schon gefallen,« sagte seine Mutter, und als er ihr in die Augen sah, wusste er, dass er sie auf seiner Seite hatte. Auch Alex nickte. »Bist du sicher?« »Ja,« sagte Alex. Es war schon spät, als sie das Pfarrhaus verließen und mit der Fähre den Mississippi überquerten. Und nachdem sie Pferd und Wagen im Mietstall in Rock Island abgeholt hatten, war es bereits Nacht. Aber sie kannten den Weg sehr gut und fuhren im Dunkeln nach Hause. In Holdens Crossing angekommen, merkte Shaman, dass es schon viel zu spät war, um noch zum Konvent zu reiten. Er wusste, er würde diese Nacht nicht schlafen können und gleich in aller Frühe hinübereilen. Er konnte es nicht erwarten, Martha Miriam Ferocia die gute Nachricht zu bringen. Fünf Tage später spazierten vier Landvermesser mit ihren Theodoliten und stählernen Maßbändern über die Viertelparzelle. Es gab keinen Architekten in der Region zwischen den Flüssen, aber der Bauunternehmer mit dem besten Ruf war ein Mann namens Oscar Ericsson aus Rock Island. Shaman und die Oberen trafen sich mit ihm und unterhielten sich lange mit ihm. Der Unternehmer hatte bereits ein Rathaus und einige Kirchen gebaut, doch vorwiegend Privathäuser und Geschäfte. Das war seine erste Gelegenheit, ein Krankenhaus zu errichten, und er hörte den beiden sehr aufmerksam zu. Als sie dann seine Gruppskizzen betrachteten, wussten sie, dass sie ihren Baumeister gefunden hatten. Ericsson begann damit, einen Plan für das Gelände zu erstellen und den Verlauf von Wegen und Straßen vorzuschlagen. Einen Fußweg zwischen der Ambulanz und der Anlegestelle hätte direkt an Ordenshütte vorbeigeführt. Am besten wird es sein, sie und Billy reißen sie ab und zersägen die Stämme und Bretter zu Feuerholz, sagte Shaman zu Doug Penfield, und die beiden Arbeiter machten sich sofort ans Werk. Als Ericsons erster Arbeitstrupp ankam, um den Baugrund vorzubereiten, war es, als hätte die Hütte nie existiert. An diesem Nachmittag fuhr Shaman mit Boss vor dem Backboard zu seinen Hausbesuchen, da kam ihm die Mietkutsche aus Rock Island entgegen. Neben dem Kutscher saß ein Mann, und Shaman winkte beiden zu, als sie vorbeifuhren. Es dauerte nur wenige Sekunden, bis ihm bewusst wurde, wer der Fahrgast gewesen war, und er wendete das Gefährt in einem weiten Bogen und eilte ihnen nach. Sobald er auf gleicher Höhe mit der Mietkutsche war, winkte er dem Kutscher, er solle anhalten, und sprang dann mit einem Satz vom Backboard. »Jay!« rief er. Auch Jason Geiger kletterte von dem Wagen. Er hatte abgenommen. Kein Wunder, dass Shaman ihn nicht gleich erkannt hatte. »Shaman?« sagte er. »Mein Gott, du bist es wirklich!« Er hatte keinen Koffer, nur einen Segeltuchsack mit einer Zugschnur, den Shaman nun in seinen Backboard warf. Jay lehnte sich im Sitz zurück und schien die Umgebung förmlich einzuatmen. »Wie hab ich das alles vermisst?« Er warf einen Blick auf die Behandlungstasche und nickte. »Lillian hat mir geschrieben, dass du jetzt Arzt bist. Ich kann dir gar nicht sagen, wie stolz ich war, als ich das las. Deinen Vater muss ...« Er fuhr nicht fort. Dann sagte er, »Dein Vater stand mir näher als meine Brüder.« »Er hat sich immer glücklich geschätzt, dich zum Freund zu haben,« Geiger nickte. »Erwarten sie dich?« »Nein. Ich habe es selber erst vor wenigen Tagen erfahren. Unionstruppen mit eigenem medizinischem Personal haben mein Lazarett übernommen und zu uns gesagt, wir könnten nach Hause gehen.« Ich habe mir sofort Zivilkleider angezogen und mich in einen Zug gesetzt. In Washington hieß es, Lincolns Leiche sei in der Rotunde des Kapitols aufgebahrt, und ich bin hingegangen. Eine solche Menschenmenge hast du noch nie gesehen. Ich habe den ganzen Tag angestanden. »Hast du seine Leiche gesehen?« Einen kurzen Augenblick lang. Er wirkte sehr würdig. Eigentlich wollte man stehenbleiben und etwas zu ihm sagen. Aber die Menge schob einen weiter. Mir fiel ein, dass diese Menge mich in Stücke reißen würde, wenn sie die graue Uniform in meinem Sack sehen könnte. Er seufzte. »Lincoln wäre ein Versöhner gewesen. Jetzt fürchte ich, dass die, die jetzt an der Macht sind, seine Ermordung als Vorwand benutzen werden, um den Süden in den Staub zu stoßen.« Er brach ab, denn Shaman war in die Zufahrt eingebogen, die von der Straße zum Haus der Geigers führte. Shaman ließ Boss bis zur Seitentür fahren, die die Familie immer benutzte. »Kommst du mit rein?«, fragte Jay. Shaman lächelte und schüttelte den Kopf. Er wartete, bis Jay den Sägetuchsack aus dem Wagen genommen hatte und steif die Treppe hinaufging. Es war sein Haus, und er betrat es, ohne anzuklopfen, während Shaman Boss leise zuschnalzte und losfuhr. Tags darauf wartete Shaman, bis der letzte Patient sein Behandlungszimmer verlassen hatte, dann ging er auf dem langen Weg zu den Geigers. Als er klopfte, öffnete Jason die Tür, und Shaman sah sofort an seinem Gesicht, dass Rachel mit ihm gesprochen hatte. »Komm herein!« »Vielen Dank, Jay!« Es half nicht viel, dass die beiden Kinder Shamans Stimme bereits erkannt hatten und aus der Küche gelaufen kamen, um sich an seine Beine zu klammern. Lilian stürzte hinter ihnen her und zerrte sie mit sich, während sie Shaman zur Begrüßung zunickte. Obwohl Joshua und Hattie protestierten, brachte sie die beiden in die Küche zurück. Jay führte Shaman ins Wohnzimmer und deutete auf einen der Rosshaarsessel, auf den Shaman sich gehorsam setzte. »Meine Enkel haben Angst vor mir.« »Sie kennen dich noch nicht richtig. Lilian und Rachel haben ihnen die ganze Zeit von dir erzählt. Opa hier und Sadiq dort. Sobald sie dich als diesen guten Opa erkannt haben, wird alles gut.« Shaman fiel ein, dass Jay Geiger es vielleicht nicht schätzte, unter den gegebenen Umständen über seine Enkel belehrt zu werden, und er versuchte deshalb, das Thema zu wechseln. »Wo ist Rachel?« »Sie ist spazieren gegangen. Sie hat sich aufgeregt.« Shaman nickte. »Sie hat dir von mir erzählt. Weißt du, ich habe sie mein ganzes Leben lang geliebt. Gott sei Dank bin ich kein Junge mehr.« »Jay, ich weiß, was du befürchtest.« »Nein, Shaman. Bei allem Respekt, das wirst du nie wissen. Diese beiden Kinder haben das Blut von hohen Priestern in ihren Adern. Sie müssen als Juden erzogen werden.« »Das werden sie auch. Sie haben das ausführlich besprochen. Rachel wird ihren Glauben nicht aufgeben. Joshua und Hattie können von dir erzogen werden, von dem Mann, der auch ihre Mutter erzogen hat. Ich möchte gerne mit ihnen Hebräisch lernen. Ich hatte es eine Zeit lang im College belegt.« »Wirst du konvertieren?« »Nein. Eigentlich denke ich daran, ein Quäker zu werden.« Geiger schwieg. »Wenn deine Familie in einer Stadt leben würde, in der es nur deine Glaubensgenossen gäbe, könntest du Verbindungen erwarten, wie du sie dir für deine Kinder wünschst. Aber du hast die Deinen in die Welt hinausgeführt.« »Ja, dafür übernehme ich die Verantwortung. Und jetzt muss ich sie zurückführen.« Shaman schüttelte den Kopf. »Sie werden nicht mitkommen. Sie können es nicht.« Jays Gesichtsausdruck blieb unverändert. »Rachel und ich werden heiraten. Und wenn du sie tödlich verletzt, indem du die Spiegel verhängst und die Totenklage anstimmst, werde ich sie bitten, die Kinder zu nehmen und mit mir zu kommen. Weit, weit weg von hier.« Einen Augenblick lang fürchtete er einen berüchtigten geigerschen Temperamentsausbruch. Doch Jane nickte. »Heute Morgen hat sie mir gesagt, sie würde gehen.« »Und gestern hast du mir gesagt, dass mein Vater dir im Herzen näher stand als deine Brüder. Ich weiß, dass du seine Familie liebst. Können wir uns denn nicht so lieben, wie wir sind?« Jason war blass geworden. »Sieht so aus, als müssten wir es versuchen«, sagte er nachdenklich. Dann stand er auf und streckte Shaman die Hand entgegen. Shaman beachtete die Hand nicht, sondern umschlang Jason mit beiden Armen. Einen Augenblick später spürte er seine Hände, die ihm tröstend über den Rücken strichen. In der dritten Aprilwoche kehrte der Winter zurück nach Illinois. Die Temperaturen fielen und es schneite. Shaman sorgte sich wegen der Knospen auf den Pfirsichbäumen. Auf der Baustelle wurde die Arbeit unterbrochen, aber er ging mit Ericsson durch das Farmhaus und zeigte ihm, wo er Regale und Instrumentenschränke einbauen solle. Beide waren der Meinung, dass die Räume selbst kaum verändert werden mussten, um aus dem Haus eine Ambulanz zu machen. Als es aufhörte zu schneien, nutzte Doug Penfield die Kälte, um zu schlachten, wie er es Sarah versprochen hatte. Shaman ging an dem Schlachthaus hinter dem Stall vorbei und sah drei Schweine an ihren zusammengebundenen Hinterläufen von einer hohen Stange hängen. Drei waren viel zu viel, wurde ihm plötzlich bewusst, denn Rachel würde in ihrem Haushalt weder Schinken noch geräucherten Speck verwenden, und er musste über dieses Aufscheinen der interessanten Zusammenhänge, die sein Leben nun allmählich prägten, lächeln. Die Schweine waren bereits ausgeblutet, ausgenommen, in kochendes Wasser getaucht und von Borsten befreit. Sie waren von rosig-weißer Farbe, und er wollte schon weitergehen, als ihm die kleinen, einander gleichen Öffnungen in ihren dicken Halsschlagadern, aus denen sie geblutet hatten, ins Auge sprangen. Dreieckige Wunden, wie die Löcher, die Schießstöcke im Schnee hinterließen. Ohne sie nachmessen zu müssen, wusste Shaman, dass sie die richtige Größe hatten. Er stand da und starrte sie wie gebannt an, als Doug mit der Knochensäge dazu kam. »Die Löcher da! Womit haben sie die gemacht?« »Mit Ordens Stechmesser!« Doug lächelte ihn an. »Das ist eine wirklich komische Geschichte. Ich habe Orden immer wieder gebeten, mir so eins zu machen, schon seit dem ersten Mal, als ich hier geschlachtet habe. Immer und immer wieder habe ich ihn darum gebeten, und er hat immer gesagt, er macht mir eins. Er hat nämlich gemeint, dass es besser ist, Schweine abzustechen, als ihnen die Kehle durchzuschneiden. Er hat erzählt, dass er früher selber so ein Stechmesser gehabt hat, das dann aber verloren gegangen sei. Aber er hat mir nie eins gemacht. Dann haben wir seine Hütte abgerissen und da war es, unter einem der Bodenbretter. Hat's wahrscheinlich nur kurz weggelegt, als der Boden repariert wurde, und hat's dann vergessen und das Brett einfach drüber genagelt. Hab's nicht mal groß nachschleifen müssen.« Kurz darauf hielt Shaman das Stechmesser in der Hand. Es war das Instrument, dass Barney McGowan vergeblich versucht hatte, sich vorzustellen, als Shaman ihm im Pathologiesaal der Polyklinik von Cincinnati Magwas Wunden beschrieb und ihn fragte, von welcher Waffe sie stammen könnten. Es war etwa 45 Zentimeter lang. Der Griff war rund und glatt und lag gut in der Hand. Wie Shaman's Vater schon bei der Autopsie vermutet hatte, liefen die letzten 18 Zentimeter spitz zu, sodass die Wunde immer größer wurde, je tiefer das Stechmesser ins Gewebe drang. Seine drei Kanten funkelten gefährlich, und es war offensichtlich, dass sich der Stahl sehr gut schärfen ließ. Ordon hatte immer guten Stahl verwendet. Shaman sah den Arm sich heben und senken, heben und senken. Elfmal. Bestimmt hatte sie nicht geschrien. Shaman sagte sich, dass sie wohl tief in ihrem Inneren war, an diesem Ort, wo kein Schmerz sie erreichen konnte. Er hoffte verzweifelt, dass das so war. Er ließ Doug bei seiner Arbeit und trug das Instrument den kurzen Weg zum Fluss hinunter. Er hielt es vorsichtig von sich weg, als könne es sich in eine Schlange verwandeln, die plötzlich hochschnellte, um ihn zu beißen. Er ging zwischen den Bäumen hindurch, vorbei an Makwas Grab und dem Platz, wo einst ihr Hedonosoté gestanden hatte. Am Ufer des Flusses holte er weit aus. Das Stechmesser drehte und drehte sich, es segelte durch die Frühlingsluft und funkelte in der hellen Sonne wie ein Schwert. Aber es war nicht Excalibur. Kein von Gott gesandter Arm stieß aus der Tiefe hervor, um es aufzufangen und drohend zu schwingen. Stattdessen verschwand es, fast ohne Wellen zu machen, an der tiefsten Stelle des Flusses im Wasser. Shaman wusste, dass der Fluss es nie wieder hergeben würde, und eine Last, die er seit vielen Jahren trug, solange schon, dass er sich ihrer gar nicht mehr bewusst war, hob sich wie ein Vogel von seinen Schultern. Neuland erschließen Ende April war der Schnee wieder verschwunden, sogar in den verborgenen, schattigen Winkeln tief im Wald. Die Spitzen der Pfirsichbäumchen waren erfroren, doch schon regte sich neues Leben unter dem schwärzlichen Gewebe und trieb grüne Knospen ans Licht. Am 13. Mai, einem milden Frühlingstag, wurden auf der Kohlfarm die Bauarbeiten mit dem ersten Spatenstich offiziell begonnen. Kurz nach Mittag stieg seine Exzellenz James Duggan, der Bischof der Diözese Chicago, begleitet von drei Monsignori in Rock Island aus dem Zug. Sie wurden von Martha Miriam Ferrocia und zwei Mietkutschen empfangen, die die Gesellschaft auf die Farm brachten. Dort wartete bereits eine größere Versammlung auf sie, darunter fast alle Ärzte der Gegend, die Schwestern des Konvents und der Priester, der ihnen als Beichtvater diente, die Stadtväter, ausgewählte Politiker wie Nick Holden und der Kongressabgeordnete John Kerland, sowie eine Reihe von weiteren Bürgern. Martha Miriams Stimme klang fest und sicher, als sie die geistlichen Würdenträger begrüßte, doch ihr deutscher Akzent war deutlicher zu hören als gewöhnlich, was nur passierte, wenn sie nervös war. Sie stellte der Gemeinde die Prelaten vor und bat Bischof Duggan, das Bittgebet zu sprechen. Dann machte sie Schemmen mit den Gästen bekannt, der sie zu einer Besichtigungstour über das Gelände führte. Der Bischof, ein stattlicher Mann mit gerötetem Gesicht und einer dichten grauen Mähne, war offensichtlich sehr angetan von dem, was er sah. Als sie den Bauplatz erreichten, sprach Kerland kurz über die Bedeutung, die dieses Krankenhaus für seinen Wahlbezirk haben werde. Bischof Duggan ließ sich von Martha Miriam eine Schaufel reichen und schritt zum ersten Spatenstich, als hätte er das schon öfter getan. Dann nahmen die Oberen die Schaufel, nach ihr Schemmen und jeder Politiker, und schließlich schlossen sich noch einige Leute der Zeremonie an, die eines Tages mit Stolz ihren Kindern erzählen wollten, dass auch sie für das Krankenhaus des heiligen Franziskus den Spaten in die Hand genommen hätten. Anschließend begaben sich alle zu einem Empfang in den Konvent. Auch hier stand eine ausgedehnte Besichtigungstour am Anfang, durch den Garten, zu den Schaf- und Ziegenherden auf der Wiese, in den Stall und schließlich in das Klostergebäude selbst. Miriam Ferocia musste sich auf einem schmalen Grat bewegen, denn einerseits wollte sie natürlich den Bischof mit angemessener Gastfreundschaft ehren, andererseits wusste sie jedoch, dass sie nicht als Verschwenderin erscheinen durfte. Sie löste das Problem bewundernswert, indem sie aus klosereigenen Erzeugnissen kleine Käsestangen hatte backen lassen, die warm zu Kaffee und Tee serviert wurden. Alles schien sehr gut zu laufen, doch Schemmen hatte den Eindruck, dass Miriam Ferocia immer nervöser und besorgter wurde. Er bemerkte, dass sie Nick Horden nachdenklich ansah, der in dem gepolsterten Ledersessel neben dem Tisch der Oberen saß. Als Horden aufstand und wegging, schien sie gespannt auf etwas zu warten, denn sie sah wiederholt zu Bischof Duggan hinüber. Schemmen hatte sich bereits auf der Farm mit dem Bischof unterhalten und ging jetzt zu ihm, um mit ihm zu sprechen, sobald sich die Gelegenheit ergab. »Exzellenz«, sagte er. »Sehen Sie hier hinter mir diesen großen Ledersessel mit den geschnitzten Armlehnen?« Der Bischof schien verwirrt. »Ich sehe ihn, ja.« »Exzellenz, diesen Stuhl haben die Sonnen in einem Wagen über die Prärie bis hierher gebracht. Sie nennen ihn den Bischofssessel. Sie träumten immer davon, dass ihr geistiger Hirte Sie eines Tages besuchen kommen und sich in diesem schönen Stuhl ausruhen würde.« Bischof Duggan nickte ernsthaft, zwinkerte dabei jedoch schemmend zu. »Dr. Cole, ich glaube, Sie werden es weit bringen,« sagte er. Der Bischof war ein umsichtiger Mann. Er ging zuerst zum Kongressabgeordneten und sprach mit ihm über die Zukunft der Militärpfarrer nach dem Ende des Krieges. Erst ein paar Minuten später näherte er sich Miriam Ferocia. »Kommen Sie, Mutter Oberin,« sagte er, »wir wollen uns ein bisschen unterhalten.« Er zog einen einfachen Holzstuhl neben den Ledersessel und ließ sich mit einem wohligen Seufzen in die Polster sinken. Bald waren die beiden in einer Unterhaltung über die Angelegenheiten des Klosters vertieft. Marta Miriam Ferocia saß aufrecht auf dem geraden Stuhl, und ihren Augen konnte man die Freude darüber ansehen, dass der Bischof sich so gut in dem Sessel machte. Er saß da, beinahe wie ein König, den Rücken gegen die Lederpolster gelehnt, die Hände auf die geschnitzten Armlehnen gestützt. Mary Peter Celestine, die das Gebäck servierte, bemerkte das Strahlen im Gesicht ihrer Oberin. Sie warf Mary Benedicta, die den Kaffee nachschenkte, einen Blick zu, und beide lächelten verschwörerisch. Am Tag nach dem Empfang brachten der Sheriff und ein Deputy die Leiche einer dicken Frau mittleren Alters mit langen, schmutzigen, braunen Haaren zur Coalfarm. Der Sheriff wusste nicht, wer die Frau war. Man hatte sie tot auf der Ladefläche eines geschlossenen Frachtkarrens entdeckt, der Zucker und Mehl für Haskins Gemischtwarenhandlung geliefert hatte. »Wir glauben, sie ist in Rock Island in den Wagen gekrochen, aber niemand weiß, woher sie kommt oder sonst etwas über sie«, sagte der Sheriff. Er trug sie mit dem Deputy in den Schuppen. Die beiden legten sie auf den Tisch, nickten dann zum Abschied und fuhren wieder weg. »Anatomiestunde«, kündigte Shemmon seinem Bruder an. Sie zogen die Leiche aus, die alles andere als sauber war, und Alex sah zu, wie Shemmon ihr Stroh und Läuse aus den Haaren kämmte. Mit dem Skalpell, das Orden ihm geschmiedet hatte, setzte Shemmon den y-förmigen Schnitt, mit dem er die Brust öffnete. Dann entfernte er mit der Rippensäge das Brustbein und erklärte Alex dabei, wie die einzelnen Körperteile hießen und was er tat und weshalb. Als er zwischendurch den Kopf hob, sah er, dass Alex mit sich zu kämpfen hatte. »Gleichgültig, wie verkommen der menschliche Körper ist, er ist ein Wunder, das wir mit Staunen betrachten und gut behandeln müssen. Wenn ein Mensch stirbt, verlässt die Seele oder der Geist, die Griechen nennen es Psyche, den Körper. Die Menschen haben sich schon immer darüber gestritten, ob diese Psyche auch stirbt oder in eine andere Welt übergeht.« Er lächelte, als er daran dachte, dass sein Vater und Barney ihm die gleiche Botschaft übermittelt hatten, und es erfüllte ihn mit ganz großer Freude, dass er nun das Vermächtnis weitergeben durfte. Als Paar Medizin studierte, hat ihm sein Professor gesagt, dass der Geist den Körper zurücklässt, wie einer, der ein Haus verlässt, in dem er lange gewohnt hat. Paar hat immer gesagt, wir müssen den Körper mit Würde behandeln, aus Respekt vor dem Menschen, der in dem Haus gewohnt hat. Alex nickte, und Shaman sah, dass er sich mit echtem Interesse über den Tisch beugte. Und während Alex die Hände seines Bruders beobachtete, kehrte auch die Farbe wieder in sein Gesicht zurück. Jay hatte angeboten, Alex in Chemie und Pharmakologie zu unterrichten. An diesem Nachmittag saßen sie auf der Veranda des Kohlhauses und beschäftigten sich mit den Elementen, während Shaman in der Nähe eine Zeitschrift las und hin und wieder eindöste. Doch Jay und Alex mussten ihre Bücher weglegen und Shaman der Hoffnung auf ein Nickerchen Liebewohl sagen, als Nick Holden auf den Hof gefahren kam. Shaman bemerkte, dass Alex Nick höflich, aber ohne Herzlichkeit begrüßte. Nick war gekommen, um sich zu verabschieden. Er war noch immer US-Kommissar für Indianerangelegenheiten und kehrte nach Washington zurück. Dann hat Präsident Johnson sie wohl gebeten, im Amt zu bleiben, fragte Shaman. Nur für eine gewisse Zeit. Er holt sich schon seine eigenen Leute, da brauchen sie keine Angst zu haben, erwiderte Nick und schnitt ein Gesicht. Er erzählte ihnen, ganz Washington sei aus dem Häuschen wegen eines Gerüchtes über angebliche Verbindungen zwischen dem ehemaligen Vizepräsidenten und Präsident Lincolns Mörder. Es wird behauptet, man habe einen Brief an Johnson mit der Unterschrift von John Wilkes Booth entdeckt. Und an dem Nachmittag vor dem tödlichen Schuss habe Booth an der Rezeption von Johnsons Hotel nach diesem gefragt, ihn aber nicht angetroffen. Shaman überlegte, ob Anschläge in Washington nicht nur auf Präsidenten verübt würden, sondern auch auf den guten Ruf von Männern. Hat Johnson zu diesem Gerücht Stellung genommen? Er zieht vor, es zu ignorieren. Er spielt lieber den Präsidenten und redet darüber, wie das Finanzloch gestopft werden kann, das der Krieg in den Staatssäcke gerissen hat. Das größte Loch, das der Krieg gerissen hat, kann nicht wieder aufgefüllt werden, sagte Jay. Eine Million Männer sind getötet oder verletzt worden. Und es werden noch mehr sterben, weil es noch immer konföderierten Nester gibt, die sich noch nicht ergeben haben. Sie dachten noch über diese schreckliche Bilanz nach, als Alex plötzlich fragte, was wäre mit diesem Land passiert, wenn es keinen Krieg gegeben hätte und Lincoln den Süden in Frieden hätte ziehen lassen. Die Konföderierten hätten nicht lange überlebt, sagte Jay. Die Leute aus dem Süden verlassen sich nur auf ihren eigenen Staat und Misstrauen einer Zentralregierung. Da wäre es fast sofort zu Streitereien gekommen. Die Konföderation hätte sich in kleinere, regionale Gebiete aufgesplittert und auch die hätten sich nach einiger Zeit in ihre Einzelstaaten aufgelöst. Ich glaube, dass alle Staaten, einer nach dem anderen, reumütig und verlegen darum gebettelt hätten, wieder in die Union aufgenommen zu werden. Die Union verändert sich, bemerkte Schermann. Die American Party hatte bei der letzten Wahl kaum noch Bedeutung. In Amerika geborene Soldaten haben irische, deutsche und skandinavische Kameraden auf dem Schlachtfeld sterben sehen, und sie sind nicht länger bereit, auf bigotte Politiker zu hören. Die Chicago Daily Tribune behauptet, die Nichtswisser seien am Ende. Gott sei Dank, sagte Alex. Sie waren doch nur eine politische Partei unter vielen, meinte Nick beschwichtigend. Eine politische Partei, die andere, gefährlichere Gruppen ins Leben gerufen hat, sagte Jay. Wartet nur ab. Dreieinhalb Millionen ehemalige Sklaven ziehen jetzt auf Arbeitssuche über das Land. Es wird neue, gewalttätige Organisationen geben, die dann die Schwarzen bekämpfen. Wahrscheinlich mit denselben Namen auf ihren Mitgliederlisten. Nick Holden stand auf, um sich zu verabschieden. Übrigens, Geiger, hat Ihre Frau eigentlich Nachricht von Ihrem berühmten Cousin? Wenn wir wüssten, wo Judah Benjamin sich auffällt. Glauben Sie wirklich, ich würde Ihnen das sagen? fragte Jay ruhig. Holden setzte sein übliches Lächeln auf. Es stimmte, er hatte Alex das Leben gerettet, und Shaman war ihm dankbar dafür, doch diese Dankbarkeit brachte ihn nicht dazu, Nick zu mögen. Tief in seinem Herzen hoffte Shaman, dass sein Bruder von diesem jungen Gesetzlosen namens Bill Morsby abstammte. Es kam ihm nicht in den Sinn, Holden zu seiner Hochzeit einzuladen. Shaman und Rachel heirateten am 22. Mai 1865 im Wohnzimmer der Geigers, nur im Kreis der beiden Familien. Es war keine Hochzeit, wie ihre Eltern sie sich gewünscht hatten. Sarah hatte ihrem Sohn zu verstehen gegeben, da sein Stiefvater ein geistlicher sei, wäre es eine Geste, die die Einheit der Familie Stärke, wenn er Sidney bitte, die Zeremonie durchzuführen. Jay wiederum hatte seiner Tochter die Meinung unterbreitet, eine jüdische Frau könne nur von einem Rabbi verheiratet werden. Weder Rachel noch Shaman ließen sich auf einen Streit ein, und so wurde das Paar von Richter Stephen Hume getraut. Da Hume mit seiner einen Hand ohne Stehpult nicht mit Papieren umgehen konnte, musste Shaman ein solches aus der Kirche ausleihen, was einfach war, da noch kein neuer Priester berufen war. Mit den beiden Kindern stand das Paar vor dem Richter. Joshuas schweißfeuchte kleine Hand hielt Shamans Zeigefinger umklammert. Rachel, in einem Hochzeitskleid aus blauem Brokat mit einem breiten Kragen aus cremefarbener Spitze, hielt Hattie an der Hand. Hume war ein anständiger Mann. Er wünschte ihnen alles Gute, und man konnte merken, dass er es ernst meinte. Als er sie zu Mann und Frau erklärte und sie dann aufforderte, »Geht in Freude und Frieden«, nahm Shaman ihn beim Wort. Die Welt drehte sich langsamer, und er spürte seine Seele sich erheben, wie er es zuvor nur ein einziges Mal erlebt hatte, als er in Cincinnati den Tunnel zwischen der Medical School und dem Southwestern Ohio Hospital als frischgebackener Arzt durchschritt. Shaman hatte erwartet, dass Rachel auf ihrer Hochzeitsreise nach Chicago oder in eine andere Großstadt würde fahren wollen, aber sie hatte ihn davon reden hören, dass Saugs und Mesquakis nach Iowa zurückgekehrt seien, und zu seiner freudigen Überraschung fragte sie ihn, ob sie nicht die Indianer besuchen könnten. Sie brauchten ein Lasttier für die Vorräte und das Übernachtungsgepäck. Der Schmied Paul Williams hatte einen gutmütigen grauen Wallach, den Shaman sich für elf Tage mietete. Tama, die Indianerstadt, lag etwa hundert Meilen entfernt, und Shaman rechnete mit je vier Tagen für die Hin- und Rückreise und einigen Tagen für den Aufenthalt. Schon wenige Stunden nach ihrer Hochzeit brachen sie auf, Rachel auf Trude und Shaman auf Boss, hinter sich am Zügel das Packpferd, das auf den Namen Ulysses hörte. Ohne General Grant zu nahe treten so wollen, wie Paul Williams sagte. Shaman wäre über Nacht in Rock Island geblieben, aber sie waren für eine Reise zu Pferd gekleidet, nicht für ein Hotel, und Rachel wollte lieber in der offenen Prärie schlafen. Also brachten sie die Pferde mit der Fähre über den Fluss und ritten noch etwa zehn Meilen über Davenport hinaus. Sie folgten einer schmalen, staubigen Straße zwischen weit ausgedehnten Feldern mit gepflügter, schwarzer Erde, doch es gab auch noch Flecken unberührter Prärie zwischen dem kultivierten Land. Auf einem solchen Stück unversehrter Grasnarbe, durch das ein Bach plätscherte, hielt Rachel das Pferd an und winkte, um Shamans Aufmerksamkeit auf die Stelle zu lenken. Können wir hierbleiben? Lass uns erst das Farmhaus suchen. Sie mussten noch fast eine Meile reiten. In der Umgebung des Anwesens wurde aus dem Grasland wieder Ackerboden, der später sicher Mais tragen würde. Im Hof bellte ein gelber Hund die Pferde an. Der Farmer reparierte gerade seine Pflugschar und runzelte aggwöhnisch die Stirn, als Shaman ihn um Erlaubnis bat, am Bach übernachten zu dürfen. Doch als Shaman ihm eine Bezahlung anbot, winkte er ab. Wollen Sie ein Feuer anzünden? Eigentlich schon. Es ist ja alles grün. Oh ja, es wird sich nicht ausbreiten. Aus dem Bach können Sie trinken. Folgen Sie ihm ein Stück, dann finden Sie abgestorbene Bäume für Feuerholz. Sie dankten ihm und tritten zurück, bis sie ihre Stelle gefunden hatten. Gemeinsam nahmen sie den Pferden die Sättel ab und lösten die Riemen, mit denen das Gepäck befestigt war. Shaman ging viermal zu den abgestorbenen Bäumen, um Holz zu holen, und Rachel richtete in der Zwischenzeit das Lager ein. Sie breitete ein altes Büffelfell aus, das ihr Vater vor Jahren von Steinhund gekauft hatte. Braunes Leder glänzte an den Stellen, wo das Fell bereits abgeschafft war, aber es taugte gerade recht, um ihre Körper vor der nackten Erde zu schützen. Über das Büffelfell breitete sie zwei Decken aus Kohlwolle, denn der Sommer war noch einen Monat entfernt. Shaman schichtete das Holz zwischen einige Steine und zündete ein Feuer an. Er schüttete Kaffee in einen Topf, goss Bachwasser darüber und stellte das Gefäß aufs Feuer. Sie setzten sich auf ihre Sättel und aßen die Reste ihres Hochzeitsschmauses, in Scheiben geschnittenes rosa Milchlamm, Bratkartoffeln und kandierte Karotten. Zum Nachtisch gab es Stücke vom Hochzeitskuchen mit Whisky-Glasur und danach saßen sie am Feuer und tranken ihren Kaffee schwarz. Die Nacht brach herein. Am Himmel begannen die Sterne zu funkeln und ein Sichelmond leuchtete über dem flachen Land. Bald darauf stellte Rachel ihre Tasse weg, nahm Seife, Waschlappen und Handtuch und verschwand in der undurchdringlicher werdenden Dunkelheit. Es würde nicht das erste Mal sein, dass sie sich liebten, und Shaman wunderte sich, dass er so verlegen war. Er zog sich aus und ging zu einer anderen Stelle am Bach, um sich hastig zu waschen, dann wartete er zwischen Decke und Büffelfell auf sie. Ihre Haut war noch kalt vom Wasser, als sie sich zu ihm legte, doch sie erwärmte sich schnell. Er wusste, dass sie die Stelle für ihr Nachtlager so gewählt hatte, dass es außerhalb des Lichtkreises des Feuers lag, doch es machte ihm nichts aus. Er konnte sie fühlen, und es gab nur noch ihre Hände, ihre Münder und ihre Leiber. Zum ersten Mal liebten sie sich als Mann und Frau, und danach lagen sie auf dem Rücken und hielten einander bei den Händen. Ich liebe dich, Rachel Cole, sagte er unter einem Himmel, der sich über dem flachen Land wie eine Schüssel wölbte. Die niederen Sterne waren riesig und weiß. Sie liebten sich noch einmal. Dann stand Rachel auf und lief zum Feuer. Sie zog einen glühenden Zweig heraus und wirbelte ihn herum, bis er zu lodern anfing. Nun kniete sie sich so nah vor Shaman hin, dass er die Gänsehaut im Tal zwischen ihren braunen Brüsten, das edelsteingleiche Funkeln des Feuers in ihren Augen und ihren Mund sehen konnte. Ich liebe dich auch, Shaman, sagte sie. Am nächsten Tag wurde, je tiefer sie nach Iowa hineinritten, das offene Land zwischen den Farmen immer größer. Etwa eine halbe Maide lang verlief die Straße durch eine Schweinefarm, wo der Gestank so stark war, dass er fast greifbar schien, doch danach kamen wieder Grasland und frische Luft. Einmal richtete Rachel sich im Sattel auf und hob die Hand. Was ist? fragte er. Geheul! Könnte das ein Wolf sein? Er glaubte, dass es sich um einen Hund handle. Die Farmer hier haben die Wölfe sicher genauso ausgerottet wie bei uns zu Hause. Die Wölfe sind den Bisons und den Indianern gefolgt. Vielleicht sehen wir noch so ein Geheimnis der Prärie, bevor wir wieder nach Hause kommen, sagte sie. Einen Büffel etwa. Oder eine Wildkatze. Oder den letzten Wolf von Iowa. Sie kamen durch einige kleine Städte. Mittags hielten sie bei einem Gemischtwarenladen an, wo sie Cracker, harten Käse und Pfirsiche aus der Dose aßen. Gestern haben wir gehört, dass Soldaten Jefferson Davis verhaftet haben. Sie halten ihn in Fort Monroe, Virginia in Ketten, sagte der Ladenbesitzer und spuckte auf den Sägemehlboden. Ich hoffe, sie hängen den Hurensohn. Verzeihen Sie, Ma'am, Rachel nickte. Es war schwer, sich wie eine Lady zu benehmen, wenn man gerade die letzten Tropfen des Pfirsichsafts aus der Dose leckte. Wurde der Außenminister ebenfalls verhaftet? Judah Benjamin? Den Juden? Nein, den haben sie noch nicht, soviel ich weiß. Gut, sagte Rachel laut und deutlich. Sie nahmen die leere Dose mit, weil sie ihnen unterwegs nützlich sein konnte, und gingen zu ihren Pferden. Der Ladenbesitzer stand an der Brüstung seiner Veranda und sah ihnen nach, als sie auf der staubigen Straße davonretten. An diesem Nachmittag durchquerten sie an einer Furt den Cedar, ohne nass zu werden, wurden dann freilich von einem plötzlichen Frühlingsschauer durchnässt. Es war schon fast dunkel, als sie zu einer Farm kamen und dort Zuflucht in einer Scheune suchten. Schämen spürte eine eigentümliche Freude, als er an die Beschreibung der Hochzeitsnacht seiner Eltern im Tagebuch des Vaters dachte. Er stürzte noch einmal hinaus in den Regen, um den Farmer um die Erlaubnis zum Übernachten zu bitten, die ihm bereitwillig gegeben wurde. Der Farmer hieß Williams, war aber nicht verwandt mit dem Schmied in Holden's Crossing. Als Schämen zurückkehrte, folgte ihm Mrs. Williams dicht auf den Fersen mit einem Topf voll herzhafter Milchsuppe, in der Karotten, Kartoffeln und Gerste schwammen, sowie mit einem frischen Brot. Sie verließ die beiden so schnell wieder, dass sie überzeugt waren, die Farmers Frau müsse gemerkt haben, dass sie frisch verheiratet waren. Der nächste Morgen war klar und es war wärmer als tags zuvor. Am frühen Nachmittag erreichten sie den Iowa. Billy Edwards hatte Schämen gesagt, sie brauchten dem Fluss nur nach Nordwesten zu folgen, dann würden sie die Indianer finden. Dieser Abschnitt des Flusslaufs war verlassen und nach einer Weile kamen sie in eine kleine Bucht mit klarem, flachem Wasser und sandigem Grund. Sie hielten die Pferde an und Schämen war blitzschnell aus den Kleidern und im Wasser. Komm rein, drängte er Rachel. Sie traute sich zuerst nicht. Doch die Sonne brannte heiß und der Fluss sah aus, als hätte noch kein menschliches Auge ihn gesehen. So ging Rachel nach kurzem Zögern hinter einen Busch, um sich bis auf ihr baumwollendes Unterhemd auszuziehen. Sie kreischte, als sie das kalte Wasser auf der Haut spürte, und dann spielten die beiden wie Kinder. Das nasse Unterhemd klebte ihr am Körper und ergriff nach ihr, doch sie bekam es mit der Angst. »Es kommt bestimmt jemand vorbei,« rief sie und rannte aus dem Wasser. Sie zog ihr Kleid wieder an und hängte das Unterhemd zum Trocknen über einen Ast. Schämen hatte eine Angelschnur und einige Haken in seinem Gepäck, und sobald er angezogen war, suchte er sich Würmer und einen Zweig, den er als Rute benutzen konnte. Er ging ein Stück flussaufwärts zu einer tiefen, strömungsfreien Stelle und hatte in kurzer Zeit zwei halbfündige Barsche gefangen. Zum Mittagessen gab es hartgekochte Eier aus Rachels umfangreichem Vorrat, doch abends wollten sie die Fische essen. Schämen nahm sie sofort aus. »Am besten wir braten sie gleich, damit sie nicht verderben. Wir wickeln sie in ein Tuch und nehmen sie mit,« sagte er und entzündete ein kleines Feuer. Während die Fische brieten, kam er wieder zu ihr. Diesmal ließ sie alle Vorsicht fahren. Es machte er nichts aus, dass seine Hände trotz gründlichen Waschens noch nach Fisch rochen und dass es noch helllichter Tag war. Er schob ihren Rock hoch und liebte sie auf dem heißen, sonnigen Flussufer mit dem Rauschen des Wassers in ihren Ohren. Als sie einige Minuten später die Fische wendete, damit sie nicht verbrannten, kam ein Kahn um eine Flussbiegung. Drei bärtige, barfüßige Männer mit nacktem Oberkörper und zerrissenen Hosen saßen darin. Einer von ihnen hob die Hand und grüßte träge und Schämen winkte zurück. Kaum war das Boot verschwunden, stürzte sie zu ihrem Unterhemd, das im Wind flatterte wie eine große weiße Flagge, die verriet, was die beiden getan hatten. Als er ihr nachlief, drehte sie sich um. »Was ist denn los mit uns?« fragte sie. »Was ist denn los mit mir? Wer bin ich eigentlich?« »Du bist Rachel«, erwiderte er und nahm sie in die Arme. Er sagte es mit solcher Zufriedenheit, dass sie lächeln musste, als er sie küßte. Tamar. Früh am Morgen des fünften Tages überholten sie auf der Straße einen Reiter. Als Schämen ihn ansprach, um nach dem Weg zu fragen, sah er, dass der Mann zwar einfach gekleidet war, aber ein gutes Pferd mit einem teuren Sattelritt. Seine Haare waren lang und schwarz, und seine Haut hatte die Farbe gebrannten Tons. »Können Sie mir sagen, wie wir nach Tamar kommen?« fragte Schämen. »Nichts leichter als das. Ich reite selber dorthin. Kommen Sie doch einfach mit mir, wenn Sie wollen.« »Vielen Dank.« Der Indianer beugte sich vor und sagte noch etwas, aber Schämen schüttelte den Kopf. »Es ist für mich schwierig, während des Reitens zu reden. Ich muss ihren Mund sehen. Ich bin nämlich taub.« »Oh. Aber meine Frau hört ausgezeichnet,« sagte Schämen grinsend, und der Mann grinste zurück, wandte sich an Rachel und tippte sich an den Hut. Sie wechselten ein paar Worte, doch meistens ritten die drei schweigend nebeneinander her. Als sie an einen Teich kamen, hielten sie an, um die Pferde saufen und fressen zu lassen und sich die Beine zu vertreten. Erst jetzt stellten sie sich richtig vor. Der Mann schüttelte ihnen die Hand und sagte, er heiße Charles P. Kaiser. »Wohnen Sie in Tamar?« »Nein. Ich habe eine Farm acht Meilen von hier. Ich wurde in Potawatomi geboren, aber von Weißen aufgezogen, weil meine Eltern am Fieber starben. Ich verstehe auch dieses indianische Geplapper kaum, bis auf ein paar Worte in Kekapu. Ich habe eine Frau geheiratet, die halb Kekapu, halb Französin war. Er erzählte, er gehe alle paar Jahre nach Tamar, um dort einige Tage zu verbringen. »Weiß eigentlich gar nicht, warum.« Er zuckte mit den Achseln und lachte. »Vermutlich zieht's die rote Haut zur roten Haut.« Schämen nickte. »Glauben Sie nicht, unsere Pferde haben jetzt genug gefressen?« »Oh ja, wir wollen doch nicht, dass es sie zerreißt, oder?« erwiderte Kaiser, und die beiden stiegen auf und ritten weiter. Am Vormittag reichten sie Tamar. Lange bevor sie zu den in einem großen Kreis stehenden Hütten kamen, liefen braunäugige Kinder und bellende Hunde hinter ihnen her. Bald darauf hob Kaiser die Hand, und sie hielten an, um abzusteigen. »Ich sag dem Häuptling Bescheid, dass wir hier sind,« sagte Kaiser und ging zu einer nahegelegenen Hütte. Als er mit einem breitschulterigen Indianer mittleren Alters zurückkehrte, hatte sich bereits eine kleine Gruppe um die Pferde versammelt. Der stämmige Mann sagte etwas, das Schämen ihm nicht von den Lippen ablesen konnte. Es war nicht englisch, aber der Mann nahm Schämens Hand, als der sie ihm entgegenstreckte. »Ich bin Dr. Robert J. Cole aus Holden's Crossing in Illinois, und das ist meine Frau Rachel Cole.« »Dr. Cole?« Ein junger Mann trat aus der Menge vor und musterte Schämen. »Nein, Sie sind zu jung.« »Vielleicht kannten Sie meinen Vater?« Der Mann sah ihn forschend an. »Bist du der Taube Junge?« »Bist du das, Schämen?« »Ja.« »Ich bin kleiner Hund, der Sohn von Mond und der singend einhergeht.« Schämen freute sich sehr, als sie sich die Hände schüttelten. Er erinnerte sich noch gut daran, wie sie als Kinder zusammen gespielt hatten. Der untersetzte Mann sagte etwas. »Das ist Medike, schnappende Schildkröte, Häuptling der Stadt Tama«, sagte kleiner Hund. »Er will, dass ihr drei in seine Hütte kommt.« Schnappende Schildkröte bedeutete kleiner Hund, dass er mitkommen solle, und den übrigen Indianern, dass sie sich zerstreuen sollten. Seine Hütte war klein, und es roch darin nach verbranntem Fleisch. Zusammengelegte Decken zeigten, wo die Bewohner schliefen, und in einer Ecke hing eine Segeltuchhängematte. Der Lehmboden war hart und gefegt, und auf diesem Boden servierte ihnen kleines Licht, die Frau des Häuptlings schwarzen Kaffee mit viel Ahornzucker und anderen würzigen Zutaten. Er schmeckte wie Magua-Iquas-Kaffee. Nachdem kleines Licht eingegossen hatte, flüsterte schnappende Schildkröte ihr etwas zu, und sie verließ die Hütte. »Du hast doch eine Schwester namens Vogelfrau gehabt«, sagte Schämmen zu kleiner Hund. »Ist sie auch hier?« »Die ist schon lange tot. Ich habe noch eine andere Schwester, Grüne Weide, die jüngste. Sie ist mit ihrem Mann im Reservat in Kansas.« »Niemand in Tama außer ihm sei von der Gruppe in Hordens Crossing«, sagte kleiner Hund. Schnappende Schildkröte ließ durch kleiner Hund sagen, dass er ein Mesquaki sei, und dass es in Tama etwa zweihundert Mesquakis und Zauks gebe. Dann folgte ein Sturzbach von Worten, kleiner Hund übersetzte. »Er sagt, dass die Reservate sehr schlecht sind, wie große Käfige. Wir waren krank vor Sehnsucht nach den früheren Tagen, dem alten Leben. Wir haben wilde Pferde gefangen, sie zugeritten und sie für so viel verkauft, wie wir eben dafür kriegen konnten. Wir haben das ganze Geld gespart. Dann kamen ungefähr hundert von uns hierher. Wir mussten vergessen, dass Rock Island früher Saug-e-Nuk war, die große Stadt der Saugs, und dass Davenport Mesquak-e-Nuk war, die große Stadt der Mesquakis. Die Welt hat sich verändert. Wir haben dem weißen Mann Geld für hundert Morgen gegeben, und wir haben uns den Kaufvertrag vom weißen Gouverneur mit seiner Unterschrift bestätigen lassen. Schemann nickte. »Das war gut«, sagte er, und schnappende Schildkröte lächelte. Offensichtlich verstand er ein wenig Englisch, aber er sprach in seiner eigenen Sprache weiter, und sein Gesicht wurde ernst. »Er sagt«, fuhr kleiner Hund fort, »die Regierung behauptet immer, dass sie unser riesiges Land gekauft hat. Der weiße Vater nimmt sich unser Land und bietet den Stämmen dafür kleine Münzen statt des großen Papiergeldes. Er bedrückt uns sogar noch um die Münzen und gibt uns billiges Zeug und Tant und behauptet, die Mesquakis und Saugs würden eine Jahresrente bekommen. Viele von unserem Volk lassen die wertlosen Sachen einfach auf der Erde liegen, damit sie verfaulen. Wir sagen ihnen, sie sollen mit lauter Stimme Geld verlangen und dann hierher kommen und noch mehr Land kaufen.« »Gibt es Schwierigkeiten mit den Nachbarn?«, fragte Schemann. »Keine Schwierigkeiten«, antwortete kleiner Hund und hörte dann wieder schnappende Schildkröte zu. »Er sagt, dass wir niemanden bedrohen. Wenn unsere Leute zu den Weißen gehen, um mit ihnen zu handeln, stecken weiße Männer Münzen in die Rinde von Bäumen und sagen unseren Männern, sie dürfen die Münzen behalten, wenn sie sie mit ihren Pfeilen treffen. Einige von uns sagen, das ist eine Beleidigung, aber schnappende Schildkröte lässt es zu. Er sagt, so bleiben wenigstens einige von uns mit Pfeil und Bogen in Übung.« Kleines Licht kam mit einem Mann in einem ausgefransten Baumwollhemd, einer fleckigen braunen Wollhose und einem roten Taschentuch um die Stirn in die Hütte. »Sie sagte, dies sei Nepe Pakwa, Schlafwandler, ein Saug und der Medizinmann. Schlafwandler war kein Mann, der viele Worte machte.« »Sie sagt, dass du ein Arzt bist.« »Ja.« »Gut. Kommst du bitte mit mir?« Schemmen nickte. Er und Rachel ließen Kaiser bei schnappende Schildkröte, holten nur kurz die Arzttasche und folgten dann dem Medizinmann. Während sie durch den Ort gingen, suchte Schemmen nach Eindrücken, die seiner Erinnerung entsprachen. Er sah keine Tipis, doch hinter den Hütten standen einige Hedonosote. Die Leute trugen vorwiegend schäbige Kleider der Weißen, nur die Mockersins waren so, wie er sie in Erinnerung hatte, doch viele der Indianer trugen Arbeitsschuhe oder Armeestiefel. Schlafwandler brachte sie zu einer Hütte am anderen Ende der Ansiedlung. In ihrem Inneren lag eine dünne junge Frau auf dem Boden und krümmte sich, die Hände auf ihrem dicken Bauch. Ihre Augen waren glasig, und sie sah aus, als sei sie nicht bei Verstand. Sie reagierte nicht, als Schemmen sie etwas fragte. Ihr Puls ging schnell und unregelmäßig. Er befürchtete das Schlimmste, doch als er ihre Hände in die Seinen nahm, spürte er mehr Lebenskraft, als er erwartet hatte. Sie sei Wat-Wawaiska, kletterndes Eichhörnchen, sagte Schlafwandler, die Frau seines Bruders. Es sei ihre erste Geburt, und die Wehen hätten bereits gestern Morgen eingesetzt. Zuvor habe sie sich schon eine weiche, trockene Stelle im Wald ausgesucht, und dorthin sei sie gegangen. Immer und immer wieder seien die Schmerzen gekommen, und sie habe sich hingekauert, wie ihre Mutter es ihr gezeigt hatte. Als dann das Wasser gekommen sei, seien ihre Beine und ihr Kleid nass geworden, aber sonst sei nichts passiert. Die Schmerzen seien nicht vergangen, und das Kind sei nicht gekommen. Bei Einbruch der Nacht hätten andere Frauen sie gesucht und hierher gebracht. Schlafwandler hatte ihr nicht helfen können. Schemann zog kletterndes Eichhörnchen das schweißnasse Kleid aus und betrachtete ihren Körper. Sie war sehr jung. Ihre Brüste waren klein, trotz der Milch, und ihr Becken war schmal. Die Vulva klaffte, doch von einem kleinen Kopf war nichts zu sehen. Schemann tastete vorsichtig den Bauch der jungen Frau ab, nahm dann sein Stethoskop und gab Rachel die Ohrstöpsel. Als er die Muschel an verschiedenen Stellen des Bauches anlegte, bestätigten die Geräusche, die Rachel ihm beschrieb, was er bereits mit Händen und Augen festgestellt hatte. Das Kind liegt verkehrt. Er ging nach draußen und bat um sauberes Wasser, woraufhin ihn Schlafwandler zu einem Bach im Wald führte. Der Medizinmann sah neugierig zu, wie Schemann sich Hände und Arme einseifte und kräftig schrubbte. Das gehört zu meiner Medizin, sagte Schemann, und Schlafwandler nahm die Seife und machte es ihm nach. Wieder in der Hütte nahm Schemann seine Dose mit sauberem Schmalz aus der Tasche und schmierte sich damit die Hände ein. Er führte zuerst einen Finger in den Geburtskanal ein, dann einen zweiten, so als würde er versuchen, in eine geschlossene Faust einzudringen. Er arbeitete sich langsam vorwärts. Zuerst spürte er gar nichts, doch dann zuckte die Frau während einer Wehe zusammen und die enge Verkrampfung öffnete sich ein wenig. Er ertastete einen kleinen Fuß und die Nabelschnur, die um den Fuß gewickelt war. Die Nabelschnur war robust, aber straff gespannt, und er versuchte nicht, den Fuß aus ihr zu lösen, solange der Wehenanfall andauerte. Erst anschließend streifte er vorsichtig nur mit seinen beiden Fingern die Nabelschnur vom Fuß und zog den Fuß heran. Der andere Fuß war weiter oben und stemmte sich gegen die Wand des Geburtskanals. Schemann bekam ihn erst während der nächsten Wehe zu fassen. Er zog auch ihn heran, bis zwei winzige rote Füße aus der Mutter herausragten. Aus den Füßen wurden langsam Beine, und bald konnten sie sehen, dass es ein Junge war. Der Bauch mit der Nabelschnur kam zum Vorschein. Doch dann kam es zum Stillstand, denn Schulter und Kopf klemmten im Geburtskanal wie ein Korken in einem Flaschenhals. Schemann konnte das Kind nicht weiter herausziehen, und er konnte auch nicht tiefer hineinfassen, um die Nase des Kindes vom Fleisch der Mutter, in das sie gedrückt wurde, zu befreien. Mit der Hand im Geburtskanal kniete er da und suchte verzweifelt nach einer Lösung, doch er fürchtete, dass das Baby ersticken werde. Schlafwandler hatte in einer Ecke der Hütte sein Mechomé, und aus diesem zog er nun eine gut einen Meter lange Rebe. Das eine Ende dieser Rebe hatte eine erstaunliche Ähnlichkeit mit dem flachen, hässlichen Kopf einer Viper. Und dieser Eindruck wurde noch verstärkt durch aufgesetzte, schwarze, runde Augen und dünne, spitze Fangzähne. Schlafwandler ließ die Schlange sich über den Bauch der jungen Frau winden, bis der Kopf knapp vor ihrem Gesicht hin und her pendelte. Der Medizinmann sang etwas in seiner Sprache, aber Schemann versuchte erst gar nicht von seinen Lippen abzulesen. Er beobachtete stattdessen kletterndes Eichhörnchen. Er sah, dass die Frau den Blick auf die Schlange richtete und ihre Augen sich weiteten. Der Medizinmann ließ das Reben-Tier nun an ihrem Körper hinunterkriechen, bis der Kopf direkt über der Stelle war, unter der das Baby feststeckte. Schemann spürte ein Beben im Geburtskanal. Er sah, dass Rachel den Mund öffnete, um zu protestieren, doch er brachte sie mit einem Blick zum Verstummen. Die Fangzähne berührten den Bauch von kletterndes Eichhörnchen. Plötzlich fühlte Schemann, wie alles sich weitete. Die Frau drückte heftig, und das Kind glitt weiter, sodass Schemann keine Mühe mehr hatte, es herauszuziehen. Lippen und Wangen des kleinen Jungen waren blau, doch sie röteten sich sofort. Mit zitterndem Finger wischte Schemann ihm den Schleim vom Mund. Das winzige Gesicht verzog sich entrüstet, und der Mund öffnete sich. Schemann spürte, dass der kleine Bauch eingezogen wurde, weil der Junge Luft holte, und er wusste, dass die anderen gleich darauf einen dünnen, hohen Schrei hörten. Mit dem Medizinmann ging Schemann noch einmal zum Bach, um sich zu waschen. Schlafwandler sah zufrieden aus. Schemann war sehr nachdenklich. Vor dem Verlassen der Hütte hatte er sich die Rebe genau angesehen, um nachzuprüfen, ob es sich wirklich nur um eine Rebe handelte. Hat die Frau geglaubt, dass die Schlange ihr Baby verschlingt und es deshalb geboren, um es zu retten? Mein Lied hat ihr gesagt, dass die Schlange ein böser Manitou ist. Ein guter Manitou hat ihr geholfen. Schemann erkannte, dass die Wissenschaft in der Heilkunst nur bis zu einem gewissen Punkt von Nutzen ist. Danach wird sie unterstützt vom Glauben, von dem Vertrauen auf etwas anderes. Dies war ein Vorteil, den der Medizinmann gegenüber dem Arzt hatte, denn Schlafwandler war Priester und Arzt. Bist du ein Schamane? Nein. Schlafwandler sah ihn an. Weißt du, was die Zelte der Weisheit sind? Magua hat uns von den sieben Zelten erzählt. Ja, sieben. Bei einigen Dingen bin ich im vierten Zelt, aber bei zu vielen bin ich noch im ersten. Wirst du irgendwann Schamane werden? Wer soll mich denn unterrichten? Weiße Wolke ist tot. Magua-Ikua ist tot. Die Stämme sind zerstreut. Die Mede-Wi-Win gibt es nicht mehr. Als ich mich in jungen Jahren dazu entschloss, ein Bewahrer der Geister zu werden, hörte ich von einem alten Saug in Missouri, der fast ein Schamane war. Ich ging zu ihm und blieb zwei Jahre bei ihm. Aber dann ist er viel zu früh an den Pocken gestorben. Jetzt suche ich alte Leute, von denen ich etwas lernen könnte, aber es gibt nicht mehr viele, und die meisten wissen nichts. Unsere Kinder lernen Reservatsenglisch, und die sieben Zelte der Weisheit sind verschwunden. Schamane war plötzlich klar, was der Indianer meinte. Es gab für ihn keine Medical Schools mehr, denen er seine Bewerbungsschreiben schicken konnte. Die Saugs und die Mesquakis waren ein Überbleibsel, dem man die Religion, die Medizin und die Vergangenheit geraubt hatte. Er hatte kurz die Schreckensvision von einer grünhäutigen Horde, die über die weiße Rasse hinwegfegt und nur wenige verstörte Überlebende zurücklässt. Überlebende, die höchstens noch eine unbestimmte Ahnung haben von einer früheren Zivilisation, von Hippokrates, Galen und Avicenna, Jahwe, Apollo und Jesus. Offensichtlich hatte sich die Nachricht von der Geburt des Kindes in Windeseile im ganzen Dorf verbreitet. Wenn die Indianer auch keine Menschen waren, die ihre Gefühle offen zeigten, so spürte Schamane doch ihre Dankbarkeit, als er nun durch die Siedlung ging. Charles Kaiser kam zu ihm und erzählte, dass die Geburt, bei der im Vorjahr seine Frau gestorben war, dem Fall dieses Mädchens sehr ähnlich gewesen sei. Der Doktor ist nicht rechtzeitig gekommen. Die einzige andere Frau, die dabei war, war meine Mutter, und die wusste auch nicht mehr als ich. Sie dürfen sich deswegen keine Vorwürfe machen. Manchmal können wir eben ein Menschenleben nicht retten. Ist das Kind auch gestorben? Kaiser nickte. Haben Sie noch andere Kinder? Zwei Mädchen und einen Jungen. Schemmel vermutete, dass Kaiser unter anderem auch deshalb nach Tamar gekommen war, weil er eine neue Frau suchte. Die Indianer schienen ihn zu kennen und zu mögen. Einige begrüßten ihn sogar und nannten ihn Charlie Farmer. Warum nennen Sie sie so? Die Leute hier sind doch auch Farmer. Kaiser lachte. Nicht so wie ich. Mein Daddy hat mir fünfzig Morgen Land hinterlassen, mit der schwärzesten Iowa-Erde, die Sie je gesehen haben. Ich bestelle zwanzig Morgen davon, vorwiegend mit Winterweizen. Als ich das erste Mal hierher kam, versuchte ich, diesen Leuten zu zeigen, wie man den Boden bestellt. Hab eine ganze Weile gebraucht, bis ich begriff, dass sie es nicht so machen wollen wie die Weißen. Die Männer, die ihnen das Land hier verkauft haben, dürften der Meinung gewesen sein, sie hätten die Indianer übers Ohr gehauen, weil es ein schlechter Boden ist. Aber die Leute in Tamar decken ihre kleinen Gartenstücke mit Buschwerk, Unkraut und Abfall zu und lassen das Ganze verrotten, manchmal einige Jahre lang. Dann erst bestellen sie den Grund, aber mit Grabstöcken, nicht mit dem Flug. Die Gärten liefern auf diese Weise genügend Nahrung. Zudem ist das Land hier voller Niederwild und der Iowa gehört zu den fischreichsten Flößen. Dann leben die Indianer hier wirklich wie in alten Zeiten, so wie sie es wollten, sagte Sherman. Kaiser nickte. Schlafwandler meint, er habe sie gebeten, noch ein paar andere Leute zu behandeln. Es würde mich freuen, ihnen helfen zu können, Dr. Cole. Sherman hatte bereits Rachel und Schlafwandler als Hilfskräfte. Doch dann fiel ihm ein, dass Kaiser zwar aussah wie die Bewohner von Tamar, sich hier aber offensichtlich nicht ganz zu Hause fühlte und deshalb wohl die Gesellschaft anderer Außenseiter brauchte. Also erwiderte er dem Farmer, er sei dankbar für seine Hilfe. Es war ein seltsames Viergespann, das da von Hütte zur Hütte zog. Doch schon bald wurde offensichtlich, dass sie einander gut ergänzten. Der Medizinmann verschaffte ihnen überall Zutritt und sang seine Gebete. Rachel hatte eine Tüte Süßigkeiten bei sich, mit denen sie das Vertrauen der Kinder gewann, und Charlie Kaisers große Hände hatten die Kraft, aber auch das Feingefühl, die nötig waren, um jemanden festzuhalten, wenn es erforderlich war. Sherman zog einige Zähne und wurde dafür mit dem Anblick von Patienten belohnt, die zwar Blutfäden spuckten, dabei aber lachten, weil die Ursache andauernder Schmerzen plötzlich verschwunden war. Er stach Eiterbeulen auf, entfernte eine schwarz verfärbte, infizierte Zehe und beschäftigte Rachel damit, den Brustkorb hustender Indianer abzuhorchen. Einigen konnte er mit Sirup helfen, doch manche litten an Schwindsucht, und er war gezwungen, Schlafwandler zu sagen, dass er für sie nichts mehr tun könne. Außerdem sahen sie ein halbes Dutzend Männer und einige Frauen, die vom Alkohol betäubt waren, und Schlafwandler vertraute ihnen an, dass auch andere sich betranken, sobald sie sich Whisky beschaffen konnten. Sherman wusste, dass die Krankheiten des weißen Mannes viel mehr Indianer getötet hatten als dessen Kugeln. Vor allem die Pocken hatten unter den Stämmen, die in den Wäldern und in der Prärie lebten, böse gewütet. Er hatte deshalb ein kleines hölzernes Kästchen mitgebracht, das halb mit Kuhpockenschorf gefüllt war. Schlafwandler war sehr interessiert, als Schemann ihm berichtete, er habe eine Medizin, die die Pocken verhüte. Doch Sherman gab sich auch große Mühe, ihm genau zu erklären, wie die Behandlung aussah und welche Folgen sie hatte. Ich werde ihnen den Arm anritzen und ein winziges Stück Kuhpockenschorf in die Wunde einführen. Eine rote, juckende Blase, etwa von der Größe einer kleinen Erbse, wird sich entwickeln. Daraus wird eine grau verfärbte, nabelförmige Entzündung und die Umgebung färbt sich großflächig rot und fühlt sich hart und heiß an. Nach der Impfung leiden die meisten etwa drei Tage lang an Kuhpocken, einer viel schwächeren und gutartigeren Krankheit als die eigentlichen Pocken, die aber immun macht gegen die tödliche Seuche. Diese Erkrankten bekommen höchstwahrscheinlich Kopfschmerzen und Fieber. Bei allen wird die Entzündung größer und dunkler und trocknet dabei aus, bis etwa am 21. Tag der Wundschorf abfällt und eine rosige Narbe hinterlässt. Sherman trug Schlafwandler auf, dies alles seinen Leuten zu erklären und herauszufinden, wer sich impfen lassen wolle. Der Medizinmann blieb nicht lange aus. Vor den Pocken wollte jeder geschützt sein, und so machten sie sich daran, die ganze Gemeinde zu impfen. Schlafwandlers Aufgabe war es, dafür zu sorgen, dass sich die Leute in einer Reihe vor dem Doktor aufstellten und ihnen zu erklären, was sie erwartete. Rachel saß auf einem Baumstumpf und zerteilte mit zwei Skalpellen den Kuhpockenschorf in dem kleinen Holzkästchen in winzige Stücke. Wenn ein Patient vor Sherman trat, fasste Charlie Kaiser dessen linke Hand und hob sie, bis die Innenseite des Oberarms bloß lag, die Stelle, die gegen zufällige Verletzungen am besten geschützt ist. Mit einem spitzen Skalpell setzte Sherman einen flachen Schnitt und legte ein winziges Stück des Schorfs in die Wunde. Die Arbeit war nicht kompliziert, musste aber mit Sorgfalt erledigt werden, und so bewegte sich die Warteschlange nur langsam. Bei Sonnenuntergang beendete Sherman die Impfung. Ein Viertel der Bewohner von Tama war noch nicht geimpft, aber er sagte ihnen, die Sprechstunde sei beendet und sie sollten tags darauf wiederkommen. Schlafwandler hatte den Instinkt eines erfolgreichen Baptistenpredigers und in dieser Nacht rief er die Leute zusammen, um die Besucher mit einem Fest zu ehren. Auf der Lichtung wurde ein großes Feuer angezündet, um das sich alle versammelten. Sherman saß rechts von Schlafwandler, Kleiner Hund saß zwischen Sherman und Rachel, damit er für sie übersetzen konnte. Seinen Helfer Charlie sah Sherman neben einer schlanken, lächelnden Frau sitzen, und Kleiner Hund sagte ihm, sie sei eine Witwe mit zwei kleinen Jungen. Schlafwandler bat Dr. Cole, er möge ihnen doch von Makwa Ikwa erzählen, der Frau, die ihre Schamanin gewesen war. Sherman wusste natürlich, dass jeder der Anwesenden mehr über das Massaker am Bad Axe wusste als er. Was damals am Zusammenfluss des Bad Axe mit dem Mississippi passiert war, hatte man wahrscheinlich an Tausenden von Lagerfeuern weitererzählt, und auch zukünftige Generationen würden diese Geschichte hören. Aber er erzählte ihnen, dass zu den von den langen Messern getöteten auch ein Mann namens grüner Büffe gehört hatte und eine Frau namens Vereinigung der Flüsse, Matapya. Er erzählte ihnen, wie ihre zehnjährige Tochter, Nishri Kevaki, zwei Himmel, ihren kleinen Bruder außer Reichweite der Flinten der Armee gebracht hatte, indem sie den Kleinen mit den Zähnen am Genick haltend den Mazesi Bowie hinuntergeschwommen war. Sherman berichtete weiter, wie das Mädchen zwei Himmel, ihre Schwester große Frau, gefunden hatte und wie die drei Kinder sich wie Hasen im Gebüsch versteckt hatten, bis die Soldaten sie fanden, und wie ein Soldat das blutende Baby mit sich genommen hatte, von dem man nie wieder etwas hörte. Er erzählte, dass die beiden Saug-Mädchen in eine christliche Schule in Wisconsin verschleppt wurden und dass große Frau von einem Missionar geschwängert und anschließend als Dienstmarkt auf eine christliche Farm bei Fort Crawford gebracht wurde, wo sich ihre Spur verlor. Und dass das Mädchen zwei Himmel aus der Schule geflohen war und sich bis Prophetstown durchgeschlagen hatte, wo der Schamane Weiße Wolke sie bei sich aufgenommen, sie durch die sieben Zelte der Weisheit geführt und ihr einen neuen Namen gegeben hatte, Makwa-Ikwa, die Bärenfrau. Und dass Makwa-Ikwa die Schamanin ihres Stammes gewesen war, bis sie 1851 in Illinois von drei weißen Männern vergewaltigt und ermordet wurde. Die Leute hörten ernst zu, aber niemand weinte. Sie waren es gewöhnt, Schreckensgeschichten über die zu hören, die sie liebten. Eine Wassertrommel und ein Schlagstock gingen von Hand zu Hand, bis sie bei Schlafwandler angelangt waren. Es handelte sich nicht um Makwas Wassertrommel, die verschwunden war, als die Sauks Illinois verlassen hatten, aber Schamane sah, dass es eine ganz ähnliche war. Nun kniete Schlafwandler sich vor die Trommel und begann, sie in einem rhythmischen Vierertakt zu schlagen und dazu zu singen. Nen-je-ma-wa-wa, 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 ke-ta-ko-ko-na-na. Ich schlage sie viermal, ich schlage sie viermal, ich schlage sie viermal, ich schlage unsere Trommel viermal. Schemann sah, dass die Leute in den Gesang des Medizinmannes einstimmten und dass viele von ihnen Kürbisflaschen in beiden Händen hielten und sie im Takt schüttelten, wie Schemann als kleiner Junge im Musikunterricht seine murmelgefüllte Zigarrenkiste geschüttelt hatte. Ke-te-ma-ga-yo-se-li-ya-ya-ni, ke-te-ma-ga-yo-se-li-ya-ya-ni, meto-se-ne-ni-o-lie-ya-ya-ni, ke-te-ma-ga-yo-se-li-ya-na-ni. Segne uns, wenn du kommst, segne uns, wenn du kommst, die Leute, wenn du kommst, segne uns, wenn du kommst. Schemann beugte sich vor und legte seine Hände knapp unterhalb der Lederbespannung an die Wassertrommel. Wenn Schlafwandler sie schlug, war es Schemann, als würde er Donnergetöse zwischen seinen Händen halten. Als er Schlafwandler auf den Mund schaute, sah er erfreut, dass der Medizinmann jetzt etwas sang, das er kannte, eins von Makwas Liedern, und er sang mit. We-ya-ya-ni, ni-na-ne-gi-se-ke-wi-to-se-me-ne-ni-na. Wohin du auch gehst, ich gehe mit dir, mein Sohn. Jemand brachte ein Holzscheit und warf es ins Feuer, und eine gelbe Säule tanzender Funken stieg in den schwarzen Himmel. Der Schein und die Hitze des Feuers machten Schämmen benommen und matt, empfänglich für Visionen. Besorgt drehte er sich zu seiner Frau um. Rachel bot ihm einen Anblick, der ihre Mutter entsetzt hätte. Sie war ohne Kopfbedeckung, das Haar zerwühlt und wirr, auf ihrem Gesicht glänzte der Schweiß, und aus ihren Augen strahlte die Freude. Noch nie hatte sie fraulicher auf ihn gewirkt, menschlicher, begehrenswerter. Sie sah seinen Blick und beugte sich lächelnd vor, um ihm etwas zu sagen. Für jeden hörenden Menschen wären ihre Worte im Dröhnen der Trommel und im Gesang untergegangen, aber Schämmen hatte keine Schwierigkeiten, sie von ihren Lippen abzulesen. Das ist so schön wie einen Büffel zu sehen, sagte sie. Am nächsten Morgen verließ Schämmen, ohne seine Frau zu wecken, früh das Nachtlager und badete im Iowa, während Schwalben durch die Lüfte segelten und zu seinen Füßen kleine Fische, mattgoldglänzend, durchs Wasser schossen. Es war kurz nach Sonnenaufgang, doch in der Siedlung lernten schon Kinder. Und als er an den Hütten vorbeiging, sah er barfüßige Frauen und einige Männer in der Kühle des Morgens ihre Gärten bestellen. Am Ortsrand traf er Schlafwandler, und die beiden blieben stehen und unterhielten sich angeregt, wie zwei Gutsherren, die sich bei ihrem morgendlichen Verdauungsspaziergang begegnen. Schlafwandler fragte ihn nach Makwas Bestattung. Schämmend hat sich schwer mit der Antwort. Ich war noch ein kleiner Junge, als sie starb. Viel weiß ich nicht mehr, sagte er. Aber aus dem Tagebuch seines Vaters war ihm bekannt, dass Makwas Grab am Morgen geschaufelt und sie am Nachmittag in ihrer besten Decke begraben worden war. Ihre Füße zeigten nach Westen, und der Schwanz einer Büffelkuh war ihr ins Grab gelegt worden. Schlafwandler nickte zustimmend. Was liegt zehn Schritt nordwestlich ihres Grabes? Schämmend sah ihn verwundert an. Ich erinnere mich nicht mehr. Ich weiß es nicht. Der Medizinmann machte ein ernstes Gesicht. Der alte Mann in Missouri, derjenige, der beinahe Schamane gewesen sei, habe ihm beigebracht, was beim Tod eines Schamanen beachtet werden müsse, sagte er. Wenn ein Schamane bestattet wird, fuhr er fort, beziehen vier Watawinonas, Kobolde der Hinterlist, zehn Schritte nordwestlich des Grabes Stellung. Die Watawinonas bewachen abwechselnd das Grab. Einer ist immer wach, während die anderen drei schlafen. Sie können dem toten Schamanen zwar nichts anhaben, aber solange man sie an diesem Ort lässt, kann er seine Kräfte nicht benutzen, um den Lebenden beizustehen, die um seine Hilfe bitten. Schämmen unterdrückte ein Seufzen. Vielleicht hätte er mehr Toleranz aufbringen können, wäre er mit dem Glauben an solche Dinge aufgewachsen. Während der Nacht hatte er wach gelegen und sich gefragt, wie es wohl seinen Patienten zu Hause erging. Und jetzt wollte er seine Arbeit hier zum Abschluss bringen und sich so früh auf den Rückweg machen, dass sie die Nacht an der schönen Stelle des Flusslaufs verbringen konnten, an der sie schon auf dem Heerweg ihr Lager aufgeschlagen hatten. Um die Watawinonas zu vertreiben, sagte Schlafwandler, muss man ihren Schlafplatz finden und ihn ausbrennen. Gut, ich werde es tun. Schamane hatte es zwar nicht vor, doch Schlafwandler schien diese Lüge zu erleichtern. Kleiner Hund gesellte sich zu ihnen und fragte, ob er beim Armritzen Charlie Farmers Stelle einnehmen könne, da Kaiser Tamer noch in der Nacht gleich nach dem Verlöschen des Feuers verlassen habe. Schämmen war enttäuscht, dass Kaiser sich nicht verabschiedet hatte, doch er nickte Kleiner Hund zu und bat ihn, zu helfen. Sie begannen früh mit den restlichen Impfungen. Diesmal ging es ein bisschen schneller, denn Schämmen hatte an Übung gewonnen. Sie waren schon beinahe fertig, als ein von zwei Braunen gezogener Wagen auf die Lichtung fuhr. Kaiser saß auf dem Kutschbock und hinten im Wagen saßen drei Kinder, die neugierig auf die Sauks und die Mesquarkis starrten. Ich wäre ihnen dankbar, wenn sie sie auch gegen die Pocken ritzen, sagte Charlie, und Schämmen erwiderte, dass er das mit Vergnügen tue. Als schließlich alle Dorfbewohner und die drei Kinder geimpft waren, half Charlie, Schämmen und Rachel beim Packen. Ich würde gerne einmal mit meinen Kindern das Grab der Schamanen besuchen, sagte er, und Schämmen entgegnete, er sei herzlich eingeladen. Es dauerte eine Weile, bis Ulysses bepackt war. Vom frischgebackenen Vater, dem Mann von kletterndes Eichhörnchen, erhielten sie ein Geschenk, drei Whiskykrüge voller Ahornsirup, das sie mit Freuden annahmen. Die Krüge waren mit ganz ähnlichen Reben zusammengebunden, wie Schlafwandler sie für seine Schlange benutzt hatte. Als Schämmen sie oben auf Ulysses Last befestigte, sah es aus, als seien er und Rachel unterwegs zu einem großen Fest. Er verabschiedete sich von Schlafwandler und versprach, im nächsten Frühjahr wiederzukommen. Dann gab er Charles Kaiser, schnappende Schildkröte und kleiner Hund die Hand. Jetzt bist du Kafso Wabiskyu, sagte kleiner Hund. Kafso Wabiskyu, der weiße Schamane. Es freute Schämmen, denn er wusste, dass kleiner Hund dies nicht nur als Spitzname gemeint hatte. Viele winkten zum Abschied, und Rachel und Schämmen taten es ebenfalls, als sie mit ihren drei Pferden Tama verließen und am Fluss entlang in Richtung Heimat tritten. Der Frühaufsteher Nach ihrer Rückkehr musste Schämmen vier Tage lang den Preis zahlen, der von Ärzten verlangt wird, die Urlaub machen. Jeden Vormittag drängten sich in seinem Wartezimmer die Patienten, und jeden Nachmittag und Abend verbrachte er mit Hausbesuchen, sodass er immer erst spätnachts und müde zu Rachel und dem Anwesen der Geigers zurückkam. Aber am fünften Tag, einem Samstag, veräppte der Strom der Patienten langsam, und am Sonntagmorgen wachte er neben Rachel mit der beglückenden Erkenntnis auf, dass er Zeit für sich selbst hatte. Wie gewöhnlich war er vor allen anderen aus den Federn, nahm seine Kleider und trug sie nach unten, um sich im Wohnzimmer leise anzuziehen, bevor er das Haus verließ. Sein Weg führte ihn zu jener Stelle im Wald, wo Oskar Ericsons Arbeiter bereits den Bauplatz für das neue Haus und den Schuppen vorbereitet hatten. Es war nicht genau die Stelle, an der Rachel einst als Kind gestanden und von einem Haus geträumt hatte. Leider spielen bei den Träumen kleiner Mädchen Probleme der Entwässerung keine Rolle, und Ericsson hatte, nachdem er sich die Stelle angesehen hatte, nur den Kopf geschüttelt. Sie hatten sich schließlich auf einen günstigeren, etwa hundert Meter entfernten Bauplatz geeinigt, der, wie Rachel versicherte, immer noch nahe genug an ihrem Traum war. Shaman hatte den Bauplatz von Jay kaufen wollen, doch der bestand darauf, ihnen den Grund zur Hochzeit zu schenken. Da zwischen Shaman und seinem Schwiegervater inzwischen ein herzliches Verhältnis gegenseitiger Rücksichtnahme bestand, stand einer Lösung des Problems nichts im Wege. Bei der Baustelle des Krankenhauses angekommen, sah Shaman, dass der Keller schon fast vollständig ausgehoben war. Die Erdhaufen in der Umgebung formten eine Landschaft aus riesigen Ameisenhügeln. Die Grube sah kleiner aus, als er es für das Krankenhaus erwartet hatte, doch Ericsson hatte ihm erklärt, dass solche Gruben immer kleiner wirken. Das Fundament sollte aus Granitsteinen aus einem Steinbruch hinter Nauwohr gemauert werden. Das Material musste auf einem Flachboot in Mississippi heraufgeschafft und mit Ochsenkarren von Rock Island zur Baustelle transportiert werden, ein gefahrvolles Unternehmen, das Shaman beunruhigte, dem der Baumeister jedoch gelassen entgegensah. Shaman ging zum Cole-Haus hinunter, das Alex nun bald verlassen würde. Dann bog er in den kurzen Weg ein und versuchte sich vorzustellen, wie Patienten, die mit dem Boot ankamen, auf ihm zum Krankenhaus gingen. Große Veränderungen standen bevor. Er dachte an das Schwitzhaus, das nun plötzlich an der falschen Stelle stand, und beschloss, eine sorgfältige Skizze der Anordnung der einzelnen flachen Steine anzufertigen, um das Schwitzhaus anschließend hinter dem neuen Stall wieder aufbauen zu können, damit auch Joshua und Hetty erleben konnten, wie gut es tat, in der herrlichen Hitze zu sitzen, bis man nicht mehr anders konnte, als sich in das erlösende Wasser des Flusses zu stürzen. Als er sich Makwas Grab zuwandte, sah er, dass die Holztafel rissig und verwittert war, und man die Rohnen nicht mehr erkennen konnte. Die Zeichen hatte sein Vater in einem der Tagebücher festgehalten, und er nahm sich vor, eine dauerhaftere Gedenktafel aufzustellen und das Grab einzuzäunen, damit dessen Frieden nicht gestört wurde. Unkaut wucherte auf dem Grab. Während er Bartgras und Prärieampfer, die sich zwischen die Taglilienbüschel gezwängt hatten, herausriss, ertappte er sich dabei, wie er Makwa berichtete, dass einige ihres Stammes glücklich und sicher in Tamar lebten. Die kalte Wut, die er früher hier gespürt hatte, ob sie nun tief aus ihm selbst gekommen war oder nicht, diese Wut war verschwunden. Alles, was er jetzt fühlte, war tiefe Ruhe. Und doch, da war noch etwas. Er richtete sich auf und kämpfte eine Weile mit sich. Doch dann wandte er sich exakt nach Nordwesten und begann, jeden Schritt zählend, sich vom Grab zu entfernen. Nach zehn Schritten stand er inmitten der Ruinen des Hedonosote. Vom Langhaus war nach so vielen Jahren nichts mehr übrig, außer einem niederen Unebenen.